Abschnitt 13 von 1001 Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Geschichte des Hassan aus Basra und der Prinzessinnen von den Inseln Wakwak Teil 1 Man erzählt nämlich, es war in früheren Zeiten und längst verflossenen Äonen in der Stadt Basra ein wunderschöner und wohlgewachsener Jüngling. Man nannte ihn Hassan aus Basra. Sein Vater war ein sehr reicher Kaufmann und hatte ihm bei seinem Tod viel Geld und Gärten hinterlassen, wovon Hassan und seine Mutter die einzigen Erben waren. Hassan fing nun an, ein geselliges Leben zu führen, besuchte Frauen und Jünglinge, gab viele Monate lang Mahlzeiten in seinen Gärten und kümmerte sich gar nicht mehr um den Handel, den sein Vater getrieben, sondern dachte nur daran, sein Vermögen zu genießen. Nach einiger Zeit verlor er sein ganzes Vermögen. Er hatte schon alle Güter seines Vaters verkauft, und es blieb ihm gar nichts mehr übrig, weder wenig noch viel, und keiner seiner Freunde wollte ihn mehr kennen. Er und seine Mutter hungerten drei Tage lang zu Hause. Er ging dann aus, ohne zu wissen, wohin. Da begegnete ihm ein Freund seines Vaters und erkundigte sich nach seinem Befinden. Hassan erzählte ihm, was ihm geschehen. Der Mann sagte, »Mein Sohn, ich habe einen Bruder, der Goldarbeiter ist. Wenn du willst, kannst du zu ihm gehen und sein Handwerk lernen. Es liegt nur an dir, ein sehr geschickter Arbeiter zu werden.« Hassan willigte ein, ging mit jenem, welcher ihn seinem Bruder empfahl, indem er ihm sagte, »Dieser Mann ist mein Sohn, unterrichte ihn mir zu gefallen in deinem Handwerk.« Hassan arbeitete nun bei diesem Mann, und Gott war ihm gnädig. Eines Tages kam ein Perser mit einem großen Bart vorüber. Er trug einen weißen Turban und sah wie ein Kaufmann aus, grüßte Hassan, und dieser erwiderte mit Ehrerbietung seinen Gruß. Der Perser fragte, »Wie ist dein Name?« Er antwortete, »Hassan.« Er fragte wieder, »Hast du einen großen Schmelztiegel?« Hassan holte einen. Der Fremde warf Kupfer hinein und stellte ihn über das Feuer, bis das Kupfer zerschmolz. Zuletzt nahm der Perser etwas wie Gras aus seinem Turban hervor und warf ein wenig davon in den Schmelztiegel. Nach einer Weile wurde das Kupfer zu feinem Golde, woraus er eine Goldstange machte. Abermals fragte er Hassan, »Bist du verheiratet?« Er antwortete, »Nein.« Der Perser versetzte, »So nimm dies und heirate damit,« und ging fort. Hassan war außer sich vor Freude, sein Herz hing an dem, was er gesehen, und er erwartete die Rückkehr des Fremden. Am folgenden Tag kam er wieder und setzte sich vor Hassans Laden. Als nach Assar der Bazar leer wurde, kam er zu Hassan und grüßte ihn. Dieser erwiderte seinen Gruß und hieß ihn sitzen. Er setzte sich und unterhielt sich mit ihm. Endlich sagte er, »Mein Sohn bei Gott, ich habe dich recht gern, und meine Liebe ist göttlich rein ohne Eigennutz. Wenn mir Gott gnädig ist, so erkenne ich dich als meinen Sohn an. Gott hat mich eine Kunst gelehrt, die kein Mensch kennt. Ich will sie dir mitteilen, du bleibst dadurch immer vor Armut geschützt und bekommst Ruhe vor Feuer, Amboss und Hammer.« Hassan sagte, »Herr, wann willst du mich sie lehren?« Er antwortete, »Morgen, so Gott will, komme ich und mache in deiner Gegenwart aus Kupfer Gold.« Hassan freute sich und sprach mit dem Perser bis zum Nachtgebet. Dann stand er auf, verabschiedete sich von demselben, ging zu seiner Mutter und grüßte sie. Sie brachte Lebensmittel und aß mit ihm. Hassan aß ganz besinnungslos, denn alle seine Gedanken waren bei dem Perser. Seine Mutter fragte ihn, warum er so in Gedanken dasitze, und er erzählte ihr alles, was ihm der Perser gesagt. Als sie dies hörte, zitterte ihr Herz, sie drückte ihn an ihre Brust und sagte, »Hüte dich vor solchen Gauklern, Schwarzkünstlern und Alchemisten, sie suchen nur den Leuten ihr Vermögen aufzuzehren.« Hassan versetzte, »O meine Mutter, wir sind ja arme Leute, wir haben ja nichts, das sie bewegen könnte, uns zu betrügen, und der Perser ist ein alter Mann, der sehr fromm aussieht. Gott hat ihm Mitleid zu uns eingeflößt, und er hat mich als seinen Sohn angenommen.« Die Mutter schwieg betrübt. Hassan aber konnte vor Freude nicht schlafen. Als der Tag anbrach, stand er auf, nahm die Schlüssel, öffnete den Laden und setzte sich. Der Perser kam bald. Hassan stand vor ihm auf und wollte ihm die Hände küssen, er aber erlaubte es nicht, setzte sich und sagte zu Hassan, »Mein Sohn, mache den Schmelztiegel zurecht und lege den Blasebalk ins Feuer.« Hassan tat dies und machte ein Kohlenfeuer, dann fragte der Perser, »Hast du Kupfer?« Er antwortete, »Ich habe eine zerbrochene Platte.« Der Perser ließ ihn sie mit der Schere in kleine Stücke zerschneiden, warf sie in den Kessel und blies das Feuer, bis das Kupfer ganz geschmolzen war, streckte hierauf die Hand nach dem Turban aus, zog ein zusammengewickeltes Papier hervor, öffnete es und streute ein gelbes Pulver, ungefähr eine halbe Drachme, in den Kessel und befahl Hassan, mit dem Blasebalk zu blasen. Hassan tat dies, und es wurde eine Goldstange daraus, vom feinsten Gold. Als Hassan dies sah, strahlte sein Antlitz vor Freude, er wurde ganz rasend. Er nahm die Stange in die Hand und drehte sie darin herum, zuletzt nahm er die Pfeile, feilte daran und sah, dass es ganz feines Gold war. Er verlor darüber fast den Verstand und beugte sich vor Freude über die Hände des Persers, um sie zu küssen. Der Perser sprach, »Gib die Stange dem Makler und lass dir das Geld dafür geben, ohne dass jemand es bemerke.« Der Makler probierte die Stange und fand, dass es reines Gold war. Er fing an, sie für zehntausend Dirham auszurufen, die Kaufleute aber überboten einander bis auf fünfzehntausend Dirham. Hassan nahm das Geld, ging damit nach Hause, erzählte seiner Mutter von dem Glück, das ihm widerfahren war, und sagte ihr, »Ich habe diese Kunst erlernt.« Die Mutter lachte und sprach, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott, dem Erhabenen.« Und schwieg mit Schmerzen. Hassan aber nahm in seiner Unüberlegtheit einen Mörser und ging damit zum Perser, der vor seinem Laden saß. Dieser fragte ihn, »Mein Sohn, was willst du mit diesem Mörser?« Er antwortete, »Verwandle ihn in Gold.« Der Perser lachte und sprach, »Bist du toll? Willst du zwei Goldstangen an einem Tag auf den Markt bringen? Weißt du nicht, dass man Verdacht gegen uns schöpfen würde und dass wir ums Leben kommen können? Wenn du diese Kunst von mir gelernt haben wirst, mein Sohn, so übe sie nur einmal im Jahr aus. Sie genügt Dir von einem Jahr zum anderen.« Hassan antwortete, »Du hast recht, Herr.« Er ging dann in den Laden und setzte den Schmelztiegel über das Feuer. Der Perser fragte ihn, »Was willst du tun?« »Lehre mich die Kunst!« Der Perser lachte und sagte, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei dem Erhabenen Gott. Du bist ein junger Mann ohne Verstand. Eine so hohe Kunst kann man nicht so auf der Straße öffentlich lernen. Die Leute würden sagen, hier wohnen Goldmacher. Die Obrigkeit würde es erfahren und uns ums Leben bringen. Doch wenn du diese Kunst schnell im Geheimen lernen willst, so komm mit mir in mein Haus.« Hassan konnte nicht erwarten, bis er den Laden geschlossen hatte und mit dem Perser auf die Straße gehen konnte. Während er damit beschäftigt war, fielen ihm die Worte seiner Mutter ein. Er dachte lange nach und blieb stehen. Als der Perser sich umdrehte und Hassan stehend sah, sprach er, »Du Elender, was stehst du so nachdenkend?« »Ich bin dir im Herzen gut, und du denkst dir Schlimmes?« Als Hassan noch immer mit gebeugtem Kopf stehen blieb, sagte der Perser, »Wenn du mich fürchtest, so will ich mit dir in dein Haus gehen und dich dort meine Kunst lehren. Geh mir nur voran!« Hassan nahm den Weg nach seinem Haus, und der Perser folgte ihm. Hassan benachrichtigte seine Mutter von dem Besuch des Persers. Sie brachte die Wohnung in Ordnung und verzierte sie. Als sie aber fertig war, sagte ihr Hassan, sie möchte einstweilen zu einem Nachbarn gehen und ihn mit dem Perser allein lassen. Sie ging fort und überließ ihnen das Haus. Hassan aber führte den Perser hinein. Als er im Haus war, nahm Hassan eine Platte, ging damit auf den Markt, um einige Speisen zu kaufen, stellte sie dem Perser vor und sagte ihm, »Iss, Herr, von meinem Brot und Salz zum Zeichen unserer Freundschaft, und Gott verlasse den, der dem Bunde untreu wird.« Der Perser erwiderte, »Du hast recht, mein Sohn.« Dann lächelte er und sagte, »Wer kennt die hohe Bedeutung des Brotes und des Salzes?« Sie aßen dann miteinander, und als sie gegessen hatten, sagte der Perser, »Mein Sohn Hassan, bring auch einige süße Speisen.« Hassan ging auf den Markt und holte zehn Tassen voll süße Speisen. Als sie dies aßen, sagte der Perser, »Gott belohne dich dafür. Leute wie du verdienen es, dass man ihren Umgang suche, ihnen Geheimnisse vertraue und sie nützliche Dinge lehre.« Als sie genug gegessen hatten, sprach der Perser, »Bring nun die Gerätschaften.« Kaum hatte Hassan diese Worte gehört, so lief er wie ein junges Pferd, das man in den Klee lässt, in seinen Laden und holte die Gerätschaften und stellte sie dem Perser vor. Dieser zog aus seinem Turban ein Papier hervor und sagte, »O Hassan, bei dem Brot und bei dem Salz, wärest du mir nicht teurer als mein Sohn, so würde ich dir diese Kunst nicht mitteilen. Dieses Papier enthält alles, was ich noch von dem Pulver besitze, doch will ich die Materialien herbeischaffen und es vor dir bereiten und die Kunst offenbaren. Wisse, mein Sohn, wenn man zu zehn Pfund Kupfer nur eine halbe Drachme von dem Pulver nimmt, das in diesem Papier ist, so wird reines Gold daraus.« Weiter sagte er, »O mein Sohn Hassan, in diesem Papier sind noch drei ägyptische Ok. Ehe sie verbraucht sind, werde ich wieder neues Pulver verfertigen.« Hassan nahm das Papier und fand das Pulver noch feiner als das frühere. Er fragte den Perser, »Herr, wie heißt das, wo findet man es und in was wird's zubereitet?« Der Perser lachte und sagte, »Frage lieber, woher du ein vorwitziger Junge bist. Mache nur dein Gold und schweige.« Hassan holte eine Kupferplatte aus dem Haus, zerschnitt sie mit der Schere, rührte sie im Kessel herum und streute etwas Pulver aus dem Papier darauf, bis eine feine Goldstange daraus wurde. Als er dies sah, freute er sich sehr und kam ganz außer sich vor Erstaunen. Während aber nun Hassan beschäftigt war, die Goldstange herauszuheben, zog der Perser einen Beutel aus seiner Kopfbinde hervor, der ein Stück Benji aus Greta enthielt, so groß, dass, wenn ein Elefant daran gerochen hätte, er von einer Nacht zur anderen hätte schlafen müssen. Er tat ein wenig davon in die süße Speise und sagte zu Hassan, »O Hassan, nun bist du mein Sohn und mir teurer als mein Lebensgeist zwischen meinen Seiten. Ich habe eine Tochter, so schön und wohl gewachsen, dass nie ihresgleichen gesehen worden. Ich sehe, du allein passest für sie und sie nur für dich. So Gott will, verheirate ich dich mit ihr.« Hassan sprach, »Herr, ich bin dein Sklave, was du mit mir beginnst, geschehe mit Gott.« Der Perser sagte weiter, »Mein Sohn, habe Geduld, es wird dir gut gehen.« Mit diesen Worten reichte er ihm die süße Speise mit Benji, er nahm sie, küßte ihm die Hand und steckte sie in den Mund, denn er wusste nicht, was im Verborgenen seiner harte. Der Herr alles Verborgenen offenbart Geheimnisse nur nach seinem Willen. Sobald er sie aber geschluckt hatte, fiel er zu Boden. Als der Perser ihn getroffen sah, stand er freudig auf und sprach, »Bist du endlich gefallen, du Hund von Araber? Schon zwei Jahre suche ich dich vergebens.« Er umgürtete sich dann, band ihm Hände und Füße zusammen, legte ihn in eine leere Kiste, nahm auch die Goldstangen und legte sie in eine andere Kiste, die er verschloss. Er ging dann auf die Straße, holte zwei Träger und ließ die Kisten zur Stadt hinaustragen ans Ufer des Stroms, wo ein Schiff für den Perser bereitstand und der Schiffshauptmann ihn erwartete. Als der Schiffshauptmann und die Mannschaft den Perser kommen sahen, gingen sie ihm entgegen und trugen die Kisten auf das Schiff. Der Perser aber sprach zum Hauptmann, »Jetzt schnell fort, unser Geschäft ist abgetan, unser Ziel ist erreicht.« Der Hauptmann schrie den Matrosen zu, sie spannten die Segel, und das Schiff lief mit günstigem Wind aus. Das ist's, was den Perser und Hassan angeht. Was aber seine Mutter betrifft, so hatte sie ihren Sohn bis abends erwartet. Als sie nichts mehr von ihm hörte, ging sie in ihr Haus zurück, das sie offen fand. Da sie beim Eintreten niemand darin sah, die zwei Kisten und alles Gold vermisste, merkte sie, dass ihr Sohn verloren sei und dass der Pfeil des Schicksals ihn getroffen. Sie schlug sich daher ins Gesicht, zerriss ihre Kleider, schrie und jammerte, »O mein Sohn, mein Sohn, Frucht meines Herzens!« Sie sprach noch folgende erhabene Verse, »Meine Geduld schwindet, mein Weh und mein Jammer nehmen zu, seitdem du fern bist, bei Gott, wie soll ich ein ferneres Dasein ertragen, seitdem mein Heiligtum verloren ist? Wie soll ich schlafen, da mein Teurer mir entrissen worden, wie in solchem Elend fortleben? Du bist geschieden und hast das Haus und seine Bewohner öde zurückgelassen und mein klares Getränk getrübt. Du warst mein Beistand in jedem Unglück, mein Glanz, mein Stolz und mein Vermittler unter den Menschen. Oh, dass es nicht Tag würde, solange du meinen Augen entzogen bist, bis ich dich zurückkehren sehe!« Sie weinte und jammerte bis zum folgenden Morgen. Da kamen die Nachbarn zu ihr und fragten sie nach ihrem Sohn. Sie erzählte ihnen, was ihm mit dem Perser geschehen und dass sie keine Hoffnung habe, ihn wiederzusehen. In ihrem Jammer lief sie im Zimmer auf und ab und weinte. Mit einem Male fielen ihre Augen auf die Wand, worauf sie zwei Zeilen geschrieben sah. Sie ließ den Rechtsgelehrten kommen, um sie zu lesen. Der Inhalt der Verse aber war folgender. Ich sah Leilas Traumgestalt gegen Morgen umherwandeln, während meine Freunde in der Wüste schliefen. Und ich erschrak, und als wir vor dieser Erscheinung erwachten, war die Wohnung leer und das Wiedersehen fern. Als Hassans Mutter dies hörte, schrie sie laut auf. »Ja, mein Sohn, die Wohnung ist leer und das Wiedersehen ist fern.« Die Nachbarn wünschten ihr Geduld und baldige Wiedervereinigung und verließen sie. Sie aber ließ mitten im Haus ein Grabmal bauen, schrieb Hassans Namen darauf und den Tag seines Verschwindens und trennte sich nicht mehr von demselben. Das ist, was Hassans Mutter angeht. Wir kehren nun wieder zu Hassan und dem Magier zurück, denn dieser Perser war ein Magier, der die Muselmänner hasste und, so oft er konnte, einen Muselmann umbrachte. Er war ein Feueranbeter, ein Goldmacher, ein Astrolog, wie der Dichter sagt, ein niederträchtiger, widerspenstiger Sohn eines Hundes und einer schlechten Mutter, Sohn eines bösen Abtrünnigen. Es ist an ihm kein Fleck so groß, dass eine Mücke sich darauf setzen könnte, worauf nicht irgendeine Schändlichkeit haftet. Dieser Verdammte hieß Baram. Jedes Jahr opferte er einen Muselmann, um irgendein Ziel zu erlangen. Als ihm nun seine List mit Hassan gelungen und er einen ganzen Tag mit ihm herumgefahren war, ließ er des Abends Anker werfen. Am folgenden Morgen befahl er seinen Sklaven, die Kiste herauszuholen, in der Hassan war. Er öffnete sie, zog ihn heraus, bespritzte ihn mit Essig und blies ihm in die Nase. Hassan musste niesen, erwachte und lobte den erhabenen Gott. Er sah sich um und fand sich mitten im Meer, der Perser saß ihm gegenüber. Wie er nun merkte, dass der Verdammte ihn betrogen und dass er sich selbst in das Unglück gestürzt hatte, vor dem er von seiner Mutter gewarnt worden war, sagte er die Worte, deren sich niemand zu schämen hat. Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott dem Erhabenen. Ich bin Gottes und kehre zu ihm zurück. O Gott, sei mir gnädig in deinem Beschluss und gib mir Mut in der Versuchung, O Herr der Welten. Er wandte sich hierauf zu dem Perser und redete ihn sanft an, Herr, was ist das für ein Verfahren? Wo bleibt der Bund und der Eid, den du mir geschworen? Du bist dem Brot und Salz untreu geworden. Der Perser sah ihn an und schrie ihm zu. Du Hund, Sohn eines Hundes, kenne ich Salz und Brot? Ich habe neunhundertneunundneunzig junge Leute deinesgleichen getötet. Mit dir werden es tausend sein. Hassan schwieg, denn er sah ein, dass der Pfeil des Schicksals ihn getroffen hatte. Der Magier ließ ihn losbinden und ihm ein wenig Wasser zu trinken geben. Der Verruchte lachte hierauf und sprach, »Bei dem Feuer und dem Licht, ich glaubte nicht, dich zu fangen, doch das Feuer hat dich mir geliefert und mich in den Stand gesetzt, mein Vorhaben auszuführen. Ich will dich nun auch ihm opfern, damit es mit mir zufrieden werde.« Hassan sagte, »Du bist dem Brot und dem Salz untreu geworden.« Der Magier hob seine Hand auf und schlug Hassan, bis er weinend mit den Zähnen auf den Boden in Ohnmacht fiel. Der Magier befahl dann, seinen Sklaven Feuer anzuzünden. Hassan fragte, »Was willst du mit dem Feuer?« Der Magier antwortete, »Sieh dieses Feuer die Quelle des Lichts und der Funken. Betest du es an, gleich mir, so schenke ich dir die Hälfte meines Vermögens und gebe dir meine Tochter zur Frau.« Hassan schrie, »Wehe dir, du Magier, du betest das Feuer an und nicht den Allmächtigen Herrn. Das ist eine abscheuliche Religion.« Der Magier erzürnte sich viel vor dem Feuer nieder und befahl den Sklaven, Hassan auf sein Gesicht hinzustrecken. Er nahm dann eine lederne, geflochtene Peitsche und schlug Hassan, bis seine Seiten wund waren. Hassan schrie um Hilfe, aber niemand half ihm. Er hob daher sein Auge zum Allmächtigen König und nahm seine Zuflucht zu ihm. Seine Tränen flossen heftig, er verlor allen Mut und sprach folgende Verse. »O Gott, ich unterwerfe mich deinem Urteil, ich ertrage mein Schicksal geduldig, wenn du es so willst. Man tut mir Gewalt an und verurteilt mich mit Unrecht. Vergib mir durch deine Gnade alle früheren Vergehen.« Der Magier befahl, ihn aufrechtzusetzen und mit Wasser zu bespritzen. Als dies geschehen war, ließ er ihm etwas zu essen und zu trinken geben, Hassan wollte jedoch nichts essen. Der Verruchte folterte ihn nun die ganze Reise durch. Hassan aber ertrug geduldig Gottes Ratschluss und flehte zu dem, der seine Lage kannte und über ihn wachte, während der Gottlose immer hartherziger gegen ihn wurde. Nach einer Reise von drei Monaten schickte Gott, gepriesen sei sein Name, einen kalten, schwarzen Wind über das Schiff. Das Meer war trüb und schlug mächtig Wellen. Der Schiffshauptmann und die Matrosen sprachen, »Das alles geschieht des Jünglingswillen, den der Magier so quält. Das ist nicht Gottes Wille und nicht der seines Gesandten.« Sie vereinigten sich und erschlugen die Sklaven des Magiers, so daß nur er noch allein übrig war. Wie er dies sah, fürchtete er für sein Leben, nahm Hassan die Fesseln ab und entschuldigte sich bei ihm. Er zog ihm seine schmutzigen Kleider aus und gab ihm andere dafür, versprach ihm auch, er wolle ihn die Kunst lehren und ihn in sein Land zurückbringen. Er sagte, »Mein Sohn, verzeihe mir, was geschehen, du sollst in Zukunft nur Freude erleben.« Hassan aber sprach, »Wie kann ich dir nunmehr noch trauen?« Er antwortete, »Gäbe es keine Schuld, wo bliebe die Verzeihung? Ich habe dies nur getan, um dich zu versuchen und deine Standhaftigkeit zu prüfen. Du weißt, dass alles in der Hand Gottes ist.« Das Schiffshauptmann und die Matrosen freuten sich, ihn gerettet zu haben. Hassan betete für sie und dankte Gott. Der Wind legte sich und wurde günstig, die Dunkelheit hörte auf und das Schiff segelte glücklich weiter. Hassan fragte den Magier, »Woher? Wo gehen wir denn hin?« Er antwortete, »Nach dem Wolkenberg, wo das Elixier sich findet, das wir für unsere Alchemie brauchen« und schwor bei Feuer und Licht, bei dem Schatten und der Hitze, »Er werde ihn nicht mehr betrügen.« Hassan war vergnügt und frohen Herzens darüber, aß und trank und schlief mit dem Magier, so vergingen wieder drei Monate. Nachdem sie ein halbes Jahr auf dem Meer zugebracht, landeten sie an einer großen Wüste, die mit Steinen von weißer, gelber, schwarzer und blauer Farbe angefüllt war. Sobald das Schiff vor Anker lag, stand der Perser auf und sagte zu Hassan, »Komm, wir haben unser Ziel erreicht.« Hassan ging mit dem Perser ans Land, nachdem dieser dem Hauptmann das Schiff empfohlen und ihm gesagt hatte, »Er solle ihn einen ganzen Monat erwarten.« Als sie vom Schiff eine Strecke entfernt waren, nahm der Perser eine kupferne Trommel aus der Tasche, auf welche allerlei Namen und Talismane gestochen waren. Er schlug darauf und es erhob sich auf einmal ein Staub aus der Wüste heraus. Hassan war ganz erstaunt, fürchtete sich und bereute es, das Schiff mit ihm verlassen zu haben. Als der Perser sah, wie er ganz blass geworden, sprach er, »Mein Sohn Hassan bei dem Feuer und Stimmlicht, du hast nichts mehr von mir zu fürchten und müsste ich nicht mein Geschäft in deinem Namen verrichten, so hätte ich dich gar nicht mitgenommen. Erwarte nur Gutes. Der Staub, den du siehst, ist ein Wesen, auf dem wir reiten und das uns helfen soll, diese weite Wüste zu durchziehen.« Nach einer kleinen Weile bildete sich der Staub zu drei vortrefflichen Kamelen, der Perser bestieg eins, Hassan das andere und auf das dritte packten sie ihre Lebensmittel. Nach einer siebentägigen Reise kamen sie in ein großes bebautes Land, wo sie eine auf vier goldenen Säulen ruhende Kuppel sahen. Sie stiegen ab, traten darunter, aßen, tranken und ruhten. Als Hassan sich umsah, bemerkte er etwas, das sehr hochgelegen war. Er fragte den Perser, was es wäre. Dieser antwortete, »Es ist ein Schloss.« Hassan sagte, »Lass uns da hingehen, es sehen und dort ausruhen.« Der Magier erzürnte sich und sprach, »Rede nicht mehr von diesem Schloss, denn dort wohnt mein Feind, mit dem ich ein Abenteuer hatte, das ich dir erzählen muss.« Mit diesen Worten ergriff er Hassan an der Hand, lief mit ihm weg und schlug die Trommel. Sogleich kamen die Kamele wieder, und sie ritten wieder sieben Tage lang. Am achten Tag sagte der Magier, »Hassan, was siehst du?« Er antwortete, »Ich sehe Wolken und Nebel von Osten bis Westen.« Da sagte der Magier, »Das sind weder Wolken noch Nebel, sondern das ist ein sehr hoher Berg, dass er die Wolken spaltet, denn keine kann sich über ihn erheben. Dieser Berg ist unser Ziel. Droben findet sich, was wir suchen, dich aber musste ich mitnehmen, weil ich es nur durch dich erhalte.« Hassan verzweifelte am Leben und sagte, »Bei dem, was du anbetest, bei deinem Glauben, was haben wir hier zu suchen?« Er antwortete, »Unsere geheime Kunst kann nur mit Hilfe einer Pflanze gelingen, auf die nie eine Wolke kommt, und eine solche findet sich nur auf diesem Berg. Ich will dich nun hinaufbringen und dir das Geheimnis der Kunst mitteilen, die du lernen willst.« Hassan sagte vor Angst, »Gut, Herr!« Er gab jedoch alle Lebenshoffnungen auf und weinte über die Trennung von seiner Mutter und seinem Vaterland. Auch machte er sich Vorwürfe, dass er gegen seine Mutter ungehorsam gewesen war und sprach folgende Verse, »Betrachte das Werk deines Gottes, wie er helfend dir Freude bringt. Verzweifle nicht in der Gefahr, wie vieles Wunderbare hart dein, ohne dass du es siehst.« Sie reisten vier Tage lang, bis sie an den Berg kamen. Da selbst angelangt, setzten sie sich auf dessen Fuß. Da sah Hassan auf dem Berg ein Schloss, und er sprach zum Magier, »Wer konnte da oben ein Schloss hinbauen?« Der Magier antwortete, »Das ist die Wohnung der Djinn, der Werwölfe und Teufel.« Mit diesen Worten näherte er sich Hassan, küßte ihn und sagte, »Verzeihe mir meine erste Treulosigkeit. Ich schwöre dir, dass ich dich nicht mehr hintergehen werde. Schwöre du mir auch, es geschehe, was da wolle, mich nicht zu verlassen und Glück und Unglück mit mir zu teilen.« Hassan sagte, »Recht gern.« Der Magier holte dann eine kleine Mühle, nahm Weizen aus einem Sack, malte ihn und knetete drei Leibe daraus. Hierauf zündete er ein Feuer an und backte sie. Als dies geschehen war, nahm er die kupferne Trommel und trommelte, worauf sogleich die Kamele kamen. Er schlachtete eins davon, zog ihm die Haut ab und sagte zu Hassan, »Höre, was ich dir anempfehle, sonst ist unser Tod unvermeidlich.« Hassan sagte, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer bei Gott dem Erhabenen. Sprich nur.« Der Perser sagte, »Ziehe diese Haut um dich, ich will sie zunähen und dich liegen lassen. Der Vogelrock wird dann kommen und dich auf die Spitze des Berges hintragen. Bist du oben, so nimm dieses Messer, zerschneide die Haut, worauf die Vögel wegfliegen werden. Ist dieses geschehen, so sieh auf mich herunter und ich werde dir sagen, was du zu tun hast.« Mit diesen Worten gab er ihm die drei Leibe und einen kleinen Schlauch Wasser, nähte die Haut um ihn zu und ging weg. Sogleich kam das Junge eines Rocks und flog mit ihm auf den Berg und legte ihn nieder. Als Hassan merkte, dass er droben war, spaltete er die Haut, schlüpfte heraus und sprach mit dem Magier von oben herunter. Als dieser seine Stimme hörte, tanzte er vor Freude und sagte, »Geh ein wenig rückwärts und sage mir, was du siehst.« Hassan machte nur ein paar Schritte und erblickte viele morschige Beine und Holz daneben. Der Magier aber rief hinauf, »Nun ist der Zweck erreicht, nimm sechs Bündel von diesem Holz.« Als Hassan dies getan, sprach der Magier, »Du Tropf, du Hund, nun habe ich meinen Zweck erreicht, du magst nun sterben oder nicht,« und ging fort. Hassan sagte, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott dem Erhabenen. Der Verruchte hat mich verraten.« Er setzte sich, seufzte und sprach folgende Verse. Die ewige Bestimmung hat es so gewollt. Wohl konnte ich fehlen, aber nicht die Bestimmung, denn sie ist unabänderlich. Wenn Gott mit einem Manne etwas vorhat, der Verstand, seine Ohren und gute Augen hat, so macht er seine Ohren taub, sein Herz blind und zieht ihm seinen Verstand wie ein Haar aus, bis sein Spruch bei ihm durchdringt. Dann gibt er ihm den Verstand zurück, dass er sich belehre. Wenn etwas geschehen ist, frage nicht, wie, denn alles geschieht nach Gottes Ratschluß und Bestimmung. Hassan stand auf, wendete sich rechts und links und sprach, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott dem Erhabenen.« Er ging auf dem Berg herum und dachte an den Tod. So kam er an das Ende des Berges und sah unter sich ein blau-schwarzes Meer, das Wellen schlug, die hohen Bergen glichen. Hassan setzte sich, las einiges aus dem Koran, betete zu Gott, dass er ihm entweder einen leichten Tod gebe oder ihn aus dieser Not befreie. Er sprach hierauf das Sterbegebet und sprang ins Meer. Der erhabene Gott ließ ihn glücklich vom Wind ins Meer tragen. Der Engel der Meere bewahrte ihn auch im Wasser und brachte ihn wieder ans Land durch die Macht Gottes, gepriesen sei er. Hassan dankte Gott und ging umher, um Früchte zu suchen, denn ihn hungerte. Da bemerkte er, dass er sich gerade wieder an der Stelle befand, wo er früher mit dem Magier gewesen. Er freute sich über sein Entkommen und pries den erhabenen Gott. Als er weiterging, sah er ein großes, sich hoch erhebendes Schloss. Es war das, wovon der Magier ihm gesagt hatte, »Dort wohne sein Feind!« Hassan ging hinein, denn er dachte, »Vielleicht finde ich hier Rettung.« Auch war die Tür offen, und an dem Hausgang war eine Bank, auf der zwei Mädchen saßen wie Monde. Sie hatten ein Schachspiel vor sich und spielten. Als eine von ihnen den Kopf in die Höhe hob und Hassan sah, schrie sie freudig, »Bei Gott, ein Mensch! Ich glaube, es ist der, den der Magier Baram dieses Jahr gebracht hat!« Als Hassan dies hörte, fiel er vor ihr nieder, weinte und sagte, »Es ist derselbe, Herrin! Bei Gott, ich bin jener Elende!« Hierauf sagte die Jüngere der beiden Mädchen, »Ich nehme dich zum Zeugen, dass ich vor Gott mit diesem Manne einen Bund der Freundschaft schließe, dass ich Trauer und Freude so wie den Tod mit ihm teilen will.« Sie umarmte und küßte ihn, ergriff seine Hand und ging mit ihm ins Schloss. Ihre Schwester folgte. Sie zogen Hassan alle seine schmutzigen Kleider aus und kleideten ihn in die Gewänder eines Königs. Dann stellten sie ihm kostbare Speisen vor, setzten sich zu ihm, aßen mit ihm und sagten, »Erzähle uns, wie ist dir mit diesem Hund, dem ruchlosen Zauberer, gegangen, seitdem du in seine Hand gefallen, bis zum Augenblick deiner Befreiung. Wir wollen dir dann auch unser Abenteuer mit ihm erzählen, von Anfang bis zu Ende, damit, wenn du ihn wieder siehst, du dich vor ihm hütest.« Als Hassan diese Worte hörte und diese Aufnahme sah, beruhigte er sich und kam wieder zu seinem Verstand. Er erzählte ihnen alles, was ihm widerfahren, sagte ihnen auch, er habe den Magier nach diesem Schloss gefragt, und derselbe habe geantwortet, »Sprich nicht von diesem Schloss, es ist von Teufeln und von Iblis bewohnt.« Die Mädchen gerieten in heftigen Zorn und sagten, »Macht uns der Hund zu Teufeln und Iblis?« »Bei Gott«, sagte die Jüngere, »ich will ihn den schlimmsten Tod sterben lassen.« Hassan fragte, »wie willst du zu ihm gelangen, um ihn zu töten?« Sie antwortete, »er ist in einem Garten, Meschid genannt, dort will ich ihm in Bälde den Tod bereiten.« Die ältere Schwester aber sprach, »Bei Gott, was Hassan von diesem Hund erzählt, ist alles wahr, doch erzähle ihm nun auch unsere Geschichte, damit er sie auch beherzigt.« Da sprach die Jüngere, »wisse, mein Bruder, wir sind Töchter eines mächtigen Königs der Djinn, der viele Truppen und Verbündete und abtrünnige Geister zu dienen hat. Seine zwei älteren Brüder sind Zauberer. Er bekam sieben Töchter von einer einzigen Frau, aber aus Dummheit, Stolz und Eifersucht wollte er ihnen keine Männer geben. Er ließ einst seine Visiere und Freunde kommen und sagte ihnen, »wisst ihr einen Ort, der weder von Menschen noch von Genien besucht wird, an dem aber doch viele Bäume, Früchte und Bäche sind?« Sie antworteten, »was willst du damit?« Da ist der Wolkenberg mit einem Schloss, das ein abtrünniger Geist erbaute, der von unserem Herrn Salomo, Sohn Davids, Friede sei mit ihm, dahin verwiesen worden ist. Seitdem er umkam, ist es unbewohnt geblieben, weil es ganz einsam liegt. Rundherum sind Fruchtbäume und Bäche fließen dort, deren Wasser süßer als Honig und frischer als Schnee ist. Es hat noch nie ein Aussätziger davon getrunken, ohne davon geheilt worden zu sein. Als mein Vater von diesem Orte hörte, schickte er uns mit seinen Truppen dahin und ließ uns mit allen nötigen Speisen und Getränken versehen. Unsere fünf Schwestern sind jetzt auf der Jagd in diesem blumigen Tal, worin unzählbare Gazellen und anderes Wild umherstreifen. Es ist nun an uns die Reihe, für sie zu kochen. Wir haben stets zu Gott gebetet, er möchte uns doch einen Menschen bescheren, der uns Gesellschaft leiste. Gelobt sei nun Gott, der uns mit dir zusammengebracht. Hassan freute sich, wurde frohen Herzens und dankte Gott, der in diesem Weg zur Rettung geführt und ihm die Herzen zugeneigt. Die Jüngere, die ihn so gut aufgenommen, führte ihn in ein Zimmer, aus dem sie allerlei Stoffe und Teppiche herausnahm. Nach einer Weile kamen die übrigen Schwestern von der Jagd und freuten sich, als man ihnen von Hassan erzählte. Sie gingen zu ihm, grüßten ihn und wünschten ihm zu seiner Rettung Glück. Er lebte in Freude, Genuss und Liebe, ging mit ihnen auf die Jagd, schlachtete, was sie gefangen, und sie freuten sich seiner Gesellschaft. So wurde bald sein Körper wieder gesund, er heilte von allen Übeln und wurde dick und stark von der Ehre, die man ihm erwies, und von seinem Aufenthalt zwischen sieben Monden, die ihn auf alle Weise zu befriedigen strebten, in einem Schloss, das mit den wunderbarsten und kunstvollsten Arbeiten ausgeschmückt war, mitten zwischen blumigen Gärten von gleich hübschen und wohlgewachsenen Mädchen geliebt, die ihm den süßen Wein ihres Speichels zu trinken gaben. Die jüngste Schwester erzählte den Übrigen die Geschichte des Magiers, der sie für Teufel ausgegeben und alle schworen, ihn umzubringen. Im folgenden Jahr kam der verruchte Magier Baram wieder mit einem gefesselten Jüngling, hübsch wie der Mond, in die Nähe des Schlosses. Hassan stand an einem Bach unter den Bäumen und sah ihn. Sein Herz klopfte, und er wurde blass. Er ging zu den Mädchen und sagte ihnen, »Bei Gott, meine Schwestern, helft mir diesen Verruchten umbringen, den wir jetzt leicht ergreifen können, denn er ist wieder mit einem jungen gefangenen Muselmann da, den er auf alle Weise quält. Ich will nun meine Blutrache an ihm nehmen, ihn töten, mein Herz an ihm kühlen und diesen Jüngling befreien, ehe er ihn, wie er mir getan, von einem Rock auf den Berg bringen lässt und sich dann von ihm entfernt. Ich eile nun, um eine belohnenswerte Tat zu vollbringen und gebe diesen Jüngling seiner Heimat, seinen Verwandten und Freunden zurück. Diese fromme Tat übe ich für euch, dass Gott euch dafür belohne.« Die Mädchen sagten, »Wir gehorchen Gott und dir, o Bruder Hassan.« Sie verschleierten sich, zogen Kriegsgewänder an, umgürteten ihre Waffen, brachten dem Hassan ein vortreffliches Pferd und eine vollkommene Kriegsrüstung mit einem guten Schwert und gingen auf den Magier zu. Als sie in seine Nähe kamen, sahen sie, wie er schon ein Kamel geschlachtet und ihm die Haut abgezogen hatte, wie er dem Jüngling peinigte und ihm sagte, »Stecke dich in diese Haut!« Hassan aber nahte sich unbemerkt von hinten und schrie ihn an, dass er vor Schrecken erstarrte. Dann trat er zu ihm hin und sagte, »Lass ab von diesem Jüngling, du Verruchter, du Feind Gottes und der Muselmänner, du Hund, du Treuloser, du Übeltäter, du ruchloser Anbeter des Feuers und des Lichts, du, der bei Hitze und Schatten schwört.« Als der Verruchte sich umkehrte und Hassan sah, wollte er ihn wieder mit süßen Worten täuschen und sprach zu ihm, »O mein Sohn, wie hast du dein Leben gerettet? Wie bist du vom Berg heruntergekommen?« Hassan antwortete, »Derjenige, der dein Leben in meine Hand geliefert hat, war der Retter. Ich will dich foltern, wie du mich gefoltert, du Ungläubiger, du Gottloser, der vom rechten Weg abgewichen. Nun bist du verloren, dir hilft kein Bruder und kein Freund mehr, dein Tod ist gewiss. Hast du nicht gesagt, wer dem Brot und dem Salz untreu wird, den verlässt Gott? Und doch warst du treulos. Nun hat dich Gott in meine Gewalt gegeben, und dein Entkommen ist fern. Der Magier sprach, »O mein Sohn Hassan, bei Gott, du bist mir teurer als mein Leben, O Licht meiner Augen!« Hassan aber ging auf ihn zu, zog das glänzende Schwert aus der Scheide, versetzte ihm einen Hieb auf die Schultern, so dass das Schwert von seinen Lebensgeistern glänzend hervorkam, und Gott sandte schnell seine Seele in die Hölle. Wehe, einem solchen Aufenthalt! Hassan nahm den Sack, den der Magier bei sich hatte, öffnete ihn und zog die Trommel und den Schlegel heraus. Damit trommelte er, bis die Kamele wie der Blitz herbeigelaufen kamen. Hassan entfesselte den Jüngling, sattelte ihm ein Kamel, gab ihm Lebensmittel auf die Reise und nahm Abschied von ihm. So rettete der erhabene Gott diesen Jüngling aus der Not und führte ihn in seine Heimat zurück. Die Mädchen freuten sich, als sie den Magier von Hassan erschlagen sahen, und wunderten sich, dass Gott diesen Verruchten gerade durch ihn hatte sterben lassen. Sie wünschten ihm Glück zu seiner Rettung und sprachen, »O Hassan, du hast hier eine Tat vollbracht, mit der du krank geheilst und bei dem erhabenen König wohlgefallen findest.« Hassan kehrte mit den Mädchen ins Schloss zurück und lebte mit ihnen sehr angenehm in Essen, Trinken, Spiel und Scherz. Er gedachte nicht mehr seiner Mutter. Während sie nun das freudigste Leben führten, erhob sich auf einmal ein mächtiger Staub aus der Wüste, der die ganze Luft verfinsterte. Die Mädchen sagten zu Hassan, »Steh auf, geh auf dein Zimmer oder verbirg dich im Garten zwischen den Bäumen und Reben, dann hast du nichts zu fürchten.« Hassan verbarg sich auf seinem Zimmer, das er hinter sich verschloss. Als dann der Staub sich legte, sah man, wie sich darunter eine Armee bewegte, die wie das Meer lärmte. Es waren Truppen vom Vater der Mädchen. Die Mädchen hießen die Truppen absteigen und bewirteten sie drei Tage lang. Sie fragten die Kriegsleute, wie es ihnen gehe und was sie Neues bringen. Sie antworteten, »Wir kommen, um euch zu holen im Namen des Königs. Einer der Nachbarfürsten wird seine Tochter verheiraten und euer Vater will euch die Freude machen, dem Fest beizuwohnen.« Die Mädchen fragten, »Wie lange sollen wir abwesend bleiben?« Sie antworteten, »Mit der Hin- und Herreise und dem Aufenthalt einen Monat.« Die Mädchen gingen dann zu Hassan, benachrichtigten ihn davon und sagten ihm, »Hassan, dieser Ort gehört dir. Lass dir wohl sein und sei heiter. Fürchte nichts, es wird niemand zu dir kommen. Hier sind die Schlüssel zu unserem Schloss. Nun bitten wir dich bei unserer Freundschaft, öffne diese eine Tür nicht, denn du hast es nicht nötig.« Sie nahmen Abschied von ihm und zogen mit den Truppen fort. Als Hassan allein im Schloss war, wurde sein Herz sehr beklommen. Er wurde ungeduldig, missmutig und hatte banges Gefühl, denn seine Trauer über ihr Scheiden war groß. Er erinnerte sich ihrer Gesellschaft und Unterhaltung und sprach folgende Verse. »Die ganze Ebene kommt meinen Augen eng vor, und mein ganzes Herz ist betrübt. Alle Freude ist vorüber, seitdem sie fern sind, und der Tränenstrom ergießt sich aus meinen Augenhöhlen. Der Schlaf flieht mein Auge, seitdem sie von mir gegangen, und mein ganzes Innere ist betrübt.« Es sagte Erzähler der wunderbaren und entzückenden Geschichte, »Und Friede sei mit unserem geliebten Herrn Mohamed, der den, der für ihn betet, vor der Feuerpein bewahrt. Gott habe wohlgefallen an seinen reinen, vortrefflichen Verwandten und Gefährten. Amen.« Hassan ritt jeden Tag auf die Jagd, schlachtete und aß, doch ohne Lust zehn Tage lang. Nachher wurde seine Brust sehr beklommen, und er wusste nicht mehr, was er anfangen sollte. Er ging im Schloss umher, durchsuchte alle Gemächer, bis er in die Zimmer der Mädchen kam, worin er viele Schätze und Kostbarkeiten sah, doch hatte er wegen ihrer Abwesenheit keine Freude daran. Auch brannte sein Herz wegen der Tür, die er nicht öffnen sollte. Er dachte bei sich, »Gewiß hat meine Freundin mir deshalb den Zugang zu diesem Zimmer versagt, weil etwas darin ist, das niemand sehen soll.« Indessen hat sie das Gold nicht verschlossen, allerlei Kostbarkeiten und Kleinodien liegen auch offen da, bei Gott, ich will die Tür öffnen und sehen, was in diesem Zimmer ist, und sollte ich auch sterben müssen. Er holte die Schlüssel und öffnete die Tür, fand aber nichts als mitten im Zimmer eine Treppe von jemanischen Steinen. Hassan stieg die Treppe hinauf auf die Terrasse des Schlosses und dachte, »Dies ist der Ort, den ich nicht sehen sollte.« Er ging auf der Terrasse herum und sah unter dem Schloss schöne Wiesen, Gärten und Bäume, Blumen, Bäche, Wildbret und Vögel, die alle den einzigen allmächtigen Gott priesen. Er sah auch das Meer, das hohe Wellen schlug. So ging er lange umher und sah sich nach allen Seiten um, bis er endlich an einen Pavillon kam, der mit allerlei Edelsteinen wie Rubins, Maragd und Diamanten verziert war. Er bestand aus zwei Lagen Gold und einer Lage Silber. Mitten in diesem Pavillon war ein kleiner See, voll mit Wasser und darüber ein netzförmiges Gitterwerk von Sandel, Aloe und anderem wohlriechendem Holze mit goldenen Stangen, die mit allerlei Edelsteinen und Perlen verziert waren, und über demselben waren Reben mit Trauben wie Rubine, jede Beere so groß wie ein Taubenei. Auf der Seite des Sees sah man einen Thron von Aloe-Holz mit Perlen, Edelsteinen und mit goldenen Stangen geschmückt. Die Vögel zwitscherten auf den Bäumen in verschiedenen Sprachen und priesen den einzigen allmächtigen Gott. Als Hassan dies sah, war er höchst erstaunt und wusste nicht mehr, wo er war. Er setzte sich und sah verwundert umher, ohne jemand zu entdecken, als Vögel und Tiere. Er dachte, welchem König mag wohl dieser Ort gehören? Oder ist das wohl der Garten Irem, mit den Pfeilern, von denen man erzählt? Wer vermag so etwas herzustellen? Während er so in Verwunderung saß, kamen zehn Vögel aus der Wüste auf das Schloss zu. Hassan aber sah sie nach diesem Lusthaus fliegen, um Wasser zu trinken. Da er fürchtete, wenn sie ihn säen, möchten sie entfliehen, stand er auf und verbarg sich vor ihnen. In einem Augenblick ließen sie sich um den See herum nieder, und er bemerkte einen von den Vögeln durch seine Schönheit vor den anderen hervorragen, und die übrigen neun umgaben ihn wie seine Diener. Der große Vogel pickte die anderen und quälte sie, bis sie vor ihm entflohen. Hassan sah allem aus der Ferne zu, ohne dass sie ihn bemerkten. Sie setzten sich dann auf den Thron, jeder Vogel aber zog mit seinen Krallen sein Kleid aus, und sieh da, es waren Federnkleider, aus denen zehn Jungfrauen schlüpften, schöner als der Mond. Sie stiegen alle in den See, badeten sich, spielten und lachten. Der große Vogel aber hob sie in die Höhe und tauchte sie wieder unter, bis sie vor ihm entflohen. Und keiner hob die Hand gegen ihn auf. Ende von Abschnitt 13 Abschnitt 14 von Tausend und eine Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des Hassan aus Basra und der Prinzessinnen von den Inseln Wakwak Teil 2 Als Hassan sie sah, kam er ganz außer sich und verlor seinen Verstand. Er dachte, die Mädchen hätten ihm nur deshalb verboten, jene Türe zu öffnen, denn sein Herz wurde gefesselt, als er sie so ausgelassen im Wasser mit den übrigen Spielen sah und ungestört betrachten konnte. Er bedauerte nur, sich ihnen nicht nahen zu dürfen. Er bewunderte besonders die Oberste der Mädchen und fiel in das Netz ihrer Liebespfeile, denn das Auge sieht, das Herz entflammt und die menschliche Leidenschaft führt zur Sünde. Er weinte und fühlte in seinem Herzen eine unauslöschliche Liebesflamme. Die Mädchen stiegen indessen wieder aus dem Basin, der Unglückliche aber blieb immer in ihre Betrachtung versunken und bewunderte Gottes Geschöpfe. Doch was kann Gott nicht schaffen? Wie sein Auge wieder auf die Oberste der Mädchen fiel, da flog sein Verstand ganz davon. Als alle aus dem Wasser waren, zogen sie ein mit Gold, Perlen und Edelsteinen besetztes Kleid an, nur die Oberste trug ein grünes Gewand. Der Glanz ihres Angesichts überstrahlte den Vollmond und ihr schöner Wuchs alle Baumzweige. Und das Verlangen nach ihr raubte jedem den Verstand. Sie war, wie der Dichter sagt, ein munteres Mädchen, von deren Wangen die Sonne ihren Glanz entlehnt, erschien in einem grünen Hemd wie ein grünes Blatt mit Kirschen. Als sich die Mädchen angekleidet hatten, setzten sie sich und unterhielten sich miteinander und lachten. Die Oberste aber neckte immer die anderen, fiel bald über diese und bald über jene her, und keine wagte es, die Hand gegen sie auszustrecken. Hassan stand auf glühenden Kohlen ganz von Sinnen und vor Liebe außer sich und sprach zu sich, »Oh, hätte ich doch diese Tür nicht geöffnet und diese Reize nicht gesehen! Wie willst du, Hassan, zu ihrem Besitz gelangen? Wie willst du dir einen Vogel, der in der Luft fliegt, zueignen? Bei Gott, Hassan, du hast dich in ein bodenloses Meer geworfen und in eine Sache eingelassen, der du nicht gewachsen bist. Du musst nun aus Verzweiflung sterben, und niemand wird deinen Tod erfahren. Wie sollten solche Reize mich nicht töten?« Er betrachtete dann noch einmal das schöne Mädchen, das alle Menschen an Schönheit übertraf. Und wie anders? Ihr Mund war wie Salomos Siegelring, ihre Haare wie die finstere Nacht, ihre Augen bezaubernd wie die der Gazelle, ihre Nase wie die eines Adlers. Sie hatte Wangen wie Anemonen, Lippen wie Rubinen, Zähne wie Perlen in Korallen gereiht, eine Zunge voll Süßigkeiten wie ein königlicher Tisch, einen herrlichen Busen, kurz, alle ihre Reize waren vollkommen. Wie der Dichter sagt, »Ein schönes Mädchen. Ihr Speichel ist wie Honig, ihr Auge schärfer als ein indisches Schwert. Ihre Bewegungen beschämen die Zweige des Bahn, und wenn sie lächelt, so gleicht sie der Artemis. Du sagst, ihre Wangen seien wie Doppelrosen, doch sie empört sich darüber und spricht, »Wer wagt es mich, mit einer Rose zu vergleichen?« »Wer schämt sich nicht zu behaupten, mein Busen sei so reizend wie die Frucht eines Granatapfelbaumes, bei meiner Schönheit und Anmut, bei meinen Augen und schwarzen Haaren, wer wieder solche Vergleiche macht, den verbanne ich aus meiner Nähe und töte ihn durch Trennung. Denn findet er in den Zweigen des Bahn meinen Wuchs und in den Rosen meine Wangen, »Was hat er bei mir zu suchen?« Die Mädchen lachten und spielten immer fort, Hassan aber bewunderte ihre Reize und vergaß seine Schwestern, deren Abwesenheit ihn so verstimmt hatte, bis zur Asserzeit. Da sagte die Schöne zu den Übrigen, »Oh, ihr Prinzessinnen, es wird spät, wir haben noch weit und sind schon müde. Kommt, lasst uns aufbrechen!« Sie zogen hierauf alle zugleich ihre Federnkleider an und flogen, wie sie gekommen waren, als Vögel davon, die Schöne aber flog in der Mitte und Hassan verzweifelte. Er wollte aufstehen, konnte aber nicht. Er weinte, jammerte und sprach folgende Verse. »Ich wäre ein Treuloser, wenn ich nach eurer Entfernung die Süßigkeit des Schlafes kostete. Seitdem ihr geschieden, haben sich meine Augen nicht mehr geschlossen. Auch schmeckt mir keine Ruhe, seitdem ihr fortgewandert, Es ist mir, als sehe ich im Traum euer Bild. Oh, wären die Träume doch wahr! Ich liebe den Schlaf nur in der Hoffnung, euch im Traum zu sehen.« Er ging dann ein wenig und setzte sich wieder, konnte aber nur mit großer Mühe den Weg finden, um wieder in die untere Etage des Schlosses zu gelangen. Dann schleppte er sich sofort, bis er an die Tür des Zimmers kam. Als er darin war, schloss er sie, legte sich hin, war aber ganz in Gedanken versunken, aß und trank nicht und konnte den ganzen Tag keine Ruhe finden. Als es Nacht wurde, weinte und seufzte er. Er erwähnte den Namen unseres Herrn Mohammed und sprach folgende Verse. Die Vögel flogen abends davon und schrien, »Wer aus Liebe stirbt, hat keine Schuld, solange man beisammen verweilt, kann man nicht von Liebe sprechen, wird aber die Sehnsucht heftig, so bleibt sie nicht mehr verborgen.« Mir erschien das Bild derjenigen, deren Stirne dem Morgen gleicht und sie verwandelt meine Nacht in Tag. Ich seufze nach ihr, wenn freie Menschen schlafen und den Kelch der Ruhe schlürfen. Ich bin freigebig mit meinen Tränen, ich gebe gerne all mein Gut, mein Herz und meinen Verstand, denn Freigebigkeit ist Gewinn. Was bleibt dem Liebeskranken übrig, als der Liebe alles zu opfern? Man sagt, es ist verboten, vergängliche Dinge zu lieben und erlaubt, der liebenden Blut zu vergießen. So oft mir dein Bild vorschwebt, klage und seufze ich, denn was kann der Verzweifelte mehr tun als klagen, da er doch ohne Flügel nicht fliegen kann? Als die Sonne aufging, öffnete er die Zimmertür und stieg wieder auf die Terrasse. Er setzte sich an eine Stelle dem Altan gegenüber und wich nicht bis abends. Die Vögel aber kamen nicht und er weinte so lange, bis er ohnmächtig auf den Boden fiel. Als er wieder zu sich kam, stieg er hinunter, er legte sich nieder, bis der nächste Morgen begann und die Sonne, Berge und Täler beleuchtete, hatte jedoch keine Ruhe. Die ganze Nacht schlief er nicht, konnte weder essen noch trinken, er war traurig und niedergeschlagen, weil er immer an seine Liebe dachte und sprach folgende Verse. Sie beschämt die leuchtende Morgensonne und alle Baumzweige, oh, möge doch das Schicksal sie mir zurückbringen, damit sie den Trennungsschmerz mildere und mein Herz beruhige, oh, könnte ich des Abends sie umarmen und Wange auf Wange und Hals auf Hals legen. Wer sagt, die Liebe sei süß? Gewiß hat die Liebe gar zu bittre Tage. Als Hassan diese Verse vollendet hatte, sah er einen großen Staub sich aus der Wüste erheben. Er ging schnell hinunter und verbarg sich, denn er dachte, dass es die Bewohner des Schlosses seien. Sehr bald darauf erschienen wirklich die sieben Mädchen mit Soldaten, die sich im ganzen Schloss verbreiteten. Sie zogen ihre Kleider und Kriegsrüstung aus, die jüngste aber, Hassans Freundin, ging sogleich ohne sich umzukleiden auf sein Zimmer, fand ihn jedoch nicht. Sie suchte so lange, bis sie ihn in einem anderen Zimmer erblickte. Er war schwach, mager und blass und hatte hohle Augen, weil er weder gegessen noch getrunken noch geschlafen hatte, alles aus Liebe und Sehnsucht nach dem Mädchen. Als seine Freundin ihn in diesem Zustand fand, wurde ihr ganz unwohl. Sie fragte ihn, was ihm zugestoßen und sprach, »Oh, erzähle mir's doch, ich gebe mein Leben hin, mein Bruder, um dir zu helfen.« Hassan weinte, bis er in Ohnmacht fiel und sprach dann folgende Verse. »Bleib fern von Zuständen, die gelbe Flecken erzeugen, von innen Verwesung, von außen Brand, der Anfang ist Erinnerung und das Ende ist Kummer.« Seine Freundin staunte über diese bereten Worte und sagte zu ihm, »O mein Bruder, wann ist dir ein solches Unglück widerfahren, dass du solche Verse im Mund führst und so viele Tränen vergießt? Bei Gott und bei dem Brot, das wir zusammen genießen, erkläre mir deinen Zustand und verhehle mir nichts, sage mir, was dir in meiner Abwesenheit widerfahren, denn dein Zustand betrübt mich sehr.« Hassan seufzte und vergoss Tränen wie ein Platzregen. Er sprach, »Ich fürchte, o Schwester, du wirst mir nicht beistehen in meinem Verlangen und ich werde aus Verzweiflung sterben müssen.« Sie aber schwor, »Bei Gott, mein Bruder, ich verlasse dich nicht und kostete es auch mein Leben.« Hassan erzählte ihr, dass er die Tür geöffnet habe und was er gesehen, von Anfang bis zu Ende, wie ihn nun die Liebe zu dem Mädchen so unglücklich mache, dass er schon zehn Tage weder an Ästen noch Trinken Freude habe.« Er weinte dann wieder und sprach folgende Verse, »Gib mir das Herz zurück, wie es in meiner Brust war, gib meine Augen dem Schlaf zurück, dann scheide.« »Glaubtet ihr, die Nächte würden den Liebesbund lösen?« »Möge jeder untergehen, der ihn bricht!« Er setzte seine Klagen so lange fort, bis seine Freundin ihn bemitleidete und mit ihm weinte. Sie sprach zu ihm, »Sei frohen Herzens und heiteren Auges, ich will jede Gefahr mit dir teilen und auf Mittel denken, wie du in ihren Besitz gelangst, müsste ich auch mein eigenes Leben dabei opfern. Verbirg jedoch dein Geheimnis vor meinen Schwestern, sonst sind wir beide verloren. Wenn sie dich fragen, ob du jene Türe geöffnet hast, so antworte, »Nein,« sondern, »Ich bin niedergeschlagen von meiner langen Einsamkeit in diesem Schloss. Es wurde mir in eurer Abwesenheit gar zu unheimlich.« Hassan sagte, »Dein Rat ist gut, ich will ihn befolgen.« Er heiterte sich wieder auf, öffnete jedoch aus Furcht vor den Mädchen die Tür nicht mehr, seine Lebensgeister aber kehrten wieder zu ihm zurück. Als seine Freundin dies bemerkte, brachte sie ihm zu essen und zu trinken, ging zu ihren Schwestern und sagte ihnen mit Tränen in den Augen, ihr Freund sei krank und habe schon zehn Tage lang nichts gegessen. Als sie fragten, was er für eine Krankheit habe, antwortete sie, »Sie entstand aus Verlangen nach uns, denn die Tage unserer Abwesenheit schienen ihm länger als tausend Jahre. Der Unglückliche ist zu entschuldigen. Er ist hier fremd und musste ganz allein bleiben, ohne Gesellschaft und Erheiterung. Er ist noch so jung. Ihn schmerzt die Trennung von seiner Mutter, die eine alte Frau ist und um ihn weint und die er nur in unserer Gesellschaft vergessen hatte. Als die Schwestern dies hörten, weinten sie aus Mitleid mit ihm. Sie entließen die Truppen, gingen zu Hassan und grüßten ihn. Ihr Kummer war groß, als sie sahen, wie seine Reize abgenommen hatten und wie mager sein Körper geworden war. Sie weinten, trösteten ihn und erzählten ihm alles Wunderbare, was sie auf der Reise gesehen und was dem Verlobten widerfahren sei. So suchten sie ihn mit den süßesten Reden aufzumuntern. Wie konnte er sieben Mädchen schön wie der Mond länger widerstehen? Doch war Hassan so sehr mit seiner Liebe beschäftigt, dass ihm die Gesellschaft der Mädchen gar nicht angenehm war, denn er wollte wieder aufs Schloss steigen. Die Mädchen verließen ihn aber einen ganzen Monat lang nicht und bedauerten ihn sehr, da sie seine Krankheit täglich zunehmen sahen. Nach einem Monat hatten jedoch die Mädchen wieder Lust, auf die Jagd zu reiten. Sie fragten die Jüngste, ob sie mit wolle, diese aber antwortete, »Bei Gott, meine Schwestern, ich kann nicht mit euch gehen, solange mein Freund in einem so kranken Zustand ist.« Die Mädchen lobten die gute Tat ihrer jüngsten Schwestern und sagten, »Du wirst gewiß einst den Lohn ernten für die Wohltaten, die du diesem Fremden erweist.« Mit diesen Worten verabschiedeten sie sich, nahmen Lebensmittel auf zwanzig Tage mit und ritten fort. Sobald die Mädchen das Schloss verlassen hatten, ging die jüngste Schwester zu Hassan und sagte zu ihm, »Steh auf und zeige mir den Ort, wo du die Mädchen gesehen.« Voller Freude, weil er schon der Erfüllung seiner Wünsche entgegensah, rief er »Im Namen Gottes« und wollte mit ihr gehen. Er war aber so schwach, dass er gar nicht aufstehen konnte und seine Freundin musste ihn auf ihren Armen tragen. Sie öffnete die Tür, die zur Treppe führte und stieg mit ihm auf die Terrasse. Als sie oben waren, zeigte ihr Hassan die Stelle, wo er die Mädchen nackt gesehen, sowie auch den Pavillon und das Basin, in das sie gestiegen. Dann sagte sie, »Beschreibe mir das Aussehen deiner Geliebten.« Als Hassan sie beschrieb, wurde seine Freundin plötzlich ganz blass. Hassan fragte, »Was hast du? Warum wirst du auf einmal so entstellt?« Sie antwortete, »Wisse, mein Freund, dieses Mädchen ist die Tochter des mächtigsten Königs der Genien. Ihr Vater herrscht über Menschen und Djinn, über Zauberer und Wahrsager und über viele Stämme. Auch unser Vater steht unter seiner Oberherrschaft. Er hat viele Verbündete und gebietet über weite Länder und Städte und Inseln. Niemand kann ihn bezwingen, so zahlreich ist seine Armee, so groß sein Königreich und so unermesslich sein Schatz.« Er hat seinen Töchtern, die du gesehen, ein Land, das man in nicht weniger als einem Jahr durchreisen kann, übergeben. Kein Mensch und kein Djinn kann dahin gelangen, denn es ist ringsumher von einem Strom umgeben. Unter seinen vielen Truppen befindet sich auch eine Abteilung, die aus 25.000 kriegerischen Mädchen besteht, welche, wenn sie ihre Pferde besteigen, die tapfersten Helden schlagen, und seine sieben Töchter haben mehr Mut und Kraft als ein Löwe. In dem eben erwähnten Land, das eine Ausdehnung von einer jährigen Reise hat, regiert die älteste Prinzessin, welche so viel Klugheit, List, Tapferkeit, Ritterlichkeit und Zauberkünste besitzt, dass, wenn sie wollte, sie leicht unser Reich zerstören könnte. Die Mädchen, die sie begleiten, sind die Großen ihres Reichs und ihre Leibwache, und die Federhäute, mit denen sie fliegen, sind Zauberwerk von Genien. Willst du diese Prinzessin, diese ausgezeichnete Perle, dir zueignen und an ihren Reizen dich ergötzen, so warte hier, denn sie kommt am Anfang jeden Monats hierher. Wenn aber die Mädchen kommen, so verbirg dich recht sorgfältig, denn, wenn sie dich erblicken, so sind wir verloren, wir, alle samt unserem Vater. Merke dir nun wohl, was ich dir sage. Bleibe in der Nähe irgendwo sitzen, wo du sie sehen kannst, ohne von ihnen gesehen zu werden. Wenn sie dann ihre Kleider ausziehen, so gib acht, wo die Prinzessin ihr Federkleid hinlegt. Nimm es und verwahre es wohl, denn nur mit diesem Kleid kann sie nach ihrem Reich zurückkehren. Lass dich aber ja nicht von ihr bereden, wenn sie es zurückfordert und sagt, ich bin ja bei dir, du kannst mich ja festnehmen, denn sobald sie ihr Kleid hat, bringt sie dich um, zerstört unser Schloss und tötet unseren Vater. Sehen dann die anderen Mädchen, dass das Kleid der Prinzessin gestohlen worden, so fliegen sie fort und lassen sie allein. Sobald du bemerkst, dass sie die Hoffnung, ihre Gefährtinnen wiederzusehen, aufgegeben hat, so gehe auf sie zu, ergreife sie bei den Haaren, ziehe sie zu dir hin und führe sie in dein Gemach, denn du bist ihr Herr. Verwahre aber das Federnkleid wohl, denn solange du dieses hast, ist sie in deiner Gewalt. Ich rate dir daher, ihr gar nicht zu sagen, daß du es genommen. Als Hassan diese Rede seiner Freundin hörte, beruhigte sich sein Gemüt. Er erhob sich neu gestärkt, küßte das Haupt seiner Freundin und betete für sie. Sie gingen dann wieder herunter und brachten die Nacht beisammen im Schloss zu. Sobald am folgenden Morgen die Sonne aufging, stieß Hassan wieder auf die Terrasse, die er bis abends nicht verließ, so daß seine Freundin ihm zu essen und zu trinken hinaufbringen musste. So ging das fort, bis der Neumond ihm das erwartete Glück brachte. Denn mit ihm kamen auch die Vögel wie der Blitz herangezogen. Hassan verbarg sich schnell an einem Ort, wo er sie sehen konnte, ohne von ihnen bemerkt zu werden. Sie ließen sich herunter und zogen ihre Federgewänder aus. Der große Vogel zog nach Gottes Bestimmung sein Gewand in der Nähe Hassans aus und ging ins Basin zu den übrigen Vögeln. Hassan machte sich ganz leise unter Gottes Schutz auf und nahm, während sie im Wasser untertauchten und allerlei Scherze trieben, ohne von ihnen bemerkt zu werden, das Gewand der Prinzessin weg. Nach dem Bad stiegen sie wieder aus dem Basin und jede zog ihr Gewand wieder an. Als aber die Prinzessin, welche zuletzt ausgestiegen war, ihr Federkleid nicht mehr fand, da stieß sie ein lautes Geschrei aus und schlug sich ins Gesicht. Die anderen Mädchen kamen zu ihr und fragten sie, warum sie so jammere. Und als sie hörten, dass sie ihr Federgewand vermisse, weinten sie mit ihr und wussten nicht, was sie von diesem Raube denken noch was sie tun sollten. Da es indessen schon spät war und sie fürchteten, es möchte ihnen, wenn sie länger blieben, auch ein Unglück widerfahren, nahmen sie Abschied von ihr und flogen davon. Als sie sich entfernt hatten, sagte sie, »Ich beschwöre dich bei Gott, du, der du mein Kleid genommen, gib mir es zurück. Gott lasse dich nie einen solchen Verlust fühlen.« Sobald Hassan diese Worte hörte, die süßer als Julep waren, bemächtigte sich seiner eine heftige Leidenschaft, die ihm alle Besinnung raubte. Er stürzte gewaltig auf sie zu, fasste sie bei den Haaren, zog sie an sich, trug sie in sein Zimmer hinunter und warf ein seidenes Tuch über sie. Er schloss dann das Zimmer zu und ging, um seiner Freundin zu sagen, dass er nun seine Geliebte in seiner Macht habe, dass sie aber weine und vor Verzweiflung sich in die Hand beiße. Als seine Freundin dies hörte, ging sie mit ihm auf sein Zimmer und küßte die Erde vor der niedergeschlagenen Prinzessin und grüßte sie. Diese rief, »So schlecht behandelt ihr Prinzessinnen? Ihr kennt doch meinen Vater, seine Macht, sein Reich und seine Armee. Ihr wisst, dass alle Könige furchtsam vor ihm zittern wegen seiner vielen Zauberer, Gelehrten, Wahrsager, Genien, Dämonen und Truppen, welche so zahlreich sind, dass nur der erhabene Gott ihre Zahl kennt und dennoch beherbergt ihr einen Mann bei euch und macht ihn mit unseren und euren Zuständen bekannt? Wie seid ihr zu diesem hergelaufenen Fremden gekommen?« Hassans Freundin antwortete, »O Prinzessin, der Mann hat nichts Böses vor, die Weiber sind ja doch nur für die Männer und die Männer für die Weiber geschaffen, er hat nur einen Blick auf dich geworfen und dahin ist seine Gesundheit und Heiterkeit.« Sie erzählte ihr dann alles, wie sie es von Hassan vernommen, redete ihr freundlich zu und suchte sie zu trösten. Aber die Prinzessin blieb eine Weile ganz bewusstlos. Als die Prinzessin wieder zu sich kam, fiel Hassans Freundin teilnehmend über ihre Hände und Füße her und küsste sie. Dann holte sie ihr ein schönes Kleid und zog es ihr an, brachte ihr Speisen und aß mit ihr, suchte sie durch gute Worte aufzuheitern und ihr für Hassans Schicksal Mitleid einzuflößen. Aber die Prinzessin weinte die ganze Nacht durch. Am folgenden Morgen, als sie sah, dass ihr Jammern ihr keine Rettung verschaffte, hörte sie auf zu weinen, wurde ruhiger und sagte, »Gott hat nun einmal über mein Haupt beschlossen, ich soll in der Fremde, fern von meinen Verwandten und von meinem Vaterland leben. Ich muss den Ratschluss des Herrn mit Ergebung ertragen.« Hassans Freundin richtete ihr dann ein Zimmer im Schloss her, leistete ihr Gesellschaft und tröstete sie so lange, bis sie endlich ganz munter wurde und sich nicht mehr über ihre Trennung von den ihrigen betrübte. Jene ging dann zu Hassan und sagte ihm, »Geh zu deiner Geliebten, küsse ihr Haupt und ihre Hände und sei recht zärtlich gegen sie.« Hassan besuchte sie, küßte ihre Füße, ihr Haupt und ihre Wangen und sagte ihr, »O Herrin der Schönen, Leben der Seele, Freude des Auges, sei doch ganz ohne Sorgen, ich werde dich nicht hintergehen, ich will dein Sklave sein bis zum Tode und diese meine Freundin erbietet sich als deine Sklavin. Auch fordere ich nichts, was den Geboten Gottes und seines Propheten, Gott sei ihm gnädig, zuwider ist. Ich will dich gesetzmäßig heiraten und mit dir nach meinem Vaterland, nach Bagdad reisen, wo meine teure Mutter wohnt, die dich mit ihren Augen bedienen wird. Auch kaufe ich dir Sklaven und Sklavinnen, sieh, unser Land ist hübsch und von schönen Menschen mit freundlichen Gesichtern bewohnt.« Als Hassan so gesprochen, ohne dass sie ihm geantwortet, wurde an die Tür des Schlosses geklopft. Hassan ging, um zu sehen, wer draußen sei, und siehe, es waren die Mädchen, welche von der Jagd zurückkehrten. Hassan ging ihnen freudig entgegen, auch sie freuten sich sehr und wünschten ihm Glück zu seiner Wiedergenesung. Sie stiegen von ihren Pferden ab, und nachdem sie sich in ihren Gemächern umgekleidet hatten, ließen sie den Ertrag der Jagd herbeibringen, um einiges schlachten, anderes im Schlosshof herumlaufen zu lassen. Hassan nahm eine Schürze vor, um einiges zu schlachten, das noch auf Mittag gekocht werden sollte, und die Mädchen freuten sich, ihn in ihrer Mitte zu sehen. Hassan ging nun zur Ältesten und küßte ihr Haupt, dann auch zu den Übrigen und küßte eine nach der anderen. Sie sagten, »Lass doch, o Bruder, das sind wir dir schuldig, du bist gewiss Vornehmer als wir.« Da weinte und seufzte er. Die Mädchen fragten, »Was hast du? Warum weinst du und betrübst uns so durch deinen Kummer? Wenn du Heimweh hast, so wollen wir dich mit dem Nötigen ausstatten, und du kannst in deine Heimat zu deiner Mutter zurückkehren.« Er sagte, »Bei Gott, ich habe keine Lust, euch zu verlassen.« Da sagten sie, »Warum bist du denn so niedergeschlagen?« Hassan schämte sich, ihnen etwas von der Prinzessin zu sagen, auch befürchtete er ihre Einreden. Als er daher schwieg, sagte seine Freundin zu ihren Schwestern, »Er hat einen Vogel in der Luft gefangen und ihr sollt ihm helfen, ihn zu verzehren.« Sie sagten alle, »Wir sind bereit, dir in allem beizustehen. Erzähle uns nur deine Geschichte.« Hassan sagte seiner Freundin, »Erzähle du sie ihnen, denn ich schäme mich.« Als diese hierauf ihren Schwestern Hassans Abenteuer erzählte und Hassan ihre Reize geschildert hatte, wünschten sie, zu ihr geführt zu werden. Hassan ging vor ihnen her und öffnete die Tür seines Zimmers. Sobald sie diese schöne Prinzessin sahen, küßten sie die Erde vor ihr und bewunderten ihre herrliche Gestalt und ihre Reize, grüßten sie und sagten ihr, »O Prinzessin, wir schwören dir, dass wir von allem, was mit dir geschehen ist, nichts wussten. Hat sich dir Hassan etwa auf eine unanständige Weise genährt?« Sie antwortete, »Nein.« Bei Gott, fuhren sie fort, »Wenn er das getan hätte, so wäre ihm der Tod aus unserer Hand sicher gewesen. Doch es ist natürlich, dass Männer Frauen lieben und diese sind ja nur für jene geschaffen, hat er doch bei seiner heftigen Liebe nichts Unerlaubtes begehrt. Wüßten wir, dass Mädchen ohne Männer leben könnten, so würden wir ihn von seinem Begehren abzuhalten suchen. Oder wüßten wir nicht, dass er das Federgewand verbrannt hat, so würden wir es ihm nehmen.« Dann befreundete sich eines der Mädchen ganz besonders mit ihr, gewann ihr Vertrauen und erlangte bald ihre Einwilligung, sie mit Hassan zu verloben. Das Brautpaar gab sich die Hand und der Hochzeitstag wurde mit vielen Festlichkeiten begangen. Als Hassan sich des Abends am Ziel seiner Wünsche sah, sprach er im Taumel der Liebe folgende Verse. »Dein Wuchs hat mich bezaubert, dein weites Auge und dein Gesicht, das im Schönheitswasser perlt. Ich erblicke in dir die reizendste Gestalt. Die Hälfte deines Leibes ist von Rubinen, ein Dritteil von Diamanten, ein Fünftel von Moschus, ein Sechstel von Ambra und du gleichst ganz einer Perle, bist nur noch strahlender. Weder unter Evas Nachkommen noch in den Gärten der Ewigkeit ist eine vortrefflicher als du. Es steht nun bei dir, ob du deinen Sklaven vor Liebe töten oder ihm verzeihen willst. O Zierrat der Welt, o mein höchstes Verlangen, wer kann mit Ruhe dein schönes Gesicht sehen? Die Mädchen, welche vor der Tür standen, als Hassan diese Verse rezitierte, sagten zur Prinzessin, »Hörst du die Worte der Liebe und tadelst uns noch?« Hassan rezitierte hierauf noch tausend andere Verse, welche die Prinzessin sehr entzückten. Vierzig Tage vergingen in allerlei Belustigungen und Festen, bei welchen Hassan von den Mädchen auf alle Weise erfreut und beschenkt wurde. Die Prinzessin war vollkommen getröstet und fand so viel Wohlgefallen an diesem Aufenthalt, dass sie die Irigen ganz vergaß. Nach vierzig Tagen erschien Hassan im Traum seiner Mutter, um ihn trauernd, ganz mager und blass und entstellt und sagte ihm, »Mein Sohn Hassan, du lebst noch in dieser Welt und hast mich vergessen? Mein Sohn, sieh, wie ich durch deine Trennung geworden bin. Ich werde dich nie vergessen bis zum Tod. Auch habe ich dein Grab in meinem Haus gebaut, weil ich dich nie vergessen will. Mein Sohn, wird mein Auge dich je wiedersehen? Werden wir, wie früher, vereinigt leben?« Bei diesen Worten erwachte Hassan mit tränenden Augen traurig und niedergeschlagen. Als des Morgens die Mädchen wie gewöhnlich ihn besuchten, sah er sie gar nicht an und ging ihnen nicht entgegen. Sie fragten die Prinzessin, was ihm fehle, diese antwortete, »Bei Gott, ich weiß nicht, er hat mir nichts gesagt.« Als sie dann dem Verlangen ihrer Freundinnen gemäß ihn fragte, erzählte er ihr seinen Traum, den sie den Mädchen wiedererzählte. Hassan sprach vor Wehmut und Mitleid mit seiner Mutter folgende Verse, »Wir bleiben betrübt und verzweifelt, denn wir suchen deine Nähe und finden sie nicht, die Qualen der Leidenschaft stürmen über uns und das Liebesglück lastet schwer auf uns.« Als die Mädchen diese Verse hörten, weinten sie aus Mitleid mit ihm und sagten ihm, »O unser Bruder, O Hassan, niemand von uns für dich abhalten wollen, deine Mutter zu besuchen, wir werden dir viel mehr noch mit allen unseren Kräften beistehen, doch unter der Bedingung, dass du dich nicht auf immer von uns trennst, sondern uns zweimal im Jahre besuchst.« Als Hassan hierzu recht gern einwilligte, machten sich die Mädchen auf und sorgten für seinen Proviant, sowie auch für allerlei kostbare Stoffe und Edelsteine für ihn und seine Gemahlin. Dann schlugen sie die Trommel, Es kamen Kamele von allen Seiten her, aus denen sie die Besten, die sie zur Reise brauchten, herauswählten. Auch beluden sie fünf Maulesel mit verschiedenem Schmuck und Seltenheiten des Landes und fünfundzwanzig mit Lebensmitteln und anderen Kleinigkeiten. Die Mädchen bestiegen dann ihre Pferde und begleiteten die Prinzessin und Hassan drei Tage lang. Dann schwor Hassan, sie möchten jetzt zurückkehren, worauf sie Abschied nahmen. Hassans Freundin weinte heftig, als sie ihn umarmte und fiel in Ohnmacht. Als sie wieder zu sich kam, sprach sie folgende Verse. Gäbe es doch keinen Trennungstag, denn er versteucht den Schlaf aus den Augen. Wir müssen nun voneinander scheiden und auf den Tag des Glücks folgt ein Schmerzenstag. Sie beschwor ihn dann noch einmal, wenn er seine Mutter gesehen und einige Zeit in der Heimat zugebracht habe, doch ja nicht zu unterlassen, sie wieder zu besuchen. Oh, meine Schwester, Seele meines Körpers, rief Hassan, ich gehe ja sehr ungern von hier fort und tue es nur, um meine Mutter wiederzusehen. Mein Geist bleibt bei euch, wie sollte ich euch vergessen und eure Entfernung mit Gleichgültigkeit tragen. Dann sagte sie ihm, Wenn du in Not und Gefahr bist, so schlage auf die Trommel des Juden, die Kamele werden zu dir kommen, besteige sie sogleich und kehre zu uns zurück. Nachdem er nochmals geschworen, dass er wiederkehren werde, schieden sie endlich voneinander mit innigstem Bedauern und besonders die jüngste Schwester konnte sich gar nicht fassen und hörte nicht auf zu weinen. Hassan reiste in dessen Tag und Nacht durch Wüsten und Einöden und raue Gegenden und Täler, bis ihn Gott glücklich nach Basra gelangen ließ. Als er an sein Haus kam, legte er seine Ladung vor die Türe und entließ die Kamele. Eben wollte er die Tür öffnen, da hörte er, wie seine Mutter mit schwacher, kläglicher Stimme folgende Verse rezitierte. Wie kann die schlafen, welche die Ruhe verloren, die Nächte durchwacht, wenn andere schlummern? Sie war reich an Gütern, Familie und Ruhm, ist aber jetzt fremd und verlassen. Der Liebeskram hat sich ihrer bemächtigt und offenbart, was sie leidet, trotz ihrer Fassung. Feurige Kohlen und Seufzer sind in ihrem Herzen und die heftigste Sehnsucht. Ihr Schicksal in der Liebe verkündet ihren Schmerz und ihre Trauer und ihre Tränen bezeugen es. Als Hassans Mutter die Verse, welchen ihren Sohn tief erschütterten, vollendet hatte, klopfte er heftig an die Tür. Sie fragte, wer ist da? Und Hassan antwortete, öffne nur. Sie öffnete die Türe und als sie ihren Sohn vor sich sah, stieß sie einen Schrei aus, umarmte ihn und fiel in Ohnmacht. Hassan pflegte sie, bis sie wieder zu sich kam, dann umarmte er sie, führte sie ins Zimmer und ließ auch sein Gepäck hineinbringen, und die Prinzessin sah bald Hassan, bald seine Mutter an. Hassans Mutter rezitierte, als sie wieder zu sich kam, in ihrer Freude über die Ankunft ihres Sohnes folgende Verse. Als wir uns wiederfanden, klagten wir einander einen Teil unserer Leiden, denn durch einen Boten bleibt jede Mitteilung unvollständig. Gemietete Klageweiber weinen nicht wie selbst Betrübte, so könnte auch kein Bote dir sagen, was ich selbst fühlte. Dann setzten sie sich, und die Alte fragte Hassan, wie es ihm mit dem Perser gegangen. Er antwortete, Es war kein Perser, sondern ein Magier, einer, der das Feuer und nicht den allmächtigen Herrn anbetet. Er erzählte ihr dann, wie er von ihm behandelt worden, wie er ihm entkommen und die Mädchen gefunden habe, so dann, wie er die Prinzessin gefangen und zuletzt, wie er seine Mutter im Traum gesehen, wodurch ihn endlich Gott wieder mit ihr vereinigt. Seine Geschichte erstaunte sie sehr, und sie dankte Gott für seine Rettung. Begierig wandte sie sich dann nach dem Gepäck, das Hassan mitgebracht hatte, und ließ sich beschreiben, worin es bestehe. Endlich näherte sie sich auch der Prinzessin, um sie näher kennenzulernen, und sie bewunderte die Schönheit ihres Gesichts nicht weniger als ihren herrlichen Wuchs und anmutiges Wesen. Noch einmal dankte sie Gott für die Rettung und glückliche Rückkehr des Sohnes, setzte sich an die Seite der Prinzessin, küßte ihr die Hände und Stirn und gab ihr die freundlichsten Worte. Am folgenden Morgen ging sie nach dem Bazar und kaufte ihr zehn Paar Kleider von den kostbarsten Stoffen der Stadt, schenkte ihr auch andere Kleinodien. Nachdem sie auch manches zu Hauseinrichtungen sich angeschafft hatte, sagte sie zu ihrem Sohn, »Mein Sohn, wir können mit unserem vielen Geld nicht in dieser Stadt wohnen bleiben, denn du weißt, dass wir arm waren. Die Leute werden uns daher als Chemiker, Zauberer ansehen und uns nicht in Ruhe lassen. Lass uns daher lieber in die Friedensstadt nach Bagdad ziehen. Dort, wo wir unter dem Schutz des Kalifen leben, errichtest du ein Handelsgeschäft, führst dabei einen frommen Lebenswandel, wie es einem Mann geziemt, dem Gott ein so großes Vermögen geschenkt und den er auf eine so wunderbare Weise erhalten hat. Hassan stimmte diesem Rat bei, ging sogleich an den Tigris und mietete ein Schiff nach Bagdad, ließ all sein Geld und seine Habe, seine Mutter und seine Gemahlin dahin bringen, verkaufte sein Haus, bestieg das Schiff und segelte in zehn Tagen mit günstigem Wind nach Bagdad. Sobald sie ankamen, ging Hassan in die Stadt und mietete ein Magazin in einem Khan, wohin er sein Gepäck und seine Leute brachte, um dort zu übernachten. Am folgenden Morgen kleidete er sich um, ging durch die Stadt und ließ sich zu einem Makler führen. Der Makler fragte ihn, was er von ihm wolle. »Ich will ein schönes, neues, geräumiges Haus kaufen,« erwiderte Hassan. Der Makler zeigte ihm die Häuser, die er feil wusste, und Hassan, dem ein Haus, das einem Visier gehört hatte, am besten unter allen gefiel, kaufte es für eintausendfünfzig Dinare, obgleich es zehntausend Dinare wert war, und bezahlte es. Er kehrte dann in den Khan zurück und brachte seine Leute und alles, was er dort hatte, in sein neu gebautes Haus. Hierauf ging er wieder auf den Bazar und kaufte die nötigen Mobilien für das Haus und Sklaven zu seiner Bedienung. Hassan lebte drei Jahre lang recht vergnügt mit seiner Frau, die ihm zwei Knaben gebar, den einen nannte er Nassir und den anderen Mansur. Nach dieser Zeit sehnte er sich nach seinen Freundinnen, den Mädchen, die ihm so viel Gutes erwiesen. Er ging daher aus und kaufte allerlei Dinge, die er bei ihnen vermisst hatte. Süßigkeiten, Kleidungsstücke, Zucker, Früchte und so weiter, und brachte es nach Hause. Als seine Mutter ihn fragte, wozu er dies gekauft, sagte er, »Ich habe beschlossen, meine Schwestern zu besuchen, die mir so viele Wohltaten erzeigt und denen ich nebst Gott mein ganzes Glück zu verdanken habe. Ich will meine Sehnsucht nach ihnen stillen und mich dankbar gegen sie zeigen, und, so Gott will, kehre ich bald wieder zurück.« Die Mutter bat ihren Sohn, nicht lange wegzubleiben. Hassan sagte seiner Mutter, wie sie sich gegen seine Gattin verhalten sollte, und bat sie, das Federnkleid, das er in einer Kiste unter dem Magazine verborgen hatte, wohl zu verwahren, dass seine Frau es nicht entdecke und mit ihren Kindern davongehe und nie wiederkehre. »Hüte dich«, sagte er, »mit irgendjemanden davon zu sprechen, denn wie leicht könnte es ihr wieder zu Ohren kommen, du weißt, dass sie die Tochter eines großen Königs ist, der viele Truppen und Verbündete hat und dem viele Priester und Wahrsager gehorchen. Erweise ihr alle möglichen Liebesdienste, aber lasse sie durch keine Tür, durch kein Fenster und durch keine Wand sehen. Auch lasse niemanden zu ihr kommen, denn ich fürchte sogar die Luft, die sie anweht. Stößt ihr durch deine Vernachlässigung ein Unglück zu, so töte ich mich vor Verzweiflung, schone aber auch dein Leben nicht.« »Gott bewahre«, rief Hassans Mutter, »bin ich denn von Sinnen, dass du mir derartiges anzuempfehlen brauchst? Reise nur ruhig fort und kehre in Frieden wieder, du wirst sie wiedersehen und sie wird dir selbst erzählen, wie ich mich gegen sie benommen habe. Ich bitte dich nur, bleibe nicht länger aus, als du zur Reise brauchst.« Nun wollte die Bestimmung, dass die Prinzessin die ganze Rede unbemerkt mit anhörte. Hassan ging zur Stadt hinaus, schlug die Trommel, und es kamen zwanzig Kamele, die er mit allerlei Kostbarkeiten aus Irak belud. Er sagte dann seiner Mutter, seiner Frau und seinen Kindern, von denen das eine zwei Jahre und das andere ein Jahr alt war, »Lebewohl«. Noch einmal schärfte er seiner Mutter ein, wie sie sich verhalten sollte, dann bestieg er sein Pferd und schlug den Weg nach dem Schloss seiner Schwestern ein. Er reiste Tag und Nacht durch Täler und Berge und Wüsten zehn Tage lang, bis er endlich zu dem Schloss gelangte. Hassans Besuch überraschte seine Freundinnen sehr angenehm und nicht minder erfreut waren sie, als sie die kostbaren Geschenke sahen, die ihnen Hassan aus seiner Heimat mitgebracht hatte. Nach der herzlichsten Bewillkommnung führten sie Hassan wieder in sein altes Zimmer und erkundigten sich nach seiner Mutter und Gemahlin. Die jüngste Schwester, seine Freundin, war so glücklich, ihn wiederzusehen, dass sie in ihrer Freude folgende Verse sprach. »Ich atme die Luft ein, die von deinem Land her weht und des Morgens an dir vorüberstreifte. Ich frage den Wind nach dir, so oft er aus deiner Heimat kommt. Außer dir aber fällt mir niemand ein.« Hassan brachte drei Monate höchst vergnügt bei seinen Freundinnen zu. Inzwischen ereignete sich Folgendes in seinem Haus. Am ersten Tag nach seiner Abreise sagte die Prinzessin mit weinender Stimme zu seiner Mutter, »O Herrin, ich bin nun schon drei Jahre hier, und noch bin ich in kein Bad gekommen.« Hassans Mutter antwortete, »O meine Gebieterin, O Prinzessin, so Gott will, wenn dein Gemahl kommt, werde ich ihn bewegen, dass er dir nach Wunsch ein Bad einrichten lasse.« Sie setzte dann noch, als die Prinzessin weinte, hinzu, »O meine Tochter, weißt du nicht, dass wir hier fremd sind und keine Bekannten haben, dass ich daher sehr um dich besorgt sein muss? Wäre dein Mann hier, so würde er dich selbst bedienen, so aber will ich dir Wasser wärmen und deinen Kopf waschen.« »Teure Gebieterin«, versetzte die Prinzessin, »sprechst du so zu einer deiner Sklavinnen, so würde sie nach dem Sklavenmarkt verlangen und nicht länger bei dir bleiben. Doch die Männer sind zu entschuldigen, die sind eifersüchtig, und ihr Verstand sagt ihnen, dass sobald eine Frau ihr Haus verlässt, sie alles Schlimme begeht. Indessen sind nicht alle Frauen einander gleich, auch weißt du ja, dass wenn eine Frau etwas ernstlich will, sie unbesiegbar ist, und dass sie nur von ihrer Vernunft und ihrem Glauben sich leiten lässt.« Die Prinzessin weinte dann und seufzte und jammerte über ihre Einsamkeit und Trennung von den ihrigen so lange, bis Hassans Mutter, die nichts gegen ihre Klagen einzuwenden hatte, sie bemitleidete und sich in den Willen des erhabenen Gottes fügend alles, was man zum Bad braucht, zusammenpackte und am folgenden Morgen mit der Prinzessin und ihren Kindern ins Bad ging. Als sie sich entkleideten, erstaunten alle anwesenden Frauen über die Reize der Prinzessin. Alle standen um sie herum und bewunderten das edle Geschöpf Gottes und priesen den erhabenen Schöpfer. Bald sprach man in der ganzen Stadt so viel von ihr, dass die Frauen scharenweise ins Bad kamen, um sie zu sehen. Nun wollte die Bestimmung, dass unter den vielen Frauen, welche das Bad besuchten, auch eine Sklavin des Kalifen Harun Araschid sich befand, welche Tochfat, Geschenk, hieß. Als diese ein Gedränge im Bad sah, dass man gar nicht durchkommen konnte, und vernahm, dass es einer fremden Willen geschah, näherte sie sich ihr, und auch sie bewunderte ihre Schönheit, denn so schön wie sie hatte selbst der Kalif kein Mädchen in seinem Haarem. Tochfat fand so viel Wohlgefallen an der Prinzessin, dass sie nicht daran dachte, sich zu baden, sondern sie immerfort anstaunte, bis sie ganz gewaschen war und sich wieder ankleidete, wurde, wodurch ihre Reize noch erhöht wurden. Tochfat folgte ihr auch, als sie mit ihrer Schwiegermutter das Bad verließ, bis an ihr Haus und merkte es sich. Als Tochfat ins Schloss des Kalifen zur Frau Subaida kam, fragte sie diese, warum sie so lange ausgeblieben. Tochfat antwortete, »O meine Herrin, ich habe etwas Wundervolles gesehen, desgleichen ich nie, weder in diesem Schloss noch in der ganzen Stadt Bagdad gefunden. Das hat mich so beschäftigt und sich so ganz meiner Sinne bemächtigt, dass ich, bei deinem Haupte, mich nicht einmal gewaschen und nicht einmal einen Tropfen Wasser berührt habe.« Subaida fragte, »Und was war es denn?« »O meine Herrin,« antwortete Tochfat, »ich habe ein Frauenzimmer im Bad gesehen mit zwei Kindern wie der Mond, ihresgleichen hat man nie, weder unter den Persern noch unter den Türken noch unter den Arabern gesehen. Bei deiner Huld, o Gebieterin, wenn der Kalif sie sieht, lässt er ihren Mann umbringen, um sie zu heiraten, und dann wird er gewiß an allen anderen Frauen keine Freude mehr haben.« Subaida fragte, »wer ist denn Ihr Gemahl?« »Er heißt Hassan aus Basra,« antwortete Tochfat, »ich bin ihr bis an ihr Haus gefolgt, es gehört dem Visier und hat zwei Tore, eins nach dem Fluss und eins nach der Stadt. Ich fürchte, der Kalif möchte von ihr hören und trotz des Gesetzes ihren Mann umbringen lassen, um in ihren Besitz zu kommen.« Da sagte die Frau Subaida, »wehe dir, o Tochfat, ist sie denn so schön, dass der Fürst der Gläubigen um ihretwillen seinem Glauben und dem Gesetz zuwider handeln wird? Bei Gott, die muss ich sehen, ist sie so, wie du sie geschildert, gut. Wo nicht, so lasse ich dir den Kopf abschlagen, du Verdammte! Hat nicht der Fürst der Gläubigen dreihundertundsechzig Mädchen in seinem Schloss so viel als Tage im Jahr und nicht eine sollte ihr gleich kommen?« »Nein«, erwiderte Tochfat, »bei Gott, auch in ganz Bagdad, in ganz Persien und Dailam findet man ihresgleichen nicht. Gott hat gar keine mehr so wie sie geschaffen.« Hierauf ließ die Frau Subaida den verschnittenen Masruhr rufen und sagte ihm, »weißt du wohl, Masruhr, warum ich nach dir geschickt habe?« Er sagte, »nein, bei deiner Gnade, meine Herrin. »Ich habe dich rufen lassen,« versetzte sie, »damit du mir das Frauenzimmer herbringst, das im Haus des Viziers wohnt, welches zwei Tore hat. Geh schnell und bring auch die Alte und die Kinder mit. Säume nur nicht, denn ich erwarte sie mit Ungeduld.« Mit den Worten, »ich gehorche«, verließ sie Masruhr und ging sogleich nach dem Haus des Viziers und klopfte an die Tür. Hassans Mutter kam heraus und fragte, »wer ist da?« Masruhr antwortete, »ein Diener des Kalifen.« Als sie ihm die Tür öffnete, begrüßte er sie und auf ihre Frage, was er begehre, sagte er, »Die Frau Subaida, Tochter Kasems, Gemahlin Harun Araschitz, Abkömmling Abbas, Onkel des Propheten, Gott sei ihm hold, lässt dich und deine Schwiegertochter und ihre Kinder zu sich bitten. Die Frauen, die deine Schwiegertochter im Bad gesehen, haben ihr nämlich so viel von ihr erzählt, dass sie sie zu sehen wünscht.« »O mein Herr Masruhr«, rief die Alte, »wir sind hier fremd, und ihr Gatte, der abwesend ist, hat mir streng verboten, mit seiner Frau auszugehen oder sie jemandem zu zeigen. Ich fürchte sehr, es möchte er was zustoßen, und wenn dann mein Sohn zurückkehrt, wird er sich umbringen. Ich erbitte mir als Wohltat, fordere nicht, was ich nicht gewähren kann.« »O meine Gebieterin«, versetzte Masruhr, »wüßte ich, dass dir irgendeine Gefahr droht, ich würde dich nicht zum Mitgehen auffordern. Aber die Frau Subaida will euch nur sehen, dann könnt ihr wieder nach Hause gehen. Fürchte nicht, du möchtest es bereuen, ich werde, so Gott will, euch alle unversehrt zurückbringen.« Da die Mutter Hassans nicht widerstehen konnte, umschleierte sie die junge Frau und ging mit ihr und ihren Kindern vor Masruhr nach dem Schloss des Kalifen. Masruhr stellte sie der Frau Subaida vor, welche, sobald die Prinzessin sich vor ihr verbeugt hatte, ihr sagte, »entschleiere dich doch, ich will das Gesicht sehen, das alle Frauen bezaubert hat.« Die Prinzessin küßte die Erde vor ihr und enthüllte ein Antlitz, das den Mond am Himmel beschämt. Gelobt sei der, der sie so beschaffen. Ende von Abschnitt 14 Abschnitt 15 von Tausend und eine Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Die Frau Subaida und alle übrigen Anwesenden starrten sie mit Bewunderung an. Ihr strahlendes Gesicht beleuchtete das ganze Schloss so, dass alle Frauen, die, wie Subaida selbst, in ihren kostbarsten Kleidern und mit dem reichsten Schmuck erschienen waren, ganz bezaubert wurden von ihrer Schönheit. Die Frau Subaida, welche auch das ganze Schloss hatte ausschmücken lassen, ging auf die Prinzessin zu, umarmte sie, ließ sie neben sich sitzen, hing ihr eine Halskette mit Diamanten um und sagte, »Du gefällst mir gar zu gut und machst mir viel Freude, o Herrin der Schönen, äußere nur einen Wunsch gegen mich, es soll dir nichts versagt werden.« »Ich bitte dich, meine Herren«, sagte die Prinzessin, »befiehl meiner Schwiegermutter, dass sie dir mein Federnkleid bringe, ich will es vor dir ankleiden, und du sollst dann sehen, wie ich herumfliege und dir allerlei Spaß machen, worüber du dich wundern wirst und wovon man sich von Geschlecht zu Geschlecht erzählen wird.« Die Frau Subaida fragte, »Wo ist dein Federnkleid?« »Es ist bei meiner Schwiegermutter verborgen«, versetzte die Prinzessin, »lasse dir es nur herbringen.« Die Frau Subaida beschwor die Alte bei ihrem Leben, ihr das Federnkleid zu holen und versprach ihr, sie wolle ihr dasselbe wieder zurückgeben lassen. »Die Frau lügt«, erwiderte die Alte, »gibt es wohl einen Menschen, der Federn hat und fliegen kann?« Aber die Prinzessin sagte, »Bei deinem Leben, meine Herren, es ist in ihrer Schatzkammer in einer Kiste verborgen.« Dann nahm die Frau Subaida eine diamantene Kette von ihrem Hals und zog einen kostbaren Ring aus ihren Ohren und überreichte sie der Alten, indem sie ihr sagte, »Bei meinem Haupt, geh und hole ihr das Federngewand, das wir uns eine Weile an ihr ergötzen, dann sollst du es wieder haben.« Als die Alte nochmals beteuerte, sie habe kein derartiges Kleid gesehen und wisse nicht, was sie meine, machte sich die Frau Subaida über sie her, schrie sie an, nahm ihr den Hausschlüssel, gab ihn Masrur mit dem Befehl, damit in ihr Haus zu gehen, die Tür ihrer Schatzkammer einzubrechen und darin so lang zu graben, bis er eine Kiste finde, diese sollte er aufbrechen und ihr alsbald bringen, was darin sei. Als Masrur mit den Schlüsseln fortging, folgte ihm die Alte traurig und bereute es, ihre Schwiegertochter ins Bad geführt zu haben, weil sie einsah, dass sie es nur aus Schlauheit gewünscht hatte. Sie öffnete selbst die Schatzkammer, und Masrur grub die Kiste hervor, nahm das Federnkleid heraus, legte es in ein Tuch und brachte es der Frau Subaida. Diese betrachtete es von allen Seiten, und es gefiel ihr sehr, denn es war mit vieler Kunst gearbeitet. Sie fragte dann die Prinzessin, »Ist dies dein Federnkleid?« Und als ihre Frage bejaht wurde, überreichte sie es ihr. Die Prinzessin freute sich sehr, als sie ihr Kleid noch fand, wie es war, sie entfaltete es, nahm ihre Kleider zu sich, umhüllte das Gewand und wurde nach des erhabenen Gottes Bestimmung wieder ein Vogel. Die Frau Subaida und alle Anwesenden waren höchst erstaunt, als die Prinzessin sich hin- und herschwang, wie ein Vogel einherschritt und mit den Flügeln flatterte. Sie fragte mit klarer Zunge, »Gefällt euch dies?« Die Anwesenden antworteten, »O ja, Herrin der Schönen, was du machst, ist schön.« Da sagte sie, »Das ist aber noch schöner«, und breitete ihre Flügel aus und flog mit ihren Kindern auf die Kuppel des Schlosses und blieb auf dem Dach über dem Saal stehen. Voller Bewunderung riefen die Anwesenden abermals, »Bei Gott, was du tust, ist schön.« Die Prinzessin aber, die nach ihrer Heimat zurückfliegen wollte, sprach folgende an Hassan gerichtete Verse. »Du, der du mich verlassen, um zu deinen Freundinnen zu eilen, der du bei ihnen recht vergnügt lebst und das Leben für klar und wolkenlos hältst, ich musste allein im Liebesnetze gefangen, zu Hause zurückbleiben, und er flog davon. Er war im Besitz meines Kleides und glaubte mich ganz in seiner Gewalt zu haben. Er empfahl seiner Mutter, es wohl zu verwahren, in einem verschlossenen Raum mitten im Haus. Doch ich hörte und merkte mir dies und freute mich sehr darüber. Darum wünschte ich, ins Bad zu gehen, damit man von mir spreche, und so wurde ich auch in dieses Schloss geladen, in das wir mit Verwunderung eilten. Als man hier an mir wohlgefallen fand, rief ich, »O, meine Herrin, O, mein Herz, ich habe ein kostbares Federnkleid, ihr sollt Wunder sehen, wenn ich's anziehe, ihr werdet all eure Sorgen darüber vergessen.« Hierauf musste Masrur es holen, und als er es eilig brachte, nahm ich es ihm ab und fand es noch unbeschädigt, ergriff meine Kinder und warf es um und flog auf die Terrasse des Schlosses. »Nun sage ich dir, O Mutter Hassans, wenn Hassan zurückkehrt und mich noch liebt, so soll er schnell nachkommen.« Als die Prinzessin diese Verse vollendet hatte, sagte Frau Subaida, »Komm jetzt wieder zu uns herunter, dass wir uns deiner Unterhaltung erfreuen, O Herrin der Schönheit! Gelobt sei Gott, der dir so viele Reize verliehen!« Aber sie antwortete, »Weit entfernt, die Vergangenheit kehrt nicht wieder!« Dann sagte sie zur Alten sich wendend, »O Mutter des armen, traurigen Hassan, bei Gott, es wird mir fern von dir unheimlich werden, was aber deinen Sohn betrifft! So sage ihm, wenn die Nächte der Trennung ihm lang erscheinen, wenn er sich wieder mit mir vereinigen will, soll er zu mir auf die Inseln Wakwak kommen.« Kaum hatte sie diese Worte gesprochen, als sie mit ihren Kindern davonflog. Da schlug sich Hassans Mutter ins Gesicht und schrie und weinte, bis sie in Ohnmacht fiel. Als sie wieder zu sich kam, sagte sie zu Frau Subaida, »Was hast du getan, O Herrin?« Diese antwortete, »Ich wusste nicht, dass es solche Folgen haben würde. Hättest du mir ihre Geschichte erzählt und mich mit ihren Umständen bekannt gemacht, so wäre ich nicht auf meinem Wunsch bestanden. Ich wußte ja nicht, dass sie fliegen kann, sonst hätte ich sie das Federnkleid nicht anziehen lassen, oder hätte sie die Kinder nicht zu sich nehmen lassen. Doch jetzt hilft alles Gerede nichts mehr. Ich bitte dich daher, mir darum nicht zu grollen.« Da die Alte sich nicht zu helfen wußte, sagte sie, »Ich spreche dich von jeder Schuld frei.« Ging wieder nach Hause, schlug sich ins Gesicht, bis sie in Ohnmacht fiel, und als sie wieder zu sich kam, sprach sie, voller Sehnsucht nach der Prinzessin, den Kindern und ihrem Sohne, folgende Verse. »Eure Entfernung von der Heimat entlockt mir bittere Tränen. Ich schreie laut wegen der Glut, welche die Trennungsschmerzen in mir angefacht, und die Tränen machen meine Augenlider wund. Das ist Trennung. Gibt es eine Wiederkehr? Euer Scheiden hat mein Innerstes enthüllt. O kehrtet ihr doch zur treuen Liebe wieder, dann würde sich die Zeit für mich verjüngen.« Sie ließ dann drei Grabmäler in ihrem Haus bauen und weinte darauf Tag und Nacht. Je länger die Abwesenheit ihres Sohnes dauerte, um so unruhiger wurde sie, und oft drückte sie ihre Gefühle durch folgende Verse aus. »Dein Bild schwebt zwischen meinen Augenlidern, stets gedenke ich dein, wenn mein Herz pocht und wenn es ruht. Deine Liebe durchströmt alle meine Gebeine, wie der belebende Saft alle Früchte auf den Zweigen. An dem Tag, wo ich dich nicht sehe, wird meine Brust so beklommen, denn ich weiß nicht, wann ich dich wiederfinde. O du, dessen Liebe mein ganzes Herz erfüllt, so daß mein Wahnsinn noch größer als meine Liebe ist, fürchte den Allbarmherzigen, habe Mitleid mit mir und fühle die Brust, die eine rasende Glut verzehrt.« So weinte die Alte immer fort, bis Hassan zurückkehrte. Dieser hatte den Mädchen gleich bei seiner Ankunft schwören müssen, daß er drei Monate bei ihnen zubringen wolle. Nach einem Monat versahen sie ihn mit Geld und Lebensmitteln, begleiteten ihn eine Strecke weit und nahmen ihm das Versprechen ab, daß er sie bald wieder besuchen werde. Dann nahm eine nach der anderen von ihm Abschied. Der jüngsten Schwester fiel die Trennung so schwer, daß sie in Ohnmacht fiel. Hassan drückte sie an sein Herz und küßte sie, bis sie wieder zu sich kam, dann sprach sie folgende Verse. »Wie weh tut mir der Abschied! Welchen Schmerz bringt mir der Trennungstag! Wann wird die Sehnsuchtsflamme durch deine Nähe wieder erlöschen? Wann wird durch deine Rückkehr mir wieder ein freudiges Leben blühen?« Als ihn hierauf die zweite Schwester umarmte, sprach sie weinend folgende Verse. »Nimmst du Abschied, so ist mir, als müsste ich vom Leben scheiden, denn an dir verliere ich meinen besten Freund. Bist du fern, so trobt die Hölle in meinem Herzen, in deiner Nähe blüht mir das beseligende Paradies.« Die dritte umarmte ihn dann und sprach folgende Verse. »Wenn wir uns ohne Abschied trennen, so geschieht es nicht aus Mangel an Liebe oder Übersättigung. Du bist mein wahres Leben und bleibst es stets. Und wie könnte ich von meinem Leben Abschied nehmen?« Als ihn dann die vierte umarmte, sprach sie weinend folgende Verse. »Verlasse uns nicht, denn wir können deine Entfernung nicht ertragen und haben weder Kraft, um von dir Abschied zu nehmen, noch Tränen genug, um sie auf der verwaisten Wohnung zu vergießen.« Die fünfte sprach folgende Verse, als sie ihn umarmte. »Sobald die Kamele dich davontragen und heißes Verlangen nach dir mein Herz raubt, da sage ich, besäße ich doch ein Königreich, um mit Gewalt jedes Fahrzeug zu rauben.« Die sechste sprach folgende Verse, als sie ihn umarmte. »In die Ferne zieht der, für welchen ich mein Leben hingegeben hätte, und mit ihm weicht auch der Schlaf aus meinen Augen. Wie schön war die Zeit, die ich mit ihm verlebt! O Herr, bring mir den Teuren wieder, und wäre es auch nur im Traum!« Zuletzt kam die siebente und sprach folgende Verse. »Eure Trennung ist mir bitterer Trank, mein Innerstes sträubt sich gegen den Abschied. Gott weiß, dass ich euch nur deshalb ohne Abschied ziehen lasse, weil ich fürchte, euer Herz möchte in Schmerz sich auflösen.« Hassan sagte dann allen Lebewohl und sprach folgende Verse. Meine Tränen fließen am Trennungstag gleich Perlen, die zu einer Kette sich aneinander reihen. Mit dem Aufbruch der Karawane schwindet meine Kraft und meine Geduld, und mein Herz ist nicht mehr bei mir. Ich sagte ihnen Lebewohl, gab mich meinem Schmerz hin und mied den Umgang mit Freunden, wie eine öde Wüste. Ich kehrte um, unglückselig war der Weg, und nichts freute mein Herz als die Hoffnung des Wiedersehens. »O Freund, höre die Worte der Liebe! Gott bewahre, dass ich zu dir rede, und du nicht aufmerkest! O meine Seele, da du fern von ihnen bist, so sage auch den Freunden des Daseins, Lebewohl und wünsche nicht, die Trennung zu überdauern!« Hassan reiste Tag und Nacht, bis er nach Bagdad kam, in die Friedensstadt und das Heiligtum der Abbasiden. Er wusste noch nicht, was in seiner Abwesenheit sich ereignet hatte. Als er zu seiner Mutter kam, fand er sie mager und abgezehrt vom vielen Wachen und Weinen und Fasten. Sie sah wie ein Zahnstocher aus und war so schwach, dass sie ihm seinen Gruß nicht einmal erwidern konnte. Sie weinte und fiel in Ohnmacht, als er sie nach seiner Frau und seinen Kindern fragte. Hassan durchsuchte ungeduldig das ganze Haus, und da er keine Spur von ihnen fand, wurde sein Herz beklommen, und ganz außer sich lief er in seine Schatzkammer. Da fand er die zerbrochene Kiste in der offenstehenden Kammer und zweifelte nicht mehr daran, dass seine Frau ihr Federnkleid genommen habe und mit ihren Kindern davongeflogen sei. Er ging zu seiner Mutter, die indessen sich wieder ein wenig erholt hatte, und fragte sie noch einmal nach seiner Frau und seinen Kindern. Sie schwieg eine Weile, dann sagte sie, »Mein Sohn, Gott vermehre dein jenseitiges Wohl für diesen Verlust! Hier sind ihre drei Gräber!« Als er dies hörte, stieß er ein jämmerliches Geschrei aus, fiel in Ohnmacht und blieb von morgens bis mittags bewusstlos liegen. Seine Mutter blieb neben ihm sitzen und weinte über ihn, denn sie glaubte nicht, dass er wieder zu sich kommen würde. Endlich erwachte er wieder. Da schlug er sich ins Gesicht und weinte, zerriss seine Kleider und durchsuchte noch einmal das ganze Haus und rezitierte folgende Verse. Andere vor mir haben schon über Trennungsschmerz geklagt, Lebende und Dahingeschiedene sind schon durch Entfernung von Geliebten erschüttert worden, doch nie habe ich Ähnliches dem, was meine Brust birgt, gesehen oder gehört. Er nahm hierauf ein Schwert, ging auf seine Mutter zu und sagte ihr, »Wenn du mir nicht die Wahrheit gestehst, schlage ich dir den Kopf ab und bringe mich selbst um.« Die Alte sagte zitternd, »Stecke dein Schwert ein und setz dich, ich will dir erzählen, was vorgefallen ist.« Als er dies getan, erzählte sie ihm die ganze Geschichte von Anfang bis zu Ende, dann setzte sie zu ihrer Entschuldigung hinzu, »Hätte die Prinzessin nicht so sehr geweint, dass ich fürchtete, du möchtest bei deiner Rückkehr mir zürnen, dass ich sie nicht ins Bad geführt, so wäre sie nie wieder zu ihrem Kleid gelangt. Und auch dann hätte sie es nicht wieder erhalten, wenn ich die Frau Subayda mit Gewalt mir den Schlüssel genommen und in Masrur gegeben hätte. Du weißt doch, dass niemand mächtig genug ist, um dem Kalifen zu widerstehen. So kam es denn, dass sie wieder ihr Federnkleid erhielt, mit dem sie samt ihren Kindern und dem von der Frau Subayda erhaltenen Schmuck davonflog. Doch sagte sie mir noch von der Terrasse herunter, »Wenn die Nächte der Trennung deinem Sohne lang werden und der Wind der Liebe und Sehnsucht ihn anweht, so soll er zu mir nach den Inseln Wackwack kommen. Nun weißt du alles, was in deiner Abwesenheit vorgefallen ist. Friede sei mit uns!« Als die Alte ausgeredet hatte, stieß Hassan einen lauten Schrei aus, fiel wieder in Ohnmacht und blieb bewusstlos, bis der Tag zu Ende ging. Als er wieder zu sich kam, schlug er sich ins Gesicht, krümmte sich wie eine Schlange auf dem Boden umher, und seine Mutter, welche weinend bei ihm stand, hörte, wie er gegen Mitternacht folgende Verse sprach. »Haltet ein und betrachtet den Zustand des Verlassenen. Vielleicht werdet ihr nach der Scheidung Mitleid fühlen. Er sieht so elend aus, dass ihr ihn verleugnen werdet, als hättet ihr bei Gott ihn nie gekannt. Die Liebe zu euch hat ihn dahin gebracht, dass er sich von den Toten nur durch sein Wehklagen unterscheidet. »Haltet die Trennung nur für nichts Leichtes. Sie ist dem Sehnsuchtsvollen bitterer als der Tod.« Hassan ging dann fünf Tage weinend und jammernd im Hause umher, ohne etwas zu essen oder zu trinken, bis ihn seine Mutter beschwor, er möge doch aufhören zu fasten. Aber er hörte nicht auf sie, sondern fuhr fort zu weinen und zu jammern und sprach folgende Verse. »Ich habe meiner Seele eine unerträgliche Liebesbürde aufgeladen. Meine Leiden vermehren sich mit jeder Stunde. Ich lebe gedankenlos dahin, und Tag und Nacht sind mir ganz gleich. Ehemals fürchtete ich den Tod, jetzt aber betrachte ich ihn als ein Heilmittel.« Erst gegen Morgen schlief Hassan ein. Da sah er im Traum seine Frau, welche sehr betrübt war, und ihre Flucht zu bereuen schien. Hierauf erwachte er wieder und sprach folgende Verse, »Und wir beten für den Herrn aller Herren.« »Dein Bild verlässt mich keinen Augenblick. Ich habe ihm den besten Platz in meinem Herzen eingeräumt. Ich lebte keine Stunde mehr, wenn ich nicht wieder Vereinigung hoffte. Und erschiene mir nicht dein Bild im Traum, so würde ich nie schlafen.« Des Morgens war Hassan noch niedergeschlagener als zuvor, und so lebte er einen ganzen Monat lang fort, schlief nicht bei Nacht, aß wenig, weinte viel und war sehr traurig. Dann beschloss er, zu seinen Freundinnen zu reisen, um bei ihnen Rat zu holen. Er schlug die Trommel, da kamen die Kamele gelaufen, er bestieg eines derselben und belud die übrigen mit Kostbarkeiten Iraks als Geschenke für seine Freundinnen, empfahl seiner Mutter das Haus, nahm Abschied von ihr und ritt nach dem Wolkenberg vor das Schloss der Mädchen. Als er vor ihnen mit Geschenken erschien, freuten sie sich und hießen ihn willkommen. Doch fiel ihnen sein Kommen auf, und sie sagten, »Da du uns erst vor einem Monat verlassen, so hat deine schnelle Rückkehr gewiß eine besondere Ursache.« Hassan antwortete ihnen weinend durch Folgen. Meine Seele ist mit dem Verlust der Geliebten beschäftigt und freut sich nicht mehr mit dem Leben und seinen Süßigkeiten. Für meine Krankheit kennt man kein Heilmittel, nur der Arzt selbst kann sie heilen. Geliebte, die du mich verlassen und des süßen Schlafs beraubt, so oft ein Wind geht, frage ich ihn nach dir, ob er dem Aufenthalt der Geliebten nahe war, dessen Lieblichkeit meine Tränen erregen. O Wind, der du in ihrem Land wehst, vielleicht kannst du mich mit ihrem Duft anhauchen. Möchte doch das launige Schicksal seine Zügel umlenken und mir meine Geliebte wiederbringen, meine Hoffnungen erfüllen und mir wieder selige Tage schenken.« Er weinte dann wieder, bis er in Ohnmacht fiel, und als er zu sich kam, sprach er folgende Verse. »Ich beschwöre dich bei Gott, o du Quelle meiner Leiden! Kannst du deine Freude daran haben, dass die Liebe mich so peinige? Du hast mich verlassen, ohne dass ich etwas verbrochen habe, habe Mitleid mit dem, den die Trennung so schwer verwundet.« Hassan blieb abermals eine Weile bewusstlos liegen, dann sprach er heftig weinend noch folgende Verse. »Verlassen hat mich der Schlaf, die Nächte durchmachend vergieße ich immer mehr Tränen, o ihr Liebende! Die Liebe hat in meine Brust ein brennendes Feuer geschleudert, und so oft ich meiner Geliebten gedenke, fließend Tränen von Seufzern begleitet. O wüsste ich doch, ob ihre Liebe der meinigen gleicht, ob ihre Leiden so groß wie die meinigen sind! Gott verdamme jede Trennung, die so bitter ist, und was will wohl von uns die Trennung? Stets schwebt ja dein schönes Bild vor meinen Augen, wenn wir auch noch so weit voneinander entfernt sind. Klagt mein Herz, so heile ich es mit deinem Namen und freue mich, wenn ich die Taube singen höre. Doch die Taube, die ihren Geliebten ruft, vermehrt meine Sehnsucht und meinen Schmerz. Ich weine und seufze zu jeder Stunde nach dir, o Geliebte, die ich schon so lange nicht gesehen. Doch hast du mich auch verlassen und die Treue gebrochen, ich bin dir stets nahe und treu. Gewiss wird uns einst das Schicksal wieder vereinen. Als seine Freundin diese Worte hörte und ihn wieder in Ohnmacht sah, setzte sie sich neben ihn und weinte. Auch die übrigen Schwestern weinten mit. Nach und nach erholte sich Hassan wieder und nach wiederholten Fragen seiner Freundinnen nach der Ursache seiner Verzweiflung erzählte er ihnen, was in seiner Abwesenheit zu Hause vorgefallen, bis zu dem Augenblick, wo seine Frau mit ihren Kindern davongeflogen. Sie fragten dann, ob sie beim Wegfliegen ihrer Mutter nichts gesagt. Hassan antwortete, sie hat gesagt, wenn ich mich nach ihr sehne, so soll ich zu ihr auf die Inseln Wackwack kommen. Die Mädchen winkten einander zu, als sie dies vernahmen, sahen einander an, schüttelten den Kopf, beugten ihn, hoben ihn dann wieder auf und sagten, es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer bei Gott dem Erhabenen. Strecke deine Hand gegen den Himmel aus und so wenig, als du ihn erreichen kannst, kannst du wieder zu deiner Gattin und deinen Kindern gelangen. Bei diesen Worten stürzten Hassans Tränen wie Platzregen auf seine Wangen herunter und er sprach folgende Verse. Die schönen Augen und Wangen haben mich entzückt, meine Geduld schwand, als Schlaflosigkeit eintrat und zarte Mädchen haben eine Liebesglut in mir angefacht, die meinen Körper so aufgezehrt, dass kein Fleisch und kein Saft mehr an mir ist. Mädchen wie Gazellen auf Hügeln mit einem Gesicht, in das sich die frömmsten Einsiedler verlieben müssten, sie kamen des Morgens, majestätisch daher wie ein junger Kater. Jeder ihrer Schritte brachte mir herbere Liebespein. Ich liebte eine derselben von zarter Gestalt und mein Herz geriet bald in Flammen. Eine liebliche, fein gebaute Gazelle, aus deren dunklem Haar ein strahlendes Gesicht hervorleuchtet. Sie hat mich in Verwirrung gebracht, aber wie mancher Held ist schon von solchen Wangen und Augen verletzt worden. Als Hassan diese Verse vollendet hatte, sagte ihm die jüngste Schwester, die ihn noch tiefer als seine übrigen Freundinnen bemitleidete, »Fasse dich und verzage nicht. Wer Geduld hat, erreicht sein Ziel. Geduld ist der Schlüssel der Erlösung, so hat ein Dichter auch gesagt. Lass dem Schicksal freien Lauf und kümmere dich um nichts, denn in dem Augenblick, wo du dich über etwas grämst, kann Gott schon wieder alles geändert haben.« »Darum«, fuhr sie fort, »fasse Mut und sei stark. Wer zehn Jahre leben soll, stirbt nicht im siebenten. Das Weinen und Trauern macht nur krank. Sei munter und gescheit und bleibe ruhig bei uns, bis ich, so Gott will, ein Mittel finde, dich mit deiner Gattin und deinen Kindern wieder zu vereinigen.« Hassan aber fuhr fort zu weinen und sprach folgende Verse, »Wir aber beten für unseren Herrn Mohammed.« »Wird auch mein Körper geheilt, so bleibt doch meine Seele krank. Nur die Vereinigung mit dem Geliebten kann den Liebeskranken helfen.« Er setzte sich dann neben seine Freundin, die ihn über die Ursache des Entfliehens seiner Gattin ausfragte, und als er ihr alles erzählt hatte, sagte sie, »Bei Gott, ich wollte dir raten, das Federnkleid zu zerreißen, da machte mich der Teufel daran vergessen.« Sie fuhr dann zehn Tage lang fort, ihn zu trösten, er aber hatte weder Lust zu schlafen noch zu essen, und in seiner Trostlosigkeit sprach er folgende Verse. »Die Liebe hat so tiefe Wurzeln in meinem Herzen gefasst, dass mich kein anderes Wesen außer meiner Geliebten mehr erfreut. Sie gleicht an Schönheit einer Gazelle, und mein Herz ist ihr Weideplatz. Ist meine Kraft und meine Geduld dahin, so weine ich, wenn auch meine Tränen nichts nützen.« Als Hassans Freundin sah, wie er vor Liebe und Sehnsucht ganz außer sich war, ging sie weinend zu ihren Schwestern, fiel über sie her, küßte ihre Füße und bat sie, ihrem Freunde beizustehen, daß er wieder mit seiner Gattin und seinen Kindern vereinigt werde, und daher ein Mittel ausfindig zu machen, wie er nach den Inseln wackwack gelange. Sie vergoss so viele Tränen, bis endlich ihre Schwestern voll Rührung ihr sagten, »Fasse Mut! Wir wollen uns bemühen, ihn, so Gott will, wieder zu den Seinigen zu bringen.« Indessen mußte Hassan doch auf das nächste Jahr sich vertrösten lassen, denn nur durch einen vielvermögenden Onkel der Mädchen, welcher besonders seine älteste Nichte unaussprechlich liebte, so daß er ihr nichts versagte, konnte ihm geholfen werden. Dieser durfte aber, wenn er nicht von selbst erschien, nur jedes Jahr einmal durch Weihrauch, den er seiner Geliebten gegeben hatte, herbeigerufen werden. Als nun der Monat Muharrem des neuen Jahres vorüber war und der Onkel nicht ankam, sagte die ältere Schwester zur Jüngeren, »Gib ein wenig Weihrauch her aus dem Beutel, den mir der Onkel geschenkt, und zünde Feuer an.« Die Kleine tat dies freudig und kaum hatte die ältere Weihrauch aufs Feuer gelegt und dabei an ihren Onkel gedacht, da erhob sich ein mächtiger Staub aus der Wüste und es kam ein alter Mann zum Vorschein, auf seinem Elefanten daher trabend. Die Mädchen freuten sich sehr mit ihm, grüßten, umarmten, küßten ihn, setzten sich um ihn herum und fragten ihn, warum er diesmal so lange ausgeblieben. Er antwortete, »Ich war bisher beschäftigt, wollte mich aber eben auf den Weg machen, als ich euren Weihrauch roch. Da warf ich mich schnell auf einen Elefanten und eilte hierher. Und nun? Was wollt ihr von mir, meine Nichten?« »Du weißt,« antwortete die Älteste, »wir haben dir einmal von unserem Freund Hassan erzählt, den der Magier Baram hierher gebracht und von der Prinzessin, die er geheiratet und in seine Heimat geführt hat.« »Jawohl, ich erinnere mich,« versetzte der Onkel. »Und was ist ihm denn geschehen?« »Die Prinzessin«, fuhr die Nichte fort, »ist ihm untreu geworden und mit den zwei Kindern, die sie ihm geboren, davon geflogen, während er bei uns war. Beim Wegfliegen hat sie seiner Mutter gesagt, »Wenn dein Sohn kommt und die Nächte der Trennung lang findet und sich nach mir sehnt, so komme er zu mir auf die Inseln wack-wack.« Als der Onkel dies hörte, schüttelte er den Kopf und biß sich auf die Finger, beugte den Kopf eine Weile zur Erde, kratzte den Boden mit seinen Fingern und sah sich nach Hassan um, der aber versteckt war, so dass er ihn nicht bemerkte, und verstummte. Da sagten die Mädchen, »O Onkel, gib uns doch eine beruhigende Antwort!« Er aber antwortete, »O meine Nichten! Der junge Mann ist verloren, er hat sich schrecklich in die Gefahr gestürzt, er kann nie nach den Inseln wack-wack gelangen!« Die Mädchen riefen dann Hassan hervor, er grüßte den Alten, küßte ihm den Kopf und setzte sich neben ihn. Da sagten die Mädchen zu ihrem Onkel, »Erkläre Hassan selbst, was du uns eben gesagt!« Der Alte begann. »Mein Sohn, gib deine peinigenden Wünsche auf! Strecke deine Hand gegen den Himmel aus, kannst du ihn erreichen, so gelangst du auch wieder zu deiner Gattin und deinen Kindern. Niemals wirst du auf die Inseln wack-wack kommen und hättest du fliegende Genien und wandernde Sterne bei dir, denn zwischen dir und diesen Inseln liegen sieben Meere, sieben Täler und sieben himmelhohe Berge. Wie willst du dahin gelangen? Wer soll dich dahin bringen? Ich beschwöre dich bei Gott, lass von der ganzen Sache ab und denke dir, deine Frau und Kinder seien gestorben. Kümmere dich nicht weiter ab, das ist mein Rat, wenn du ihn annehmen willst.« Als Hassan dies hörte, weinte er, bis er in Ohnmacht fiel. Die Mädchen weinten um ihn herum und die Jüngste zerriß ihre Kleider und schlug sich ins Gesicht, bis sie bewusstlos zu Boden sank. Der Alte, gerührt von ihrer Teilnahme an ihres Freundes Unglück, versprach ihnen seinen Beistand und sich zu Hassan wendend, rief er ihm zu, »Fasse Mut und sei unverzagt, dann kannst du mit Gottes Willen noch zur Erfüllung deiner Wünsche gelangen. Folge mir nur!« Hassan machte sich auf, nahm von den Mädchen Abschied, die sich sehr freuten, dass ihr Onkel sich seiner annehmen wollte, und setzte sich hinter dem Alten auf den Elefanten. Nachdem sie drei Tage und drei Nächte so schnell wie der Blitz dahin flogen, kamen sie an einen hohen Berg, dessen Steine ganz blau waren. Mitten am Berg war eine Höhle mit einer eisernen Tür. Der Alte ergriff Hassans Hand, ließ den Elefanten los und klopfte an die Tür der Höhle. Da kam ein schwarzer, kahler Sklave heraus, der wie ein Teufel aussah, in der rechten Hand ein Schwert und in der linken einen Schild trug. Sobald er den Alten erkannte, warf er Schwert und Schild weg und küßte ihm die Hand. Der Alte nahm dann Hassan mit in die Höhle, und der Sklave schloss die Tür hinter ihnen. Die Höhle, in welche sie eingetreten, war sehr geräumig, und ein überwölbter Weg führte sie in einer halben Stunde nach einer großen Ebene. Als sie diese durchschritten hatten, kamen sie an einen Winkel mit zwei großen Türen aus Messing gegossen. Der Alte öffnete eine Türe und sagte zu Hassan, »Bleib hier an der Tür sitzen, hüte dich aber, sie zu öffnen, bevor ich zurückkehre und dir das Nötige mitbringe.« Er ging nun zur Tür hinein, blieb eine Weile aus, kamen dann mit einem schwarzen, rundleibigen, leichtfüßigen Pferd heraus, das so schnell lief, dass sein eigener Staub es nicht erreichen konnte und schon gesattelt und gezäumt war. Dieses führte der Alte Hassan zu und ließ es ihn besteigen. Sie ritten dann miteinander durch die zweite Tür und kamen in eine große Wüste. Hier zog der Alte einen Brief hervor und sagte zu Hassan, »Reite jetzt auf deinem Pferd fort, wohin es dich führt. Bemerkst du dann, dass es an der Tür einer Höhle wie diese stehen bleibt, so steige ab, lege ihm den Zaum auf den Sattelknopf und lass es frei. Es wird dann allein in die Höhle gehen. Du aber musst außen stehen bleiben und darfst fünf Tage lang nicht von der Stelle weichen. Am sechsten Tag wird ein alter, ganz schwarz gekleideter Kreis mit langem, weißem Bart zu dir herauskommen. Küsse ihm sogleich die Hand und berühre deinen Kopf mit dem Saum seines Kleides und weine vor ihm, bis er dich fragt, was du willst. Du gibst ihm dann diesen Brief, den er ohne ein Wort zu fragen dir abnehmen und dich wieder allein lassen wird. Du musst abermals fünf Tage warten. Kommt dann am sechsten Tage der Alte selbst wieder heraus, so wisse, dass dein Wunsch erfüllt wird. Kommt aber einer seiner Jungen, so wisse, dass er dich umbringen will. Friede sei mit uns. Fürchtest du also für dein Leben, so begib dich nicht in diese Gefahr. Besteige lieber meinen Elefanten wieder, der soll dich zu meinen Cousinen bringen und diese werden dich mit den nötigen Lebensmitteln zur Rückkehr nach deiner Heimat versehen, wo dir Gott das Verlorene durch Besseres ersetzen kann. Du kannst tun, was du willst, doch weißt du wohl, mein Sohn, dass wer nicht viel wagt, auch nicht viel zu erwarten hat. Hassan erwiderte dem Alten, wie kann mich das Leben freuen, solange meine Gattin und meine Kinder fern von mir leben. Nie werde ich Ruhe finden bei Gott. Ich kehre nicht zurück, bis ich sie wieder gefunden oder der Tod mich erreicht. Er weinte und jammerte dann und sprach folgende Verse. Ich stand mit zerknirschtem Herzen hier und klagte laut über den Verlust meiner Geliebten. Vor Sehnsucht küßte ich den Staub, den der Wind mir zuwehte, doch konnte dies meine brennende Qual nicht lindern. Wenn mein Auge ihre leere Wohnung sieht, so zerreißt der Liebesgram mir das Herz. Gott stehe denen bei, die von mir geschieden, ich aber nicht vergessen kann, deren Entfernung mich dem Grab nahe bringt. Man sagte mir, habe Geduld, aber sie ist mit ihnen verschwunden und mir ist nun Jammer und peinlichste Sehnsuchtsglut geblieben. Nie hat jemand gleich mir geliebt, noch gleich mir solche Trennungsschmerzen empfunden. Zu wem soll ich meine Zuflucht nehmen, seit ich sie verloren? Sie waren mein Trost in jedem Unglück. Aber ich will bei unserer Wiedervereinigung mich freuen, die Erde will ich Gott dankend küssen und dem Freudenboten mein Herz schenken. Als der Alte diese Verse hörte, dachte er wohl, dass Hassan von seinem Vorhaben nicht ablassen und jeder Gefahr trotzen würde. Indessen sagte er ihm doch noch, »Wisse, mein Sohn, die Inseln Wagwag bestehen aus sieben Inseln. Auf den ersten sechs befinden sich mächtige Scharen von Jungfrauen, die letzte aber ist von Genien, Teufeln, abtrünnigen Geistern und Zauberern bewohnt, und bisher ist noch nie jemand zu ihnen gelangt und wieder zurückgekehrt. Drum beschwöre ich dich bei Gott, mein Sohn, reise wieder zu den Deinigen zurück, denn deine Gattin ist die Tochter des Königs der sieben Inseln. Wie willst du zu ihr kommen? Gehorche mir, mein Sohn, vielleicht gibt dir Gott eine bessere statt ihrer.«, Aber Hassan erwiderte, »Bei Gott, mein Herr, wenn man mich in Stücke zerrisse, würde ich sie doch nur immer mehr lieben. Ich will nach diesen Inseln gehen und nicht anders als mit meiner Gattin und meinen Kindern umkehren, so Gott will.« Der Alte fragte zum letzten Mal, »Willst du durchaus dahin gehen?« Hassan, dessen Herz daran hing, das Pferd zu besteigen, antwortete, »Ja, ich bitte dich um deine Hilfe und dein Gebet für mich. Vielleicht wird mich Gott wieder mit den Meinigen vereinen.« Er weinte dann vor heftigem Verlangen und sprach folgende Verse, »Nur nach euch, Beste unter den Sterblichen, geht mein Verlangen. Ihr seid mir wie mein Gesicht und Gehör. Ihr thront in meinem Herzen, das ist eure Wohnung und verlasst ihr sie, so bin ich trostlos. Glaubt nicht, dass ich eure Liebe entbehren kann, so unglücklich sie mich Armen auch macht. Mit euch entfloh auch all meine Freude, und das Wachen wurde mir süßer als der Schlaf. Mit meinen Trennungsschmerzen sehe ich die ganze Nacht nach den Sternen hin, weine so viele Tränen, dass sie einem Regen gleichen. O Nacht, wie lange scheinst du dem von Liebe entbrannten Unglücklichen, der stets nach dem Mond und den Sternen blickt. Wenn du, O Wind, durch das Tal wehst, in welchem sie lagern, so bringe ihnen meinen Gruß, denn kurz ist das Leben. Schildere ihnen einen Teil meiner Leiden, denn die Teuren sind ohne Nachricht von mir. Hassan fiel in Ohnmacht, als er diese Verse rezitiert hatte, und als er wieder zu sich kam, sagte ihm der Alte, Mein Sohn, du hast eine Mutter, lass sie die Schmerzen deines Untergangs nicht empfinden. Hassan schwor nochmals, er würde nie ohne seine Gattin und Kinder zurückkehren, lieber wolle er sterben. Weinen sprach er noch folgende Verse, Ich schwöre euch, die Zeit der Trennung hat nichts an meiner Liebe geändert. Ich gehöre nicht zu denen, die dem Liebesbund treulos werden. Ich fühle so viel Liebe, dass, wenn ich sie schildern wollte, man mich für rasend halten würde, nichts als Seufzer, Blut, Trauer und Sehnsucht. Wie kann man in solchem Zustand länger leben? Es sagte Erzähler dieser wunderbaren und entzückenden Geschichte, während wir alle für unseren geliebten Herrn Mohammed, den Herrn des Mantels und des Zepters und für seine Familie und seine Gefährten, die Reinen, beten. Als Hassan diese Verse vollendet hatte, wusste nun der Alte ganz bestimmt, dass er entschlossen sei, lieber zu sterben, als sein Vorhaben aufzugeben. Er wünschte ihm Glück zur Reise, empfahl ihm noch einmal, was er tun sollte und überreichte ihm den Brief, in dem er ihm sagte, er habe ihn in diesem Brief dem alten Sohn der Balkis, Enkel des verruchten Iblis, seinem Lehrer und Meister empfohlen, dem Menschen und Genien ergeben sind. Hassan nahm dann Abschied und ließ dem Pferd die Zügel, und es flog mit ihm schneller als der Blitz zehn Tage lang fort. Da sah Hassan einen großen Berg, schwarz wie die Nacht, der den ganzen Horizont von Osten bis Westen einnahm. Als er in die Nähe des Berges kam, fing sein Pferd an, unter ihm zu wiehern. Da kam eine unzählbare Menge Pferde, so viel als Regentropfen, herbeigeströmt, die an seinem Pferd herumstrichen, so dass Hassan sich sehr fürchtete. Aber sein Pferd ging immer weiter von den übrigen umgeben, bis es an die Höhle kam, die ihm der Alte beschrieben hatte. Hassan stieg vor der Tür ab und hing die Zügel um den Sattelknopf. Das Pferd trat in die Höhle und Hassan blieb außen stehen, nachdenkend, wie das wohl enden würde. So brachte er fünf Tage und fünf Nächte weinend, traurig und schlaflos zu. Er dachte an seine Entfernung von seiner Heimat und allen Seinigen und machte sich tausenderlei Gedanken. Er sprach dann folgende Verse. Wie lange soll ich mein Herz pflegen, das zerfließt und meine Augen, die stets Tränen vergießen? Nichts als Trennung, Trauer, Sehnsucht, Einsamkeit, Heimweh und mächtige Liebe. Hat aber auch meine Liebe für mich ins Verderben gestürzt, welchen Edlen verschont je das Geschick. Als Hassan diese Verse vollendet hatte, kam der Scheich Aburisch, der schwarz gekleidete Sohn der Balkis, zu ihm. Sobald dieser ihn sah und der ihm gemachten Schilderung nach erkannte, warf er sich ihm zu Füßen, legte den Saum seines Kleides auf seinen Kopf und weinte und jammerte. Der Alte fragte ihn, »Was ist dein Verlangen, mein Sohn?« Hassan antwortete, »Es ist in diesem Brief ausgedrückt« und überreichte ihm das Schreiben. Der Alte nahm es ihm ab, sprach kein Wort und ging wieder in die Höhle zurück. Hassan blieb, wie ihm befohlen worden, an der Tür stehen und weinte fünf Tage lang und war sehr betrübt über seine Einsamkeit und rezitierte folgende Verse. »Gepriesen sei der Herr des Himmels, jeder Liebende lebt in Qual, wer die Liebe nicht kostet, kennt den Schmerz nicht. Könnte ich meine Tränen sammeln, so würde ich Ströme von Blut vor mir sehen. Mancher Freund wendet sich von mir ab und neigt er sich mir zu, so tadelt er mich, wenn ich von meinen Tränen spreche. Aber Vögel weinen über meine Einsamkeit und wilde Tiere der Wüste, Genien, welche auf Bergen hausen, weinen und alle Bewohner der Luft. Hassan weinte dann, bis der Morgen anbrach. Da kehrte endlich der Alte, weiß gekleidet, zurück und gab ihm ein Zeichen, dass er ihm folge. Hassan ging freudig mit ihm in die Höhle, denn schon ahnte er, dass sein Verlangen in Erfüllung gehen würde. Nach einer halben Tagesreise kamen sie an eine gewölbte, mit Edelsteinen besetzte Tür von Stahl, mit Edelsteinen beschlagen. Der Alte öffnete und ging mit Hassan hinein. Da kamen sie durch sieben gewölbte Gänge und Zimmer mit goldverzierten Steinen. Dann traten sie in einen großen Saal mit Marmor belegt, in dessen Mitte ein Garten war, mit allerlei Bäumen, Blumen und Früchten bepflanzt, die Vögel sangen auf den Bäumen und priesen die Macht des Schöpfers. In jeder Ecke des Saales war ein Springbrunnen angebracht mit goldenen Löwen, aus deren Mund Wasser hervorquoll. Auf jeder Seite des Saales war ein erhöhter Platz mit einem Diwan, auf dem ein Scheich saß mit vielen Büchern und goldenen Rauchpfannen und Weihrauch vor sich, und um jeden dieser Scheichs bildete sich ein Kreis von anderen Männern, die in den Büchern lasen. Hassan und sein Führer wurden ehrerbittig empfangen, und dieser gab den Scheichs ein Zeichen, dass sie ihre Umgebung entlassen möchten. Als dies geschehen war, setzten sich drei Scheichs zu Aburisch und fragten ihn, wen er bei ihnen einführe. Dieser sagte hierauf zu Hassan, erzähle du ihnen selbst deine Geschichte von Anfang bis zu Ende. Hassan erzählte weinend alles, was ihm widerfahren. Als er zu Ende war, sagten die Männer, »Ist der es also, den der Magier Bahram in seiner Kamelhaut von Adlern auf den Wolkenberg bringen ließ?« »Ich bin derselbe«, wiederholte Hassan. Sie wendeten sich dann an den Führer mit den Worten, »O Oberster aller Scheichs, wie ist er vom Berg heruntergekommen, auf den ihn Bahram gebracht, und was hat er auf demselben gesehen?« Aburisch sagte wieder zu Hassan, »Gib diesen Scheichs Auskunft über alles, was du weißt.« Als dies geschehen war, sagten die Scheichs über Hassans Erzählung erstaunt zu ihrem Meister, »Bei Gott, dieser junge Mann ist zu bedauern. Kannst du ihm nicht beistehen, dass er wieder zu seiner Gattin und seinen Kindern gelange?« Der Meister antwortete, »Das ist eine schwere Sache. Ich habe ihm geraten, davon abzulassen, er hat aber meinen Rat nicht angenommen. Ihr wisst ja, wie schwer es ist, nach den Inseln Wackwack zu gelangen. Ihr kennt ja die Macht des Beherrschers dieser Inseln. Auch habe ich ihm geschworen, dass ich nie sein Land betreten, noch irgendetwas gegen ihn unternehmen wollte. Wie kann ich ihn daher zur Prinzessin bringen?« Da sagten die Scheichs, »O Meister, dieser Mann ist unglücklich und will sich gern in jede Gefahr begeben. Du musst ihm helfen, da er dir einen Brief von deinem Freund gebracht hat.« Hassan küsste dem Meister die Füße, legte den Saum seines Kleides auf sein Haupt und rief schluchzend, »O Meister, vereinige mich mit meiner Gattin und meinen Kindern oder lass mich sterben.« Die Scheichs, welche an Hassans Schicksal den innigsten Anteil nahmen, sagten zu ihrem Meister, »O Herr, verscherze den himmlischen Lohn nicht, den du dir durch die Rettung dieses Fremdlings zuziehen kannst. Überdies ist er dir ja auch von deinem Freund empfohlen.« »Nun, so wollen wir ihm beistehen und, so Gott will, alle unsere Kräfte für ihn anwenden,« rief endlich Aburisch. Als Hassan diese Worte hörte, küßte er voller Freude dem Meister und den übrigen Scheichs die Füße. Der Meister nahm hierauf Tinte und Papier und schrieb einen Brief, versiegelte ihn und überreichte ihn Hassan. Auch gab er ihm ein ledernes Beutelchen mit Weihrauch und sagte, »Gib wohl Acht auf dieses Beutelchen und wenn du in der Not bist, so nimm ein wenig Weihrauch heraus, gedenke mein und ich erscheine zu deiner Rettung.« Er befahl dann einem der Anwesenden, den fliegenden Genius Danisch herbeizuschaffen. Diesen ließ der Meister nahe treten, sagte ihm etwas ins Ohr, worauf Danisch den Kopf schüttelte und sagte, »Ich gehörche, Meister.« Dann wendete sich dieser zu Hassan und sagte ihm, »Mein Sohn, reise mit diesem fliegenden Geist und wenn er dich gen Himmel hebt und du hörst, wie die Engel Gott preisen, so sprich kein Wort, sonst geht ihr beide zugrunde.« Am zweiten Tag deiner Reise wird er dich auf ein weißes Land wie Kampfer niedersetzen, auf dem du zehn Tage lang zu wandern hast, bis du vor das Tor einer Stadt kommst, in der du einkehren musst. Du fragst dann nach dem König und wenn du zu ihm gelangst, so grüße ihn und überreiche ihm diesen Brief und merke dir wohl die Befehle dieses Königs. Hassan versprach zu gehorchen, nahm Abschied von den Scheichs, die ihn noch einmal dem Geist empfahlen und dieser nahm ihn auf den linken Arm und flog einen Tag und eine Nacht so hoch mit ihm in die Luft, dass er die Lobpreisungen der Engel hörte. Am folgenden Morgen setzte er ihn auf ein weißes Land und verschwand wieder. Ende von Abschnitt 15 Abschnitt 16 von Tausend und eine Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des Hassan aus Basra und der Prinzessinnen von den Inseln Wackwack. Teil 4 Hassan ging zehn Tage und zehn Nächte lang immer vorwärts, bis er an das Tor einer Stadt kam. Er ging in die Stadt und fragte nach dem König und als man ihn vor ihm führte, küßte er die Erde vor ihm und grüßte ihn. Der König fragte ihn, was er wolle. Da küßte Hassan den Brief, den er bei sich trug und überreichte ihn dem König. Sobald dieser ihn gelesen hatte, sagte er einem von seiner Umgebung, führe diesen jungen Mann in das Fremdenhaus. Dort bewirtete man ihn drei Tage lang und die angesehensten Männer am Hof leisteten ihm Gesellschaft und ließen sich von seinen Abenteuern und seiner wunderbaren Reise erzählen. Am vierten Tag kam ein Diener und führte ihn zum König. Dieser sagte ihm, der Meister schreibt mir, du wolltest nach den Inseln Wackwack reisen, aber, mein Sohn, ich kann dich jetzt unmöglich dahin schicken, du müsstest viele Gefahren ausstehen und furchtbare öde Wüsten durchwandern. Ich heiße zwar mächtiger Sultan und meine Truppen füllen die ganze Erde aus, doch finde ich es jetzt nicht geraten, dich zu Land dahin zu befördern, weil eine große, wohlausgerüstete Armee an deren Grenze gelagert ist, die vergebens einzufallen sucht. Warte daher, bis demnächst ein Schiff von den Inseln Wackwack hier landet, da schicke ich dich zu Wasser dahin und empfehle dich den Schiffsleuten, da ich doch infolge der Empfehlung des Meisters dich nicht unverrichteter Dinge zurückschicken kann. Fragt dich jemand, wer du bist, so sage, ich bin der Schwager des Königs Hasun, des Herrn des Kampferlandes. Wenn dich dann der Hauptmann ans Land setzt, so wirst du viele Bänke finden, setze dich unter eine derselben, bleibe ruhig sitzen und sprich kein Wort bis Nacht. Siehst du dann Scharen von Jungfrauen, die Waren umgeben, so fasse die Herren der Bank, unter welcher du sitzt, und flehe sie um Schutz an. Gewährt sie in dir, so bist du am Ziel, denn sie bringt dich zu deiner Gattin und zu deinen Kindern. Wo nicht, so trauere über dein ohne Hoffnung verlorenes Leben. Wisse, mein Sohn, dass du dich in Lebensgefahr begibst, denn ich kann weiter nichts für dich tun, gelingt dein Unternehmen nicht, so bist du verloren. Doch stände Gottes Hilfe dir nicht nahe, so hättest du gar nicht hierher gelangen können, und wäre deine Lebensfrist abgelaufen, so konnte dich nichts vor dem Herrn des Elefanten schützen, auch wärest du nicht in die erste Höhle gekommen und nicht zu meinem Meister. Als Hassan die Worte des Königs Hassun hörte, sprach er folgende Verse. Mir ist vom Himmel meine Lebenszeit bestimmt, die muss ich erreichen, erst, wenn sie abgelaufen ist, kann ich sterben. So lange aber die Stunde nicht gekommen, dürfen Löwen im Wald mich überfallen, so besiege ich sie. Als Hassan die Verse vollendet hatte, sagte er zum König, »O mächtiger Herr, wann werden die Schiffe von den Inseln wackwack kommen?« »In einem Monat«, erwiderte der König, »die Kaufleute werden eine Weile hierbleiben, um ihre Handelsgeschäfte zu verrichten, dann kehren sie wieder zurück und kommen erst in einem Jahre wieder.« Hierauf ließ der König Hassan wieder in sein Gasthaus bringen und ihm das Nötige zutragen. Hier blieb er einen Monat, bis die Schiffe ankamen. Der König ging dann mit ihm und einigen Kaufleuten den Schiffen entgegen, die sich in großer Zahl einstellten, aber nicht ans Land kamen, sondern die Kaufleute bestiegen kleine Nahen, um am Ufer ihre Handelsgeschäfte zu verrichten. Als sie nach einiger Zeit sich wieder zur Rückkehr anschickten, ließ der König alles Nötige für Hassan vorbereiten, rief einen Hauptmann zu sich und sagte ihm, »Nimm diesen jungen Mann mit dir, ohne dass ihn jemand bemerke, und bringe ihn nach den Inseln wachwach, schiffe ihn nur dort aus, du brauchst ihn nicht wieder zurückzubringen.« Da der Hauptmann den Befehl des Königs zu vollziehen versprach, warnte dieser Hassan, dass er niemandem seine Geschichte erzähle, und nahm Abschied von ihm. Hassan wünschte ihm langes Leben und immerwährenden Sieg über seine Feinde. Der Hauptmann sperrte ihn dann in eine Kiste, trug sie in einen Nachen und brachte sie aufs Schiff, so daß die Schiffsleute glaubten, sie enthalte Waren. Die Schiffe segelten bald ab, und nach einer Fahrt von zehn Tagen landeten sie glücklich an den Inseln Wakwak, wo der Hauptmann Hassan ans Land setzte. Da Hassan am Ufer viele Bänke angeschlagen fand, wie ihm der König Hasun gesagt hatte, verbarg er sich unter einer der Schönsten derselben. Nach Sonnenuntergang kam eine Schar Jungfrauen, so zahlreich wie Heuschrecken, herangezogen, mit gezogenem Schwert in der Hand und ganz mit Eisen bepanzert. Nachdem sie die Waren, die die Schiffe gebracht, eine Weile besehen hatten, kamen sie, um auszuruhen, und eine von ihnen setzte sich auf die Bank, unter welcher Hassan saß. Dieser ergriff sogleich ihre Schleppe, legte sie auf seinen Kopf, küßte ihre Füße und sagte weinend, »Schutz, Hilfe, erbarme dich dessen, der fern von seiner Heimat, von seiner Frau und seinen Kindern ist, und um ihretwillen keine Gefahr scheut. Gott wird sich auch deiner erbarmen und dir Schutz geben.« Als die Jungfrau diese im Tone der größten Verzweiflung ausgesprochenen Worte hörte, sagte sie ihm gerührt, »Sei frohen Mutes, bleibe nur noch verborgen bis morgen Nacht, so Gott will, wird es dir gut gehen.« Hassan verbarg sich wieder, und die Jungfrauen durchwachten auf ihren Sitzen mit brennenden Kerzen, aus welchen Ambra, Aloe und Moschusduft sich verbreitete, die ganze Nacht in allerlei Spielen und Lustbarkeiten. Am folgenden Morgen kamen die Nachen wieder ans Land, und es wurde den Tag über viel gekauft und verkauft. Sobald dann die Nacht hereinbrach, kam das Mädchen, das Hassan um Schutz angefleht hatte, wieder zu ihm, überreichte ihm einen Panzer, einen Helm, ein Schwert, einen goldenen Gürtel und eine Lanze, und ging schnell wieder fort, aus Furcht verraten zu werden. Hassan dachte wohl, sie habe diese Gegenstände für ihn gebracht. Er setzte daher den Helm auf, zog das Panzerhemd an, umgürtete das Schwert, nahm die Lanze in die Hand und setzte sich auf den Rand der Bank und hörte nicht auf, Gott zu preisen und seinen Schutz anzuflehen. Während er so da saß, kamen auf einmal die Jungfernscharen mit Fackeln und Laternen an ihm vorüber. Da folgte er ihnen nach einem Platz, wo viele Zelte aufgeschlagen waren, und trat mit einer Jungfrau in ein Zelt. Als diese ihre Rüstung und den Schleier abnahm, legte Hassan auch seine Waffen nieder und betrachtete die Jungfrau, und siehe da, sie war alt und das hässlichste Geschöpf auf der Welt. Sie hatte triefende Augen, eine große Nase und kahle Augenbrauen. Sie war eine Plage, und Hassan wusste nicht, ob er sie für ein Schwein oder für eine schwarzgefleckte Schlange oder eine schäbige Wölfin halten sollte. Aber auch die Alte, welche Schawaii hieß, war sehr erstaunt, als sie Hassan bemerkte. »Wer bist du und wer hat dich hierher gebracht?« fragte sie Hassan. Hassan fiel vor ihr nieder, legte sein Gesicht auf ihre Füße, weinte und jammerte und flehte, sie, indem er die Schleppe ihres Kleides fasste, um Schutz an. Schawaii bemitleidete Hassan und versprach ihm ihren Schutz. Dann sagte sie ihm, »Nie ist es einem Menschen so etwas wie dir widerfahren, und stände dir nicht der erhabene Gott bei, so wärest du nicht mehr. Doch nun beruhige dich, mein Sohn, und sei frohen Mutes. Du hast nichts mehr zu fürchten, und wirst, so Gott will, dein Ziel erreichen.« Hierauf schickte die Alte sogleich nach der Generalleutnantin der Armee und befahl ihr, unter den Truppen bekannt zu machen, dass sie am folgenden Tage ausrücken müssten, indem jede zurückbleibende mit dem Tode bestraft werden sollte. Die Generalleutnantin ging, um Schawaiis Befehl zu vollziehen, und Hassan schloss daraus, dass die Alte an der Spitze der Armee stand. Nachdem diese noch verschiedene andere Befehle erteilt hatte und der Morgen heranbrach, rückten die Truppen aus, aber die Alte blieb bei Hassan und sagte ihm, »Tritt näher, mein Sohn, und sage mir, warum du trotz aller Gefahren in dieses Land gekommen bist. Sage mir die Wahrheit und verhehle mir nichts. Du gehörst nun zu den Meinigen, stehst unter meinem Schutze, und wenn du aufrichtig bist, so helfe ich dir in deinem Unternehmen und kostete es mein Leben. Fürchte nun gar nichts mehr, denn da du bei mir bist, so wird kein Mensch im ganzen Lande dir etwas zu Leide tun.« Als Hassan der Alten hierauf seine ganze Geschichte vom Anfang bis zu Ende erzählte, schüttelte sie ihren Kopf und sagte, »Gepriesen sei Allah, der dich gerettet und zu mir geführt hat. Wärest du einer anderen in die Hände gefallen, so hättest du gewiß den Tod gefunden. Aber dein Vorhaben ist wohlgesehen bei Gott, und deine wahre Liebe zu deiner Gattin und deinen Kindern wird dich ans Ziel deiner Wünsche führen. Ich will mein Möglichstes tun, dir zu helfen. Doch, mein Sohn, deine Gattin ist nicht hier. Sie wohnt auf der siebenden Insel Wakwak, und man hat von hier bis dahin sieben Monate lang Tag und Nacht zu reisen. Man kommt von hier aus zuerst in ein Land, welches das Land der Vögel genannt wird. Da schreien die Vögel und machen ein solches Geräusch mit ihren Flügeln, dass die Reisenden kein Wort mehr voneinander hören. Durch dieses Land hat man elf Tage zu reisen, dann kommt man in das Land der wilden Tiere. Dort lärmen Hyänen und Wölfe und Löwen auf eine solche Weise durcheinander, dass man ganz toll davon wird, und doch hat man zwanzig Tage lang in ihrer Mitte zu wandern. Hierauf kommt man in das Land der Genien. Dort stoßen die Geister ein lautes Geschrei aus, und man sieht nichts als sprühende Funken, Flammen und Rauch. Da kann man nichts mehr sehen noch hören und kaum vorwärts kommen. Da darf man gar nicht den Kopf umdrehen, oder man ist des Todes. Da muss der Reiter den Kopf auf den Sattelknopf legen und kann ihn drei Tage lang nicht aufheben. Dann kommt man an einen himmelhohen Berg und an einen Strom, der nach den Inseln Wackwack fließt. Nach einer Tagereise erhebt sich ein anderer Berg, welcher Wackwack heißt, weil auf diesem Berge Bäume sind, auf denen Köpfe wie Menschenköpfe wachsen, und die bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang rufen, Wackwack, gepriesen sei der Schöpfer. Die Armee der Sultanin dieser Inseln, die ein guter Reiter in nicht weniger als einem Jahr durchstreifen kann, besteht aus lauter Jungfrauen, und kein Mann darf sich sehen lassen. Ein Strom trennt uns von dem Lande, wo die männlichen Untertanen der Sultanin wohnen, aber nicht nur über Mädchen, sondern auch über eine unzählbare Menge Genien und Teufel und Zauberer, gebetet diese Sultanin. Wenn du dich also fürchtest und nicht weiter mit uns gehen willst, so schicke ich jemanden mit dir ans Ufer und lasse dich wieder auf einem Schiff in dein Vaterland bringen. Willst du aber bei uns bleiben, so steht es dir frei, du sollst so sicher sein, als wärest du in meinem Auge, bis du mit Gottes Willen dein Ziel erreicht haben wirst. »O Herrin«, rief Hassan aus, »ich werde mich nicht von dir trennen, solange ich lebe, bis ich meine Gattin und meine Kinder wiedergefunden.« »Nun«, versetzte Schawaii, »so fasse Mut, so Gott will, bringen wir dich ans Ziel. Ich will sogleich der Königin Nachricht von dir geben und ihre Hilfe ansprechen.« Hassan wünschte ihr viel Gutes, küßte ihre Hände und ihren Kopf und dankte ihr für ihren zugesagten Beistand. Hassan blieb nun über seine Lage nachdenkend bei Schawaii, weinte und rezitierte folgende Verse. »Der Moschus des Wiedersehens duftet, der Zephir weht von der Wohnung der Geliebten her, und ich gerate außer mir vor Liebesschmerz. Die Nacht der Vereinigung wird zum lichten Morgen und der Trennungstag zur schwarzen Nacht. Der Abschied von der Geliebten ist hart und das Leben fern von ihr eine grausame Qual. Ich finde keinen Zufluchtsort auf der ganzen Welt, keinen wahren Freund, dich vergessen ist unmöglich, ich höre nicht auf gemeine Tatler. O Einzige an Schönheit, auch meine Seele ist einzig, O du Unvergleichliche, mein Herz ist dahin. Wer dich liebt und Tadel scheut, ist Tadelns wert. Schawaii ließ dann die Trommel rühren, die Armee brach auf, Hassan im Meer seines Nachdenkens versunken, folgte der Alten, rezitierte allerlei Verse, und die Alte gab sich viele Mühe, ihn zu trösten und zu ermutigen. So gingen sie bis zur ersten Insel der Vögel. Als sie dahin kamen, hörten sie ein so lautes Gezwitscher, dass Hassan glaubte, die ganze Welt stürzte zusammen. Er wurde im Kopf verwirrt, verlor den Verstand, wurde ganz betäubt, fiel in Ohnmacht, war dem Tode sehr nahe und dachte bei sich selbst, wenn es im Lande der Vögel so zugeht, was wird's erst im Lande der wilden Tiere geben. Die Alte lachte ihn aus und sagte, mein Sohn, wenn du in der ersten Insel dich so benimmst, was willst du auf den anderen Inseln tun? Hassan wendete sich zu dem erhabenen Gott und erflehte seinen Schutz und seine Hilfe zur Erfüllung seiner Wünsche. Als sie nun in unterbrochenem Marsche das Land der Vögel durchzogen hatten, kamen sie in das der wilden Tiere. Da hörte Hassan ein Lärmen, das er glaubte, die ganze Welt drehe sich um. Dieses Geräusch war noch weit stärker als das der ersten Insel. Dann erreichten sie das Land der Genien, die Hassan so erschreckten, dass er es bereute, sich in ihr Land gewagt zu haben. Doch betete er zu Gott und entkam auch glücklich aus dem Tale der Genien. Sie gelangten hierauf an einen Fluß an dem Fuße eines sehr hohen Berges, schlugen an dessen Ufer ihre Zelte auf, und die Alte errichtete Hassan eine Bank von vergoldetem Zypressenholz, mit Perlen und Edelsteinen besetzt. Die Truppen stellten sich vor der Alten auf, die ihnen Speisen und Getränke bringen ließ, und als sie gegessen und getrunken hatten, entkleideten sie sich, um im Fluße zu baden und dann zu schlafen, denn nun hatten sie nichts mehr zu befürchten. Hassan verhüllte sein Gesicht, sodass man nur seine Augen sehen konnte, und da er neben Shavahi saß, hielt ihn niemand für einen Mann. Als daher die Mädchen ihre Kleider ausgezogen und im Fluße eine Abteilung nach der anderen sich badete, konnte Hassan die verschiedenartigsten Reize an diesen schönen Jungfrauen bewundern und an dem Lieblichsten, was Gott erschaffen, seine Augen ergötzen. Die Alte hatte absichtlich ausrufen lassen, die Mädchen sollten alle vor ihrem Zelte sich baden, damit, wenn Hassans Gattin unter ihnen sich fände, er sie erkenne. Aber Hassan sah seine Gattin nicht unter ihnen. Zuletzt kam eine Jungfrau mit zehn Sklavinnen und dreißig Dienerinnen, die sich ebenfalls entkleideten. Nachdem die Herrin allerlei Spaß und Mutwillen mit den Dienerinnen im Wasser getrieben hatte, stieg sie wieder ans Land, man trocknete sie mit seidenen Tüchern ab und brachte ihr Kleider und Schmuck von Genienarbeit, worauf sie wieder mit ihren Dienerinnen sich entfernte. Hassan war ganz außer sich, als er diese sah, und sagte der Alten, »Diese hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem fliegenden Mädchen, das ich auf dem Schlosse meiner Freundinnen gesehen, auch hat diese es ebenso mit ihren Dienerinnen gemacht, aber doch«, fuhr Hassan fort, »ist sie nicht meine Gattin, nein, bei meinem Leben, keine unter allen ist so schön und so hübsch gewachsen wie meine Gattin.« Die Alte bat Hassan, ihr einmal seine Gattin deutlich zu beschreiben. »Denn«, sagte sie, »ich kenne alle Mädchen auf der Insel Wackwack, ich bin ja ihre Anführerin und weiß ich einmal, welche deine Gattin ist, so werde ich mich bemühen, ihrer habhaft zu werden.« »Meine Gattin«, begann Hassan, »hat ein ovales Gesicht wie der leuchtende Mond, einen Wuchs wie die Zweige des Bahn, einen wohlgeformten Busen, schwarze Haare, einen feinen Körper, weiße Zähne, eine süße Zunge, sie hatte Lippen wie Korallen, Wangen wie zwei Rosen, mit einem kleinen braunen Mal, schwarze Augenbrauen, einen kleinen Mund und zart gebaute Hüften.« Da sagte die Alte, »beschreibe sie noch einmal.« Und Hassan setzte noch hinzu, »meine Gattin hat ein schönes ovales Gesicht, einen langen Hals, eine leuchtende Gesichtsfarbe, Wangen wie Anemonen, einen Mund wie ein Siegelring von Karneol, Zähne, die wie Perlen glänzen und zwischen denen Moschus hervorduftet.« Als die Alte dies hörte, beugte sie den Kopf eine Weile zur Erde, dann erhob sie ihn zu Hassan und sagte, »ich gehe durch dich zugrunde.« »So hätte ich dich nie gekannt, denn ich kenne nun deine Gattin. Sie ist die älteste Tochter des Königs, der über sämtliche Inseln Wackwack regiert. Öffne nur deine Augen und schärfe deinen Verstand und erwache aus deinem Schlafe, denn wenn diese deine Gattin war, so wirst du sie nie mehr wiedersehen. Zwischen dir und ihr ist so weit wie vom Himmel bis zur Erde. Kehre nur bald um, sonst gehen wir beide zugrunde.« Als Hassan dies hörte, weinte er, bis er in Ohnmacht fiel. Aber Gott hatte der Alten zu ihm so viel Liebe wie zu einem Sohne eingeflößt. Sie weinte neben ihm, bis er wieder zu sich kam. Dann sagte er, »Oh, meine Herren, wie soll ich jetzt umkehren, da ich nun einmal so weit gekommen bin? Ich hätte nie gedacht, dass du mich verlassen würdest.« Schawahi erwiderte, »Mein Sohn, ich glaubte, deine Gattin sei ein gewöhnliches Mädchen. Hätte ich gewusst, dass sie eine Prinzessin ist, so hätte ich dich nicht so weit kommen lassen. Doch, mein Sohn, du hast ja nun alle Mädchen gesehen. Sage mir, welche dir am besten von ihnen gefällt. Du sollst sie statt deiner Gattin haben. Denke dir, deine Gattin und ihre Kinder wären gestorben. Nimm daher eine andere und kehre in Frieden nach Hause zurück, ehe du dem König in die Hand fällst. Sonst kann ich nichts mehr für deine Rettung tun. Ich beschwöre dich. Tue dies und lass mich nicht deinen Untergang sehen.« Hassan schlug den Kopf zur Erde nieder und sprach weinend einige Verse, welche seine innige Liebe zu seiner Gattin aussprachen. Als er seine Verse vollendet hatte, sagte sie ihm jedoch noch einmal, »Mein Sohn, ich weiß nichts zu tun. Wenn ich mit dir in die Hauptstadt gehe, so ist's um dich geschehen, und wer weiß, was die Königin tun wird, wenn sie deine Ankunft erfährt, da doch sonst kein Mensch zu ihr gelangt. Und wie soll ich dich mitnehmen in die Stadt, wo die Jungfrauen, die du im Bade gesehen und die vor dir nie einen Mann erblickt haben, dich bald wieder erkennen?« Hassan schwor, er habe keinen unkeuschen Blick auf sie geworfen. Aber die Alte fuhr fort, »Mein Sohn, geh in deine Heimat zurück, suche dein Leben zu retten. Ich will dir das schönste Mädchen und die reichsten Schätze geben.« Hassan weinte, küßte ihr die Füße und sagte, »Da ich so weit gekommen bin, soll ich nun, ohne mein Ziel zu erreichen, umkehren? Jetzt, wo ich im Lande meiner Geliebten bin und ein baldiges Wiedersehen erwarte, vielleicht ist mir das Glück günstig.« Hierauf rezitierte er wieder Verse, klagte und jammerte so lange, bis Schawahi ihm schwor, sie wolle das Äußerste wagen, um ihn wieder in den Besitz seiner Gattin und Kinder zu setzen. Hassan fühlte sich wieder neu gestärkt und unterhielt sich den ganzen Tag mit der Alten. Des Abends trennten sich die Mädchen, ein Teil von ihnen ging in die Stadt, ein anderer in die Zelte, und Schawahi ging auch mit Hassan in die Stadt, führte ihn zu einem einsamen Platze, wo ihn niemand sehen konnte, damit die Königin noch nichts von ihm erfahre, bediente ihn selbst und erzählte ihm von der Härte und Strenge des Königs, seines Schwiegervaters. Hassan bat sie nochmals, ihn nicht zu verlassen, da er doch einmal auf sie sein Vertrauen gesetzt. Sie fing an, ernstlich darüber nachzudenken, wie sie den jungen Mann zu seiner Gattin bringen könnte, da er sich doch von nichts abschrecken ließ und keine Gefahr scheute, um nur wieder zu ihr zu gelangen, wie das Sprichwort sagt, der Liebende hört nicht die Worte des Gleichgültigen. Endlich beschloss sie Hassans Angelegenheit, der Königin dieser Insel, welche nur Alhuda hieß, vorzutragen. Diese war eine der sieben Schwestern von Hassans Gattin, und ihr Vater mit seinem Heer residierte auf einer anderen Insel, welche durch ein tobendes Meer von den übrigen Inseln getrennt war. Shawahi konnte ohne Schwierigkeit zu Nur Alhuda ins Schloss gehen, denn sie war ehedem Erzieherin der Prinzessinnen gewesen und stand noch bei ihnen und bei ihrem Vater in großem Ansehen. Als Nur Alhuda die Alte sah, stand sie vor ihr auf, umarmte sie und fragte sie nach der Veranlassung ihres Besuchs. Sie antwortete, »Bei Gott, o Königin der Zeit, ich habe eine Angelegenheit, in der du mir behilflich sein sollst. Ich würde sie dir nie mitteilen, wenn ich nicht so viel Vertrauen zu dir hätte.« »Was ist dein Anliegen?« fragte Nur Alhuda. »Erzähle nur. Kostete es mein Leben, so soll dir mein Beistand nicht fehlen. Ich, mein Gut, meine Truppen, alles steht zu deiner Verfügung.« Die Alte erzählte ihr Hassans Geschichte von Anfang bis zu Ende. Sie zitterte aber wie ein schwaches Rohr bei stürmischem Wetter und rief, »Gott bewahre mich vor der Strenge der Königin!« Als sie ihr gestand, dass sie ihm am Ufer Schutz gewährt, ihn bewaffnet mit zur Armee genommen und nun in der Stadt verborgen habe. Auch setzte sie hinzu, »Sieh, meine Tochter, ich habe ihn vor deiner Strenge gewarnt!« Aber er weinte, rezitierte Verse und sagte, »Lieber will ich sterben, als ohne meine Gattin und Kinder leben. Ich habe nie mehr Unerschrockenheit gesehen, als er besitzt. So sehr hat sich die Liebe seiner bemächtigt.« Als die Alte vollendet hatte, geriet Nur Alhuda in heftigen Zorn, schlug den Kopf eine Weile nieder, hob ihn dann wieder zur Alten hin und sagte, »Du verruchte Alte! Wer hat dir die Macht gegeben, uns einen Mann hierher zu bringen? Hast du je ein solches Beispiel erlebt?« »Bei meinem Haupte! Wärest du nicht meine Erzieherin und Dienerin, ich würde dich gleich mit ihm in erbärmlichster Weise umbringen lassen, dass deine Geschichte überall als Warnung diene.« »Doch, geh jetzt und bring ihn schnell hierher, oder ich lasse dir den Kopf abschlagen, du Verdammte!« Die Alte ging ängstlich bebend fort und wusste nicht, ob sie im Himmel oder auf der Erde war und dachte, »Das ist ein Unglück, das mir Gott zugeschickt hat.« Als sie zu Hassan kam, sagte sie zu ihm, »O du, dessen Lebensziel herangenat, steh auf! Die Königin will dich sprechen!« Auf dem Wege nach dem Schlosse hörte Hassan nicht auf, den Namen Gottes zu erwähnen und ihn um Beistand in seiner Bedrängnis anzuflehen, während die Alte ihn belehrte, wie er mit der Königin sprechen sollte, worauf er antwortete, »Wenn das göttliche Urteil gefällt ist, so wird der Hellsehende doch blind!« Im Schloss angelangt warf sich Hassan vor der Königin, die verschleiert war, nieder, grüßte sie und sprach folgende Verse. »Lang dauert dir ein überschwängliches Glück, solange die Welt besteht. Gott, vermehre stets deinen Ruhm und deine Macht und stehe dir gegen alle deine Feinde bei!« Als Hassan diese Verse gesprochen hatte, gab die Königin der Alten durch einen Wink zu verstehen, sie möchte statt ihrer Hassan anreden. Da sagte die Alte, »Mein Sohn, die Königin erwidert dir deinen Gruß und fragt dich, wie du heißt und wie deine Gattin und deine Kinder heißen.« Hassan antwortete, »O Königin der Zeit, dein Sklave heißt Hassan, meine Heimat ist Basra, von meinen Kindern heißt das eine Nasir und das andere Mansur, den Namen meiner Gattin aber weiß ich selbst nicht.« Hierauf fragte ihn die Königin selbst, »Aus welchem Orte hat deine Gattin deine Kinder entführt?« Hassan erwiderte, »Aus Bagdad, o Königin.« Hierauf fragte sie, »Was hat deine Gattin gesagt, als sie mit ihren Kindern davonflog?« Hassan antwortete, »Sie hat meiner Mutter gesagt, wenn dein Sohn wiederkehrt und die Nächte der Trennung langfindet und sich nach mir sehnt, so soll er zu mir auf die Inseln Wackwack kommen.« »Dies beweist,« versetzte die Königin, »dass sie dich noch liebt. Wie kannst du glauben, sie sei dir nicht mehr zugetan? Wäre dies der Fall, so hätte sie dir ihren Aufenthaltsort nicht genannt und dich nicht aufgefordert, ihr dahin zu folgen.« Hassan antwortete, »O Herrin aller Könige, Zuflucht der Reichen und der Armen, ich habe dir alles gesagt, wie es sich ereignet hat und gar nichts verheimlicht. Nun erflehe ich deinen Schutz. Bei dem erhabenen Gott, habe Mitleid mit mir und verschmähe diese gute Tat und den Lohn vom Herrn nicht, lindere meinen Schmerz und erfreue mein Auge durch die Vereinigung mit meiner Gattin und meinen Kindern.« Nur Alhuda schüttelte lange den Kopf. Endlich hob sie ihn ernst gegen Hassan hin und sagte, »Ich werde dir alle Mädchen von der Insel vorstellen und aus Mitleid zu dir deine Gattin dir wiedergeben, wenn du sie unter ihnen erkennst. Findest du sie aber nicht, so lasse ich dich vor der Tür meines Schlosses hängen.« »Gern«, rief Hassan aus, »nehme ich diese Bedingung an, Königin der Zeit.« Er rezitierte dann folgende Verse. »Ihr habt Liebesschmerz in mir erregt und seid selbst ruhig. Ihr schlaft, während ihr meinen wunden Augen den Schlaf geraubt habt. Ihr habt mir Treue geschworen und wurdet treulos, als ich euch mein Herz geschenkt. Ich war ein Neuling in der Liebe, als ich mich euch hingab. Seid nicht grausam gegen mich, sonst beklage ich mich über euer Unrecht. Fürchtet ihr nicht Gott, wenn ihr einen Liebenden tötet, der des Nachts die Sterne beobachtet, während andere schlafen? Bei Gott! O meine Genossen! Wenn ich sterbe, so schreibt auf meinen Grabstein, »Hier ruht ein Märtyrer der Liebe. Vielleicht wird einer, der gleich mir die Liebe kennt, wenn er vorübergeht, mich grüßen.« Nur Alhuda erteilte hierauf den Befehl, dass alle Mädchen ins Schloss kommen sollten. Die Alte musste sie Hassan hundertweise vorführen, bis zuletzt kein Mädchen in der Stadt übrig blieb, das Hassan nicht gesehen hätte. Die Königin fragte ihn dann, »Hast du deine Gattin gefunden?« Und als er »Nein« antwortete, geriet sie in heftigen Zorn und sagte zu der Alten, »Lass nun alle Mädchen aus dem Schlosse herkommen und stelle sie ihm vor.« Als auch diese ihm vorgestellt wurden und er seine Gattin nicht sah, zitterte die Königin nur Alhuda vor Zorn und befahl den Leuten, die sie umgaben, Hassan wegzuschleppen und ihn zu enthaupten, damit ein andermal sich kein Fremder mehr erkühne, ihr Land zu betreten. Hassan wurde auf dem Gesicht fortgeschleppt, man verband ihm die Augen, hob die Schleppe seines Kleides in die Höhe und der Scharfrichter stand schon mit entblößtem Schwerte da und erwartete nur den Wink der Königin, um ihn zu enthaupten. Da trat die Alte hervor, ergriff die Schleppe der Königin, küßte die Erde vor ihr und sagte, »O Königin, bei der Erziehung, die ich dir gegeben, übereile dich nicht. Du weißt, in welche Gefahr sich dieser arme Mann schon begeben und wie vielen Leiden und Schrecknissen er schon getrotzt hat, weil das Auge des Himmels über ihm wachte und ihm ein langes Leben bestimmt war. Nun ist er in dein Land gekommen im Vertrauen auf deine Gerechtigkeitsliebe und du willst ihn töten lassen? Alle Reisenden werden dich eine Feindin der Fremden und eine Mörderin nennen. Übrigens fällt er ja immer deinem Schwert anheim, wenn seine Gattin sich später nicht findet, du kannst ihn ja immer noch umbringen lassen. Ich habe ihm nur in der Hoffnung auf deine Güte Schutz gegeben und weil ich auf deine Billigkeit und Gnade vertraute. Sieh nur, wie berät er ist, wie er all seine Gefühle in Versen auszudrücken weiß. Seine Worte sind wie aneinandergereihte Perlen und da er doch einmal hier ist und mit uns gegessen hat, so müssen wir ihn lieben und bedenken, wie schwer die Trennung ist. Sie ist der Tod, besonders die von den Kindern. Du sollst in dessen schuldlos an seinem Tode sein, wenn du ihm auch dein Antlitz zeigst. Tust du das aber nicht, so lasse mich nur mit ihm umbringen. Die Königin sagte lächelnd, sollte ich etwa seine Gattin sein? Doch, bringt ihn her! Hassan wurde wieder zur Königin geführt und als sie sich vor ihm entschleierte, stieß er ein lautes Geschrei aus und fiel in Ohnmacht. Die Alte pflegte ihn, bis er wieder zu sich kam, aber sobald er einen zweiten Blick auf die Königin warf, sank er wieder bewusstlos zu Boden. Als Hassan sich durch die Pflege der Alten wieder erholt hatte, sah er der Königin wieder ins Gesicht und schrie so laut, bis fast das Schloss zusammenstürzte. Auf die Frage der Alten, was dies bedeute, antwortete er, diese ist entweder selbst meine Gemahlin oder hat mit ihr die vollkommenste Ähnlichkeit. Da sagte die Königin zur Erzieherin, der Mensch ist rasend oder er lügt, denn wie würde er sonst sagen, ich sei seine Gattin? Entschuldige ihn, rief die Alte, denn wer an Liebesqual leidet, für den gibt's kein Mittel mehr, der gleicht einem Rasenden. Hassan weinte und sprach folgende Verse Ich sehe ihr Ebenbild und zerfließe vor Sehnsucht und vergieße heiße Tränen auf ihrem Wohnorte und bete zu dem, der mich mit ihrer Trennung heimgesucht, dass er mich wieder mit ihrer Vereinigung beglücke. Dann sagte Hassan wieder zur Königin sich wendend, Nein, bei Gott du bist es nicht. Die Königin sagte lachend, Fasse dich, lass deine Tollheit und Raserei, sieh mich recht an und erkläre dich deutlicher, vielleicht ist deine Hilfe nahe. Hassan sagte, O Herrin aller Könige, Zuflucht der Reichen und der Armen, ich habe dich wohl betrachtet und gefunden, dass du meine Gattin bist oder ihr vollkommen gleichst, was willst du mehr von mir wissen? Sage mir, erwiderte die Königin, worin hat deine Gattin Ähnlichkeit mit mir? Hassan antwortete, sie hat deine leuchtende Stirn, die Röte deiner Wangen, deinen hübschen Wuchs, deine süßen Worte, deine schöne Gesichtsbildung, deine lieblichen Augen, deinen blendend weißen Tein. Als die Königin dies hörte, lächelte sie, schaukelte sich hin und her und warf einen wohlgefälligen Blick auf sich selbst. Schweißtropfen bedeckten ihre Stirn, ihre Wangen röteten sich, ihre Augen braun wölbten sich und ihre Augen sprühten Feuer. Mit der größten Lebhaftigkeit sagte sie zur Alten, führe Hassan wieder in seine Wohnung zurück, dort bediene ihn selbst, bis ich über ihn ins Klare komme, denn ein Mann, der aus Liebe zu seiner Gattin so viel tut, verdient unsere Hilfe. Hast du ihn zurückgeführt, so komme schnell wieder zu mir und so Gott will, wird alles zum Besten enden. Die Alte ging hierauf mit Hassan in ihre Wohnung und befahl ihren Sklavinnen alles zu tun, was er von ihnen verlange. Dann kehrte sie wieder zur Königin zurück, die ihr befahl, sich zu bewaffnen und mit tausend wackeren Reitern sich zu ihrem Vater zu begeben, ihre jüngste Schwester zu grüßen und sie zu bitten, sie möchte den Kindern die Panzer anziehen, die ihnen ihre Tante geschenkt und sie erschicken, denn sie sehne sich sehr nach ihnen, empfahl ihr aber ja nichts von Hassan zu erwähnen. Hast du einmal die Kinder bei dir, fuhr die Königin fort, so lade auch meine Schwester zu einem Besucher ein, eile du aber mit den Kindern voraus, sie mag langsam nachkommen. Nimm du auch einen anderen Weg als sie, reise Tag und Nacht, halte dich keinen Augenblick auf der Reise auf und kehre sobald als möglich mit den Kindern zu mir zurück. Hüte dich aber wohl, einem Menschen etwas von deinem Auftrage zu sagen, ich schwöre dir dafür den heiligsten Eid, dass, wenn meine Schwester seine Gattin ist, ich sie ihm wiedergeben und mit ihren Kindern in seine Heimat reisen lasse. Ich will nun sehen, wenn die Kinder Ähnlichkeit mit ihm haben, so glaube ich ihm, sage ihr, dass ich sie schon lange nicht gesehen habe und ich mich nach ihr sehne. Du hast gehört, wie Hassan sagte, sie habe vollkommene Ähnlichkeit mit mir, und Gott weiß, dass eine Frau, wie sie beschrieben, keine andere als meine jüngere Schwester Manah Alnisa sein kann. Die Alte traute diesen Worten und wusste nicht, dass sie beschlossen, Hassan töten zu lassen, wenn ihre Schwester nicht seine Gattin sein sollte. Sie küßte die Erde vor ihr, gab Hassan Nachricht von den Befehlen der Königin, und dieser, ganz außer sich vor Freude, küßte der Alten die Stirn, sie aber sagte, küsse mich nicht auf die Stirn, sondern auf den Mund, als Zeichen des Dankes für dein Heil. Sie sagte ihm dann noch, sei heiter und frohen Mut ist, mein Sohn, so Gott will, wirst du durch mich an dein Ziel gelangen. Die Alte bewaffnete sich dann, nahm tausend ausgerüstete Streiter mit, stieg ins Schiff und fuhr in drei Tagen nach der Insel, wo der König mit Manah Alnisa residierte. Sie ließ ihre Truppen vor der Stadt lagern und ging allein zur Prinzessin Manah Alnisa, grüßte sie und sagte ihr, die Königin ist böse, dass du sie so selten besuchst. Manah Alnisa ließ sogleich die Zelte zur Reise hervorholen und legte allerlei Geschenke für ihre Schwester zurecht. Auch der König, welcher von der Terrasse aus die Zelte vor der Stadt sah und hörte, dass nur Alhuda ihre Schwester Manah Alnisa zu sich eingeladen habe, ließ allerlei Kostbarkeiten aus seiner Schatzkammer holen, um sie ihr zu schicken. Auch ließ er viele Truppen zu ihrer Begleitung ausrücken, denn er hatte eine besondere Vorliebe zum Manah Alnisa, das heißt Frauenlicht, welche die einzige Tochter ihrer Mutter war. Die anderen sechs Töchter waren von einer anderen Mutter. Die älteste hieß Licht der Leitung, nur Alhuda, die zweite Morgenstern, die dritte Morgensonne, die vierte Perlenbaum, die fünfte Herzenserquickung und die sechste Mädchenkrone. Als die Alte die Vorbereitungen zur Reise sah, erschien sie wieder vor Manah Alnisa und küßte die Erde vor ihr und auf ihre Frage, ob sie noch ein Anliegen habe, antwortete die Alte, Deine Schwester bittet dich, deinen Kindern die Panzer anzuziehen, die sie dir geschickt hat, um sie mir mitzugeben, dass ich ihr dadurch die freudige Botschaft von deiner Ankunft bringe. Als sie dies hörte, erblasste sie, senkte ihr Haupt und sagte, O meine Amme, mein Herz bebt vor Angst. Fürchtest du für sie bei deiner Schwester? fragte Schawaii. Bewahre Gott vor einem solchen Gedanken, Gott erhalte deinen Verstand, doch ich zürne dir nicht, die Liebe ist immer aber gelobt sei Gott, du kennst meine Zärtlichkeit gegen Kinder, ich habe dich ja auch einst erzogen und all deine Schwestern, ich werde auf deine Kinder acht geben und sie mit meinen Augen bedienen, ich werde ihnen meine Wangen als Teppich unterlegen und sie in meinem Herzen aufbewahren, du brauchst sie mir nicht zu empfehlen, sei nur guten Mutes und schicke sie deiner Schwester, ich werde höchstens ein oder zwei Tage vor dir ankommen. Die Alte schwatzte noch lange sofort, bis Manah Al-Nesar aus Furcht ihre Schwester zu erzürnen, ihr nachgab und trotz einer geheimen Ahnung ihre Kinder mit ihr schickte. Die Alte war sehr sorgsam für die Kinder und reiste schnell mit ihnen fort und brachte sie ihrer Tante nur Al-Huda. Diese freute sich sehr mit ihnen, küßte sie, drückte sie an ihre Brust und setzte sich zwischen sie. Dann sagte sie zur Alten, bring jetzt Hassan her, ich habe ihm meinen Schutz versprochen und er hat nichts von meinem Zorne zu befürchten, da er doch einmal meine Wohnung betreten und so viele Gefahren überstanden hat. Die Alte sagte, ich will ihn holen, doch wenn er kommt und diese Kinder die Seinige nennt, so musst du sie ihm geben, wenn nicht, so musst du ihn unbeschädigt in seine Heimat zurückschicken. Als die Königin dies hörte, rief sie zornig aus, woher kommt diese Liebe zu einem Fremdling, der es wagt, zu uns zu kommen und unsere Geheimnisse zu erforschen? Er wird dann erzählen, dass er uns unverschleiert gesehen hat und uns in seinem Lande einen schlechten Ruf machen. Alle Könige und Kaiser werden davon hören, alle Karawanen werden die Neuigkeiten umher tragen und selbst alle Kaufleute werden sagen, es ist jemand auf die Inseln wackwack gekommen und hat das Land der Zauberer, der Wahrsager, der Geister, der Vögel und der wilden Tiere glücklich durchstreift. Das geschehe nie. Ich schwöre bei dem, der die Himmel gebaut, die Erde sind. So schlage ich ihm selbst den Kopf ab. Nur Alhuda schrie dann die Alte an und befahl zwanzig Mameluken, mit ihr zu gehen und ihr sogleich den jungen Mann zu bringen, der in Schawahis Haus sich aufhalte. Die Alte wurde blass, ihre Achseln zitterten, alle ihre Gelenke waren gelähmt und kaum hatte sie Kraft genug, mit den Mameluken in ihr Haus zu gehen. Als Hassan sie sah, stand er auf und grüßte sie, sie aber erwiderte seinen Gruß nicht, sondern sagte ihm, habe ich dich nicht lange genug gewarnt, warum hast du mir kein Gehör geschenkt und mich mit in dein Elend gezogen? Nun geh, die treulose Verräterin will dich sprechen. Hassan stand mit zerknirschtem Herzen auf und rief, am Leben verzweifelnd, O Herr des Friedens, barmherziger. Er ging dann in der Mitte von zwanzig Mamelucken, einem Pförtner und der Alten zur Königin und sah, wie sie mit seinen beiden Kindern Nasir und Mansur spielte. Soviel, was nur Al-Huda und Hassan angeht, was aber Manah Al-Nisa betrifft, so wollte diese am folgenden Morgen sich auf den Weg machen, als ein Pförtner des Königs ihr sagte, der König grüßt dich und wünscht dich bei sich zu sehen. Ihr Vater ließ sie, als sie mit dem Pförtner vor ihm erschien, auf das Sofa an seiner Seite sitzen und sagte zu ihr, wisse, meine Tochter, ich habe diese Nacht einen Traum gehabt, der mir Besorgnisse für dich einflößt. Was hast du im Traume gesehen? fragte die Prinzessin. Ich habe im Traume eine Schatzkammer gesehen, angefüllt mit Perlen und Edelsteinen, doch von allen Kostbarkeiten gefielen mir nur sieben Perlen. Von diesen sieben wählte ich die kleinste, welche die schönste und klarste war. Sobald ich aber, glücklich sie zu besitzen, sie in die Hand nahm, da kam ein Vogel aus einem fremden Lande vom Himmel heruntergestürzt, nahm mir die Perle weg und kehrte wieder dahin zurück, wo er hergekommen war. Dies machte mich so traurig, dass ich erwachte und noch wachend den Verlust der Perle bedauerte. Ich ließ daher die Traumdeuter rufen und erzählte ihnen meinen Traum. Sie sagten mir, du wirst die jüngste deiner sieben Töchter verlieren und zwar wird sie dir mit Gewalt entrissen werden. Diese bist du meine teuerste und nun willst du zu deiner Schwester reisen. Wer weiß, was dir zustoßen kann, gehe also nicht, kehre wieder in dein Schloss zurück. Als Manah Al-Nisa die Worte ihres Vaters hörte, klopfte ihr das Herz vor Angst für ihre Kinder. Sie beugte eine Weile den Kopf, hob ihn dann wieder gegen den König auf und sagte, O edler König und mächtiger Herr, die Königin Nur Al-Huda hat mich eingeladen und erwartet mich jede Stunde, denn sie hat mich schon in vier Jahren nicht gesehen. Wenn ich nicht zu ihr reise, wird sie böse werden. Mache dir nur keine Sorge um meinet Willen. Das Höchste ist, dass ich einen Monat von ihr abwesend sein werde. Dann kehre ich so Gott will wieder. Wer erreicht denn dieses Land? Wer betritt die Kampferinseln und die kristallene Zitadelle? Wer durchwandert die Inseln der Vögel, Tiere und Geister? Sei nur ruhig, niemand kann unser Land betreten. So sprach sie fort, bis ihr der König erlaubte abzureisen und ihr tausend Reiter als Geleit mitgab, denen er befahl, auf sie zu warten und sie wieder zu ihm zurückzubringen. Dabei erteilte er ihnen auch den Befehl, die Prinzessin nur zwei Tage bei ihrer Schwester zu lassen. Manah Al-Nisa nahm dann mit beklommenem, ahnungsvollem Herzen vom König Abschied, dessen Worte tiefen Eindruck auf sie gemacht hatten, und reiste aus Besorgnis für ihre Kinder, ohne sich irgendwo aufzuhalten, drei Tage und drei Nächte durch, bis sie an den Fluss kam, den sie mit ihren Sklaven und Dienern und Visieren überschritt, um in das Schloss ihrer Schwester zu gelangen. Ende von Abschnitt 16 Abschnitt 17 von Tausend und eine Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Geschichte des Hassan aus Basra und der Prinzessinnen von den Inseln Wakwak Teil 5 Folgendes hatte sich inzwischen mit Hassan, der schon früher zu Nur Alhuda geführt wurde, zugetragen. Sobald er seine Kinder sah, fiel er bewusstlos nieder, aber auch in seinen Kindern regte sich die kindliche Liebe. Sie entwischten aus dem Schoße ihrer Tante und fielen über Hassan her, und der erhabene Gott legte ihnen die Worte »O Vater« in den Mund. Die Alte und die Anwesenden bis zu Tränen gerührt, riefen »Gelobt sei Gott, der die Getrennten wieder vereinigt hat«. Und Hassan wieder zum Bewusstsein zurückgeführt, umarmte seine Söhne und drückte seine Freude in zierlichen Versen aus. Wir aber beten für unseren Herrn Mohammed, den Meister der Wundertaten. Als nur Alhuda sich überzeugt hatte, dass Hassan Vater dieser Kinder und Gatte ihrer Schwester war und sie jetzt aufsuchte, zürnte sie ihrer Schwester sehr, auch Hassan überhäufte sie mit Schmähungen und trat ihn mit Füßen, bis er umfiel. Dann sagte sie zu ihm, »Steh auf und rette schnell dein Leben, denn hätte ich nicht geschworen, dass dir nichts Schlimmes widerfahren dürfe, wenn deine Worte sich bestätigen, so wäre deinem Leben von meiner eigenen Hand schon ein Ende gesetzt. Sie schrie dann die Alte so heftig an, dass sie zu Boden fiel und sagte ihr, »Bei Gott, müsste ich nicht meinen Eid brechen, ich hätte dich mit ihm auf die schlimmste Weise umgebracht. Geh jetzt schnell in deine Heimat zurück, sagte sie, wieder zu Hassan sich wendend, denn ich schwöre, wenn ich dich wiedersehe, schlage ich dir und dem, der dich herbringt, den Kopf ab.« Sie ließ dann Hassan von ihren Sklavinnen wegführen. Hassans Verzweiflung war jetzt größer als jemals, er sah die Unmöglichkeit ein, länger auf diesen Inseln zu verweilen und wusste auch nicht, auf welche Weise er wieder seine Heimat erreichen könnte. Indessen dachte er immer an seine Gattin und richtete folgende Verse an sie, »Du hast dich entfernt und bist doch meinem Herzen so nahe. Bei Gott, ich werde dich nie aufgeben, bei allem Missgeschick will ich doch in meiner Liebe ausharren. Ich konnte einst keine Stunde von dir getrennt leben, wie soll ich eine Abwesenheit von Monaten ertragen? Ich bin eifersüchtig auf den C4, der dich anweht, oh, du Holde, Schöne!« Als Hassan diese Verse vollendet hatte, entfernte er sich vom Schlosse, aus dem man ihn auf dem Gesicht hinausgeschleppt hatte, stolperte aber immerfort über seine Schleppe und konnte nach solcher Misshandlung kaum an seine Rettung glauben. Die Alte war höchst betrübt um seinetwillen, doch konnte sie der Königin in ihrem Zorne nicht widersprechen. Hassan wußte nicht, wohin sich wenden und was beginnen, und die weite Erde schien ihm zu eng. Indessen, ob schon Hassan niemanden hatte, den er um Rat fragen konnte, führte ihn doch die Bestimmung ans Ziel seiner Wünsche. Er selbst hatte zwar alle Hoffnung auf ein glückliches Entkommen schon aufgegeben, denn wie wollte er alle jene Wege, auf welchen er gekommen war, wieder allein zurücklegen? Auch für seine Kinder und seine Gattin fing er an zu fürchten, weil er nicht wußte, was ihnen von der Königin bevorstehe. Jetzt erst bereute er es, in dieses Land gekommen zu sein und keinen Rat angenommen zu haben und sprach folgende Verse. »Lasst mein Auge über den Verlust meiner Geliebten weinen, denn mein Schmerz ist so groß, dass es keinen Trost für mich gibt. Die Trennungskerche machten die Runde, ich mußte sie ausschlürfen, und was ist herber als der Verlust der Geliebten? Sagt mir, wann wird der Teppich des Unwillens, der zwischen uns ausgebreitet ist, wieder aufgehoben werden? Ich wachte, während ihr schliefet. Ihr glaubtet, ich habe euch vergessen, während ich trostlos bin. Mein Herz ist verwundet vom Trennungsschmerz, und ihr, mein Arzt, versagt mir die Heilung. Seht ihr nicht, in welche Lage mich eure Entfernung gebracht? Ich demütige mich vor den Würdigen und dem Unwürdigen. Sorgsam hatte ich meine Liebe verborgen, doch die Tränen haben sie bekannt gemacht, und mein Herz verzehrt sich in Liebesflamme. Habt Mitleid mit mir, denn ich bin dem Bündnisse treu geblieben, öffentlich und innerlich. Wird wohl das Schicksal uns einst wieder vereinen? Du bist wohl ein Teil meiner selbst, und meine Seele ist eng mit der Deinigen verbunden, darum, Geliebte, gib mir bald Nachricht und heile die Trennungswunde, die du mir geschlagen. Hassans Gattin, welche einige Tage nach dieser Begebenheit bei ihrer Schwester anlangte, fand ihre Kinder weinend und immer ihren Vater rufend. Sie drückte ihre Kinder selbst weinend an ihr Herz und sagte ihnen höchst bestürzt, wie fällt euch jetzt euer Vater ein, ich habe mir das selbst angetan, ich habe selbst mein Haus verwüstet bei Gott, wüsste ich ihn noch beim Leben, ich würde euch zu ihm führen. Sie seufzte dann, vergoss viele Tränen der Reue über ihre Flucht und der Sehnsucht nach ihrem Gatten und sprach folgende Verse. O mein Freund, trotz der Entfernung liebe ich dich noch immer, stets wendet sich mein Auge nach deiner Wohnung und mein Herz ist voller Erinnerung an die Vergangenheit. Wie manche Nacht haben wir selig beisammen zugebracht, voller Zärtlichkeit und Liebesfreude. Da nur Alhuda aus diesen Versen schloß, dass die alte Liebe sich wieder ihrer Schwester bemeistert hatte, stand sie zornig auf und schlug ihr so derb ins Gesicht, dass sie zu Boden stürzte. Hierauf schimpfte sie auf gemeinste Weise und sagte, bei Gott, jetzt sehe ich erst, dass du in Wahrheit diesem hergelaufenen Mann geliebt hast, konntest du denn keinem Prinzen, keinem Vesierssohne, keinem jungen Emir deine Liebe schenken? Wie konnte dir dieser gemeine Mann so gefallen, dass du dich ihm ganz hingabst und zwei Kinder von ihm gebarst? Aber, du Nichtswürdige, ich werde dich und deine Kinder auf deiner Brust schlachten, doch zuerst will ich dich aufs Schmerzlichste peinigen, und so wie du unsere Ehre nicht geschont hast, werde ich dein Fleisch schonungslos zerreißen und es dir zu essen geben. Auch deinem Vater will ich deine Schandtat erzählen. Sie ließ sie dann gebunden auf den Boden hinstrecken, schob ihre Ärmel zurück, fiel mit einem Stock über sie her und ließ keine Stelle an ihrem ganzen Körper, die sie nicht durchprügelte, bis sie ganz leblos liegen blieb. Sie ließ sie dann in eine Grube werfen, in welcher Schlangen und Skorpione waren, statt der goldenen Ringe ließ sie ihr eine schwere eiserne Kette anlegen, statt ihrer kostbaren Kleider ganz zerlumpte anziehen, sogar ihren Kopfputz ließ sie ihr abnehmen. Nachdem sie eine Wache vor die Grube beordert hatte, durchmusterte sie die Geschenke ihres Vaters und ihrer Schwester, nahm einen Teil davon heraus und legte das Übrige in ihre Schatzkammer. Hierauf schrieb sie ihrem Vater, »Wisse, dass deine Tochter einen hergelaufenen Mann von Irak geliebt und von ihm zwei Kinder geboren hat. Sie liebt ihn noch und wollte ohne dein Wissen zu ihm reisen. So wenig liegt ihr an unserer Ehre und deinem makellosen Rufe. Eine solche Dürne verdient nicht länger zu leben, darum habe ich, sobald ich ihre Absicht zu entfliehen kannte, sie einsperren lassen, bis ich dich um Rat gefragt, was mit ihr und ihren Kindern geschehen soll, damit diese Schande nicht für ewige Zeiten auf uns hafte. Diesen Brief schickte sie mit den Truppen, die ihre Schwester zu ihr begleitet hatten, fort und befahl ihnen, ihr schnell wieder Antwort zu bringen. Sobald der König den Brief gelesen hatte, antwortete er darauf seiner Tochter, wenn das, was du mir geschrieben, erwiesen ist, so verfahre mit Manar Al-Nisa, wie es dir gut dünkt, ich überlasse dir diese Sache, entscheide, wie du willst, Friede sei mit uns. Als die Königin diesen Brief wieder erhielt, ließ sie ihre Schwester zu sich führen. Diese schwamm in ihrem Blute, hatte ein herrenes Gewand an, war mit schweren eisernen Ketten beladen, und auf ihrem Gesicht war die tiefste Demütigung und Verzweiflung zu lesen. Als sie sich in solcher Erniedrigung sah und an ihr früheres angenehmes Leben und an ihr früheres Ansehen dachte, sprach sie folgende Verse. Habt Mitleid mit der einst Geehrten, die jetzt im Kerker schmachtet mit schweren Ketten, gepeinigt und verhöhnt. Wer vermag bei so langer Trennung mein Herz zu trösten? Könnte ich doch vor Schmerz sterben? Wie leicht wäre mir der Tod? O Schicksal, das uns einst so günstig war, wie lange wirst du noch Trennung über uns verhängen? Nur Alhuda, bei der jedes Mitleidsgefühl gegen ihre Schwester erloschen war, spie vor ihr aus, ließ sie auf eine hölzerne Leiter hinstrecken und mit ihren Haaren daran festbinden und befahl ihren Dienern, sie zu prügeln. Manah Alnisa weinte laut und schrie um Hilfe, doch niemand kam, sie zu befreien. Sie sagte dann, O Schwester, bist du auch gegen mich hartherzig, so habe doch mit diesen kleinen Kindern Mitleid. Aber nur Alhuda wurde durch diese Worte nur noch mehr aufgebracht, schallt ihre Schwester eine Buhlerin und sagte, Gott erbarme sich dessen nicht, der mit dir Mitleid fühlt. Und was habe ich denn verbrochen, dass du so gegen mich verfährst? fragte Manah Alnisa. Ich rufe den Herrn der Erde und des Himmels als Zeugen an, dass ich mich gesetzmäßig verheiratet habe. Ich verdiene daher die Schmach nicht, die du auf mich häufst. Ich habe nie ein unsittliches Leben geführt. Gott weiß, dass ich die Wahrheit rede. Als die Königin dies hörte, sagte sie, du wagst es noch, dich zu rechtfertigen? fiel dann selbst über sie her und schlug sie, bis sie in Ohnmacht fiel. Man musste sie lange mit Wasser bespritzen, bis sie wieder zu sich kam. Endlich brach sie in folgende Verse aus. Wenn ich schuldig bin und ein Unrecht begangen habe, so bereue ich es und bitte um Gnade. Nur Alhuda schrie voller Wut ihre Schwester an. Du Dörne wagst es noch, dich in meiner Gegenwart bei deinem geliebten in Versen zu entschuldigen, dass sich dann eine Rute bringen, schob die Ärmel zurück und schlug sie wieder auf den Rücken, auf den Leib, auf die Schultern und den ganzen übrigen Körper. Dann ruhte sie sich ein wenig aus, fiel aufs Neue über sie her, bis sie kein Lebenszeichen mehr von sich gab. Als die Alte dies sah, ging sie weinend fort und verwünschte die Königin. Diese hörte es aber, ließ sie durch ihre Diener ergreifen und auf den Boden werfen, nahm eine Peitsche und schlug sie auch, bis sie in Ohnmacht fiel. Dann ließ es sie bewusstlos von den Dienern wieder fortschleppen. Das ist, was die Königin, ihre Schwester und die Alte angeht. Nun, sagte Erzähler, höre, was inzwischen mit Hassan sich ereignete. Dieser hatte mühsam sich bis vor das Tor der Stadt geschleppt und war so in dass er den Tag nicht mehr von der Nacht zu unterscheiden wusste. Außerhalb der Stadt ruhte er unter einem Baume aus, weinte über seine Verlassenheit und rezitierte folgende Verse. Lass der Bestimmung nur die Zügel frei und bekümmere dich um nichts, wenn auch die Unglücksfälle dich überfallen, denn in dem Augenblick, wo du darüber dich entsetzest, kann Gott schon alles wieder geändert haben. Als Hassan diese Verse gesprochen hatte, schöpfte er wieder neue Hoffnung auf Rettung und Vereinigung. Als er aber einige Schritte in der einsamen gefahrvollen Wüste gemacht hatte, kehrte seine Verzweiflung wieder und er rezitierte folgende Verse. O Cephir, wenn du durch das Land meiner Geliebten wehst, so grüße sie und sage ihr, dass ich ein Sklave der Liebe bin und dass meine Pein jede andere übertrifft, vielleicht bringst du mir ihren Hauch wieder und belebst damit ein stets betrübtes Herz. Er entfernte sich dann vom Baume und ging den Fluß entlang. Da sah er zwei Knaben von den Söhnen der Zauberer und Weisssager miteinander streiten. Vor ihnen lag ein kupferner Zepter, auf welchem allerlei Talismane gestochen waren und eine kleine lederne Mütze, deren oberer Teil aus drei Stücken zusammengesetzt war, auf welchem in Stahl Namen und Siegel gestochen waren. Hassan trat zwischen sie und fragte, warum sie einander so schlügen. »O Herr«, sagte der Älteste, »da Gott dich hierher geführt hat, so richtet du zwischen uns. Wir sind zwei Zwillingsbrüder. Unser Vater war einer der mächtigsten Zauberer dieses Landes. Er hat diese Höhle hier bis zu seinem Tode bewohnt und hat uns diesen Zepter und diese Mütze hinterlassen. Nun will jeder von uns diesen Zepter haben. Ich bin aber zuerst auf die Welt gekommen. Entscheide also. Als Hassan dies hörte, sagte er, »Was ist wohl der Unterschied zwischen beiden? Der Zepter ist höchstens sechs Kupfer Münzen wert und die Mütze nicht weniger als drei. Da sagte der Jüngere, »O Herr, du kennst ihren Wert nicht.« »Nun, worin besteht denn ihr Wert?« fragte Hassan. Sie antworteten, »Es ist ein wunderbares Geheimnis darin verborgen. Der Zepter und die Mütze sind so viel wert als der ganze Ertrag der Inseln Wackwack.« »Erklärt euch deutlicher«, sagte Hassan, und sie fuhren fort. »Unser Vater hat hundert und fünfundreißig Jahre gelebt, bis er in den vollen Besitz dieser Kleinodien gelangte und durch geheime Talismane und Zeichnungen nach dem kreisenden Firmamente sie zu seinem Dienste verpflichtete. Aber als er am Ziel seiner Bemühungen war, erreichte ihn der Tod. Was nun die Mütze angeht, so macht sie jeden, der sie aufsetzt, unsichtbar. Der Zepter aber verleiht dem, der ihn besitzt, die Oberherrschaft über die sieben Klassen Genien, und sobald er damit auf den Boden schlägt, werden ihm ihre Häupter wie ihre unteren Dienst bar. Als Hassan dies hörte, beugte er eine Weile den Kopf zur Erde und dachte, wahrhaftig, ich bedauere diese Kinder, doch bedarf ich jetzt dieser Gegenstände eher als sie, um mich, meine Frau und meine Kinder aus der Hand dieser gewalttätigen Nura Al-Huda und aus diesem furchtbaren Lande zu befreien. Gewiss hat der erhabene Gott sie daher getrieben als Mittel zu meiner Rettung. Er hob dann das Gesicht zu ihnen empor und sagte, ich will sehen, wer von euch am schnellsten laufen kann, der soll den Zepter haben, wollt ihr meine Entscheidung gelten lassen? Als sie einwilligten, nahm Hassan einen feinen Stein und schleuderte ihn so weit, dass man ihn gar nicht mehr sah. Während aber die zwei Knaben danach um die Wette liefen, setzte er die Mütze auf, nahm den Zepter in die Hand und stellte sich auf einen anderen Platz, um zu sehen, ob sie wirklich eine besondere Tugend besitzen. Die Kinder kamen zurück, aber der Kleinere, welcher mit dem Steine zu Hassan laufen wollte, fand keine Spur mehr von ihm, und einer fragte den anderen, wo ist unser Richter hingekommen? Ist er in den Himmel gestiegen oder in die Erde versunken? Sie suchten lange und fanden ihn nicht, obschon Hassan auf dem eingenommenen Platze stehen geblieben war. Sie schallten dann einander und sagten, nun ist beides verloren und keiner von uns hat weder Zepter und Mütze, das hat unser Vater vorausgesagt. Und hierauf kehrten sie wieder zur Stadt zurück. Auch Hassan, als er von der Eigenschaft der Mütze überzeugt war, ging wieder in die Stadt, ohne dass ihn jemand sah, und verfügte sich aufs Schloss ins Zimmer der Alten. Da er sie überraschen wollte, näherte er sich einem Simse über ihrem Haupte, worauf allerlei Glas und Porzellan aufgestellt war, schüttelte daran und warf etwas davon auf den Boden. Die Alte erschrak, schlug sich ins Gesicht, stand auf und sagte, ich glaube, die Königin Nur Alhuda hat einen Teufel gegen mich geschickt. Ich bete aber zu dem erhabenen Gott, dass er mich und den armen fremden Hassan vor ihrem Zorne schütze, denn wenn sie gegen ihre Schwester, die ihren Vater von Herzen liebt, so verfährt, wie wird sie erst gegen Fremde sein? Ich beschwöre dich beim allgnädigen, erhabenen mächtigen Herrn und bei dem, was auf Salomons Siegel geschrieben ist, antworte mir, du unsichtbarer Geist. Hassan antwortete, ich bin kein Teufel, ich bin der verzweifelte, unglücklich liebende Hassan. Er zog dann seine Mütze ab, und die Alte erkannte und grüßte ihn und bat ihn, ihr zu erzählen, wie er auf einmal sich unsichtbar machen konnte. Als Hassan der Alten sein Zusammentreffen mit den Kindern erzählt hatte und den Zepter und die Mütze zeigte, freute sie sich sehr und sagte, gelobt sei Gott der tote Gebeine, wenn sie schon zu Staub geworden wieder belebt, bei Gott, es wäre um dich und deine Gattin geschehen gewesen, nun kenne ich diese kleinen Odien, der Mann, der sie gemacht, war mein Meister in der Zauberkunst und hat 135 Jahre gebraucht, bis er diesen Zepter und diese Mütze verfertigte, und ist dann gestorben, als sie fertig waren, auch habe ich gehört, wie er seinen Kindern sagte, diese Schätze sind nicht für euch, ein fremder Mann wird sie euch mit Gewalt entreißen, ohne dass ihr es merket. Die Kinder sagten hierauf, o Vater, sage uns, wie er sie uns nehmen wird, und er antwortete, das ist längst in geheimer Wissenschaft so beschlossen, ich weiß selbst nicht auf welche Weise. Nun, fuhr die Alte fort, bist du im Besitze deiner Gattin und deiner Kinder, höre, was ich dir sage. Ich mag bei dieser Ruchlosen, die meine Ehre so geschändet hat, nicht länger bleiben. Ich werde in die Zauberhöhle gehen und dort bei dem Zauberern mein Leben beschließen. Du aber, mein Sohn, setze die Mütze auf, nimm den Zepter in die Hand, gehe zu deiner Gattin und befreie sie von ihren Ketten. Schlage nur mit dem Zepter auf die Erde und sage, erscheinet ihr Diener dieser Talismane, und wenn dann einer von den Häuptern der Genien sich dir naht, so befiehl ihm, was du willst. Hassan nahm dann Abschied von ihr, setzte die Mütze auf, nahm den Zepter nach, wo seine Gattin war. Er fand sie regungslos auf eine Leiter gestreckt und mit den Haaren festgebunden. Ihre Augen waren rot geweint, ihr Gesicht war ganz entstellt und ihre Kinder spielten unter der Leiter. Als Hassan seine Gattin in diesem erbärmlichen Zustande sah, weinte er, und als er seine Kinder wahrnahm, zog er seine Mütze ab. Da schrien die Kinder, »O, unser Vater!«! Hassan stellte die Mütze wieder auf, so daß seine Gattin über den Ausruf der Kinder erstaunte und, da sie niemanden erblickte, sie fragte, »Wie fällt euch jetzt euer Vater ein?« Sie weinte dann so heftig, daß die Tränen in zwei Bächen von ihr strömten und den Boden drängten, und auf ihren Wangen waren zwei schwarze Furchen von den Tränen sichtbar, denn sie hatte nicht einmal eine Hand frei, um sie zu trocknen. Die Mücken sättigten sich nach Lust an ihrem Körper und niemand störte sie. Hassan zeigte sich dann den Kindern abermals, indem er die Mütze abnahm, und sie schrien wieder, »O Vater!« Manar Alnisa weinte noch heftiger und sagte, »Wie fällt euch auf einmal euer Vater ein?« Dann sprach sie folgende Verse, »Der leuchtende Mond ist nicht mehr im Hause, drum mein Auge lass deine Tränen reichlich fließen. Er ist fern von mir, wie soll ich mich nun fassen? Wo Mut und Kraft schöpfen? O mein Geliebter, immer bist du noch meinem Herzen nahe und immer frage ich, wann werde ich dich wieder sehen? Ich will alles vergessen, wenn er nur wiederkehrt und Mitleid zeigt mit meinem Schmerze und meinen Tränen. Meine Sehnsucht Glut lodert so heftig, dass alle Tränen Wolken, die sich darüber ergießen, sie nicht löschen können. Hassan konnte nun nimmerlänger seine Gattin so leiden lassen und nahm daher seine Mütze herunter, um sich ihr sichtbar zu machen. Als sie ihn erkannte, schrie sie, dass fast das Schloss zusammenstürzte, dann sagte sie, wie bist du hierher gekommen, vom Himmel oder von der Erde? Sie weinte dabei so heftig, dass Hassan mit ihr weinen musste. Sie sagte dann, wir haben jetzt keine Zeit zu weinen oder uns Vorwürfe zu machen und viel zu reden, das Schicksal hat entschieden und unsere Augen wurden Ratschluss aufgeschrieben, nun beschwöre ich dich bei Gott, rette dein Leben, ehe dich jemand erblickt, sonst ist's um uns beide geschehen. Hassan antwortete, bin ich nicht mit Lebensgefahr hierher gekommen, nun will ich sterben oder mit dir und meinen Kindern trotz deiner ruchlosen Schwester zurückreisen. Als sie dies hörte, sagte sie lächelnd, mich kann nur der erhabene Gott retten, sorge du aber für deine Erhaltung und stürze dich nicht selbst in den Abgrund. Hier ist eine mächtige Armee, mit der sich niemand messen kann, und könntest du auch mit mir und meinen Kindern aus dieser Stadt entfliehen, wie willst du von diesem entlegenen Lande in deine Heimat kommen? Mache dich daher schnell auf, verlasse mich und füge nicht neuen Kummer zu dem meinigen. Bei ich werde dieses Schloss nicht ohne dich verlassen, sondern dich den Feinden zum Trotze mitnehmen. Wie kannst du das? fragte sie. Wie willst du über Geister und Zauberer gebieten? Er antwortete, mit dieser Mütze und diesem Zepter rette ich dich, und erzählte ihr hierauf die Geschichte mit den Kindern. Da trat plötzlich die Königin zu ihnen ins Zimmer, und Hassan hatte kaum noch Zeit sich durch das Aufsetzen der Mütze unsichtbar zu machen. Mit wem hast du gesprochen? fragte sie ihre Schwester. Manah Al-Nisa antwortete, mit wem anders als mit diesen Kindern? Nur Al-Huda fiel mit einer Peitsche über sie her, bis sie in Ohnmacht fiel, dann ließ sie sie in ein anderes Zimmer schleppen und ging fort. Als Manah Al-Nisa von ihren Wächtern verlassen wurde, nahm Hassan die Mütze ab. Da sagte ihm Manah Al-Nisa »Sieh, was mir widerfährt, es ist alles Folge meines Ungehorsams gegen dich, zürne mir nur nicht, dass ich dich verlassen habe, das Weib erkennt den Wert des Mannes erst nach der Trennung von ihm. Ich habe schwer gesündigt und flehe Gottes Gnade an.« Hassan erwiderte, »Du hast nicht gefehlt, ich bin der Schuldige, weil ich von dir weggereist bin und dich bei Leuten zurückgelassen habe, die deinen Wert nicht kannten. Wisse nun, Geliebte meines Herzens, ich werde dich diese Nacht abholen und mit dir abreisen.« Sie weinte heftig und ihre Kinder weinten mit ihr und die Mädchen, welche hinzutraten und Hassan nicht sahen, bemitleideten ihre Herrin und verwünschten die Königin. Hassan wartete, bis die Nacht heranbrach und die Wächter Manar Alnisa verlassen hatten. Dann umgürtete er sich, band sie los, nahm seinen ältesten Sohn auf den Arm und verließ mit seiner Gattin, welche den Jüngeren trug, unter Gottes Schutz das Schloss. Als sie aber zum Schlosse hinaus wollten, fanden sie das Tor von außen geschlossen. Da gaben sie alle Hoffnung auf eine glückliche Fahrt auf und Hassan rief bestürzt, es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott dem Erhabenen. Alles habe ich vorausberechnet, nur das nicht. Nun wird es Tag werden und wir fallen wieder in die Hand unserer Feindin. Was ist da zu tun? Da sagte seine Frau, oh Hassan, wir wollen uns selbst töten, um einmal Ruhe zu finden und nicht neuen Qualen entgegen zu gehen. Während sie so sprachen, sagte jemand von außen, bei Gott, ich öffne euch, wenn ihr mir meine Bitte gewährt. Als sie von außen angeredet wurden, fürchteten sie sich noch mehr und wollten wieder in ihr Gemach zurück gehen. Da rief dieselbe Stimme wieder, warum antwortet ihr mir nicht? Hassan erkannte jetzt die Stimme der Alten und rief ihr voller Freude zu, öffne mir geschehe, es ist keine Zeit zum Sprechen. Aber sie erwiderte, bei Gott, ich öffne nicht, oder ihr müsst mir schwören, dass ihr mich mit euch nehmen wollt, denn ich mag nicht länger bei dieser ruchlosen Königin bleiben, ich will euer Schicksal teilen, mit euch gerettet werden oder umkommen, denn diese Dürne erschreckt mich jeden Augenblick um euret Willen, und du, meine Herrin weiß doch, in welchem Ansehen ich bei dem König stehe. Da schworen sie der Alten, dass es sie mitnehmen wollten. Als das Tor aufging, sahen sie die Alte auf einem großen roten Löwensitzen, um dessen Hals ein Strick von Palmenfasern gewunden war, und der sich unter ihr schneller als der Wind herumtummelte. Sie sagte ihnen, indem sie sich vor sie hinstellte, folgt mir und fürchtet nichts. Ich habe vierzig Kapitel von der Zauberkunst auswendig gelernt, das geringste davon genügt mir, um vor Tagesanbruch diese Stadt in ein wogendes Meer und alle Mädchen, die darin sind, in Fische zu verwandeln. Doch wagte ich es nicht, einen solchen Zauber zu gebrauchen, aus Furcht vor dem König. Aber ihr sollt nun Wundertaten von mir sehen, kommt nur schnell. Hassan und seine Gattin folgten der Alten zur Stadt hinaus. Da schlug Hassan mit seinem Zepter auf die Erde und sagte, ich beschwöre euch, ihr Diener dieser Talismane, erscheinet und gehorchet meinem Willen. So gleich spaltete sich die Erde und es traten zehn Geister hervor, so groß, dass ihre Füße den Boden berührten und ihr Kopf die Wolken spaltete. Sie verbeugten sich dreimal vor Hassan und sagten, was beliebt unserem Herrn und Gebeter, wir sind bereit, alles für dich zu tun. Forderst du mit Gottes Erlaubnis, dass wir die Meere austrocknen oder Berge versetzen? Hassan war sehr erfreut über diese Worte, welche ihn in seinem Vorhaben bestärkten. Er fragte sie, wie heißt ihr, wer seid ihr, zu welchem Stamme und zu Sie antworteten ihm einstimmig, wir sind zehn Könige, jeder von uns gebietet über sieben Stämme Dschinnen und Teufel, welche Berge und Wüsten und Meere bewohnen. Du kannst uns befehlen, was du willst, wir sind Sklaven dessen, der den Zepter besitzt, den du in der Hand hast. Als Hassan dies hörte, freute er sich noch mehr und sagte, zeiget mir versetzten sie, wir fürchten für dich und die, welche bei dir sind, denn unsere Leute sind sehr zahlreich und haben allerlei Gestalt, Gesicht und Farbe, die einen haben einen Kopf ohne Leib, die anderen einen Rumpf ohne Kopf, viele gleichen wilden reißenden Tieren, drum wollen wir dir nur die Anführer der wilden Tiere und die obersten der Truppen zeigen, doch was willst du sonst von uns? Hassan antwortete, ihr sollt mich, meine Gattin, meine Kinder und diese fromme Frau sogleich nach Bagdad tragen. Da fragten die Geister, auf welche Weise sollen wir dich dahin bringen? Hassan antwortete, auf euren Rücken sollt ihr uns tragen und so schnell fliegen, dass wir vor Tagesanbruch in Bagdad eintreffen. Die Geister beugten lange den Kopf zur Erde und als Hassan sie fragte, warum sie nicht antworteten, sagten sie, O unser Herr und Gebieter, bei dem höchsten Namen, bei dem Bunde Salomos, des Propheten Gottes, Friede sei mit ihm, wir haben gelobt, niemals einen Menschen auf unserem Rücken zu tragen, aber wir wollen dir gesattelte Dschinnenpferde bringen, die euch schnell in eure Heimat bringen werden. Wie weit ist denn von hier nach Bagdad? fragte Hassan. Sieben Jahre hat ein wackerer Reiter daran zu reisen, antworteten die Geister. Hassan war sehr erstaunt und sagte, ich bin doch in weniger als einem Jahre hierher gekommen. Sie versetzten, Gott hat dir die Herzen seiner frommen Diener zugeneigt, Sonst hättest du dieses Land nie erreicht. Ja, nicht einmal mit deinen Augen gesehen, weißt du, dass du mit dem Alten auf dem Elefanten und auf dem fliegenden Pferd in drei Tagen eine Strecke von drei Jahren zurückgelegt hast und dass der andere Alte mit dir in einem Tage einen ähnlichen Weg zurückgelegt hat? Und von Bagdad nach dem Schlosse der Mädchen hat man auch ein Jahr zu reisen, so hast du eine Entfernung von sieben Jahren. Als Hassan dies hörte, rief er, gepriesen sei Allah, der das Schwere leicht macht und das Ferne nahe macht und der mir das Schwierigste leicht gemacht hat. Er fragte dann die Geister, in wie viel Zeit er auf ihren Pferden nach Bagdad kommen werde. Sie antworteten, in weniger als einem Jahre, jedoch haben wir noch viel Schreckliches durchzumachen, wir kommen durch wilde, wasserlose Wüsten und wir fürchten für euch, die Bewohner dieser Insel und die Bosheit des mächtigen Königs und seiner Zauberer und Wahrsager, sie möchten mit uns Krieg führen und euch wieder gefangen nehmen. Auch gegen uns wird man aufgebracht sein, wer uns sieht, wird uns für Übeltäter halten, weil wir eine königliche Prinzessin für einen gewöhnlichen Menschen entführen. Wärest du allein, so würden wir die Sache leichter finden. Indessen derjenige, der dich hierher geführt, kann dich auch wieder in Frieden in dein Vaterland zurückbringen und mit den Deinigen dich vereinen. Vertraue nur auf Gott. Hassan dankte ihnen und bat sie, schnell die Pferde herbeizuschaffen. Da stampften sie die Erde mit den Füßen, bis sie sich spaltete, dann versanken sie eine Weile und kamen wieder herauf mit drei gesattelten und gezäumten Pferden. An jedem Sattel hing ein Quersack, welcher auf der einen Seite einen Schlauch mit Wasser und auf der anderen Lebensmittel enthielt. Hassan bestieg ein Pferd und nahm einen seiner Söhne zu sich, seine Frau ein anderes mit dem anderen Sohne und die Alte bestieg das dritte Pferd. Nachdem sie die ganze Nacht in der Ebene fortgeritten waren, kamen sie des Morgens ins Gebirge und bald darauf mussten sie einen unterirdischen Weg einschlagen. Hier sah Hassan auf einmal einen Geist vor sich, so lang wie eine Rauchsäule, die bis zum Himmel hinauf steigt. Hassan sagte einige Sprüche aus dem Heiligen Koran und nahm seine Zuflucht zu Gott gegen dem schwarzen Wesen kam, je mehr Sprüche sagte er her. Als er endlich dem Geiste, dessen Füße in der Tiefe der Erde ruhten und dessen Haupt bis zu den Wolken reichte, gegenüber stand, verbeugte sich jener vor ihm und sagte, »Fürchte dich nicht vor mir. Ich bin ein muselmännischer Einwohner dieser Insel und glaube wie du an die Einheit Gottes. Ich habe von deiner Ankunft und von deiner ganzen Geschichte Nachricht erhalten und da ich aus diesem Lande auswandern und ein unbewohntes Land fern von hier beziehen will, um dort in der Einsamkeit Gott anzubeten, so werde ich euch begleiten und euer Führer sein, bis ihr diese Insel verlasset und ich werde euch nur des Nachts erscheinen, seid also ohne Angst wegen meiner. Hassan nahm das Anerbieten des Geistes mit Dank an und bat ihn, ihm voranzugehen. Die folgende Nacht verging bei Scherz und munterem Gespräch. Hassan erzählte seiner Gattin alle seine Abenteuer, sie entschuldigte ihre Flucht und entwarf ein trauriges Bild von ihrem inzwischen geführten Leben. Dabei flogen die Pferde mit ihnen wie der Blitz, als der Morgen heranbrach, griffen sie nach dem Quersack, aßen und tranken, reisten dann wieder weiter, immer mit dem Geiste vor ihnen her, der sie auf einem unbetretenen Wege am Ufer des Meeres führte. So setzten sie einen ganzen Monat lang ihre Reise durch Berg und Tal fort. Am einunddreißigsten Tage erhob sich auf einmal ein Staub hinter ihnen, der die ganze Atmosphäre verdunkelte. Hassan war ganz blass, als er den Staub sah und dazu noch ein furchtbares Schreien und Lärmen hörte, und die Alte rief ihm zu, »Mein Sohn, die Truppen der Inseln Wagwag haben uns eingeholt und werden sogleich Hand an uns legen. Schlage die Erde mit einem Zepter!« Als Hassan dies tat, erschienen die zehn Könige wieder und grüßten ihn und sagten, »Fürchte nichts!« Hassan freute sich und sagte, »Ihr handelt schön, ihr Herren der Genien, das ist eure Zeit!« Sie sagten ihm hierauf, »Besteige mit deiner Gattin und deinen Kindern diesen Berg und lass uns hier unten bei dem Feinde. Wir wissen, dass ihr in der Wahrheit seid, eure Feinde aber in Irrtum leben, Gott wird uns den Sieg über sie verschaffen!« Hassan und die Seinigen stiegen dann von den Pferden herunter und ließen sich von Geistern auf den Berg tragen. Dann kamen die Bewohner der Inseln Wagwag mit ihren Anführern in zwei Abteilungen herangezogen und stellten sich in Schlachtordnung auf. Nach einer kleinen Weile erschienen Hassans Schutzgeister mit ihren Scharen ihnen gegenüber und der Angriff wurde allgemein. Die Djinnen spiehen Feuer, daß der Rauch bis zum Himmel stieg und beide Heere dem Gesichte entzog. Die Köpfe flogen von den Rümpfen herunter, das Blut floß in Strömen, das Getöse nahm immer zu, das Schwert war geschäftig, bis es schartig und stumpf wurde. Die Kriegsflamme loderte hell auf, die Mutigen sprangen voran, die Feigen entflohen. Der Richter der Wahrheit entschied zwischen ihnen. Die einen kamen um, die anderen wurden gerettet. So dauerte der Kampf den ganzen Tag fort. Des die Könige besuchten Hassan. Nachdem er ihnen für ihren Beistand gedankt und ihnen vollständigen Sieg gewünscht hatte, fragte er sie, welchen Ausgang ihr Krieg mit der Königin Nur Alhuda genommen. Sie antworteten, Sie werden nur noch drei Tage standhalten und schon haben wir einen Sieg erfochten und mehrere Tausend von den ihrigen erschlagen und gefangen. Sei nur guten Muts. Die Geister verließen dann Hassan wieder, beschützten ihre Truppen die ganze Nacht durch und priesen ihren Propheten Mohammed. Sobald der Morgenstern leuchtete, begann der Kampf wieder von Neuem. Man fiel sich mit Schwert und Lanzen an und die beiden Heere glichen zwei gegeneinander tobenden Meeren oder zwei hohen zusammenstoßenden Bergen. Der Kampf dauerte den ganzen Tag fort und auch die Nacht brachte man auf dem Rücken der Pferde zu, aber das Heer der Königin hatte schon abgenommen, neigte sich zur Flucht und wurde endlich gänzlich geschlagen. Nur wenige entgingen dem Tode. Die Königin selbst mit den vornehmsten des Reichs wurde gefangen. als 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 folgende Tag heranbrach gingen die zehn Könige zu Hassan verbeugten sich vor ihm und errichteten ihm einen vergoldeten Thron mit Perlen und Edelsteinen verziert. Daneben errichteten sie einen zweiten von Elfenbein für seine Gattin und endlich einen dritten für die Alte. Dann führten sie ihnen die Gefangenen in Fesseln vor, unter ihnen auch die Königin Nur Al-Huda. Als die Alte diese sah, sagte sie, du verdienst wohl, dass man dich an den Schweif von zwei durstigen Pferden binde und dir zwei ausgehungerte Hunde nachschickte, die dein Fleisch zerreißen, dass man dir dann selbst zu essen gäbe, du Gottlose. Wie konntest du so gegen deine Schwester verfahren, die doch nach der Vorschrift Gottes und seines Propheten geheiratet hat, Hassan erteilte sogleich den Befehl, alle Gefangenen niederzumetzeln und auch die Alte schrie, lasst keinen einzigen beim Leben. Als aber Hassans Gattin ihre Schwester in Ketten sah, brach sie in Tränen aus. Da fragte nur Al-Huda, wer ist der Mann, der uns besiegen und gefangen nehmen konnte? Hier ist ein wunderbares Ereignis. Manah Al-Nisa antwortete, der Mann, der unser aller Herr ist und der auch den Königen der Geister gebietet, die euch besiegt haben, verdankt seine ganze Macht einer Mütze und einem Zepter. Als nur Al-Huda dies hörte, fiel sie vor ihrer Schwester nieder und weinte, bis diese von Mitleid ergriffen zu Hassan sagte, »Was willst du mit meiner Schwester hier beginnen? Sie hat dir doch nichts Böses getan, das eine Strafe verdiente. Hassan erwiderte, »Waren die Misshandlungen, die du von ihr erlitten, für mich nicht das Allerschlimmste, was sie mir hätte antun können? Das alles, entgegnete Manar Al-Nisa, war über mich verhängt. Übrigens, mein Vater wird sich schon genug über meine Abreise grämen, soll er auch noch meiner Schwester tot beweinen? Hassan fügte sich in den Willen seiner Gattin und ließ nicht nur seine Schwägerin, sondern auch alle übrigen Frauen entfesseln. Manar Al-Nisa umarmte dann ihre Schwester, weinte eine Weile mit ihr, setzte sich neben sie und erzählte ihr die ganze Geschichte mit Hassan, der inzwischen mit Dank sein Heer entließ. Dann sagte sie, wer so gehandelt und mit solcher Beharrlichkeit seinen Vorsatz verfolgt hat, verdient keine Zurücksetzung. Nur Al-Huda versetzte, es ist wahrhaft wunderbar, was er nach deiner Erzählung gelitten hat und alles um deinet Willen? Allerdings, erwiderte Manar Al-Nisa, sie brachten dann die Nacht beisammen zu und am folgenden Morgen nahmen sie voneinander Abschied. Hassan schlug mit dem Zepter wieder die Erde und bestellte zwei Pferde. Als seine Diener sie brachten, bestieg er das eine mit einem Sohne sowie seine Gattin das andere mit dem anderen Sohne und die Königin mit der Alten kehrten in ihre Heimat zurück. Nach einer Reise von einem Monat kam Hassan mit seiner Gattin vor eine Stadt, die von Bäumen und Flüssen umgeben war. Sie stiegen ab und wollten unter einem Baume ausruhen, als eine Schar Reiter auf sie zukam. Hassan ging ihnen entgegen und siehe da, es war der König Hassan, der Herr des Landes Karfur und der kristallenen Feste mit den angesehensten Bewohnern der Stadt. Nach gegenseitigen Bewillkommnungen stieg der König ab, setzte sich zu Hassan, beglückwünschte ihn und ließ sich von ihm erzählen, was ihm seit seiner Trennung widerfahren. Als Hassan seine Geschichte vollendet hatte, sagte der König Hassun, mein Sohn, noch nie ist jemand glücklich von den Inseln Wackwack zurückgekommen, gelobt sei Gott, der dich auf eine wunderbare Weise gerettet. Hassan und seine Gattin bestiegen dann nach dem Wunsche des Königs ihre Pferde wieder und ritten mit ihm in die Stadt, wo sie drei Tage mit vieler Auszeichnung bewirtet wurden. Am vierten Tage bat Hassan den König um die Erlaubnis seine Reise wieder fortzusetzen. Der König begleitete sie noch zehn Tage weit, nahm dann Abschied von ihnen und kehrte um. Hassan reiste mit seiner Gattin wieder einen ganzen Monat ununterbrochen fort, bis sie an eine große Höhle kamen. Da sagte er seiner Gattin, warte hier ein wenig, hier wohnt der große Meister Abu Risch, dem ich die Bekanntschaft mit dem König Hassun verdanke. So wie aber Hassan in die Höhle gehen wollte, kam Abu Risch ihm entgegen. Hassan stieg vom Pferde, grüßte ihn und küsste ihm die Hand. Abu Risch lud Hassan und seine Gattin in die Höhle ein und ließ sich von ihnen erzählen, was ihnen auf den Inseln Wackwack widerfahren, und als er die Geschichte mit der Mütze und dem Zepter hörte, sagte er zu Hassan, während sie so im Gespräche begriffen waren, wurde an die Türe geklopft. Es war der alte Abt Alkadus, welcher auf einem Elefanten herangeritten kam, der wie die Nacht aussah. Abu Risch freute sich seiner Ankunft und führte ihn auch in die Höhle. Als Hassan ihn erkannte, stand er vor ihm auf und grüßte ihn, dieser erwiderte seinen Gruß, und Hassan erzählte auf verlangendes Aborisch noch einmal seine ganze Geschichte. Abt Alkadus sagte dann zu Hassan, mein Sohn, du bist nun wieder im Besitze deiner Frau und deiner Kinder und bedarfst des Zepters und der Mütze nicht mehr. Bedenke nun, dass du durch unsere Hilfe nach den Inseln wackwack gelangt bist und schenke mir den Zepter und Aborisch die Mütze. Hassan, der Wohltaten dieser beiden Männer Eingedenk, schämte sich ihnen etwas abzuschlagen. Er versetzte jedoch, gerne will ich eure Bitte gewähren, wenn aber mein Schwiegervater mich mit seinen Truppen verfolgt, womit rette ich mich dann? Abt Alkadus erwiderte, sei ohne Furcht, wir schützen dich gegen ihn und gegen jeden anderen. Hassan konnte nun nicht länger mehr sich weigern. Er gab daher Aborisch die Mütze und sagte zu Abt Alkadus, begleite mich nach Hause und du erhältst dann den Zepter. Der Alte nahm diesen Vorschlag freudig an und schenkte Hassan viel Geld, Perlen und Edelsteine. Nach drei Tagen traf Abt Alkadus die nötigen Anstalten zur Reise. Hassan und seine Gattin bestiegen ihre Pferde und Abt Alkadus den Elefanten, der aus der Wüste her trabte, und nahmen Abschied von Aborisch, der wieder zur Höhle zurückging. Nach einer langen Reise, auf welcher der Alte sie stets den besten Weg führte, kamen sie endlich wieder in bewohntes Land, und bald zeigte sich in der Ferne die Spitze des Wolkenbergs, das grüne Schloss mit der Kuppel, den Säulen und dem Springbrunnen. Da sagte der Alte zu Hassan, »Freue dich, du wirst diese Nacht bei meinen Nichten zubringen.« Hassan und seine Gattin waren außer sich vor Freude über diese Nachricht. Sie ruhten eine Weile bei der Kuppel aus, aßen und tranken, dann brachen sie wieder auf und entdeckten bald das Schloss ihrer Freundinnen. Als sie in dessen Nähe kamen, traten die Mädchen zu ihnen heraus, und nach gegenseitiger Begrüßung sagte der Alte, »Nun, meine Nichten, hier bin ich wieder mit eurem Freunde Hassan, der durch mich seine Gattin und seine Kinder wiedergefunden hat.« Die Mädchen umarmten Hassan, beglückwünschten ihn und gaben ihm zu Ehren ein großes Fest. Die jüngste Schwester weinte lange an seinem Hals und klagte ihm, was sie durch die lange Trennung von ihm gelitten und wie sie sich nach ihm gesehnt habe. Hassan sagte, »Ich weiß, dass ich nur dir all mein Glück zu verdanken habe. Gott lohne es dir. Ich werde nie vergessen, was du zu jeder Zeit für mich getan.« Nachdem er ihr dann alles erzählt hatte, was ihm inzwischen widerfahren, wandte sie sich zu Manar al-Nisa, umarmte sie, drückte sie und ihre Kinder an ihre Brust und sagte, »O Prinzessin, hattest du denn kein Mitleid in deinem Herzen, dass du mit den Kindern diesen Mann verlassen, ihm so viele Leiden verursachen und ihn in so große Gefahren stürzen konntest?« Manar al-Nisa antwortete lächelnd, »O meine Herrin, was sein soll, das geschieht? Niemand kann seiner Bestimmung entfliehen. Es war einmal über meinen Gatten verhängt, ihm war Speise und Trank zugemessen und das Land, das er durchschreiten und die fremden Menschen, die er sehen sollte. Lass uns Gott für seine Rettung loben.« Hassan brachte zehn Tage in allerlei Festlichkeiten und Belustigungen auf dem Schlosse zu. Dann machte er sich reisefertig und seine Freundin gab ihm viele Kostbarkeiten, Speisen und Getränke mit und umarmte ihn und küßte ihn auf die Stirne. Als die Stunde der Abreise herannahte, sprach Hassan folgende Verse. »Schwer ist der Trost des Liebenden, hart die Trennung von der Freundin. Trennung und Zurückstoßen ist Qual, das Opfer der Liebe wird zum Märtyrer. Wie lange wird dem Liebenden die Nacht, wenn er fern von der Geliebten ruht? Tränen fließen über seine Wangen her und die Tränen rufen, wird es noch lange so wehren?« So dann schenkte Hassan dem Alten den Zepter und nahm von ihm sowohl als von den Mädchen Abschied, und nach einer siebzig-tägigen Reise langte er in der Friedenstadt Bagdad an. Seine Mutter hatte während seiner Abwesenheit nichts als geweint und getrauert und alle Freude an den Genüssen des Lebens verloren. Schon war jede Hoffnung, ihren Sohn wiederzusehen, aus ihrem Herzen geschwunden. Sie rezitierte, als er an die Türe klopfte, folgende Verse. »Bei Gott, o Herr, heile die, welche du krank gemacht! Ihr Körper ist abgemagert und ihr Herz gebrochen! Sei gütig und kehre zur Liebenden wieder, denn sie ist in Trennungsschmerz versunken! Möchte doch Gottes Bestimmung uns bald wieder vereinen!« Als sie diese Verse vollendet hatte, rief Hassan, »O meine Mutter, es gefiel Gott, uns wieder zu vereinigen!« Als die Alte die Stimme ihres Sohnes hörte, konnte sie nicht erwarten, bis sie ihn sah. Sie öffnete schnell die Türe, und als sie Hassan mit seiner Frau und seinen Kindern erblickte, fiel sie vor Freude in Ohnmacht. Hassan bespritzte sie, bis sie wieder zu sich kam, dann umarmte er sie und weinte. Auch Manar Al-Nisa küßte und umarmte ihre Schwiegermutter. Diese sagte zur Prinzessin, »Wenn ich mich irgendwie gegen dich verfehlt habe, so flehe ich Gottes Verzeihung an!« Dann fragte sie Hassan, warum er so lange weggeblieben, worauf er ihr alles, was ihm auf der Reise widerfahren, erzählte. Als die Alte von dem Zepter und der Mütze hörte, sagte sie, »Mein Sohn, du warst leichtsinnig im Verschenken der Mütze und des Zepters, denn hättest du sie noch, so wäre die ganze Erde in der Länge und in der Breite dein Eigentum. Doch gelobt sei Gott, der dich und deine Frau und deine Kinder gerettet.« Hassan erzählte ihr hierauf ausführlich, was er den Alten verdankte, so daß ihm keine Wahl blieb, sie zu beschenken. Am folgenden Morgen zog Hassan ein feines Kleid an, ging auf den Markt und kaufte die schönsten Sklaven und Sklavinnen, die feinsten Stoffe zu Kleidern, Edelsteine zu einem Schmucke, Diwane und anderes Haus gerät, wie sie nur Kaiser besitzen und lebte mit seiner Mutter, Gattin und Kindern in Glück und Freude, bis sie der Tod erreichte. Ende von Abschnitt 17 Abschnitt 18 von Tausend und eine Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Sklavin Harun Araschitz Harun Araschitz ging einst am Gemache einer seiner Sklavinnen vorüber, mit der er schon lange entzweit war. Sie war vom Weine erhitzt und hatte einen langen Mantel an, den sie selbstgefällig nachschleppte. Araschitz trat zu ihr und wollte sie umarmen, sie aber sagte, »O Fürst der Gläubigen, du hast mich schon so lange verstoßen, dass ich mich nicht mehr auf deinen Besuch vorbereitete. Warte also bis morgen, da will ich mich gehörig schmücken und zu dir kommen.« Am folgenden Morgen gab der Kalif den Befehl, dass man niemanden zu ihm lasse, und erwartete die Sklavin. Da sie aber nicht kam, ging er zu ihr und fragte sie, warum sie ihr Versprechen nicht gehalten. Sie antwortete, »O Fürst der Gläubigen, der Tag löscht die Worte der Nacht wieder aus.« Der Kalif verließ sie und ließ die Dichter, welche im Vorsaale harten, hereinrufen. Sie hießen Rakaschi, Musab und Abu Nuwas. Rashid erzählte ihnen sein Abenteuer und befahl ihnen, Verse zu dichten mit dem Schlussverse, »Der Tag löscht die Worte der Nacht aus.« Da sagte Rakaschi, »Wie wolltest du sie vergessen, wenn dein Herz ihr stets entgegenschlägt? Ein Mädchen, das niemanden besucht und von niemandem besucht werden will, ließ dich vor Liebe rasen, als du sie besuchtest, und als du wiederkamst, sagte sie, »Der Tag löscht die Worte der Nacht aus.« Musab sprach dann folgende Verse, »Bei Gott, liebtest du wie ich, so wäre in Bagdad kein Haus mehr weit genug. Seht, wie meine Augen triefen und wie bei ihrer Erwähnung eine brennende Flamme mich durchglüht. Wo bleibt euer Versprechen, meine Herrin?« Sie aber antwortete, »Der Tag löscht die Worte der Nacht aus.« Dann sprach Abu Nuwas. Eine Nacht saß sie vom Beine gerötet, doch voller Würde im Schlosse, ein Mantel umhüllte ihre Schultern und ein C4 umwehte einen schmiegsamen Zweig, der kleine Granatäpfel trug. Da sagtest du ihr, »Gewähre mir doch eine Zusammenkunft. Besuche mich morgen«, entgegnete sie. Als du aber erschienst, sagte sie, »Der Tag löscht die Worte der Nacht aus.« Rashid sagte, »Gott verdamme dich, Abu Nuwas! Man glaubt ja, du wärst zugegen gewesen.« Er ließ jedem 5000 Drachmen geben, Abu Nuwas aber 10.000 und noch ein kostbares Ehrenkleid. Dann fuhr Scheherzad fort. Ende von Abschnitt 18 Abschnitt 19 von 1001 Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte der Dichter mit Oma, Sohn des Abd-Alafis Man erzählt ferner, als Oma, Sohn des Abd-Alafis, Kalif wurde, verfügten sich die Dichter zu ihm, wie sie es bei den früheren Kalifen gewöhnt waren. Sie warteten lange vor der Türe und wurden nicht vorgelassen. Als endlich ein Mann namens Adi zum Kalifen ging, bat ihn der Dichter Jerir, er möchte doch ihm und den übrigen Dichtern beim Kalifen Zutritt verschaffen. Als Adi zu Oma kam, sagte er ihm, »Die Dichter stehen schon lange im Vorsaale und werden nicht vorgelassen. Weißt du nicht, dass ihre Worte von Dauer und dass ihre Pfeile vergiftet sind?« Oma sagte, »Was habe ich mit den Dichtern gemein?« »Der Prophet Gottes Huld sei mit ihm«, erwiderte Adi, »hat auch die Dichter, die ihn lobten, beschenkt, und an ihm muss jeder Muselmann Beispiel nehmen.« »Und wer hat den Propheten gelobt?« »Abbas, Sohn des Mörders, dem er ein Ehrenkleid schenkte, indem er zu Bilal sagte, wir müssen seine Zunge unschädlich machen.« »Kannst du etwas von ihm rezitieren?« »Jawohl«, und auf Omas Verlangen rezitierte er folgende Verse. »Ich sah dich, du Edelstes aller Geschöpfe, mit deinem Buche, das die Wahrheit offenbarte, welche vor dir ganz verdunkelt war. Du hast durch den Islam schwarze Wolken zerstreut und durch die Offenbarung die Flammen der Hölle gelöscht. Du hast den Weg der Wahrheit wiederhergestellt, von dem jedermann abgewichen war. »Oma, hoch ist dein Platz auf dem Throne des Glückes und durch dich ist auch Gottes Ruhm noch erhöht worden.« Oma fragte dann, »Wer ist vor der Türe?« Adi antwortete, »Oma, Sohn des Abirabia.« »Gott entferne diesen«, rief der Kalif. »Sind nicht folgende Verse von ihm? Dürfte ich, wenn ich sterbe, die Wangen meiner Geliebten küssen und läge sie im Grabe neben mir, so würde ich mich wenig um Paradies und Hölle kümmern.« »Wäre dieser Mann nicht ein Feind Gottes«, fuhr Oma fort, »so würde er sie sich für diese Erde wünschen und sich dann zu frommen Handlungen wenden. Bei Gott, der soll nicht vor mir erscheinen. Wer ist noch im Vorsaale?« »Jumail«, antwortete Adi. Da sagte Oma, »der hat in einem Gedichte gesagt, o, könnten wir doch beisammen leben und wenn wir sterben in einem Grabe ruhen, ich wünsche, solange ich lebe, nichts anderes, als dass einst ein Grabstein uns bedecke.« »Der soll mir wegbleiben. Wer ist noch vor der Türe?« »Achtal aus dem Stamme Tagleb«, antwortete Adi. Oma sagte, »sind nicht folgende Verse von diesem Ungläubigen?« »Ich habe in meinem Leben keinen Ramadan gefastet und auch kein Fleisch der Opferfeste gegessen. Ich stehe nicht wie andere vor Tag auf, wenn man zum Gottesdienste ruft. Ich trinke früh vom Besten Weine und bete erst, wenn der Tag hell leuchtet.« »Der soll bei Gott meinen Teppich nicht betreten. Wer ist noch draußen?« Adi antwortete, »Djeria«, Oma sagte, »wenn durchaus jemand vor mich kommen soll, so sei es dieser.« Adi ging und rief Djeria zum Kalifen. Er kam und sprach folgende Verse. »Derjenige, der den Propheten Mohammed sandte, hat jetzt das Kalifat einem gerechten Imam übergeben, dessen Gerechtigkeitsliebe und Treue die ganze Welt umfasst, so daß jeder ohne zu straucheln sich aufrecht hält. Auch ich erwarte freudig von ihm eine reiche Gabe, denn die Liebe zu irdischen Gütern ist dem Menschen angeboren.« Der Kalif unterbrach ihn mit den Worten, »Djeria, fürchte Gott und sage nur die Wahrheit.« Djeria fuhr dann fort, »Wie manche Witwe schmachtet fern von dir in Yamama, wie manche schwächliche Weise, verlassen wie ein junges Hühnchen, das nicht fliegen und nicht laufen kann. Wir hoffen aber, daß uns die Milde des Kalifen den Regen ersetzen wird, der uns fehlte.« Als der Kalif die Verse hörte, sagte er, »Bei Gott, Djeria, ich besitze nur noch hundert Drachmen, die soll dir mein Diener geben.« Djeria ging wieder zu den übrigen Dichtern und sagte ihnen, »Der neue Kalif ist ein Mann, der lieber Arme als Dichter beschenkt, doch bin ich mit ihm zufrieden.« Mit diesen Worten schloss Scheherzad ihre Erzählung. In der nächsten Nacht begann sie jedoch eine neue Geschichte wie folgt. Ende von Abschnitt 19 Abschnitt 20 von 1001 Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte der Zehn Vesire Man erzählt, »O König der Zeit und Herr des Jahrhunderts«, begann Scheherzad, »in der Stadt Kanim Madud residierte in grauer Vorzeit ein König, welcher Asad-Bacht hieß. Sein Reich dehnte sich von den Grenzen Indiens bis an das Meer und nach Sebestan aus. Er hatte zehn Vesire, die das Reich verwalteten, und er selbst war ein verständiger und wohlunterrichteter Mann. Eines Tages ging er mit einiger Begleitung auf die Jagd. Da sah er einen Bedienten zu Pferd, der einen Maulesel am Zaume führte, welcher ein seidenes Zelt trug, das mit Gold durchwirkt war, und einen Gurt, der mit Perlen und Edelsteinen verziert war. Der König trennte sich von seinem Gefolge und ging auf die Reiter zu, welche dem Zelte folgten, und fragte sie, wem dieses Zelt gehöre. Einer der Diener, welcher den König nicht erkannte, antwortete, »Das Zelt gehört dem Vesir Isfahend, der seine Tochter, welche darin ist, dem König Sad-Schar zur Gattin geben will.« Während der Diener so sprach, hob die Braut, welche Badjur hieß, den Vorhang vom Zelte weg, um zu sehen, wer mit dem Diener spreche. Der König sah sie und fand sie so schön und wohlgestaltet, dass er, von Liebe entbrannt, dem Diener sagte, »Kehre mit deinem Maulesel um, ich bin der König Asad-Bacht und will selbst deine Herrin heiraten. Ihrem Vater wird es lieb sein, denn er ist ja mein Vesir.« Der Diener sagte, »O König, Gott erhalte dich lange, lass mich ihrem Vater, meinem Herrn, Nachricht davon geben, du kannst sie dann mit seiner Einwilligung nehmen, es ziemt dir doch nicht, sie ohne sein Wissen zu heiraten, das würde ihn kränken.« Aber der König sagte, »Ich habe keine Geduld, so lange zu warten, bis du zu ihrem Vater gehst und wiederkehrst. Es wird keine Schande für ihren Vater sein, wenn ich sie heirate.« »O mein Herr«, rief der Diener nochmals, »was man übereilt, bringt wenig Segen, stürze dich durch deine Übereilung in keine Gefahr, ich weiß, dein Verfahren wird ihren Vater beleidigen, und die Sache wird nicht gut enden.« Der König sagte aber, »Isfahind ist mein Sklave wie jeder andere, wenig liegt mir daran, ob er zufrieden ist oder nicht.« Er ergriff hierauf die Zügel des Maultiers, führte Badjur in seinen Palast und heiratete sie. Der Diener kehrte mit den Reitern zu ihrem Vater zurück und sagte ihm, »O Herr, du bist nun so viele Jahre ein treuer Diener des Königs, und doch hat er deine Tochter ohne deine Einwilligung zu sich genommen.« Als der Visier dies hörte, geriet er in heftigen Zorn, versammelte viele Truppen und sagte ihnen, »Solange der König mit seinen Frauen sich begnügte, hatten wir keinen Harm, nun gelüstet er nach unserem Harem, wir müssen daher uns einen Ort suchen, wo unsere Frauen sicher sind.« Dann schrieb er dem König, um ihn desto sicherer zu hintergehen, »Ich bin ein Sklave deiner Sklaven, meine Tochter ist deine Sklavin. Der erhabene Gott schenke dir ein langes, freudiges Leben. Ich war bisher immer deinem Dienste treu und zur Verteidigung deines Landes gegen alle Feinde gerüstet. Nun werde ich aber noch wachsamer sein, da ich gewissermaßen, seitdem du meine Tochter geheiratet, auch Anteil daran habe.« Diesen Brief sandte der Visier durch einen Boten mit vielen Geschenken ab. Der König freute sich sehr damit und überließ sich ganz dem Vergnügen und Wohlleben. Nach einiger Zeit kam der Großvisier zum König und sagte, »Wisse, O König, der Visier Isfahend ist dein Feind geworden, weil ihm dein Verfahren gegen seine Tochter missfallen hat. Freue dich nur nicht mit seiner Botschaft und traue seinen süßen Worten nicht.« Der König achtete auf diese Worte, nach einiger Zeit nahm er aber die Sache leicht und fuhr fort, leichtsinnig zu leben. Der Visier Isfahend aber ließ ein Schreiben an alle Fürsten ergehen, in welchem er sie von dem Verfahren des Königs gegen ihn in Kenntnis setzte und auf die Gefahr, die einer jeden Familie drohe, aufmerksam machte. Da versammelten sie sich bei Isfahend und beschlossen, den König umzubringen. Sie zogen an der Spitze ihrer Truppen gegen den König und erahnte nichts, bis schon das Kriegsgeschrei die Stadt füllte. Da sagte er zu seiner Gattin Bardiur, »Was ist zu tun?« Sie antwortete, »Tu, was du für gut hältst, ich gehorche in allem.« Da ließ sich der König seine zwei besten Pferde bringen, nahm so viel Gold, als er konnte, floh in der Nacht mit seiner Gattin in die Wüste Kirman, und ließ Isfahend als Herrn der Stadt und des Thrones. Der flüchtige König mußte aber bald einhalten und in einer Höhle die Entbindung seiner Gattin abwarten. Zwar erleichterte ihr Gott die Geburt eines Sohnes schön wie der Mond, den sie alsbald in ein seidenes goldgesticktes Kleid einwickelte und die Nacht durchnährte. Des Morgens sagte aber der König, »Wir können uns hier nicht länger mit dem Jungen aufhalten, auch können wir ihn nicht mit uns schleppen, das Beste ist daher, wir lassen ihn hier, Gott kann ihm wohl jemanden schicken, der ihn aufnimmt und erzieht.« Sie weinten dann heftig, legten den Knaben neben eine Quelle, ließen einen Beutel von tausend Dinaren zu seinen Häupten zurück, bestiegen ihre Pferde und setzten ihre Flucht fort. Nun wollte die Bestimmung, dass gerade eine Räuberbande in der Nähe dieses Berges eine Karawane ausplünderte und in dieser Höhle ihre Beute unter sich teilte. Als die Räuber den Knaben im seidenen Kleide und das Gold neben ihm liegen sahen, riefen sie, »Gott sei gepriesen! Durch welches Verbrechen mag wohl dieses Kind daher gekommen sein?« Die Räuber teilten das Gold unter sich und ihr Hauptmann nahm den Knaben als seinen Sohn an, gab ihm Milch und Datteln, bis er nach Hause kam, dann bestellte er ihm eine Amme. Der König und die Königin setzten indessen ihre Flucht fort, bis sie zum König von Persien kamen, der sie sehr gut aufnahm und ihnen viel Gold und Truppen schenkte. Nachdem Asad Bacht einige Tage bei ihm ausgeruht hatte, machte er sich mit den Truppen gegen seine Resistenz auf, schlug die Armee Isfahenz und bemeisterte sich wieder seines Thrones. Als er wieder die Ruhe hergestellt hatte, schickte er Boten ins Gebirge, um sein Kind zu holen. Sie kamen aber zurück und sagten dem König, sie haben es nicht finden können. Der Prinz wurde bei den Räubern erzogen, die ihn auf allen ihren Raubzügen mit sich nahmen. Eines Tages zogen sie gegen eine Karawane in Sebestan. Da aber die Karawane eine überaus reiche Ladung und ein zahlreiches tapferes Geleit bei sich hatte, auch wegen der Unsicherheit dieser Gegend nach allen Seiten Wachen aufstellte, war sie beim Anzuge der Räuber schon zur Gegenwehr gerüstet. Der Kampf war heftig, doch zuletzt siegte die Karawane. Ein Teil der Räuber blieb, einige entflohen und der junge Prinz wurde gefangen. Als die Kaufleute den Jungen betrachteten, der so schön und so lieb wie der Mond aussah, fragten sie ihn, »Wer ist dein Vater und wie bist du zu diesen Dieben gekommen?« Er antwortete, »Ich bin der Sohn des Räuberhauptmanns.« Die Kaufleute führten den Gefangenen vor den König Asadbacht, seinen Vater, und erzählten ihm den ganzen Vorfall mit den Räubern. Der König sagte, er wolle ihn behalten, worauf die Kaufleute erwiderten, »O König der Zeit, Gott hat ihn dir geschenkt, wir alle sind ja deine Sklaven.« Der König entließ sie dann, nahm den Jungen zu vielen anderen in seinen Palast, und da er nach einiger Zeit viel Bildung, Verstand und Kenntnisse an ihm wahrnahm, vertraute er ihm seine Schätze an, die bisher die Vesire verwaltet hatten, und erteilte Befehle, daß nichts ohne diesen Jüngling geschehe. Dieser Zustand dauerte zwei Jahre lang fort, in denen der König nichts als Gutes und Treues von seinem Sohne sah. Er liebte ihn daher immer mehr und konnte nicht mehr ohne ihn sein. Als die Vesire, die früher nach Belieben mit dem Schatze umgehen konnten, sich durch den Jungen verdrängt sahen, wurden sie eifersüchtig und trachteten nach Mitteln, ihm die Gunst des Königs zu entziehen. Sie konnten lange keine Gelegenheit finden, bis einst das Schicksal wollte, daß der Junge Wein trank, sich berauschte und, ohne etwas von sich selbst mehr zu wissen, in das Schlafgemach der Königin lief. Hier warf er sich auf das königliche Bett und schlief bis abends. Da kam eine Sklavin und brachte, wie gewöhnlich, allerlei Früchte und Getränke für den König und die Königin. Der Junge lag da auf seinem Rücken, ohne in seiner Trunkenheit zu wissen, wo er war, und die Sklavin glaubte, es sei der König, denn niemand wusste etwas von dem Jungen. Sie legte die Weihrauchpfanne neben das Bett, schloß die Türe und ging wieder fort. Bald darauf kamen der König und die Königin aus dem Speisesaal und als ersterer den Jungen im Schlafgemach fand, sagte er zu seiner Gattin, »Was tut der hier? Der ist gewiss nur deinetwegen hierher gekommen.« Die Königin erwiderte, »Ich weiß nichts von ihm.« Indessen erwachte der Jüngling und als er den König erblickte, sprang er auf und verbeugte sich vor ihm. Der König schrie ihn an, »Du treuloser Mensch von schlechter Abkunft, was hat dich hierher gebracht?« Er ließ sogleich den Jungen in den Kerker werfen und die Königin in ein anderes Gefängnis sperren, und am folgenden Morgen setzte er sich auf seinen Thron, ließ den Großvisier kommen und sagte ihm, »Weißt du, was der Räuberjunge getan hat? Er ist in meinen Palast gekommen und hat auf meinem Bett geschlafen, und ich fürchte, er steht in einem sündhaften Verhältnis zu der Königin. Was ist nun dein Rat?« Der Visier sagte, »Gott erhalte dich lange. Wie konntest du von diesem Jungen erwarten? Ist er nicht von schlechter Abkunft? Sohn eines Räubers, der immer wieder in seine frühere Schlechtigkeit zurückfällt? Wer eine junge Schlange erzieht, kann nur von ihr gebissen werden. Deine Gattin mag wohl unschuldig sein, sie war stets ein Muster der Tugend und Keuschheit. Wenn mir der König erlaubt, so gehe ich zu ihr und frage sie aus, um die Wahrheit zu erforschen.« Als der König es erlaubte, ging der Visier zu ihr und sagte ihr, »Ich komme zu dir einer großen Chantat willen, sage mir nun die Wahrheit. Wie ist der Junge in dein Schlafgemach gekommen?« Sie antwortete, »Ich weiß nicht« und schwor, dass ihr alles selbst ein Rätsel wäre. Als der Visier merkte, dass sie unschuldig war, sagte er, »Ich will dir ein Mittel angeben, wie du vor dem König dich rechtfertigen kannst. Sage ihm, wenn er von diesem Vorfalle spricht, der Junge hat mich in meinem Gemache gesehen und mir geschrieben, er wolle mir hundert von den wertvollsten Perlen geben, wenn ich ihm eine Zusammenkunft gestatte.« Ich aber lachte über diesen Vorschlag und schlug ihm seine Bitte ab. Er kehrte aber wieder und sagte, »Wenn du mich nicht erhörst, so komme ich einmal betrunken in dein Schlafzimmer, dass der König mich sieht. Er wird mich dann umbringen, aber auch du wirst zur Schande und verlierst deinen guten Ruf.« »Erzähle dies dem König«, fuhr der Visier fort. »Ich gehe voraus, um es ihm zu melden.« Die Königin nahm den Rat des Visiers an und versprach ihm, seine Aussage zu bestätigen. Der Visier kehrte zum König zurück und sagte, »Dieser Junge verdient die höchste Strafe wegen seines Undanks nach allem Guten, das ihm erwiesen worden. Doch ein bitterer Kern kann nie süß werden. Ich bin nun überzeugt,« fuhr er fort, »dass die Königin unschuldig ist« und erzählte hierauf dem König, was er die Königin gelehrt hatte. Als der König dies hörte, zerriss er seine Kleider und ließ den Jungen einrufen. Eine Menge Leute drängte sich herbei, um zu sehen, was der König beschließen werde, auch der Scharfrichter wurde schon bestellt. Der König sprach mit Heftigkeit, aber der Junge blieb gelassen. Jener sagte, »Ich habe dich mit meinem Geld gekauft und über alle meine Großen erhoben und zum Schatzmeister gemacht. Wie konntest du meine Ehre schenden und mich in meinem Palast verraten?« Der Junge erwiderte, »O König, ich habe nichts mit Bewusstsein getan, und bin ohne meinen Willen in dein Schlafgemach gekommen. Mein unglückseliges Geschick trieb mich dahin, mein Stern, der mich auf einmal verließ. Ich habe mich immer vor allem Unschicklichen gehütet, doch niemand vermag etwas gegen ein feindliches Schicksal. Mir geht es wie dem Kaufmann, der auch trotz aller seiner Bemühungen doch dem Schicksale unterlag.« Der König fragte, »Was ist das für eine Geschichte?« Und »Der Junge erzählte« Ende von Abschnitt 20 Abschnitt 21 von »Tausend und eine Nacht« Band 2 übersetzt von Gustav Weil Geschichte des vom Schicksal verfolgten Kaufmanns Einst lebte ein Kaufmann, der einige Jahre lang viel Glück im Handel hatte und mit seinem Geld großen Gewinn machte. Auf einmal misslangen ihm seine Unternehmungen, ohne dass er wusste, woher. Da dachte er bei sich, »Ich bin ein reicher Mann, was soll ich mich länger wegen unsicheren Gewinnes auf Reisen quälen, ich will jetzt ausruhen und nur noch in meinem Hause Handel treiben.« Es war Sommerszeit, als der Kaufmann diesen Entschluss fasste. Er kaufte Weizen für die Hälfte seines Geldes, den er im Winter mit viel Gewinn wieder zu verkaufen hoffte. Als aber der Winter kam, war der Weizen um die Hälfte wohlfeiler, als der Kaufmann ihn im Sommer gekauft hatte. Er betrübte sich sehr darüber und ließ ihn aufs nächste Jahr liegen, aber der Preis des Weizens sank immer mehr. Da sagte ihm einer seiner Freunde, »Du hast kein Glück mit diesem Weizen, darum verkaufe ihn, wie du kannst.« Er erwiderte, »Ich habe lange genug gute Geschäfte gemacht, ich darf wohl auch einmal an etwas Verlust haben, doch bei Gott müsste ich in zehn Jahre behalten, ich würde ihn nicht ohne Gewinn verkaufen.« Und in seinem Ärger ließ er die Türe des Magazins zumauern. Aber die göttliche Bestimmung wollte, dass es so heftig regnete, dass der Regen vom Dache auf den Speicher, wo der Weizen lag, herabtropfte, so, dass er ganz faul wurde, und der Kaufmann den Trägern noch 500 Drachmen geben mußte, um ihn zur Stadt hinaus zu bringen. Da sagte ihm sein Freund, »Wie oft habe ich dir gesagt, du hast kein Glück mit diesem Weizen, warum gabst du mir kein Gehör? Nun geh zum Sterndeuter und frage ihn nach deinem Sterne.« Als der Kaufmann zum Sterndeuter kam, sagte ihm dieser, »Dein Stern ist schlecht, du darfst gar nichts unternehmen, denn alles wird dir misslingen.« Der Kaufmann hörte aber nicht auf den Sterndeuter und dachte, »Wenn ich wieder großen Handel treibe, so fürchte ich nichts.« Er nahm dann die übrige Hälfte des Vermögens, von dem er inzwischen auch drei Jahre gelebt hatte, baute ein Schiff, trug alles, was er besaß, darauf und fragte die Kaufleute, an welchen Waren man am meisten gewinnen könnte und wo man sie am besten verkaufte. Die Kaufleute nannten ihm ein fernes Land, wo man an einem Drachmen hundert verdienen könne. Er segelte mit seinem Schiffe dahin, aber auf einmal erhob sich ein Sturm, das Schiff ging unter und mit Mühe rettete sich der Kaufmann auf einem Brett, das der Wind ans Ufer in die Nähe einer Stadt trieb. Der Kaufmann, ob schon er alles verloren hatte, dankte doch Gott dafür, dass er ihm beim Leben erhalten und ging in die Stadt. Hier erzählte er einem alten Manne das Unglück, das er auf dem Meer gehabt. Der Alte bedauerte ihn sehr, ließ sogleich Speisen für ihn bringen und sagte ihm, bleibe bei mir als mein Geschäftsführer, ich bezahle dir jeden Tag fünf Drachmen. Gott belohne dich dafür, erwiderte der unglückliche Kaufmann. Der Kaufmann blieb bei dem Alten, besorgte für ihn alle Feldarbeiten und erhielt nach und nach die Oberaufsicht über dessen ganzes Ökonomiewesen. Als er nach der Ernte die Frucht gesammelt, getroschen und gereinigt hatte, dachte er, ich glaube nicht, dass der Alte mir meinen Lohn bezahlen wird, das Beste ist daher, ich nehme von dieser Frucht, was mir gebührt und will er mir später meinen Lohn geben, so erstatte ich ihm zurück, was ich genommen habe. Er nahm daher so viel Frucht, als sein Lohn ausmachte, verbarg sie und brachte die übrigen dem Alten und maß sie ihm vor. Der Alte sagte ihm, komm und nimm deinen Lohn, kaufe dir dafür Kleider und was du sonst brauchst und wenn du zehn Jahre bei mir bleiben willst, so sollst du immer denselben Lohn haben. Da dachte der Kaufmann, es war doch nicht schön von mir, ohne die Erlaubnis meines Herrn mir Frucht zu nehmen. Er ging daher, um sie wieder zu holen, aber er fand sie nicht mehr. Er kehrte betrübt zum Alten zurück und als dieser ihn fragte, was ihm widerfahren, sagte er ihm, ich habe geglaubt, du würdest mir meinen Lohn nicht geben und daher so viel Frucht verborgen als mein Lohn ausmacht. Da du mich aber nun gehörig bezahlen wolltest, so wollte ich die verborgene Frucht wiederholen, fand sie aber nicht mehr. Gewiss hat sie jemand gestohlen. Der Alte wurde böse, als er dies hörte und sagte, es lässt sich nichts gegen ein schlimmes Geschick tun, siehe, ich hätte dir deinen Lohn gegeben, da du aber von deinem bösen Stern geleitet eine so schlimme Meinung von mir hegtest, so sollst du gar nichts haben und auch sogleich mein Haus verlassen. Der Kaufmann ging weinend fort und kam bei den Perlenfischern vorüber, die ihn fragten, warum er so betrübt wäre, worauf er ihnen seine ganze Geschichte von Anfang bis zu Ende erzählte. Die Perlenfischer, welche ihn in seinen glücklichen Jahren gekannt hatten, fühlten ihm, bleibe bei uns, wir wollen auf dein Glück untertauchen und was wir heraufbringen, wollen wir teilen. Sie tauchten unter und brachten zehn große Perlenmuscheln herauf, von denen jede zwei große Perlen in sich schloss. Erfreut über diesen Fund riefen sie, bei Gott, dein Glückstern geht wieder auf. Sie gaben ihm dann die zehn Perlen und sagten, verkaufe zwei davon, handle mit dem Erlös derselben und verwahre die übrigen für die Not. Der Kaufmann nahm die Perlen, nähte acht derselben in sein Kleid ein und steckte die übrigen beiden in den Mund. Aber ein Dieb hatte ihm zugesehen und benachrichtigte seine Gesellen davon, diese überfielen ihn und nahmen ihm sein Kleid weg. Der Kaufmann tröstete sich indessen mit den beiden Perlen, die ihm noch übrig blieben. Er ging dann in die Stadt und nahm die zwei Perlen aus dem Munde, um sie zu verkaufen. Da wollte das Schicksal, dass einem Juwelier in der Stadt zehn Perlen gestohlen wurden, gerade wie die des Kaufmanns. Als daher der Juwelier diese zwei Perlen in den Händen des Maklers sah, fragte er ihn, wem sie gehören. Der Makler antwortete, auf den Kaufmann hindeutend, diesem Manne. Als der Juwelier den Kaufmann sah, dessen Äußeres so arm und elend war, schöpfte er Verdacht und fragte ihn, wo sind die übrigen acht Perlen? Der Kaufmann, welcher glaubte, er frage ihn nach den Perlen, welche in seinem Kleide eingenäht waren, antwortete, sie sind mir gestohlen worden. Der Juwelier, welcher nicht mehr zweifeln konnte, dass dieser Kaufmann seine zehn Perlen gestohlen, ergriff ihn, führte ihn zum Polizeiobersten und sagte diesem, hier ist der Dieb, der mir zehn Perlen gestohlen, ich habe noch zwei davon bei ihm gefunden, und er hat selbst eingestanden, dass ihm die übrigen acht entwendet wurden. Der Polizeioberst, dem schon vorher dieser Diebstahl angezeigt worden, ließ den Kaufmann prügeln und einsperren. Schon schmachtete er ein ganzes Jahr im Gefängnis, als endlich durch die göttliche Fügung der Polizeioberst auch einen der Perlenfischer in dasselbe Gefängnis sperren ließ. Der Kaufmann erkannte ihn und erzählte ihm, wie unglücklich er durch seine Perlen geworden. Als daher der Perlenfischer das Gefängnis verließ, erzählte er die Geschichte des Kaufmanns dem Sultan Kaufmanns überzeugt, bemitleidete ihn, ließ ihn in Freiheit setzen, wies ihm eine Wohnung neben dem Palast an und bestimmte ihm ein ansehnliches Jahrgeld. Der Kaufmann vergaß bald alle seine Leiden und dachte, nun ist das Glück wiedergekehrt, ich werde unter dem Schutze dieses Königs meine übrige Lebenszeit in Ruhe zubringen. Aber eines Tages trieb ihn seine Neugierde an ein Fenster, das mit Erde und Steinen zugemauert war. Er riß es ein, um zu sehen, was dahinter ist, und siehe da, das Fenster ging zum Harem des Sultans. Als er dies sah, fuhr er erschrocken zurück und holte frische Erde, um es wieder zu schließen. Aber ein Eunuche sah ihn und benachrichtigte schnell den Sultan davon. Der Sultan kam, und als er das Fenster aufgebrochen fand, war er sehr aufgebracht gegen den Kaufmann und sagte ihm, Ist das der Lohn für meine Wohltaten? Was hast du nach meinem Harem zu sehen? Der Sultan ließ ihm hierauf die Augen ausstechen und der Kaufmann seine beiden Augen in die Hand nehmend rief verzweifelt, »Wie wie lange noch, o verdammtes Schicksal verfolgst du mich? Zuerst hattest du es nur mit meinem Gelde zu tun und jetzt gehst du mir gar an den Leib. Ich sehe wohl, dass all mein Bemühen vergebens ist, wenn Gott mir nicht beisteht. Auch mir, großer König, sagte der Junge, geht es wie diesem Manne. Solange das Glück mir günstig war, gelang mir geht verkehrt. Als der Junge so sprach, legte sich der Zorn des Königs ein wenig, er ließ ihn ins Gefängnis zurückführen und sagte zu den Visieren, »Der Tag ist bald zu Ende, wir wollen mit der Hinrichtung bis morgen warten. Am folgenden Tage trat der zweite Visier, welcher Baron hieß, hervor und verdammte ebenfalls das Verfahren des Angeklagten. Der König ließ den Jungen kommen und sagte, »Wehe dir, ich werde dir den schlimmsten Tod geben lassen, denn dein Verbrechen ist abscheulich, meine Leute sollen eine Warnung durch dich erhalten. Der Junge sagte, »O König, übereile dich nicht, denn ein reifliches Bedenken ist die sicherste Stütze einer guten Regierung. Wer nicht die Folgen einer Handlung überlegt, dem geht es wie einem gewissen Kaufmann, wer aber alles voraussieht, der wird glücklich, wie der Sohn jenes Kaufmanns. Da der König die Geschichte dieser beiden Kaufleute hören wollte, begann der Junge. Ende von Abschnitt 21 Abschnitt 22 von 1001 Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des Kaufmanns und seines Sohnes O König, einst musste ein sehr reicher Kaufmann während der Schwangerschaft seiner Frau eine Reise machen. Er ging zu ihr, stellte ihr die Notwendigkeit seiner Reise vor, versprach ihr, vor ihrer Niederkunft zurückzukehren und nahm Abschied von ihr. Da kam er auf seinen Reisen zu einem König, welcher einen guten Minister, um das Land zu regieren, suchte. Der König fand den Kaufmann so gebildet, klug und kenntnisreich, dass er ihn zu seinem Minister ernannte und ihm viel Gutes erwies. Nach einiger Zeit hielt der Kaufmann um Erlaubnis an, wieder nach seiner Heimat zurück zu reisen, aber der König wollte ihn nicht entlassen. Dann bat er nur um Erlaubnis, seine Familie zu besuchen und versprach, wieder zu kommen. Dies gestattete ihm der König und schenkte ihm noch einen Beutel mit tausend Dinaren. Der Kaufmann bestieg ein Schiff und trat seine Rückreise an. An demselben Tage aber schiffte sich auch seine Gattin ein, welche den Aufenthaltsort ihres Mannes erfahren hatte, um mit dem Zwillingspaar, das sie in seiner Abwesenheit geboren hatte, sich zu ihm zu begeben. Das Schiff, auf welchem die Mutter mit ihren Kindern war, landete gerade auf einer Insel, als das, auf welchem der Kaufmann war, von der entgegengesetzten Seite ankam. Da sagte die Frau zu ihren Kindern, »Dieses Schiff kommt aus dem Lande, wo euer Vater wohnt. Geht ans Ufer und erkundigt euch nach ihm.« Sie gingen ans Ufer und machten viel Geräusch in der Nähe des Schiffes ihres Vaters. Ihr Vater schlief gerade im Schiffe und fuhr erschrocken auf bei dem Geschrei der Kinder. Er stand auf, um sie schweigen zu machen. Da fiel ihm sein Beutel zwischen die Waren und er konnte ihn nicht mehr finden. Er schlug sich ins Gesicht, fasste die Jungen und sagte ihnen, »Ihr habt mir den Beutel gestohlen, ihr habt nur hier gespielt, um mich zu bestehlen. Es war niemand außer und prügelte sie. Die Kinder weinten und die Matrosen versammelten sich um sie und sagten, »Alle Kinder dieser Insel sind Diebe!« Nun wurde der Kaufmann so aufgebracht, dass er schwor, sie ins Wasser zu werfen, wenn sie den Beutel nicht herausgäben. Nachdem der Kaufmann geschworen hatte, nahm er die Kinder und befestigte sie an einem Bund Zuckerrohr und warf sie ins Wasser. Als die Kinder lange nicht zu ihrer Mutter zurückkehrten, kam sie in die Nähe des Schiffs, um sie zu suchen, und da sie sie nirgends sah, erkundigte sie sich nach ihnen bei den Matrosen und beschrieb das Alter und Aussehen derselben. Die Matrosen sahen bald ein, dass diese Frau die Mutter der Kinder sei, welche ins Wasser geworfen wurden, und erzählten ihr, was ihren Kindern widerfahren. Die Frau schrie, »Wie schade um eure Herrlichkeit, oh meine Kinder, wo ist das Auge eures Vaters, dass es euch sehe?« Da fragte sie einer der Schiffsleute, »Wessen Gattin bist du?« Sie antwortete, »Ich bin die Gattin des Kaufmanns so und so, zu dem ich eben reisen wollte, als dieses Unglück mich traf.« Als der Kaufmann dies hörte, umarmte er sie, dann stand er auf, zerriss seine Kleider, schlug sich auf den Kopf und rief, »Bei Gott, ich habe selbst meine Kinder getötet! Das ist die Strafe dessen, der die Folgen einer Handlung nicht bedenkt und übereilt handelt!« Er weilte dann eine Weile im Schiff mit seiner Gattin, dann sagte er, »Bei Gott, ich werde keine Freude mehr am Leben haben, bis ich weiß, was aus meinen Kindern geworden!« Er schwamm im Wasser herum, fand sie aber nicht mehr, schweißiger Wind, hatte sie ans andere Ufer getrieben. Eins dieser Kinder wurde von Freunden des Königs aufgenommen, bei dem sein Vater gewohnt hatte. Als das Kind dem König gebracht wurde, gefiel es ihm sehr, dass er es an Kindesstelle annahm und als sein eigenes Kind ausgab, das er aus zärtlicher Liebe bis jetzt verborgen habe. Alle Welt freute sich darüber und der König bestimmte ihn zu seinem Nachfolger und Erben. Nach einigen Jahren starb der König und sein Adoptivsohn bestieg den Thron ohne Widerspruch. Seine Eltern hatten lange die Insel durchsucht, um ihn und seinen Bruder wiederzufinden, konnten aber keine Spur von ihnen auffinden. Nachdem sie alle Hoffnung, ihre Kinder wiederzusehen, verloren hatten, ließen sie sich auf eine Insel nieder. Eines Tages, als der Kaufmann auf den Markt ging, sah er einen Makler mit einem Jungen an der Hand, den er verkaufen wollte. Da dachte er bei sich, ich will diesen Jungen kaufen und mich durch ihn über den Verlust meiner Kinder trösten. Er bewilligte dem Makler den geforderten Preis und führte den Jungen nach Hause. Als seine Frau ihn sah, schrie sie, bei Gott, das ist mein Sohn. Vater und Mutter freuten sich sehr und fragten ihn nach seinem Bruder. Er sagte, das Meer hat uns getrennt, ich weiß nicht, wo er hingekommen. Mehrere Jahre nach dem unerwarteten Wiederfinden seines Sohnes ließ der Kaufmann ein Schiff mit kostbaren Waren beladen und schickte seinen Sohn damit in die Residenz seines Bruders, denn auch die Insel, welche sie bewohnten, gehörte ihm. Als der König hörte, es sei ein fremder Kaufmann mit Waren angekommen, die für ihn passen, ließ er ihn rufen. Er erkannte seinen Bruder nicht, doch fühlte er sich mächtig zu ihm hingezogen und sagte ihm, ich wünschte, dass du bei mir bliebest, ich will dich groß machen und dir geben, was du nur begehrst. Der junge Kaufmann blieb einige Zeit bei seinem Bruder und als er sah, dass dieser sich gar nicht mehr von ihm trennen wollte, benachrichtigte er seine Eltern davon und bat sie, zu ihm zu kommen. Bald nach ihrer Ankunft kam einmal der König betrunken nach Hause. Da dachte der junge Kaufmann, der König verdient wohl durch seine vielen mir erwiesenen Wohltaten, dass ich ihn selbst diese Nacht bewache. Er stellte sich daher mit gezogenem Schwerte an die Türe des königlichen Gemaches, ein junger Mann, der ihn längst schon wegen des Ansehens beim König beneidete, sah ihn in dieser Stellung und fragte ihn, warum er so mit gezogenem Schwerte dastehe. »Ich will den König selbst bewachen, weil er mir so viel Gutes erwiesen«, erwiderte ihm der junge Kaufmann. Als der neidische Jüngling aber am folgenden Morgen diese Begebenheit seinen Freunden erzählte, sagten sie, »Das ist eine gute Gelegenheit, dem fremden Kaufmann die Gunst des Königs zu entziehen und uns Ruhe vor ihm zu schaffen.« Sie gingen hierauf zum König und sagten ihm, sie wünschten ihm einen Rat zu geben, und auf die Frage des Königs, was es wäre, antworteten sie, »Der junge Kaufmann, dem du dich so genährt und den du über alle deine Günstlinge erhoben hast, hat gestern vor unseren Augen mit gezogenem Schwerte auf dich losrennen wollen, um dich zu töten.« Als der König dies hörte, wurde er blass und sagte, »Könnt ihr das beweisen?« »Willst du den besten Beweis von der Wahrheit unserer Aussage haben?« antworteten die Verleumder, so betrunken und lege dich nieder, da wirst du mit deinen eigenen Augen dich überzeugen. Sie gingen hierauf zum jungen Kaufmanne und sagten ihm, »Wisse, der König hat dich deiner gestrigen Tat willen sehr gelobt und er wird dich dafür aufs glänzendste belohnen.« In der folgenden Nacht befolgte der König den Rat der bösen Jünglinge und als er den Kaufmanns Sohn mit gezogenem Schwerte kommen sah, fürchtete er sich vor ihm, ließ ihn festnehmen und sagte ihm, »Ist das der Lohn für meine dir erwiesenen Wohltaten? Du bist mir näher als irgendjemand gestanden und nun verfährst du so schlimm gegen mich?« Zwei Jungen fragten sogleich den König, ob sie ihm den Kopf abschlagen sollten. Aber der König antwortete, »Einen Menschen umbringen ist eine sehr leichte Sache, aber auch eine sehr ernste. Wir können leicht den Lebendigen töten, aber dem Toten nicht mehr das Leben wiedergeben. Darum will ich diesen Verbrecher einstweilen nur einsperren lassen, seinen Kopf kann ich immer noch haben. Hierauf verließ sie der König, nahm seine Tagesarbeit vor, ging dann auf die Jagd, kehrte zur Stadt zurück Dachte nicht mehr an den Eingesperrten. Da kamen die Feinde des Kaufmannssohnes zum König und sagten, »Wenn du diesen Verbrecher nicht bestrafst, so werden alle jungen Leute nach deinem Reiche lüstern werden.« Diese Worte erweckten den Zorn des Königs. Er ließ den Angeklagten wieder vor sich führen und den Scharfrichter holen, um ihm den Kopf abzuschlagen. Schon hatte man dem Jüngling die Augen zugebunden und der Scharfrichter stand ihm zu Häupten und sagte, »Wenn du es erlaubst, O König, so haue ich zu.« Als der König erwiderte, »Halte ein, ich will noch darüber nachdenken, ich kann ihn immer noch töten lassen, führt ihn wieder ins Gefängnis zurück.« Inzwischen hatte der Vater des jungen Kaufmannes von dem Schicksale seines Sohnes Nachricht erhalten. Er eilte sogleich zum König und überreichte ihm ein Schreiben, welches folgende Worte enthielt. »Habe Mitleid mit mir, Gott wird sich auch deiner erbarmen. Übereile dich nicht, wo es ein Menschenleben gilt, denn ich habe aus Übereilung einen Sohn ins Wasser geworfen, den ich nie mehr wieder gefunden. »Glaubst du, dass er den Tod verdient? So töte mich statt seiner.« Er fiel dann vor dem König nieder und weinte. Der König forderte ihn auf, die Geschichte seines ertrunkenen Sohnes ausführlich zu erzählen, und als er damit zu Ende war, stieß der König ein lautes Geschrei aus, stieg vom Thron herunter, umarmte seinen Vater und seinen Bruder und sagte, »Bei Gott, du bist mein Vater, dieser Jüngling ist mein Bruder und deine Gattin ist unsere Mutter. Seht ihr,« sagte er zu den Leuten, welche um ihn versammelt waren, »wie wohl ich daran getan habe, mich in meinem Hinrichtungsbefehle nicht zu übereilen?« Und alle Leute bewunderten seine Einsicht und Überlegung. Dann sagte er zu seinem Vater sich wendend, »Wärest du damals auf der Insel nicht so rasch gewesen, so hättest du dir diese ganze Zeit her viele Reue und Trauer erspart.« Der König ließ dann auch seine Mutter kommen, und ein glückliches Leben in der Mitte seiner Verwandten war der Lohn seiner Bedachtsamkeit. »Darum«, sagte der Jüngling zum König, »übereile auch du meinen Tod nicht, du möchtest ihn zu spät bereuen, denn nichts ist schlimmer, als die Tat nicht zu bedenken. Als der König dies hörte, ließ er den Jüngling ins Gefängnis zurückführen und beschloss, noch einige Zeit über ihn nachzudenken. Am dritten Tage kam der dritte Visier zum König und sagte, »O König, verschiebe die Strafe dieses Jünglings nicht länger, denn schon sprechen alle Leute von seiner Schandtat. Lass ihn schnell umbringen, dass keine Rede mehr von ihm sei. Diese Worte des Visiers reizten den Zorn des Königs wieder. Er ließ den Jungen gefesselt vorführen und sagte ihm, »Du bist ein Mensch von schlechter Herkunft. Du hast mich entehrt. Drum will ich dich aus der Welt schaffen. Der Junge sagte, »O König, gebrauche Geduld in allen deinen Handlungen, so wirst du alle deine Wünsche erlangen. Gott führt durch Geduld zum Glück. So ist Abu Saber durch Geduld von der Grube auf den Thron gestiegen. »Was ist das für eine Geschichte? fragte der König und der Jüngling begann. Ende von Abschnitt 22 Abschnitt 23 von Tausend und eine Nacht Band 2 übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des Gutsbesitzers Abu Saber Einst lebte in einer kleinen Stadt ein Gutsbesitzer mit Namen Abu Saber, der große Viehherden besaß und eine schöne Frau hatte, die ihm zwei Kinder gebar. Da kam einmal ein Löwe und zerriss eine Menge Vieh. Die Gutsbesitzerin sagte zu ihrem Gatten, siehe, dieser Löwe hat unser bestes Vieh zugrunde gerichtet, verfolge ihn mit deinen Leuten und suche ihn zu töten, dass wir Ruhe bekommen. Er aber antwortete, habe Geduld, meine Frau, denn Geduld bringt ein gutes Ende. Dieser Löwe ist doch ein schädliches Tier, Gott wird ihn schon verderben, lass uns nur in Geduld abwarten, jeder Übeltäter stürzt zuletzt selbst ins Verderben. Eines Tages ging der König mit großem Gefolge auf die Jagd, begegnete dem Löwen und setzte ihm nach, bis er ihn tötete. Als Abu Saber dies hörte, sagte er zu seiner Gattin, habe ich dir nicht gesagt, der Übeltäter stürzt schon von selbst? Hätte ich den Löwen zu erlegen gesucht, wäre es mir vielleicht nicht gelungen, das ist der Lohn der Geduld. Einige Zeit nachher, als in dem Städtchen, das Abu Saber bewohnte, jemand ermordet wurde, ließ der Sultan das ganze Städtchen plündern, und Abu Saber verlor dadurch auch den größten Teil seines Vermögens. Da sagte ihm seine Gattin, die Umgebung des Sultans kennt dich als einen braven Mann, schreibe dem Sultan, er wird dir gewiss dein Gut zurückgeben lassen. Er aber antwortete, »O meine Frau, habe ich dir nicht gesagt, wer Unrecht begeht, wird schon bestraft werden? Nun hat der Sultan eine Gewalttat ausgeübt und unschuldigen Leuten ihr Gut geraubt. Du wirst sehen, wie er bald das Seinige verliert.« Dies hörte einer seiner Nachbarn, welcher ihn schon längst beneidete. Er gab dem Sultan davon Kunde, und dieser ließ dem Gutsbesitzer alles, was ihm noch übrig geblieben war, wegnehmen und ihn mit seiner Gattin aus dem Städtchen treiben. Als sie hierauf in eine Wüste flohen, sagte die Frau zu ihrem Manne, »Das alles kommt von deiner Schwäche und Saumseligkeit.« Er aber versetzte, »Habe nur Geduld, sie führt sicher zu einem guten Ende.« Kaum waren sie einige Schritte weitergegangen, da kamen Räuber und zogen ihnen ihre Kleider aus, nahmen, was sie auf dem Leib hatten, und raubten ihnen auch ihre Kinder. Die Frau sagte weinend, »Lass einmal deinen Gleichmut, und komme, wir wollen den Räubern nachlaufen, vielleicht werden sie uns bemitleiden und unsere Kinder zurückgeben.« Abu Sabr antwortete, »Habe nur Geduld. Wer etwas Böses tut, dem wird auch wieder Böses vergolten. Wenn ich ihnen folgte, könnte leicht einer von ihnen sein Schwert ziehen und mich töten. Drum, Geduld, dies führt zu einem guten Ende.« Sie gingen dann fort, bis sie in die Nähe eines Städtchens im Lande Körmann kamen, da ließen sie sich am Ufer eines Flusses nieder, und Abu Sabr sagte zu seiner Frau, »Bleibe du hier, ich will einstweilen ins Städtchen gehen, um eine Wohnung zu mieten.« Als er fern war, kam ein Reiter, um sein Pferd im Flusse zu tränken. Diesen gefiel Abu Sabr's Gattin so sehr, dass er ihr sagte, »Komm, reite mit mir weg, ich will dich heiraten und glücklich machen.« Sie antwortete, »Gott erhalte dich, ich habe einen Gatten.« Da zog er sein Schwert und sagte, »Wenn du mir nicht folgst, so bringe ich dich um.« Als sie dies sah, schrieb sie mit den Fingern in den Sand, »O Abu Sabr, du hattest immer Geduld, bist du dein Vermögen, deine Kinder und deine Gattin verloren, die dir noch teurer als alles war, nun wirst du immer in Trauer leben und sehen, wohin dich deine Geduld geführt hat.« Der Reiter setzte sie dann hinter sich aufs Pferd und ritt mit ihr davon. Als Abu Sabr zurückkam, war sie schon weit weg, und als er las, was sie geschrieben hatte, gab er sie für verloren. Er weinte eine Weile, sagte aber bald zu sich selbst, »O Abu Sabr, du musst auch jetzt noch Geduld haben, es gibt vielleicht noch ein härteres Unglück als das deinige.« Er ging dann traurig vor sich hin, bis er von Handwerksleuten, die am königlichen Palast Frohendienst leisten mussten, angehalten wurde. Diese sagten ihm, »Du musst ja mitarbeiten, sonst wirst du für immer eingesperrt.« Abu Sabr arbeitete nun einen ganzen Monat wie ein Taglöhner und erhielt jeden Tag einen Leib Brot. Eines Tages fiel ein Arbeiter von einer Leiter herunter und brach ein Bein. Abu Sabr hörte ihn weinen und sagte ihm, »Habe Geduld und schreie nicht. Du wirst umso eher wieder Ruhe finden. Verliere nur die Geduld nicht, denn mit ihr kann man aus der tiefsten Grube auf den Thron steigen.« Der König, welcher am Fenster saß und diese Rede hörte, geriet in Zorn über Abu Sabr und ließ ihn in eine tiefe Grube werfen, die im Palast war, und sagte zu ihm, »Du Verrückter, wir wollen einmal sehen, wie du aus der Grube auf den Thron steigst.« Diese Worte wiederholte der König jeden Tag vor der Grube, in welche er ihm zwei Leibchen Brot werfen ließ. Abu Sabr schwieg und ertrug sein Unglück mit Geduld. In der Grube, wo er schmachtete, war früher ein Bruder des Königs eingesperrt, der schon längst tot war, den man aber im Lande noch lebendig glaubte. Die Partei des Verstorbenen wurde durch dessen vermeinte lange Gefangenschaft gegen den König aufgebracht. Er wurde als ein grausamer Tyrann verschrien und in einem Volksaufstande ermordet. Nun holte man Abu Sabr, den man für des Königs Bruder hielt, aus der Grube hervor. Niemand sah den Irrtum ein, weil beide einander sehr ähnlich waren und des Königs Bruder gar zu lange im Gefängnis von niemandem besucht werden durfte, und so wurde Abu Sabr als König ausgerufen. Abu Sabr dachte, das ist der Lohn der Geduld. Und ohne ein Wort zu sagen, setzte er sich auf den Thron, zog königliche Kleider an und regierte mit so vieler Gerechtigkeit und Einsicht, dass man ihn liebgewann und ihm gern gehorchte. Auch wurde sein Heer immer stärker. Bald nachher wurde der König, welcher ihn einst ausgeplündert hatte, von einem seiner Feinde überfallen und vom Throne gestürzt. Der vertriebene König kam zu Abu Sabr, den er nicht mehr kannte, lobte seine Tugenden und flehte ihn um Schutz und Hilfe an. Abu Sabr aber, der sich seiner noch erinnerte, dachte, das ist der Lohn der Geduld. Nun hat ihn Gott in meine Hand gegeben, und gab seinen Leuten Befehl, den König mit den Seinigen bis auf ihre Kleider auszublündern und aus dem Lande zu treiben. Abu Sabrs Leute sahen dies mit Erstaunen und dachten, das ist nicht königlich gehandelt. Ein fremder König flehte seinen Schutz an, und er lässt ihn ausplündern. Doch mussten sie schweigen. Nach einiger Zeit hörte der König, es halten sich Räuber im Lande auf. Er ließ ihnen nachsetzen, und als man sie ihm gefangen brachte, sah er, dass es die Räuber waren, welche ihn ausgeplündert und seine Kinder weggeführt hatten. Er fragte sie, wo sind die zwei Knaben, die ihr einst in der Wüste geraubt habt? Sie antworteten, wir haben sie bei uns und wollen sie unserem Herrn, dem König, als seine Sklaven vorstellen. Auch wollen wir alles Geld hergeben, das wir gesammelt haben, das Räuberhandwerk aufgeben und bei deinen Truppen als Soldaten dienen. Der König aber gab ihnen kein Gehör, sondern nahm ihnen ihr Geld und die zwei Knaben weg, an denen er große Freude hatte, und ließ sie dann hinrichten. Da sagten die Truppen des Königs einer zum anderen, der ist noch grausamer als sein Bruder. Die Diebe bringen ihm zwei Knaben und wollen Buße tun, und er lässt sie umbringen und ausplündern. Das ist eine große Gewalttat. Nach einiger Zeit kam ein Reiter vor den König mit der Frau desselben und klagte seine Frau des Ungehorsams gegen ihn an. Der König erkannte seine Frau, nahm sie dem Reiter weg und ließ ihn umbringen. Als der König hierauf hörte, dass ihn seine Truppen für einen Tyrannen hielten, sagte er in Gegenwart seiner Visiere und des ganzen Hofes, bei dem erhabenen Gott, ich bin nicht des Königs Bruder, sondern der König ließ mich eines einzigen Wortes Willen in seines Bruders Gefängnis sperren. Ich bin Abu Sabah, und Gott hat mir durch Geduld den Thron geschenkt. Der König, der bei mir Schutz suchte und den ich ausplündern ließ, hat mir früher all mein Gut weggenommen und mich ungerechterweise aus dem Lande verbannt. Ich habe ihm also Gleiches mit Gleichem vergolten. Die Diebe, welche von Buße sprachen, konnte ich nicht anhören. Sie haben mich auf dem Wege bis auf meine Kleider ausgezogen und mir auch meine beiden Knaben weggenommen, die ihr für Sklaven hieltet. Auch ihnen habe ich gerechte Strafe widerfahren lassen. Den Reiter ließ ich endlich umbringen, weil die Frau, gegen die er klagte, meine Gattin ist, die er mit Gewalt entführt und die mir nun der erhabene Gott zurückgegeben. So habe ich immer Gerechtigkeit ausgeübt, während ihr, nach dem Scheine urteilend, mich für einen Tyrannen hieltet. Diese Worte des Königs setzten seine Zuhörer in Erstaunen. Sie fielen vor ihm nieder, liebten ihn noch mehr als zuvor, entschuldigten sich bei ihm und bewunderten die göttliche Fügung, die Abu Sabr zum Lohne seiner Geduld aus der Grube auf den Thron erhoben und den früheren König von dem Throne in den Abgrund gestürzt. Abu Sabr ging dann zu seiner Gattin und sagte ihr, »Nun, wie hast du die Frucht der Geduld gefunden? Siehst du nun, wie süß sie ist, während die der Übereilung bitter schmeckt? Der Mensch mag Böses oder Gutes tun, es wird ihm immer später wieder vergolden.« »Darum, o König«, sagte der gefesselte Jüngling, »habe auch du jetzt so viel Geduld als möglich. Geduld ist eine Tugend der Edlen und ziemt besonders einem König.« Als der König dies hörte, legte sich sein Zorn und er ließ den Jüngling wieder ins Gefängnis zurückführen und hob die Versammlung auf. Am vierten Tag kam der vierte Visier, welcher Suschat hieß, verbeugte sich vor dem König und sagte, »O König, lass dich durch die Reden des Jünglings nicht täuschen, denn er spricht nicht wahr. Solange er lebt, werden alle Leute von dieser Geschichte sprechen, und du selbst wirst sie nie vergessen können.« Der König sagte, »Bei Gott, du hast recht, ich will ihn vor meinen Augen umbringen lassen.« Der Gefangene wurde wieder vor den König geführt, und dieser sagte ihm, »Wehe dir, glaubst du, mein Herz durch deine Erzählungen einzuschläfern und durch deine Reden immer mehr Zeit zu gewinnen? Heute lasse ich dich umbringen, ich will einmal deiner Los sein.« Der Jüngling sagte, »O König, du bist Herr, mich umzubringen, wann du willst. Doch Übereilung ziemt nur gemeinen Menschen, edle Männer aber haben Geduld. Hast du mich umgebracht, so bereust du es, und willst mich dann wieder lebendig machen, so kannst du es nicht. Wer sich übereilt, dem geht es wie dem Prinzen Basad.« Der König fragte, »Was ist das für eine Geschichte?« Und der Jüngling antwortete, »Ende von Abschnitt 23« Abschnitt 24 von Tausend und eine Nacht Band 2 übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des Prinzen Basad O Herr, es war vor alter Zeit ein König, der einen Sohn hatte, dem keiner seiner Zeitgenossen an Schönheit glich. Er liebte die Geselligkeit und verkehrte viel mit Kaufleuten. Einst war der Prinz in Gesellschaft und hörte, wie jemand sagte, er sei der schönste Mensch seiner Zeit. Hierauf sagte ein anderer, »Die Tochter des Königs so und so ist schöner als er.« Sobald der Prinz dieses hörte, verlor er den Verstand. Sein Herz pochte heftig. Er rief den Fremden zu sich und bat ihn um den Namen der Prinzessin, deren Schönheit er so über die seinige erhoben hatte. Als der Fremde sie nannte, wurde der Prinz ganz blass, und sein Herz beschäftigte sich nur noch mit ihr. Der König, der davon unterrichtet wurde, sagte ihm, »Mein Sohn, du kannst das Mädchen, das du liebst, erlangen. Habe nur Geduld. Ihr Vater wird sie dir gern zur Gattin geben, wenn ich um sie anhalte.« Der Prinz sagte, »Ich habe keine Geduld.« Der König schickte sogleich zu dem Vater der Schönen und hielt bei ihm um die Hand seiner Tochter an. Dieser forderte hunderttausend Dinare als Morgengabe. Als aber der König das Geld, das er in seinem Schatze hatte, zusammenzählte, da fehlte noch einiges an den hunderttausend Dinaren. Er sagte daher zu seinem Sohne, »Habe Geduld, bis ich das fehlende Geld zusammenbringe, dann schicke ich es deinem Schwiegervater und lasse deine Geliebte holen.« Aber der Prinz geriet in heftigen Zorn und sagte, »Ich warte nicht länger.« Nahm Schwert und Lanze, bestieg sein Pferd und wurde Straßenräuber. Eines Tages fiel er aber eine starke Karawane an, wurde überwunden, gefangen und gefesselt vor den König jenes Landes geführt. Als der König den schönen Jüngling sah, sagte er ihm, »Du siehst keinem Räuber gleich, gestehe mir die Wahrheit, Junge, wer bist du?« Der Prinz schämte sich aber, die Wahrheit zu gestehen, und wollte lieber sterben. Da sagte der König zu seinen Räten, »Wir wollen uns mit diesem Jungen nicht übereilen, denn Übereilung bringt Reue. Es genüge uns, ihn einstweilen in Verhaft zu nehmen.« Inzwischen wurde Basad in seinem Lande vermisst, und sein Vater schickte Boten nach allen Seiten, um ihn aufzusuchen. Als auch bei dem König, der ihn gefangen hielt, nach ihm gefragt wurde, rief er, »Gelobt sei Gott, dass ich mich nicht übereilt habe!« Er ließ sogleich Basad rufen und sagte ihm, »Warum wolltest du dich selbst in den Abgrund stürzen?« Er antwortete, »Aus Furcht vor der Schande!« »Fürchtest du dich so sehr vor der Schande,« versetzte der König, »so hättest du dich nicht so übereilen sollen. Hast du nicht gewusst, dass Übereilung Reue bringt? Auch ich würde es jetzt bereuen, wenn ich mich übereilt hätte.« Er schenkte ihm dann ein Ehrenkleid und versprach ihm das Fehlende zur Morgengabe, auch schickte er sogleich zu des Prinzenvater, um ihn vom Wohle seines Sohnes zu unterrichten, und redete Basad zu, selbst wieder zu seinem Vater zurückzukehren. Aber Basad sagte, »O König, vollende deine Wohltat und schicke mich gleich zu meiner Braut, denn das wird lange dauern, bis ich nach Hause komme und mein Vater ihr einen Boten schickt und dieser wieder zurückkehrt.« Der König wunderte sich über des Prinzen Ungeduld und sagte ihm lächelnd, »Ich fürchte sehr, deine Übereilung möchte dich straucheln machen und dem Ziele deiner Wünsche entrücken.« Indessen gab er ihm doch ein Empfehlungsschreiben an den Vater des Mädchens. Als der Prinz zum König kam und das Schreiben überreichte, machte ihm der König mit den Großen seines Reiches einen Gegenbesuch und erwies ihm viel Ehre. Auch ließ der König dem Empfehlungsschreiben des Königs und dem Wunsche des Vaters gemäß die Vorkehrungen zur Hochzeit beschleunigen. Am Hochzeittage war der Prinz aber so ungeduldig, seine Braut unverschleiert zu sehen, dass er durch ein Loch sah, das in der Wand war, welche ihn von seiner Braut trennte. Dies bemerkte seine Schwiegermutter und es missfiel ihr so sehr, dass sie sich von einem Diener zwei eiserne Stangen bringen ließ und, als der Jüngling wieder ans Loch kam, ihm die Augen ausstieß. Der Jüngling stieß ein jämmerliches Geschrei aus, fiel in Ohnmacht und alle Freude wurde in Trauer verwandelt. »Du siehst, o König«, sagte der Gefesselte, »was das Ende der Übereilung ist. Die Ungeduld dieses Prinzen hat ihm lange Reue zugezogen, ebenso bereute nachher seine Schwiegermutter ihre unbesonnene Tat, als es zu spät war. Drum, o König, lass mich nicht zu schnell umbringen, du kannst mich ja immer noch töten lassen.« Als der König dies hörte, legte sich sein Zorn wieder und er ließ den Jüngling wieder ins Gefängnis zurückführen. Am fünften Tage kam der fünfte Visier, der Djabur hieß, verbeugte sich vor dem König und sagte, »O König, deine Ehre erheischt, dass, wenn jemand in deine Wohnung blickt, du ihm sogleich die Augen ausstechen lassest. Was musst du erst dem tun, den du mitten in deinem Zimmer auf deinem Bett gefunden, in der Absicht, deinen Harem zu entehren, und dazu, wenn es noch ein Mensch von niederer Herkunft ist?« »Tilge einmal diese Schmach durch seinen Tod, wir raten dir dazu, aus Eifer für die Befestigung des Reichs und aus Liebe zu dir. Dieser Mensch verdient keine Stunde mehr zu leben.« Diese Worte reizten des Königs Zorn, er ließ den Jüngling wieder vor sich führen und sagte ihm, »Wehe dir, du hast ein großes Verbrechen begangen. Du lebst schon zu lange, ich lasse dich jetzt umbringen, denn solange du lebst, haben wir keine Ruhe.« Der Jüngling sagte, »O König, bei Gott, ich bin unschuldig, darum wünsche ich zu leben, denn nur der Unschuldige kann trotz aller Strafen sich doch aufrecht erhalten. Der Schuldige aber nimmt, auch wenn er noch lange lebt, doch zuletzt ein trauriges Ende. Das lehrt uns die Geschichte des Königs Dadwin und seines Vesiers.« Und der König wünschte, diese Geschichte zu hören. Und der Jüngling begann. Ende von Abschnitt 24 Abschnitt 25 von Tausend und eine Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des Königs Dadwin O König, Gott erhalte lange dein Reich! Einst regierte ein König im Lande Tabaristan, welcher Dadbin hieß. Er hatte zwei Visiere, der eine nannte sich Surchan und der andere Kardan. Ersterer hatte eine Tochter, welche Arwa hieß und das schönste und tugendhafteste Mädchen ihrer Zeit war. Sie fastete viel und weihte ihre ganze Zeit der Andacht. Bald hörte auch der König Dadbin so viel von ihren Reizen und Tugenden, dass sein Herz für sie eingenommen wurde und er seinen Visiere rufen ließ und ihm sagte, er wünsche seine Tochter zu heiraten. Der Visiere erwiderte, »O König, erlaube mir den Willen Arwas zu erfragen, wenn sie deine Gattin werden will, so habe ich nichts dagegen.« Der König sagte, »Eile nur!« Der Visiere ging hierauf zu seiner Tochter und sagte ihr, »Der König hat bei mir um dich angehalten. Willst du ihm deine Hand reichen?« Sie antwortete, »O mein Vater, ich habe keine Lust zu heiraten, und willst du mir je einen Gatten geben, so gib mir einen, der unter mir steht, damit er nicht stolz auf mich herabsehe und sich noch anderen Frauen zuwende. Verheirate mich ja nicht mit einem, der höher steht als ich und mich wie eine Sklavin behandeln könnte.« Der Visiere kehrte zum König zurück und brachte ihm die Antwort seiner Tochter. Aber diese Antwort vermehrte nur noch die Leidenschaft des Königs, und er sagte dem Visiere, »Gibst du mir sie nicht gutwillig, so nehme ich sie mit Gewalt!« Der Visiere ging wieder zu seiner Tochter und hinterbrachte ihr des Königs Worte. Da aber Arwa in ihrer Weigerung verharrte und der König immer heftiger wurde und dem Visiere mit Gewalt drohte, eilte dieser schnell nach Hause und entfloh mit seiner Tochter. Als der König dies hörte, schickte er Truppen aus, um ihn aufzufangen, und stellte sich selbst an ihre Spitze. Er holte bald den Visierein, tötete ihn mit einem Hammer, nahm die Tochter mit Gewalt in sein Schloss und heiratete sie. Arwa ertrug ihr Unglück mit Geduld und Ergebung in Gottes Willen und hörte nicht auf, zu beten und zu fasten. Nach einiger Zeit, als der König eine Reise unternehmen musste, ließ er den Visiere Kardan kommen und sagte ihm, »Ich vertraue dir meine Gattin, die Tochter des Visiers Surchan, an. Gib wohl Acht auf sie und bewache sie mit deinen eigenen Augen, denn ich habe auf der Welt nichts Teureres als sie.« Kardan fühlte sich durch dieses Vertrauen sehr geehrt und erklärte sich bereit, des Königs Befehle zu vollziehen. Als der König abgereist war, dachte der Visiere, »Ich muss doch einmal die Frau sehen, die der König so sehr liebt.« Er verbarg sich an einem Ort, wo er sie unbemerkt sehen konnte, und fand sie so unaussprechlich reizend, dass er vor Liebe ganz außer sich kam. Seiner selbst nicht mehr Herr schrieb er ihr, »Oh, habe doch Mitleid mit mir, deine Liebe tötet mich.« Sie antwortete ihm aber, »Ich bin ein anvertrautes Gut bei dir, missbrauche das Vertrauen des Königs nicht.« Setze dein Inneres nicht mit dem Äußeren in Widerspruch, begnüge dich mit deiner gesetzmäßigen Frau und besiege deine sündhafte Leidenschaft, sonst mache ich dich vor allen Menschen zu Schanden.« Als dem Visiere an der Tugend der Königin kein Zweifel mehr blieb, bereute er seine Kühnheit und fürchtete sich vor dem König. Er beschloss daher, Arwa durch List zu verderben, um nicht selbst beim König angeklagt zu werden. Sobald dieser von der Reise zurückkehrte und den Visiere nach den Angelegenheiten seines Reiches fragte, antwortete dieser, »Es steht alles gut, nur etwas Schlimmes habe ich entdeckt, das ich gern dem König zu verschweigen wünschte. Doch fürchte ich, ein anderer möchte mir zuvorkommen und ich dem König dann als ein treuloser Ratgeber und Vertrauter erscheinen.« Der König sagte, »Sprich nur, du bist mein treuer, aufrichtiger Ratgeber, ich habe vollen Glauben an alles, was du mir berichtest.« Da sagte der Visiere, »O König, die Frau, die du so von ganzem Herzen liebst und die so viel von Religion, vom Fasten und Gebete spricht, ist eine Heuchlerin und eine Betrügerin.« Der König fragte erschrocken, »Was hat sich ereignet?« Worauf der Visiere antwortete, »Wisse, dass nachdem du eine Weile abwesend warst, jemand zu mir kam und sagte, »O Visiere, folge mir, du sollst etwas sehen.« Er führte mich an die Tür des königlichen Schlafgemaches und ich sah, wie deine Gattin neben dem Sklaven ihres Vaters saß und schloss aus ihrer Vertraulichkeit, was keiner Erwähnung bedarf. »Das ist, mein Herr, was ich dir zu hinterbringen hatte.« Der König sprang zornig auf und sagte einem seiner Diener, »Geh in das Gemach der Königin und bring sie um.« Aber der Diener erwiderte, »O König, Gott erhalte dich lange, lasse deine Gattin nicht auf solche Weise sterben, lass sie lieber von einem Diener auf ein Kamel laden und in eine abgelegene Wüste bringen. Ist sie schuldig, so wird sie Gott verderben, ist sie unschuldig, so wird er sie retten, und der König hat sich nicht an ihr versündigt. Bedenke, dass dir diese Frau so teuer war, dass du ihrem Vater aus Liebe zu ihr getötet hast.« Der König stimmte dem Schlossverwalter bei und befahl einem seiner Sklaven, die Königin auf einem Kamel ohne Lebensmittel in eine abgelegene Wüste zu führen und sie dann ihrer Pein zu überlassen. Der Sklave vollzog des Königs Befehl und ließ Arwa ohne Speise und Wasser in der Wüste. Als diese sich ganz verlassen sah, bestieg sie einen Hügel, legte einige Steine zurecht, stellt sich darauf und betete zu Gott. Um diese Zeit hatte ein Kameltreiber des Königs Chosru Kamele verloren, und der König hatte ihm gedroht, wenn er sie nicht fände, würde er ihn umbringen lassen. Der Kameltreiber suchte daher überall und vertiefte sich in die Wüste, bis er an die Stelle kam, wo die Königin betete. Er wartete, bis sie ihr Gebet vollendet hatte, dann näherte er sich ihr, grüßte sie und fragte, »Wer bist du?« Sie antwortete, »Eine Sklavin Gottes.« »Und was tust du an diesem entlegenen Ort?« »Ich bete Gott an.« Der Kameltreiber fand sie so schön, dass er nicht umhin konnte, ihr zu sagen, »Höre, willst du mich heiraten? Ich werde dich mit Liebe und Zärtlichkeit behandeln und in deinem Gottesdienste dir beistehen.« Sie antwortete aber, »Ich will nicht heiraten. Ich will allein mit meinem Herrn in seinem Dienste leben. Willst du mir aber eine Gnade erweisen und mir in meinem Gottesdienste beistehen, so führe mich an einen Platz, wo es Wasser gibt.« Der Kameltreiber führte sie an einen Bach und setzte seinen Weg fort. Aber kaum war er einige Schritte weitergegangen, da fand er durch ihren Segen seine Kamele wieder. Als er zum König zurückkehrte und dieser ihn fragte, ob er die Kamele wiedergefunden, erzählte er ihm von dieser Frau und sprach so viel von ihrer Schönheit und Anmut, dass der König für sie eingenommen wurde und selbst mit wenigen Leuten zu ihr ritt. Sobald er sie sah, war er entzückt von ihren Reizen, denn er fand sie noch viel schöner, als sie ihm geschildert worden. Er näherte sich ihr und sagte, »Ich bin der große König Rosru. Willst du mich zum Gatten?« Sie antwortete, »Ich lebe hier in dieser Wüste, von den Menschen getrennt. Was willst du von mir?« Er antwortete, »Ich muss dich heiraten, und wenn du mir nicht folgen willst, so werde ich hier bei dir wohnen und Gott mit dir anbeten.« Er ließ dann sogleich ein Zelt für sie aufschlagen und ein anderes für sich, dem ihrigen gegenüber, und ließ ihr Speisen reichen. Da dachte sie, »Dieser Mann ist ein König, ich darf ihn nicht von seinen Untertanen und seinem Reiche trennen.« Sie ließ ihm daher durch die Dienerin, welche ihr zu Essen brachte, sagen, »Er möchte doch zu seinen Frauen zurückkehren, sie wolle lieber allein Gott anbeten.« Als die Dienerin dies dem König hinterbrachte, ließ er ihr sagen, »Er habe keine Freude mehr an seinem Königreiche, er wolle auch diese Wüste bewohnen und Gott mit ihr anbeten.« Arva, von den ernsten Absichten des Königs überzeugt, konnte ihm nicht länger widerstehen. Sie sagte ihm daher, »Ich will deinem Wunsche gemäß deine Gattin werden, doch unter der Bedingung, dass du den König Dadbin und seinen Vesier und Pförtner kommen lassest. Ich werde in deiner Gegenwart auf eine Weise mit ihnen sprechen, dass du mich gewiss noch mehr lieben wirst.« Auf Chosruhs dringende Fragen erzählte sie ihm dann ihre ganze Geschichte vom Anfang bis zum Ende, und seine Liebe zu ihr wurde noch größer, und er sagte ihr zu, was sie begehrte. Chosruh ließ dann Arva in einer Sänfte nach dem Schlosse bringen, heiratete sie und verliehe ihr den höchsten Rang in seinem Harem. Bald nachher schickte er eine zahlreiche Armee zu Dadbin und ließ ihn, seinen Vesier und den Pförtner holen, ohne ihnen zu sagen, was er von ihnen wolle. Für Arva ließ er vor dem großen Sitzungssaal ein Zelt aufschlagen, das mit einem Vorhange bedeckt war. Und als Dadbin und sein Vesier neben Chosruh Platz nahmen, hob Arva den Vorhang ihres Zeltes auf und sagte, »Kardan, steh auf, du verdienst nicht in der Nähe eines Mannes wie der mächtige König Chosruh zu sitzen.« Als der Vesier Kardan dies hörte, zitterte er am ganzen Körper und stand voller Angst auf. Da sagte sie ihm, »Ich beschwöre dich bei dem, der dich hierher gebracht, sprich die Wahrheit. Was hat dich dazu bewogen, mich zu verleumden und mich von meinem Hause und meinem Gatten zu trennen? Hier helfen keine Lügen mehr.« Der Vesier, der jetzt Arva in ihrer Stimme erkannte, dachte, dass hier nur die Wahrheit formen könne, er beugte daher den Kopf zur Erde und sagte weinend, »Wer ein Unrecht begeht, dem wird es wieder vergolten, wenn es auch lange ansteht. Bei Gott, ich habe schwer gesündigt, Furcht, Leidenschaft und ein schweres Verhängnis, dem ich nicht entgehen konnte, haben mich dazu veranlasst. Diese Frau ist rein und unschuldig.« Als der König Dadbindis hörte, schlug er sich ins Gesicht und sagte zu Kardan, »Gott töte dich, wenn du ungerechterweise mich von meiner Gattin geschieden hast.« Aber Hosru sagte, »Gott wird dich verderben, du hast es durch deine Übereilung verdient. Hättest du dich besonnen und ihre Schuld geprüft, so wäre es dir leicht gewesen, die Lüge von der Wahrheit zu unterscheiden. Dieser Visier wollte deinen Untergang. Wo blieb aber dein Verstand und deine Besonnenheit?« Hosru fragte dann Arwar, welche Frage er über die Angeklagten verhängen sollte. Sie antwortete, »Urteile nach Gottes Ausspruch. Der Mörder soll wieder getötet werden und dem Übeltäter soll wie dem Wohltäter Gleiches mit Gleichem vergolten werden.« Sie ließ dann den König Dadbind mit einem Hammer totschlagen und sagte, »Das ist für den Mord meines Vaters.« Den Visier Kardan aber ließ sie auf ein Kamel laden und in die Wüste führen, in welche sie einst ausgesetzt wurden, und sagte ihm, »Bist du schuldig, so wirst du in der Wüste vor Hunger und Durst umkommen. Bist du unschuldig, so kannst du ebenso gut wie ich gerettet werden.« Dem Diener aber, der den Rat gegeben hatte, sie in die Wüste zu führen, schenkte sie ein kostbares Kleid und sagte ihm, »Ein Mann wie du, verdient in der Nähe von Königen angesehen zu leben, denn du hast gut und wahr gesprochen.« Kaum hatte sie so gesprochen, der ernannte ihn Hosru zum Stadthalter über eine seiner Provinzen. »Du siehst, mächtiger König«, sagte der Jüngling, »dass wer Gutes übt, auch wieder Gutes findet, und dass der Unschuldige kein böses Ende zu fürchten hat. Auch ich bin unschuldig, drum hoffe ich, dass dir Gott die Wahrheit zeigen und mir gegen meine Feinde und Verleumder den Sieg verschaffen wird.« Als der König dies hörte, legte sich sein Zorn, er ließ den Jüngling ins Gefängnis zurückführen und sagte, »Wir wollen warten bis morgen.« Am sechsten Tage waren die Visiere außer sich vor Ärger darüber, dass sie noch immer ihren Zweck nicht erreicht. Auch fingen sie an, für sich selbst zu fürchten. Drei von ihnen gingen daher zum König, verbeugten sich vor ihm und sprachen, »O König, wir sagen dir aus Liebe zu dir und deinem Reiche, du hast diesen Jüngling schon zu lange leben lassen. Wir wissen nicht, was du dabei gewinnst. Ein Tag nach dem anderen geht vorüber, und das Gerede und die entehrenden Vermutungen nehmen immer zu. Drum lass ihn endlich einmal umbringen.« Als der König dies hörte, sagte er, »Bei Gott, ihr habt Recht und sprecht wahr.« Er ließ den Jüngling wieder vorführen und sagte, »Wie lange soll ich mich noch über dich bedenken? Ich sehe keine Hilfe für dich. Alle meine Räte dürsten nach deinem Blute.« Der Jüngling aber versetzte, »Ich erwarte Hilfe von Gott, nicht von seinen Geschöpfen. Und steht der mir bei, so kann mir niemand schaden. Auch fürchte ich niemand, denn mein ganzer Sinn ist mit ihm. Wer von Menschen Hilfe erwartet, dem geht es wie dem König Bacht Saman. Als der König die Geschichte Bacht Samans hören wollte, erzählte der Jüngling. Ende von Abschnitt 25 Abschnitt 26 von Tausend und eine Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte Bacht Samans Einst lebte ein König mit Namen Bacht Saman, der seine größte Freude an Essen, Trinken und anderen sinnlichen Genüssen hatte. Da rückte einmal der Feind gegen die Grenzen seines Landes heran und bedrohte es mit einem Überfall. Als einer seiner Freunde ihm dies meldete und ihn aufforderte, auf seiner Hut zu sein, sagte er, »Ich habe viel Geld, Soldaten und Waffen, ich fürchte nichts.« Da sagten ihm seine Freunde, »Vertraue lieber auf Gott, der hilft dir eher als deine Waffen, deine Soldaten und dein Geld.« Er gab aber seinen Ratgebern kein Gehör, wurde vom Feinde überfallen, besiegt und in die Flucht getrieben, denn sein Vertrauen auf etwas außer Gott half ihm nichts. Bacht Saman flüchtete sich nun zu einem anderen König und sagte ihm, »Ich komme zu dir und hänge mich an den Saum deines Kleides und flehe deine Hilfe gegen meine Feinde an.« Dieser König gab ihm so viel Geld und Truppen, dass er dachte, »Nun habe ich wieder eine große Armee, ich werde gewiss meinen Feind besiegen.« Er setzte aber nicht hinzu, »Mit Gottes Hilfe!« Darum kam ihm auch sein Feind entgegen, trieb ihn abermals in die Flucht, schlug seine Truppen, nahm ihm sein Geld und verfolgte ihn bis ans Meer. Als Bacht Saman übers Meer setzte, fand er eine große Stadt mit einer festen Zitadelle. Er fragte, wem diese Stadt gehöre, und man antwortete ihm, »Dem König Kadidan.« Bacht Saman ging in den Palast des Königs, gab sich für einen Krieger aus und forderte Dienst beim König. Dieser empfing ihn gut und reihte ihn in seine Leibwache ein, doch sehnte sich Bacht Saman stets nach seinem Lande zurück. Einst traf es sich, daß der König Kadidan einen Feind zu bekriegen hatte, da ernannte er Bacht Saman zum Anführer der Truppen. Als sie aber ihre Reihen gebildet hatten, stellte sich der König Kadidan selbst an ihre Spitze mit einer Lanze in der Hand und kämpfte mutig, bis sich der Krieg für ihn entschied und das feindliche Heer beschämt die Flucht ergriff. Als Kadidan siegreich mit den Seinigen zurückkehrte, sagte ihm Bacht Saman, »O Herr, ich wundere mich, wie du, Herr dieser zahlreichen Truppen, doch selbst fechten und dich solcher Gefahr aussetzen mochtest.« Kadidan antwortete, »Du gibst dich für einen erfahrenen Krieger aus und glaubst, der Sieg hänge von der Zahl der Truppen ab?« Bacht Saman erwiderte, »Allerdings glaube ich dies.« Da versetzte Kadidan, »Du irrst in deinem Glauben, wehe dem, der nicht auf Gott vertraut. Von ihm allein kommt der Sieg.« »Das Heer ist nur ein Gegenstand der Zierde und dient zur Vermehrung der Ehrfurcht vor dem König. Auch ich glaubte ehemals, der Sieg hänge von der Zahl der Truppen ab. Da zog mir einst ein Feind entgegen mit achthundert Mann. Ich hatte ihm achthunderttausend Mann entgegenzustellen und fürchtete ihn daher nicht, aber mein Feind vertraute auf Gott und brachte mir eine harte Niederlage bei. Ich musste mich in eine Höhle flüchten, wo ich einen Einsiedler traf. Ich wandte mich zu diesem und klagte ihm meinen Zustand. Da sagte er, »Weißt du, warum du geschlagen worden bist?« Ich sagte, »Nein.« Da versetzte er, »Weil du dich auf deine zahlreichen Truppen und nicht auf Gott verlassen hast, während doch er allein dir nützen oder schaden kann. Drum wende dich zu Gott, und kein Feind wird dir widerstehen.« Ich ging in mich zurück, fuhr Kadidan fort, und bekehrte mich nach der Weisung dieses Einsiedlers. Nach einiger Zeit sagte mir dieser, »Geh mit den Truppen, die dir noch geblieben, den Feinden wieder entgegen, und wenn ihr Sinn nicht mehr mit Gott ist, so wirst du sie besiegen, und kämpftest du auch alleine gegen sie.« Als ich die Worte des Einsiedlers hörte, vertraute ich auf Gott, versammelte die Truppen, die ich noch übrig hatte, und überfiel den Feind plötzlich in der Nacht. Der Feind, der die geringe Anzahl meiner Leute nicht kannte, entfloh auf die schmählichste Weise, und ich wurde durch die Macht Gottes wieder König in meinem Lande, und nun setze ich im Kriege mein Vertrauen nur auf Gott. Als Bacht-Saman dies hörte, erwachte er aus seiner Ungewissheit und sagte, »Gepriesen sei der erhabene Gott. Sieh, du hast mir da meine eigene Geschichte erzählt. Ich bin der König Bacht-Saman, dem dies alles selbst widerfahren. Ich wende mich nun Gottes Pforte zu und bekehre mich zu ihm.« Bacht-Saman ging hierauf ins Gebirge und betete lange Gott an. Eines Nachts sagte ihm jemand im Traume, »Gott hat deine Buße angenommen. Er wird dir gegen deine Feinde beistehen.« Als Bacht-Saman erwachte, machte er sich gegen seine Heimat auf. Da traf er einige Leute aus der Umgebung des Königs, die ihm sagten, »Kehre wieder um, denn wir sehen, dass du hier fremd bist, und dein Leben schwebt in großer Gefahr, weil der König dieses Landes alle Fremden umbringen lässt, aus Furcht vor dem König Bacht-Saman.« »Ich fürchte nur Gott«, versetzte Bacht-Saman, »ohne seinen Willen kann euer König mir nichts anhaben.« »Aber«, erwiderten sie, »er hat viele Truppen und hält sich für unüberwindlich.« Bacht-Saman ließ sich nicht abschrecken und dachte bei sich, »Ich vertraue auf Gott. So Gott will, werde ich ihn besiegen.« Er sagte dann zu den Leuten, »Kennt ihr mich nicht?« Sie antworteten, »Nein, bei Gott.« Da sagte er ihnen, »Ich bin der König Bacht-Saman.« Als sie dies hörten und ihn wiedererkannten, stiegen sie von ihren Pferden ab und küßten aus Ehrfurcht seine Steigbügeln und sagten ihm, »O König, wie magst du dich in solche Gefahr begeben?« Er antwortete, »Mir ist leicht zumute, denn ich vertraue auf Gottes Schutz, der genügt mir.« Die Leute sagten ihm hierauf, »Das genügt dir, aber auch wir werden gegen dich verfahren, wie es unsere Pflicht erfordert. Lass deinen Mut nicht sinken, du kannst über unser Vermögen und unser Leben verfügen, und da wir dem König am nächsten stehen, so können wir dich mit uns nehmen und im Stillen wieder Freunde für dich werben, denn alle Leute sind dir zugetan.« Sie nahmen dann Bacht-Saman in ihre Mitte und führten ihn in die Stadt und verborgen ihn. Hierauf teilten sie Bacht-Samans Rückkehr einigen höheren Beamten mit, welche früher seine Freunde waren. Bald wurde ein geheimer Bund gegen den König beschlossen, dessen Mitglieder den König töteten und Bacht-Saman wieder an seine Stelle setzten. Gott gab diesem Glück in allen seinen Unternehmungen, denn er war gerecht gegen seine Untertanen und lebte im Gehorsam Gottes. »Du siehst, o König«, sagte der Jüngling, »dass wer einen reinen Sinn hat und auf Gott vertraut, nie zugrunde geht. Auch ich habe keine andere Hilfe zu erwarten als von Gott, dessen Urteil ich mich gern unterwerfe, weil er meine Unschuld kennt.« Des Königs Zorn legte sich wieder und er ließ den Jüngling ins Gefängnis zurückführen. Am siebenten Tage kam der siebente Visier, welcher Bikamal hieß, verbeugte sich vor dem König und sprach, »O König, was nützt dein langes Zaudern mit diesem Jüngling? Man unterhält sich von nichts anderem mehr als von dir und von ihm. Warum lässt du ihn so lange nicht umbringen?« Der König, hierdurch aufs Neue gereizt, ließ den Jüngling wieder vor sich führen und sagte ihm, »Wehe dir, bei Gott dieses Mal entgehst du mir nicht mehr. Du hast meine Ehre verletzt. Ich kann dir nie verzeihen.« Der Jüngling sprach, »O König, nur bei großen Vergehen ist Verzeihung groß. Je schwerer das Verbrechen, umso ruhmvoller die Gnade. Es ziemt wohl einem mächtigen König wie du bist, einem Jünglinge meinesgleichen zu verzeihen. Gott, der übrigens meine Unschuld kennt, hat uns geboten, einander zu verzeihen. Wer einem Feinde, den er umbringen könnte, das Leben schenkt, hat dasselbe Verdienst, als hätte er einen Toten wiederbelebt. Wer sich anderer erbarmt, der findet wieder Erbarmen, wie der König Bikert.« Der König fragte, »Was war denn mit diesem Bikert?« »Da«, erzählte der Jüngling. Ende von Abschnitt 26 Abschnitt 27 von Tausend und eine Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Die Geschichte des Königs Bikert Es war einmal ein König mit Namen Bikert, der viel Geld und viele Truppen hatte, aber mit Grausamkeit das kleinste Vergehen bestrafte und niemals verzieh. Einst ging er auf die Jagd und wurde von dem Pfeil eines seiner Jungen am Ohr verletzt. Der König fragte sogleich, »Wer hat diesen Pfeil geschleudert?« Man brachte den Jungen, welcher Jatru hieß, herbei, und der König gab den Befehl, ihn zu töten. Jatru fiel vor dem König nieder und sagte, »Erlasse mir, o König, die Strafe für eine nicht absichtlich begangene Schuld. Nachsicht ist die schönste Tugend. Großmut kann dem Menschen später selbst zugutkommen und wird ihm gewiss bei Gott als ein reicher Schatz aufbewahrt. Darum tu mir nichts zu leid. Gott wird auch jedes Übel von dir abwenden.« Dem König gefielen diese Worte so sehr, dass er zum ersten Male in seinem Leben verzieh. Er hatte es aber auch nicht zu bereuen, denn Jatru war ein Prinz, der eines Vergehens willen vom Hause entflohen war und bei dem König Bikert Dienst genommen hatte. Bald nach diesem Ereignisse wurde er von jemandem erkannt, der seinem Vater Nachricht von ihm gab. Dieser schrieb seinem Sohne einen Brief, in welchem er ihm das Herz leicht machte und ihn zurückzukommen bat. Der Prinz kehrte zu seinem Vater zurück, der ihm freudig entgegenkam und ihn wieder wie zuvor väterlich liebte. Um diese Zeit setzte sich einmal der König Bikert in einen Nachen, um zu fischen. Da kam ein Sturm und warf den Nachen um und trieb den König, der sich noch an einem Brette festhielt, an das jenseitige Meeresufer in das Land, wo Jatrus Vater König war. Gegen Abend erreichte er die Tore der Hauptstadt und brachte, da sie schon geschlossen waren, die Nacht auf einem Grabmale zu. Als des Morgens die Leute in die Stadt gingen, sahen sie einen Ermordeten in der Nähe des Grabmals liegen, der in der Nacht erschlagen worden war, und da sie Bikert für den Mörder hielten, ergriffen sie ihn und klagten ihn beim König an, worauf ihn der König einsperren ließ. Als Bikert im Gefängnis war, dachte er, »Das alles widerfährt mir wegen meiner vielen Verbrechen. Ich habe viele Leute ungerechterweise töten lassen, nun erhalte ich aber meinen Lohn dafür.« Während er aber in solchen Gedanken versunken war, kam ein Vogel und setzte sich auf die Seitenwand des Gefängnisses. Bikert, aus großer Leidenschaft für die Jagd, nahm einen Stein und schleuderte ihn nach dem Vogel. Aber der Stein traf den Prinzen, der im Hofe vor dem Gefängnis Ball spielte, und riss ihm das Ohr ab. Sobald man sah, wo der Stein hergekommen war, ergriff man Bikert und führte ihn vor den Prinzen. Bikert sollte auf Befehl des Prinzen hingerichtet werden, man warf ihm schon den Turban vom Haupte und wollte ihm die Augen zubinden, da sah der Prinz, dass er nur ein Ohr hatte, und sagte zu ihm, »Wärest du nicht ein schlechter Mensch, so hätte man dir nicht dein Ohr abgeschnitten.« Bikert erwiderte, »Wei Gott, mein Ohr ist mir auf der Jagd abgeschossen worden, und ich habe dem verziehen, der seinen Pfeil gegen mich geschleudert hat.« Der Prinz sah ihm hierauf ins Gesicht, erkannte ihn und schrie, »Du bist der König Bikert, wie bist du hierher gekommen?« Bikert erzählte ihm seine Geschichte, die alle Anwesenden in Erstaunen setzte. Der Prinz küsste und umarmte ihn dann, ließ ihn sitzen und sagte zu seinem Vater, »Das ist der König, der mir verziehen, als ich ihm sein Ohr abgeschossen, darum will ich jetzt auch ihm verzeihen.« Dann sagte er zu Bikert, »Siehst du, wie deine Großmut dir zuletzt zu gut kam?« Jadru schenkte ihm dann Geld und Kleider und ließ ihn wieder in seine Heimat zurückbringen. »Wisse, o König«, sagte der Jüngling, »dass nichts schöner ist als Vergebung. Die Gnade, die du erteilst, häuft sich für dich zu einem kostbaren Schatz an.« Als der König diese Geschichte hörte, legte sich sein Zorn, er ließ den Jüngling wieder ins Gefängnis zurückführen und sagte, »Wir wollen überlegen bis morgen.« Am achten Tage versammelten sich alle Visiere und sagten, »Was fangen wir mit diesem Jüngling an, der uns durch seine Reden besiegt? Es ist wohl zu befürchten, dass er sich rette und uns alle stürze.« Sie gingen darum zum König und sagten, sich vor ihm verbeugend, »O König, hüte dich wohl, dich von der List dieses Jünglings betören zu lassen.« »Hörtest du, was wir hören, du würdest ihn keinen Tag leben lassen und nimmer länger dich an seine Rede kehren. Sind wir nicht deine Visiere, die für deine Erhaltung sorgen? Wen willst du anhören, wenn du uns zehn Visieren kein Gehör schenkst? Wir alle bezeugen, dass dieser Jüngling ein Übeltäter ist und dass er mit schlimmer Absicht in dein Gemach gegangen, um dein Heiligtum zu entehren. Willst du ihn nicht umbringen, so verbanne ihn wenigstens aus dem Lande, dass das Gerede der Leute aufhöre.« Die Rede der Visiere brachte den König wieder auf. Er ließ den Jüngling rufen und als er erschien, riefen alle Visiere einstimmig, »Du Schurke! Willst du durch List und Betrug dein Leben retten und den König mit deinen Reden hintergehen? Glaubst du, dass man ein so großes Verbrechen wie das deinige verzeihen könne?« Da sagte der König, »man hole den Scharfrichter, um ihn zu töten!« Aber die Visiere sprangen einer nach dem anderen hervor und jeder rief, »Ich will ihn selbst töten!« Da sagte der Jüngling, »Einsichtsvoller König, beobachte einmal die Leidenschaftlichkeit deiner Visiere und entscheide, ob sie mich beneiden oder nicht. Glaube sicher, sie wollen uns nur trennen, aber wie können sie bezeugen, was sie nicht gesehen?« Da ist nichts als Neid und Groll. Du wirst sehen, wenn du mich umbringen lässt, so wirst du es bereuen, wie Iljan Schar, der auch so neidische Visiere hatte. »Was war das für eine Geschichte?« fragte der König. Da erzählte der Jüngling. Ende von Abschnitt 27 Abschnitt 28 von Tausend und eine Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte Ilan Schars und Abu Tamams O König, einst lebte ein reicher, tugendhafter und verständiger Mann in einem Lande, das ein böser, gewalttätiger König beherrschte. Dieser Mann, welcher Abu Tamam hieß, hatte so viel von der Grausamkeit des Königs zu leiden, dass er endlich den Entschluss fasste, seine Heimat zu verlassen und sich unter den Schutz eines gerechten Regenten zu begeben. Abu Tamam wählte zu seinem Aufenthaltsorte die Residenz Ilan Schars, ließ sich dort ein Schloss bauen und all sein Gold dahin bringen. Als der König Ilan Schar von ihm hörte, ließ er ihn zu sich laden und sagte ihm, »Ich habe vernommen, dass du dich bei uns niederzulassen wünschest, auch hat man mir deinen Verstand, deine Tugend und Freigebigkeit gerühmt. Drum sei willkommen, betrachte dieses Land als das deinige, alles, was du bedarfst, steht zu deinen Befehlen. Ich bitte dich nur, in meiner Nähe zu leben und in meinem Rate zu sitzen.« Abu Tamam verbeugte sich vor dem König und sagte, »O König, ich werde dir mit meinem Gut und mit meinem Leben dienen. Doch erlaube mir, nicht in deiner Nähe zu leben, denn ich fürchte, der Neid wird mir Feinde zuziehen.« Abu Tamam beschenkte hierauf den König und war voller Ehrerbietung gegen ihn, und der König entdeckte bald so viele Tugenden an ihm, dass er ihn sehr lieb gewann und ihm bald die wichtigsten Regierungsangelegenheiten anvertraute. Die drei Visiere, die bisher alles in Händen hatten und Tag und Nacht beim König waren, zogen sich zurück, und Abu Tamam allein genügte dem König. Aber die Visiere sagten zueinander, »Was beginnen wir jetzt, da der König sich ganz Abu Tamam hingibt und uns beiseite setzt? Lasst uns beraten, wie wir diesen Fremdling am sichersten aus der Nähe des Königs verbannen.« Jeder machte einen Vorschlag. Da sagte einer, »Der König der Türken hat eine Tochter, deren Schönheit weltberühmt ist. Wer aber um sie anhält, der wird von ihrem Vater umgebracht. Da nun unser König dieses nicht weiß, so wollen wir zu ihm gehen und ihm so viel von dieser Prinzessin erzählen, bis er für sie eingenommen wird. Dann raten wir ihm, Abu Tamam als Gesandten zu ihrem Vater zu schicken. Dieser wird Abu Tamam töten lassen, und so schaffen wir uns Ruhe vor ihm.« Die Visiere gingen eines Tages zum König, als Abu Tamam bei ihm war, und erzählten ihm so viel Schönes von der Prinzessin, dass er sie lieb gewann und sagte, »Wir wollen jemanden zu ihrem Vater schicken, der um sie anhalte. Wer soll unser Gesandter sein?« Die Visiere antworteten, »Niemand eignet sich besser zu dieser Unterhandlung als der kluge und gebildete Abu Tamam.« Der König sagte, »Ihr habt recht, Abu Tamam passt am besten dafür.« Er wandte sich dann zu diesem und fragte ihn, ob er um die türkische Prinzessin für ihn anhalten wolle. Und als er sich dazu bereit erklärte, ließ der König alles, was zur Reise notwendig war, herrichten, und gab ihm viele Geschenke und ein Schreiben an den König von Turkistan mit. Abu Tamam erreichte glücklich die Hauptstadt Turkestans, und sobald der König von Turkistan seine Ankunft vernahm, schickte er ihm einen Diener entgegen, wies ihm eine ehrenvolle Wohnung an, in welcher man ihn drei Tage lang bewirtete. Am vierten Tage ließ der König Abu Tamam zu sich rufen. Abu Tamam verbeugte sich ehrfurchtsvoll und überreichte dem König die Geschenke und den Brief Ilan Schaas. Als der König den Brief gelesen hatte, sagte er, »Wir wollen sehen. Geh einmal zu meiner Tochter und unterhalte dich mit ihr.« Die Prinzessin, die schon vorher von Abu Tamams Besuch unterrichtet war, hatte ihren Saal mit den schönsten goldenen und silbernen Gefäßen ausgeschmückt und sich auf einen goldenen Thron gesetzt und den schönsten königlichen Schmuck angezogen. Als Abu Tamam in ihr Zimmer trat, dachte er bei sich selbst, »Die Weisen haben gesagt, wer seinen Blick niederschlägt, den trifft nichts Böses, wer seine Hand zurückzieht, dem wird sie nicht abgenommen und wer seine Zunge bewahrt, hat nichts Schlimmes zu befürchten.« Er blieb daher ruhig auf dem Boden sitzen und hob kein Auge auf. Da sagte die Prinzessin, »O Abu Tamam, hebe doch deinen Kopf in die Höhe, sieh mich an und sprich mit mir.« Er sprach aber kein Wort und hob seinen Kopf nicht auf. Sie sagte dann, »Hat man dich nicht hierher gesandt, um mich zu sehen und mit mir zu sprechen?« Abu Tamam gab keinen Laut von sich. Sie sagte ihm dann, »Greife nach diesen Perlen und Edelsteinen, nach diesem Gold und Silber, das um dich her liegt.« Aber Abu Tamam rührte seine Hand nicht. Als die Prinzessin dies sah, sagte sie, »Man hat mir einen blinden, tauben, einfältigen Gesandten geschickt.« Sie entließ Abu Tamam und meldete es ihrem Vater. Dieser ließ Abu Tamam wieder zu sich rufen und sagte ihm, »Warum hast du meine Tochter nicht angesehen, da du doch nur um ihretwillen gekommen bist?« Er antwortete, »Ich habe sie zur Genüge gesehen.« Der König fragte dann wieder, »Warum hast du nichts von den Edelsteinen und anderen Kostbarkeiten genommen, die du gesehen?« Er antwortete, »Es ziemt mir nicht, nach Dingen zu greifen, die nicht mir gehören.« Als der König dies hörte, gewann er ihn sehr lieb, schenkte ihm ein kostbares Kleid und sagte ihm, »Komm, und sieh einmal in diesen Brunnen.« Abu Tamam sah einen Brunnen ganz voll mit Menschenköpfen. Da sagte ihm der König, »Das sind die Köpfe der Gesandten, die ich, weil sie keine Bildung besaßen, umbringen ließ. Ich dachte, wenn der Gesandte so ungebildet ist, so muss der, welcher ihn sendet, noch ungebildeter sein, denn der Gesandte ist gleichsam die Zunge dessen, der ihn absendet, und gleicht ihm an Bildung, und den mag ich nicht als Schwiegersohn. Du aber hast durch deine Bescheidenheit unser Herz gewonnen, darum soll auch dein Herr meine Tochter haben.« Abu Tamam erhielt vom König der Türken viele Geschenke und ein Schreiben an Ilan Schar, in welchem er ihm die Hand der Prinzessin aus Rücksicht für ihn und seinen Gesandten zusagte. Ilan Schar war außer sich vor Freude, als Abu Tamam zurückkehrte und ihm die Geschenke und den Brief des Königs der Türken überreichte, denen er bald seine schöne Prinzessin nachfolgen ließ. Diese fand Ilan Schar über alle Erwartungen reizend, und er achtete und liebte Abu Tamam noch mehr als früher. Dies vermehrte aber den Neid und den Zorn der Visiere, die untereinander sagten, »Wenn wir nicht eine andere List gegen Abu Tamam ersinnen, so sterben wir vor Ärger!« Nach einer langen Beratung gingen sie zu zwei Jungen, die immer um den König waren und während seines Schlafes ihm zu Häupten standen und schenkten jedem von ihnen tausend Dinare und sagten, »Nehmet dieses Geld für euch und leistet uns einen Dienst dafür!« Die Jungen fragten, »Was ist euer Begehren?« »Dieser Abu Tamam,« antworteten die Visiere, »hat uns von unserem Amte verdrängt und geht das noch lange so fort, wird er uns ganz aus der Nähe des Königs verstoßen. Wir wünschen daher, dass, wenn der König sich niederlegt, einer von euch dem anderen sage, »Der König hat sich Abu Tamam ganz hingegeben und der Verdammte meint es doch schlecht mit ihm.« Der andere frage dann, »Und worin besteht seine Schlechtigkeit?« Darauf erwidere der Erste, »Er schändet die Ehre des Königs, indem er überall erzählt, der König von Turkistan habe alle Gesandten, die bei ihm um seine Tochter anhielten, umbringen lassen, und nur ihm das Leben geschenkt, weil seine Tochter ihn liebte, und darum habe sie auch eingewilligt, dem König Ilanschah ihre Hand zu geben.« Der eine frage dann wieder, »Weißt du das gewiß?« Und der andere antworte, »Bei Gott, das ist jedem bekannt, nur fürchtet man sich, dem König so etwas zu sagen. Weißt du nicht, dass so oft der König auf die Jagd geht oder eine Reise macht, Abu Tammam die Königin besucht und allein bei ihr bleibt?« Die Jungen versprachen den Visieren ihren Beistand, und eines Nachts, als der König sich zur Ruhe begab, aber noch nicht eingeschlafen war, sagten sie, was die Visiere sie gelehrt hatten. Der König dachte, als er ihr Gespräch hörte, »Diese Knaben haben gewiss keine schlimme Absicht. Wenn sie das nicht von jemandem gehört hätten, so würden sie es nicht sagen.« Er geriet daher in so heftigen Zorn, dass er gleich am folgenden Morgen Abu Tammam rufen ließ und ihm, als er allein bei ihm war, sagte, »Was verdient ein Mann, der die Ehre seines Herren schändet?« Abu Tammam antwortete, »Der verdient, dass auch die Seinige nicht geschont werde.« Dann fragte der König wieder, »Und was verdient der, welcher in den Palast des Königs kommt und treulos gegen ihn handelt?« Abu Tammam antwortete, »Er verdient nicht, länger zu leben.« Der König spie Abu Tammam ins Gesicht und sagte, »Du hast beides getan!« und stieß ihm einen Dolch in den Leib und ließ ihn in einen Brunnen werfen, der im königlichen Palast war. Nachdem er ihn aber getötet hatte, fühlte er eine schwere Reue, wurde sehr traurig und missvergnügt, und wenn ihn jemand nach der Ursache seiner Verstimmung fragte, schwieg er, und aus Liebe zu seiner Gattin sagte er auch ihr den wahren Grund nicht. Die Visiere aber freuten sich sehr über den Tod Abu Tammams und dachten wohl, dass des Königs Trauer aus seiner Reue entspringe. Der König belauschte nun häufig in der Nacht seine Jungen, um zu hören, was sie ferner von seiner Gattin sagen würden. Als er eines Nachts heimlich vor der Türe ihres Zimmers stand, da sah er, wie sie viel Gold vor sich hinlegten und damit spielten, und einer von ihnen sagte, »Wehe uns! Was nutzt uns dieses Gold? Wir verraten uns doch, wenn wir etwas dafür kaufen. Es hat uns nur zu einem Verbrechen geführt, denn wir sind die Mörder Abu Tammams!« Darauf versetzte der andere, »Hätten wir gewusst, dass ihn der König so schnell umbringen lassen würde, so wäre keine solche Anklage unseren Lippen entschlüpft.« Als der König dies hörte, verlor er seine Fassung, stürzte auf sie los und sagte, »Wehe euch! Was habt ihr getan? Erzählt mir!« Sie riefen, »O König! Gnade!« Der König sagte, »Gott und ich, wir begnadigen euch, wenn ihr mir die Wahrheit gesteht!« Da verbeugten sie sich vor ihm und sagten, »Bei Gott, O König! Die Visiere haben uns dieses Geld gegeben und uns gebeten, wir möchten Abu Tammam verleumden, damit du ihn tötest. Alles, was wir gesagt haben, ist uns von den Visieren eingegeben worden.« Als der König dies hörte, riss er sich fast den Bart aus und biss sich fast die Finger ab aus Reue über seine Übereilung. Ilanschar ließ dann die Visiere kommen und sagte ihnen, »Ihr gottlosen Visiere! Glaubtet ihr, Gott würde eure Schandtat nicht sehen? Nun soll das Unglück euch treffen. Wisst ihr nicht, dass wer seinem Nächsten eine Grube gräbt, selbst hineinstürzt? Ihr sollt von mir die Strafe dieser Welt erhalten, und morgen wird euch Gott noch in jener Welt verdammen!« Er ließ ihnen dann vor seinen Augen den Kopf abschlagen, ging zu seiner Gattin und klagte sich selbst des Unrechts an, das er gegen Abu Tammam begangen. Die Königin und der ganze Hof trauerten um Abu Tammam, den der König aus dem Brunnen holen und dem er im Palast ein Grabmal errichten ließ. »Du siehst, o glückseliger König,« sagte der Jüngling, »was Neid und Bosheit vermag und wie Gott die List der Visiere zu ihrem eigenen Unheil enden ließ. Ich hoffe, dass Gott mir auch über die, welche mein Ansehen beim König beneiden, den Sieg verschaffen und dem König die Wahrheit offenbaren wird. Ich fürchte gar nicht für mein Leben, sondern nur für die Reue des Königs, wenn er sich von meiner Unschuld zu spät überzeugt haben wird. Ich würde schweigen, wenn ich mir einer Schuld bewusst wäre.« Diese Worte machten einen tiefen Eindruck auf den König. Er beugte den Kopf eine Weile zur Erde und ließ den Jüngling wieder ins Gefängnis zurückführen. Am neunten Tage sagten die Visiere zueinander, »Der Jüngling macht uns viel zu schaffen. So oft der König ihn umbringen lassen will, bezwingt er ihn mit einer Erzählung. Was fangen wir an, um ihn endlich einmal aus dem Wege zu räumen?« Endlich kamen sie überein, sie wollten sich an die Königin wenden. Sie gingen zu ihr und sagten, »Du weißt nicht, in welcher Lage du bist, dein Einschließen nützt dir nichts. Der König isst und trinkt und geht wie immer seinem Vergnügen nach und vergisst ganz, dass die Leute deine Liebe zu diesem Jünglinge in Liedern mit Musikbegleitung zum Gegenstande ihres Spottes machen. Solange der am Leben bleibt, wird das Gerede nicht aufhören, sondern immer zunehmen.« Die Königin erwiderte, »Bei Gott, ihr habt meinen Zorn gegen ihn erregt, aber was soll ich tun?« »Geh zum König«, versetzten die Visiere, weine vor ihm und sage, »Die Frauen kommen zu mir und erzählen mir, wie man in der ganzen Stadt von mir spricht. Was hast du davon, diesen Jüngling leben zu lassen? Willst du ihn nicht töten, so töte mich, damit einmal das Gerede aufhöre.« Die Königin machte sich auf, zerriß ihre Kleider und ging zum König. Als die Visiere zugegen waren, warf sie sich vor ihm hin und sagte, »O König, fürchtest du die Schande nicht? Es ziemt Königin gar nicht, so wenig eifersüchtig gegen ihre Frauen zu sein. Du kümmerst dich um nichts, und die ganze Stadt, Männer und Frauen machen sich über uns lustig. Entweder töte den Jüngling, dass das Gerede aufhöre, oder wenn du dich dazu nicht entschließen kannst, so töte mich. Der König geriet in heftigen Zorn und sagte, »Ich sehe, dass es keine Ruhe gibt, wenn ich ihn leben lasse. Ich will ihn heute umbringen. Geh nur in dein Gemach und sei zufrieden. Er ließ dann den Jüngling rufen und als er erschien, riefen ihm die Visiere zu, »Wehe dir, dein Tod ist nahe, die Erde sehnt sich danach, deinen Leib zu verzehren. Der Jüngling aber entgegnete, »Der Tod ist nicht in euren Worten und nicht in eurem Neid. Er ist ein auf der Stirne geschriebenes Urteil. Steht er auf meiner Stirne, so wird er eintreffen. Da hilft keine Vorsicht und kein Bemühen, wie es uns die Geschichte des Königs Ibrahim und seines Sohnes lehrt. »Was war das für eine Geschichte?« fragte der König. Da erzählte der Jüngling. Ende von Abschnitt 28 Abschnitt 29 von Tausend und eine Nacht Band 2 übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des Königs Ibrahim und seines Sohnes O König, es war einmal ein Sultan, welcher Ibrahim hieß und dem andere Könige Untertan waren. Er war aber doch betrübt, denn er hatte keinen Sohn und fürchtete, sein Reich möchte an einen Fremden übergehen. Er kaufte stets neue Sklavinnen, bis ihm endlich ein Sohn geboren wurde, worüber er sich so sehr freute, dass er einen jeden, der ihn zu beglückwünschen kam, reichlich beschenkte. Als aber die Sterndeuter ihre Berechnungen machten, um den Stern des Prinzen zu finden, fuhren sie zusammen und wurden ganz blass. Da sagte ihnen der König, ihr habt nichts zu fürchten, offenbart mir nur die Wahrheit, wie sie sich auch gestalten mag. Sie erwiderten, wir haben gesehen, dass er im siebenten Jahre in Gefahr sein wird, von einem Löwen zerrissen zu werden, entgeht er dieser Gefahr aber, so wird noch etwas Schlimmeres eintreffen. Was denn? fragte der König. Sie antworteten, wir werden es nicht sagen, bis uns der König es befiehlt und uns nochmals verbirgt, dass wir nichts zu fürchten haben. Als der König darauf bestand, alles wissen zu wollen, fuhren sie fort. Wenn er dem Löwen entkommt, wird der König durch ihn ums Leben kommen. Der König erblasste und erschrak einen Augenblick. Dann dachte er, ich werde schon dafür sorgen, dass weder ein Löwe meinen Sohn zerreiße, noch er mich umbringe. Die Sterndeuter lügen immer. Indessen konnte er sich doch die Worte der Sterndeuter nicht ganz aus dem Kopf geschlagen und führte ein trübes Leben. Er ließ aus Vorsicht in einem Berge eine große Höhle mit vielen Gemächern graben, füllte sie mit allen nötigen Speisen und Kleidern und anderen Gegenständen, leitete Wasser vom Berge hinunter und ließ den Prinzen mit seiner Amme dahin bringen. Jeden Monat ging der König mit einem Seile zur Höhle und zog seinen Sohn daran herauf, küßte und drückte ihn und spielte eine Weile mit ihm, dann ließ er ihn wieder hinunter und beschloss, sofort zu fahren, bis die sieben Jahre vorüber sein würden. Als aber die Zeit kam, in welcher das Urteil auf der Stirne geschrieben stand, es fehlte nur noch zehn Tage zu den sieben Jahren, da führte die Bestimmung Jäger auf diesen Berg, die einen Löwen verfolgten, welcher, als er sich von allen Seiten umringt sah, in die Höhle sprang. Sobald die Amme den Löwen sah, entfloh sie in ein Nebenzimmer. Der Löwe ging auf den Prinzen los und verwundete ihn an der Schulter, lief dann ins Zimmer, wo die Amme war, und zerriss sie. Den Prinzen aber ließ er ohnmächtig liegen. Als die Jäger den Löwen in der Höhle wussten, stellten sie sich an die Öffnung derselben. Da hörten sie das Geschrei der Amme und des Prinzen. Nach einer Weile aber war alles still, so, dass sie dachten, der Löwe hat sie getötet. Sie blieben aber doch vor der Höhle stehen, und so oft der Löwe hinaufklettern wollte, warfen sie mit Steinen nach ihm, bis sie ihn zu Boden sinken sahen. Dann stieg einer hinunter und tötete ihn. Da fand der Jäger den verwundeten Prinzen und im Nebenzimmer die tote Amme, an der sich der Löwe schon satt gegessen hatte. Er sah auch die verschiedenen Vorräte, die in der Höhle waren, benachrichtigte seine Gefährtin davon und reichte sie ihnen hinauf. Zuletzt nahm er auch den Prinzen aus der Höhle und trug ihn in sein Haus, pflegte seine Wunde und behielt ihn bei sich, denn er wusste nicht, wem er angehörte. Auch konnte der Prinz auf seine Fragen nicht antworten, weil er noch ganz klein war, als er in die Höhle getragen wurde. Der Jäger gewann bald den Prinzen sehr lieb und nahm ihn als sein Kind an, führte ihn mit sich auf die Jagd und lehrte ihn reiten. Der Prinz war in seinem zwölften Jahre schon ein wackerer Jäger, übte aber dabei auch Straßenraub. Einst schloss er sich einer Räuberbande an, die in der Nacht eine bewaffnete Karawane überfiel. Es wurde lange gekämpft, aber die Karawane siegte endlich und erschlug viele Räuber, und auch der Prinz fiel verwundet zu Boden. Als er des Morgens die Augen öffnete und alle seine Kameraden tot fand, wollte er sich aufmachen und entfliehen. Da begegnete ihm ein Mann, der einen Schatz suchte, und fragte ihn, wohin er wolle. Als ihm der Prinz erzählte, was ihm widerfahren, sagte der Mann, »Sei nur zufrieden, dein Glückstern ist aufgegangen, Gott bringt dir Hilfe durch mich. Ich habe einen reichen Schatz, komm mit und hilf mir, ich will dir so viel Geld geben, dass du dein ganzes Leben genug daran haben sollst.« Er nahm ihn dann mit in sein Haus und pflegte seine Wunde, bis er ganz hergestellt war. Sobald der Prinz genesen war, ließ der Mann zwei Kamele mit allerlei Proviant beladen und machte sich mit dem Prinzen auf den Weg, bis sie an einen hohen Berg kamen. Da zog der Mann ein Buch hervor und las darin, grub dann ungefähr fünf Schuh tief in den Berg, bis er auf einen großen Stein stieß. Diesen hob er weg, und es zeigte sich die Öffnung einer Höhle. Er wartete ein wenig, bis der Dunst herausgestiegen war, dann band er dem Prinzen einen Strick um die Hüften und ließ ihn hinunter mit einer brennenden Kerze in der Hand. Als der Prinz in der Höhle war, ließ der Mann einen Korb mit einem Strick hinunter, der Prinz füllte ihn mit Gold, und der Alte zog ihn hinauf, leerte ihn, reichte ihn dann dem Prinzen wieder, bis er genug hatte und die Lasttiere beladen waren. Als aber dann der Prinz wieder einen Strick erwartete, um daran heraufgezogen zu werden, legte der Mann einen großen Stein vor die Öffnung der Höhle und ging fort. Der Prinz wusste nicht, was er anfangen sollte, und dachte, was ist das für ein bitterer Tod? Ich bin der ersten Grube und den Dieben entronnen, nun muß ich hier den Hungertod erwarten. Während er so verzweifelt dastand, hörte er das Rauschen eines Wassers. Er ging dem Geräusche nach, und je näher er der einen Ecke der Höhle kam, um so stärker wurde das Rauschen des Wassers. Da dachte er, hier fließt ein mächtiger Strom, sterben muß ich doch hier, ob morgen oder heute, ich will mich lieber in dies Wasser stürzen, als in der Höhle vor Hunger umkommen. Er warf sich hierauf ins Wasser, und es trug ihn unter der Erde fort in ein tiefes Tal, wo es als ein großer Strom aus der Erde entspringt, und der Prinz befand sich wieder auf der Oberfläche der Erde. Der Prinz schwamm ans Ufer, dankte Gott für seine Rettung, und ging in diesem Tale vor sich hin, bis er in ein Städtchen kam, das unter seines Vaters Bootmäßigkeit stand. Mit Erstaunen hörten die Bewohner dieses Städtchens, auf welchem wunderbaren Wege ein Fremder bei ihnen angelangt. Ein jeder begab sich zu ihm und ließ sich von ihm erzählen und bot ihm sein Haus an, so daß der Prinz gern in diesem Städtchen wohnen blieb. Das ist's, was den Prinzen angeht. Was aber seinen Vater betrifft, so war dieser, wie gewöhnlich, nach einem Monat wieder zur Höhle gereist. Als er aber die Amme rief und keine Antwort erhielt, ließ er einen Mann hinunter, und dieser berichtete dem König, wie es in der Höhle aussah. Der König schlug sich ins Gesicht, weinte heftig und ging selbst in die Höhle, um alles zu sehen. Und als er die Amme zerrissen neben einem toten Löwen fand, seinen Sohn aber nirgends sah, ging er wieder nach Hause und sagte den Sterndeutern, sie haben ihm die Wahrheit prophezeit. Und nun ist dein Leben außer Gefahr, denn wäre er dem Löwen enttronnen, so müsstest du bei Gott durch ihn umkommen. Der König tröstete sich hierdurch und dachte bald nicht mehr an seinen Sohn. Als aber Gott seinen unwiderruflichen Befehl vollzogen haben wollte, ging der Prinz, der in jenem Städtchen geblieben war, auf Straßenraub aus und machte mit seiner Bande die Straßen so unsicher, dass man den Schutz des Königs gegen ihn anrief. Der König zog mit seinen Truppen aus und umzingelte die Räuber. Aber diese verteidigten sich, und der Prinz schoss einen Pfeil auf den König ab, der ihn tödlich verwundete. Indessen wurde doch der Prinz mit seiner ganzen Bande gefangen und vor den König geführt. Als man diesen fragte, wie man mit den Räubern verfahren solle, antwortete er, »Ich bin jetzt zu leidend, um ein Urteil zu fällen, ruft mir die Sterndeuter.« Als sie erschienen, sagte ihnen der König, »Ihr habt mir prophezeit, ich werde durch meinen Sohn umkommen. Wie kommt's, dass ich nun auf diese Weise sterbe? Sie antworteten, »Unsere von Gott uns eingegebene Wissenschaft trügt nicht. Wer weiß, ob nicht dein eigener Sohn dich verwundet hat?« Als der König dies hörte, ließ er die Räuber vor sich kommen und sagte ihnen, »Gestehet mir die Wahrheit, wer von euch hat den Pfeil abgeschossen, der mich getroffen hat?« Sie antworteten, »Dieser Junge da« und deuteten auf den Prinzen. Der König sagte diesem, »Erzähle mir, wer du bist und wer dein Vater war. Ich begnadige dann dich und alle deine Kameraden.« Der Prinz antwortete, »Mein Herr, ich kenne meinen Vater nicht, ich weiß nur, dass er mich in eine Höhle mit einer Amme gesperrt hat. Eines Tages fiel ein Löwe über uns her, verwundete mich an der Schulter und zerriss die Amme. Gott schickte mir aber jemanden, der mich aus der Höhle befreite und als Jäger und Räuber erzog. Um den König von der Wahrheit seiner Aussage zu überzeugen, entblößte der Prinz seine Schulter, an der noch der Biss des Löwen zu sehen war. Der König ließ seine Freunde, die Sterndeuter und alle seine Offiziere zusammenkommen und sagte ihnen, »Wisset, das, was Gott einem auf die Stirn geschrieben, es sei ein Glück oder Unglück, das von niemandem geändert werden kann. Alle meine Vorsicht war vergebens. Dieser Jüngling hier ist mein Sohn. Er musste erleiden, was für ihn bestimmt, und auch mich traf, was über mich verhängt war. Ich danke Gott, dass ich durch meinen Sohn und nicht durch einen Fremden falle, und dass mein Reich in die Hand meines Sohnes übergeht.« Er drückte dann seinen Sohn an sich, umarmte und küßte ihn und sagte, »Mein Sohn, ich habe dich aus Vorsicht gegen die Bestimmung in jene Höhle gebracht, aber meine Vorsicht war vergebens.« Er nahm dann seine Krone und setzte sie ihm auf den Kopf, und alle Anwesenden huldigten dem Prinzen. Dann empfahl ihm der König, gerecht gegen seine Untertanen zu sein, und starb noch in derselben Nacht. »So weiß auch ich«, antwortete der Jüngling zum König, »dass, was Gott auf meine Stirne geschrieben hat, eintreffen muß, und alle meine Worte vermögen nichts dagegen. Will aber Gott mich retten, so verschafft er mir den Sieg gegen die Visiere, wenn sie sich noch so viele Mühe geben, mich zu verderben.« Als der König dies hörte, blieb er wieder unentschlossen und ließ den Jüngling abermals ins Gefängnis zurückbringen. Am zehnten Tage, welcher der Festtag war, an dem alle Leute dem König ihre Glückwünsche darbrachten, gingen die Visiere zu einigen Häuptern der Stadt und sagten ihnen, »Wenn ihr heute dem König eure Aufwartung macht, so sagt ihm, »O König, du hast einen lobenswerten Lebenswandel und bist gerecht gegen alle deine Untertanen, aber warum lässt du den verworfenen Jüngling leben, der nach so vielen empfangenen Wohltaten doch so hässlich und seinem Ursprung gemäß gehandelt hat? Wie lange willst du noch wegen seiner listigen Reden ihn in deinem Palast eingesperrt lassen? Du weißt nicht, was die Leute sagen. Wir bitten dich, bringe ihn um und schaffe dir Ruhe vor ihm.« Die Häupter der Stadt versprachen den Visieren ihren Beistand und gingen mit den übrigen Leuten zum König, verbeugten sich vor ihm und gratulierten ihm. Während aber alle Leute gleich nach dem Gruße weggingen, blieben diese sitzen. Als der König merkte, dass sie ihm etwas mitzuteilen hatten, sagte er ihnen in Gegenwart der Visiere, »Tragt mir eure Angelegenheit vor!« Da sprachen sie, wie es die Visiere gewünscht hatten, und die Visiere unterstützten noch ihre Worte. Aber der König antwortete, »Ich zweifle nicht, dass ihr mir diesen Rat aus Liebe zu mir erteilet, doch wisst ihr, dass, wenn ich wollte, ich mächtig genug wäre, um die Hälfte meines Volkes hinrichten zu lassen, um wie viel mehr einen jungen Mann, der in einem Gefängnis schmachtet und ein Verbrechen begangen hat, das den Tod verdient. Ich verschiebe nur seinen Tod, weil ich stärkere Beweise seiner Schuld haben möchte, um mein Gewissen zu beruhigen und das Vertrauen meiner Untertanen zu erhalten. Wenn ich ihn auch heute verschone, so entgeht mir sein Tod doch morgen nicht.« Er ließ den Jüngling wieder rufen und sagte ihm, »Wehe dir, wie lange werden mich die Leute noch um deinetwillen tadeln? Sogar die Häupter der Stadt machen mir Vorwürfe, dass ich dich so lange leben lasse. Darum will ich heute dein Blut vergießen, um dem Gerede ein Ende zu machen.« Der Jüngling sagte, »O König, bei Gott, wenn die Leute in der Stadt von mir sprechen, so sind nur die bösen Vesiere daran schuld, welche ihnen abscheuliche Dinge aus dem königlichen Palast erzählen. Gott wird ihre List gegen sie selbst wenden. Was aber deine Drohung, mich zu töten, angeht, so stehe ich ja in deiner Macht, du brauchst meinen Tod gar nicht so zu Herzen zu nehmen. Ich bin ja wie der Spatz in der Hand eines Jägers, den er nach Willen schlachten oder freilassen kann. Das Verschieben meines Todes geschieht aber nicht durch dich, sondern durch den, der über mein Leben gebietet. Wollte Gott meinen Tod, es stünde nicht in deiner Macht, ihn nur um eine Stunde zu verspäten. Der Mensch kann kein Unheil, das ihm bestimmt ist, von sich abwenden, so nützten auch dem Sohne des Königs Sulaiman Schar alle seine Anschläge nichts gegen das Kind, das Gott erhalten wollte, bis es seine bestimmte Lebenszeit erreicht hatte. Der König sagte, »Wehe dir, wie mächtig ist deine List! Erzähle mir diese Geschichte noch!« Da sprach der Jüngling Ende von Abschnitt 29 Abschnitt 30 von 1001 Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Geschichte des Schar Sulaiman, seiner Söhne und Nichte und ihrer Kinder Einst lebte ein verständiger, tugendhafter König, der Sulaiman Schar hieß. Er hatte eine Nichte bei sich, Tochter eines früh verstorbenen Bruders, die er sehr sorgsam erziehen ließ, denn sie hatte viel Verstand und andere gute Eigenschaften und war auch von ausgezeichneter Schönheit. Sulaiman Schar hatte schon in Gedanken seine Nichte einem seiner Söhne bestimmt, aber der andere hatte sich auch vorgenommen, sie zur Frau zu nehmen. Der Älteste hieß Balawan, der Jüngere Malik Schar und die Nichte Schar Khatun. Eines Tages besuchte der König seine Nichte, küßte ihr Haupt und sagte ihr, »Ich habe deinen seligen Vater so sehr geliebt, dass du mir teurer als ein eigenes Kind bist. Ich will dich nun mit einem meiner Söhne vermählen und ihn dann zu meinem Thronerben einsetzen. Schar Khatun stand auf, küßte dem König die Hand und sagte, »O mein Herr, ich bin deine Sklavin, du bist mein Gebieter. Tu, was du willst, dein Wille steht höher als der meinige, und wenn es dir lieb ist, so bleibe ich am liebsten mein ganzes Leben bei dir, um dich zu bedienen.« Der König war sehr zufrieden mit dieser Antwort seiner Nichte, machte ihr kostbare Geschenke, bestimmte seinen jüngeren Sohn, den er zärtlicher als den älteren liebte, zu ihrem Gatten und ernannte ihn auch zu seinem Thronerben und ließ ihm huldigen. Als Balavan hörte, dass sein jüngerer Bruder ihm vorgezogen worden, fühlte er sich so sehr gekränkt, dass er ganz von Neid und Groll erfüllt wurde. Doch verbarg er sorgfältig den Hass, den er deshalb seinem Bruder nachtrug. Als aber Schar Khatun nach einem Jahre einen Sohn wie der leuchtende Mond gebar, kannte der Neid und die Eifersucht Balavans keine Grenzen mehr. Eines Nachts kam er in den Palast seines Vaters und ging am Zimmer seines Bruders vorüber. Da sah er die Amme vor der Türe schlafen, und vor ihr war das Bett, auf dem der Kleine lag. Er blieb dabei stehen und bewunderte das strahlende Gesicht seines Neffen. Da spiegelte ihm Satan den Gedanken vor, »Warum gehört das Kind nicht mir? Mir gebührte doch seine Mutter und die Krone eher als meinem Bruder!« Dieser Gedanke brachte ihn so sehr auf, dass er ein Messer aus der Tasche zog und dem Kinde in den Hals schnitt, bis er es tot glaubte. Er ging dann ins Schlafzimmer seines Bruders und sah ihn an der Seite seiner Frau schlafen. Da dachte er zuerst daran, auch sie zu töten, dann sagte er aber zu sich selbst, »Wenn ich ihn töte, so gehört seine Frau mir!« Er stürzte auf ihn los, schnitt ihm den Hals ab und lief in Verzweiflung nach dem Zimmer seines Vaters, um auch ihn zu töten. Da er aber nicht zu ihm gelangen konnte, verließ er den Palast und verbarg sich in der Stadt bis am folgenden Tage. Dann flüchtete er sich auf eines der Schlösser seines Vaters und befestigte es. Als die Amme am folgenden Morgen das Kind stillen wollte und es im Blute schwimmend fand, schrie sie, dass alle Leute im Schlosse erwachten. Der König selbst lief zu ihr und fiel in Ohnmacht, als er seinen Sohn und sein Enkelchen getötet sah. Als man indessen das Kind näher untersuchte, fand man die Kehle noch unverletzt, auch gab es bald wieder Lebenszeichen von sich und man konnte die Wunde zunähen. Sobald der König wieder zu sich kam, fragte er nach seinem Sohne Balawan, und als er hörte, Balawan sei entflohen, zweifelte er nicht mehr, dass sein eigener Sohn dieses Verbrechen begangen, und dies vermehrte noch die Bestürzung des Königs und des ganzen Hofs. Der König besorgte dann das Leichengewand seines Sohnes, ließ ihn ehrenvoll bestatten und große Trauer halten. Seinen Enkel aber ließ er bei sich erziehen, gewann ihn immer lieber, und sein einziger Wunsch war, Gott möge ihn erhalten und einst anstelle seines Vaters auf den Thron setzen. Auch alle Bewohner der Hauptstadt waren für dieses Kind, das wie sein Vater Malik Schah hieß, eingenommen, und hofften, es werde einst in die Fußstapfen seines Vaters und Großvaters treten. Balawan, der inzwischen sich in seiner Festung immer mehr verstärkt hatte, blieb nichts mehr übrig, als seinen Vater zu bekriegen. Er wendete sich deshalb an den griechischen Kaiser und bat ihn um Hilfe gegen seinen Vater. Der Kaiser war ihm gewogen und schickte ihm viele Truppen. Als aber sein Vater dies hörte, schrieb er dem Kaiser »Erhabener und mächtiger Sultan, stehe doch einem Übeltäter nicht bei, Balawan ist mein Sohn und hat nach vielen anderen Schandtaten noch seinen Bruder und seinen Neffen in der Wiege ermordet«, und sagte ihm nichts davon, dass das Kind noch am Leben war. Als der Kaiser dieses Schreiben erhielt, ließ er Sulaiman Schah sagen »Wenn du willst, o König, so schneide ich Balawan den Kopf ab und schicke ihn dir.« Sulaiman Schah antwortete ihm aber »Ich will den Tod meines Sohnes nicht. Seine Strafe wird ihn schon treffen, wenn nicht heute, so morgen.« Hierauf fand ein Briefwechsel zwischen beiden statt, und sie beschenkten sich gegenseitig. Bald nachher wurde dem Kaiser Schah Khatun so reizend geschildert, dass er bei ihrem Onkel um sie anhalten ließ. Da dieser dem Kaiser nichts verweigern konnte, ging er zu seiner Nichte und sagte ihr »O meine Tochter, der Kaiser von Griechenland lässt um dich anhalten, was soll ich ihm antworten?« Sie sagte weinend »O König, wie hast du das Herz, mir so etwas anzufragen? Wie soll ich nach meinem Vetter einen anderen Mann heiraten?« Aber Sulaiman Schah versetzte »Meine Tochter, es ist freilich, wie du sagst. Doch wir müssen an die Zukunft denken. Ich bin ein alter Mann und sehe meinen Tod sehr nahe. Ich fürchte für dich und für dein Kind, von dem der Kaiser glaubt, Balawan habe es ermordet. Da nun der Kaiser um dich anhält, so können wir ihm keine abschlägige Antwort geben, denn wir müssen uns durch ihn eine feste Stütze schaffen. Da Shah Hatun kein Wort mehr entgegnete, schrieb Sulaiman Schah dem Kaiser, er sei bereit, ihm zu gehorchen und schickte ihm bald nachher seine Nichte. Der Kaiser fand sie über alle Beschreibung schön, liebte sie sehr und erhob sie über alle seine Frauen. Shah Hatuns Herz hing aber immer an ihrem Sohne, doch konnte sie dem Kaiser nichts davon sagen. Malik Shah wurde indessen von seinem Großvater mit vieler Zärtlichkeit behandelt und in einem Alter von zehn Jahren von ihm zum Thronerben ernannt. Als aber bald darauf Sulaiman Shah starb, verschwor sich Balawan mit einem Teile der Truppen, die ihn heimlich in die Residenz brachten und ihn als rechtmäßigen König huldigten. Doch sagten sie ihm, wir geben dir den Thron, du darfst aber deinen Neffen nicht töten, denn er ist uns von seinem Vater und Großvater anvertraut worden. Balawan willigte ein und ließ seinen Neffen in ein unterirdisches Gewölbe sperren. Als Shah Hatun davon Nachricht erhielt, war sie sehr bestürzt, doch musste sie ihres Onkels Willen schweigen und sich in den Willen Gottes ergeben. Balawan blieb also unangefochten im Besitz seiner geraubten Herrschaft, und Malik Shah schmachtete vier Jahre im Gefängnis, so dass er ganz entstellt wurde. Als ihn aber Gott, gepriesen sei er, aus dem Gefängnis befreien wollte, sagten einige gute Visiere zu Balawan, in Anwesenheit aller Großen des Reichs, »O König, Gott hat dir deinen Willen erfüllt, du regierst in Ruhe an deines Vaters Stelle. Bedenke nun, was hat dein Neffe verbrochen, dass er, seitdem er die Welt erblickt hat, aller Freude beraubt bleibt? Durch welche Schuld hat er so viel Gequal verdient? Andere waren schuldig, und die hat Gott in deine Gewalt gegeben, aber dieses arme Kind ist unschuldig.« Balawan erwiderte, »Ihr habt recht, aber ich fürchte, er möchte etwas gegen mich unternehmen, denn ich weiß, dass viele Leute ihm gewogen sind.« Die Visiere versetzten, »O König, was kann der schwache Junge tun? Welche Macht hat er? Übrigens, wenn du ihn hier fürchtest, so schicke ihn an irgendeine Grenze des Landes.« »Euer Rat ist gut,« versetzte der König, »ich will ihn als Anführer der Truppen an die Grenze schicken.« Der König hatte nämlich gerade einen Krieg mit sehr hartnäckigen Feinden zu führen und hoffte, dass sein Neffe im Krieg umkommen werde. Er ließ ihn also zur Freude aller aus dem Gefängnis bringen, schenkte ihm ein Ehrenkleid und schickte ihn mit vielen Truppen gegen den Feind, mit dem sich bisher niemand hatte messen können. Als Malik Schah mit seinen Truppen an der Grenze war, wurden sie auf einmal in der Nacht überfallen. Die einen entflohen, die anderen wurden gefangen. Unter diesen war auch Malik Schah, der mit einigen Gefährten in eine Grube geworfen wurde, in welcher er ein ganzes Jahr zubringen musste. Am Anfang des folgenden Jahres wurde er nach der dortigen Sitte mit den übrigen Gefangenen aus dem Kerker geholt und von einer Zitadelle herabgestürzt. Alle seine Gefährten blieben tot liegen, bis sie wilde Tiere fraßen und der Wind zerstreute. Malik Schah aber, dessen Leben der Himmel bewachte, fiel auf die Füße und kam nach einer Ohnmacht von vierundzwanzig Stunden wieder zu sich. Als er sich gerettet sah, dankte er Gott und machte sich auf, ohne zu wissen, wohin, und näherte sich von Baumblättern. Des Tages verbarg er sich, und des Nachts ging er wieder fort, bis er endlich in eine bewohnte Gegend kam und Menschen fand, denen er seine Geschichte erzählte. Als die Leute hörten, dass er von einer Zitadelle herabgeworfen und doch von Gott gerettet worden, bemitleideten sie ihn und gaben ihm zu essen und zu trinken. Er fragte sie nach dem Wege, der in die Stadt seines Onkels führt, ohne ihnen jedoch zu sagen, dass Balawan sein Onkel sei. Man zeigte ihm den Weg, und er ging unerkannt bis in die Nähe der Stadt, wo er hungrig, nackt und blass anlangte. Als er sich vor dem Stadttore niedersetzte, kamen einige von der Umgebung seines Ohrheims von der Jagd zurück und wollten neben ihm ausruhen und ihre Pferde tränken. Malik Schah ging auf sie zu und fragte sie im Laufe des Gesprächs, ob Balawan ein guter König wäre. Sie sagten lachend, »Was hast du fremder Bettler, dich um den König zu kümmern?« Malik Schah antwortete, »Er ist mein Onkel.« »Es scheint, du bist toll,« sagten die Leute erstaunt. »Wir wissen nur von einem Neffen des Königs, der im Kerker war, dann in den Krieg gegen Ungläubige gesandt und von diesen getötet wurde.« »Eben dieser Neffe bin ich,« versetzte Malik Schah, »die Ungläubigen haben mich nicht getötet, sondern nur von einer Zitadelle herabgestürzt.« Als sie ihn näher betrachteten, erkannten sie ihn wieder, standen vor ihm auf, küßten ihm die Hände voller Freude und sagten, »O, unser Herr, du bist Sohn eines Königs und verdienst, selbst König zu sein. Wir wünschen von Herzen deine Erhaltung, da Gott die verbrecherischen Absichten deines Onkels vernichtet hat, der, nur um dich zu verderben, dich an einen Ort gesandt hat, von dem niemand zurückkehrt. »Wir beschwören dich daher, stürze dich nicht wieder in die Gewalt deines Feindes, rette dein Leben und gehe nicht wieder zu deinem Onkel. Entfliehe von hier so schnell du kannst, denn fällst du ihm wieder in die Hand, so wird er dich keine Stunde leben lassen.« Malik Schah dankte ihnen und fragte sie, wohin er sich wenden sollte. Sie rieten ihm, nach Griechenland zu seiner Mutter zu gehen. Er entgegnete aber, »Meine Mutter hat, als der Kaiser bei meinem Großvater um sie anhielt, ihm nichts von mir gesagt, nun mag ich sie nicht zur Lügnerin machen.« Sie sagten, »Du hast recht, doch wir meinen es gut mit dir, und solltest du dienen müssen, so ist es besser für dich, als hier zu bleiben.« Die Leute schenkten ihm dann einiges Geld, Kleider und Lebensmittel und begleiteten ihn, bis er fern von der Stadt und in Sicherheit war. Malik Schah reiste dann immer fort, bis er das Gebiet seines Onkels im Rücken hatte und in ein griechisches Städtchen kam, wo er bei einem Gutsbesitzer als Taglöhner arbeitete. Schah Khatun, welcher inzwischen gar nichts mehr von ihrem Sohne gehört hatte, wurde jeden Tag besorgter um ihn. Ihre Unruhe nahm in einem solchen Grade zu, dass sie nicht mehr schlafen konnte, und da sie vor ihrem Gatten schweigen musste, wendete sie sich an einen alten, klugen Diener, den ihr ihr Onkel mitgegeben hatte, und sagte ihm, als sie eines Tages allein bei ihm war, »Treuer Diener, von meiner Kindheit an, kannst du mir keine Kunde von meinem Sohne verschaffen, da ich selbst ihn doch von niemandem erwähnen darf?« »Meine Herrin, da du das Leben deines Sohnes im Anfange verheimlicht hast, so darfst du auch jetzt, stünde selbst dein Sohn hier vor dir, nichts eingestehen, sonst würdest du alle Achtung beim König verlieren, und er würde dir gar nichts mehr glauben.« Die Königin sagte, »Du hast recht, doch möchte ich wissen, ob mein Sohn noch lebt. Ich wollte ihn nicht sehen, auch wenn er in unserer Nähe Schafe hütete.« »Und wie soll ich das erfahren?«, fragte der Diener. Die Königin erwiderte, »Nimm so viel Geld, als du willst, aus meinem Schatze. Als Vorwand zu deiner Abreise werde ich meinem Gatten sagen, ich habe noch aus der Zeit meiner ersten Ehe Geld in meiner Heimat verborgen, von dem niemand weiß als du.« Sie ging sogleich zum Kaiser und sagte ihm, was sie beschlossen hatte, und der Kaiser erlaubte, dem Diener abzureisen. Dieser verkleidete sich als Kaufmann und ging in die Stadt, wo Gbalawan residierte, um Malik Shah nachzuspüren. Dort sagte man ihm, »Der Prinz sei eingesperrt gewesen, dann habe ihn sein Onkel an die Grenze geschickt, wo er umgebracht wurde.« Als der Diener dies hörte, erschrak er sehr und wusste nicht, was er tun sollte. Eines Tages erkannte einer der Reiter, welche dem jungen Malik Shah begegnet waren und ihn beschenkt und gekleidet hatten, den Diener in Kaufmannstracht und fragte ihn nach der Ursache seiner Anwesenheit. Der Diener antwortete, »Ich bin gekommen, um Waren zu verkaufen.« Da sagte der Reiter, »Ich will dir ein Geheimnis offenbaren. Wirst du es bewahren?« »Gewiß«, antwortete der Diener. Da sagte der Reiter, »Wisse, dass ich mit einigen Freunden dem jungen Malik Shah in der Nähe dieses Wassers begegnet bin. Wir haben ihm Lebensmittel, Geld und Kleider gegeben und ihn nach Griechenland in die Nähe seiner Mutter geschickt. Weil wir fürchteten, sein Onkel möchte ihn umbringen lassen.« Als der Diener dies hörte, wurde er ganz blass und rief, »Gnade!« Der Reiter sagte, »Du hast von mir nichts zu befürchten und wärest du auch gekommen, den Prinzen zu suchen.« Der Diener gestand hierauf, dass Shah Khatun ihn geschickt, um sich nach ihrem Sohne zu erkundigen, weil sie keine Ruhe und keinen Schlaf mehr aus Sorge um ihn finden kann. Da sagte der Reiter, »Geh ruhig fort!« »Du findest ihn an der Grenze Griechenlands.« Der Diener dankte ihm und trat wieder den Rückweg an, um Malik Shah aufzusuchen. Und der Reiter begleitete ihn bis an die Stelle, wo er Malik Shah verlassen hatte. Diesen Weg verfolgte der Diener. Er fragte überall nach dem Jungen und beschrieb ihn nach der Schilderung des Reiters, bis er endlich in das Städtchen kam, wo Malik Shah sich aufhielt. Der Diener fragte auch hier nach dem Jungen, aber niemand konnte ihm Auskunft geben. Nun wusste er nicht, was er tun sollte. Schon wollte er wieder abreisen und hatte bereits sein Pferd bestiegen, als er Vieh mit einem Stricke angebunden sah und einen Jüngling, der mit dem Stricke in der Hand daneben schlief. Es fiel ihm jedoch nicht ein, dass es Malik Shah sein könnte. Dann blieb er aber stehen und dachte, »Wenn der Prinz, den ich suche, schon so groß wie dieser Bursche geworden ist, der hier schläft, wie soll ich ihn erkennen? Oh, welche Qual, einen Menschen aufzusuchen, den ich, wenn er auch vor mir stünde, nicht kennen würde!« Er stieg dann vom Pferd ab und ging auf den Schlafenden zu, setzte sich neben ihn und betrachtete ihn und dachte, »Wer weiß, ob nicht dieser Jüngling Malik Shah ist?« Er hustete dann und rief, »Bursche!« Der Prinz erwachte und setzte sich aufrecht. Da fragte ihn der Diener, »Wer ist dein Vater in diesem Städtchen? Und wo wohnst du?« Der Junge antwortete verlegen, »Ich bin ein Fremder.« Da fragte der Diener, »Wo bist du her? Wer war dein Vater?« Als der Prinz seinen Geburtsort nannte und auf die weiteren Fragen des Dieners seine ganze Lebensgeschichte erzählte, umarmte ihn der Diener, küßte ihn und sagte ihm, seine Mutter habe ihn geschickt, um ihn zu suchen. Ohne, dass der Kaiser etwas davon wisse. Sie wolle sich überzeugen, dass er sich wohl befinde, wenn sie ihn auch nicht sehen könne. Er kaufte ihm dann ein Pferd, und sie ritten zusammen bis in den Bezirk der Hauptstadt. Da kamen Räuber, nahmen ihnen alles weg, fesselten sie, warfen sie in eine Grube, abgelegen von der Straße, und gingen fort, um sie da sterben zu lassen, wie sie es schon mit vielen anderen vor ihnen getan. Der Diener weinte heftig, und als der Prinz ihm sagte, »Alle Tränen könnten hier nichts nützen«, versetzte er, »Ich weine nicht aus Furcht vor dem Tode, sondern nur aus Mitleid zu dir und deiner Mutter. Ich muss verzweifeln, wenn ich denke, dass du nach so vielen überstandenen Gefahren noch einen so schmählichen Tod sterben musst.« Nachdem sie in dieser Grube zwei Tage und zwei Nächte in der gräßlichsten Hungersqual zugebracht, traf sich nach der Bestimmung und der Allmacht Gottes, dass der Kaiser mit seinen Leuten auf der Jagd ein Tier verfolgte, das sie vor dieser Grube einholten. Als ein Jäger an der Öffnung der Grube abstieg, um es zu schlachten, da hörte er ein leises Seufzen aus der Grube herauf. Er blieb stehen, bis die ganze Jagdpartie beisammen war und sagte es dem Kaiser. Dieser ließ einen Diener hinabsteigen, der Malik Schah und den alten Diener beide ohnmächtig heraufbrachte. Man löste ihre Fesseln und goss ihnen Wein in den Hals, bis sie wieder zu sich kamen. Als der Kaiser den Diener seiner Gattin erkannte, fragte er ihn erstaunt, »Was ist mit dir geschehen? Und wie kommst du hierher?« Der Diener antwortete, »Ich ging und holte das Gold meiner Herst. Auf einmal wurde ich, als ich der Karawane voraneilte, von Räubern überfallen, die uns das Geld wegnahmen und uns in die Grube warfen, wo wir wie viele andere vor uns sterben sollten. Da schickte dich der erhabene Gott aus Erbarmen zu uns hierher.« Der Kaiser und sein Gefolge dankten Gott, dass er sie hierher geführt. Dann fragte er den Diener, »Wer ist denn der Junge, der hier bei dir ist?« Der Diener antwortete, »Es ist der Sohn unserer alten Amme. Seine Mutter bat mich, ihn mitzunehmen, und da er viel Verstand und Geschicklichkeit besitzt, nahm ich ihn gern als einen Diener des Kaisers mit.« Der Kaiser fragte ihn dann nach Balawan und seinem Verfahren gegen seine Untertanen, worauf der Diener ihm erzählte, dass alle Leute mit ihm unzufrieden wären. Der Kaiser ging dann zu seiner Gattin und meldete ihr die Rückkehr ihres Dieners mit einem Jungen aus ihrer Heimat und erzählte ihr von dem Unglück, das sie auf dem Wege gehabt. Schachatun kam außer sich und wollte einen lauten Schrei ausstoßen, unterdrückte ihn jedoch. Da sagte der Kaiser, »Was hast du? Bedauerst du das Geld, das dem Diener geraubt worden, oder bemitleidest du den Diener?« Sie antwortete, »Es ist nichts bei deinem Haupt, o Kaiser, du weißt ja, die Weiber haben ein schwaches Herz.« Dann kam der Diener zu ihr und erzählte ihr alles, was ihrem Sohne seit ihrer Vermählung mit dem Kaiser widerfahren. Schachatun weinte lange über die harten Leiden, welche ihr Sohn zu ertragen gehabt. Dann fragte sie den Diener, »Was hast du dem Kaiser gesagt, als er den Prinzen sah und dich nach ihm fragte?« Er antwortete, »Ich habe ihm gesagt, er sei der Sohn einer Amme, den wir als Kind verlassen und der nun dem Kaiser dienen solle.« Sie war zufrieden mit dieser Antwort und befahl dann dem Diener, den Prinzen gut zu bedienen. Auch der Kaiser überhäufte den Diener mit Wohltaten und bestimmte dem Prinzen ein ansehnliches Gehalt. Dieser ging im Palast ein und aus, diente dem König und stieg immer höher im Ansehen. Schachatun begnügte sich, ihren Sohn durch das Fenstergitter zu sehen, da sie ihn doch nicht sprechen konnte. Eines Tages aber, als sie fast vor Sehnsucht starb, erwartete sie ihn an der Türe ihres Gemaches, drückte ihn an ihre Brust und küßte ihn auf die Wangen. In diesem Augenblicke ging der Schlossverwalter am Harem vorüber und sah mit Erstaunen, wie der Jüngling eine Dame umarmte. Er blieb betroffen stehen und fragte, wer dieses Gemach bewohne. Und als man ihm die Kaiserin nannte, fuhr er erschrocken zurück, als hätte ihn der Donner getroffen. Da begegnete ihm der Kaiser und fragte ihn, warum er so zittere. Der Schlossverwalter antwortete, »O Kaiser, gibt es etwas Schrecklicheres als das, was ich eben gesehen?« »Was hast du gesehen?« »Ich habe den Jüngling gesehen, den der alte Diener aus Griechenland mitgebracht und mich überzeugt, dass er nur wegen der Kaiserin hierher gekommen ist. Ich bin eben an der Türe des Gemachs vorübergegangen, da erwartete sie ihn, umarmte ihn und küßte ihn auf die Wangen. Als der Kaiser dies hörte, kam er vor Wut ganz außer sich und riss sich fast den Bart aus. Dann ergriff er sogleich den Prinzen und den alten Diener und ließ sie in einen Kerker werfen, der im Palast war. Er ging dann zu seiner Gattin und sagte ihr, »Bei Gott, du hast dich schön betragen, du Tochter der Tugendhaften, um die Könige warben und die ihres guten Rufes willen für eine kostbare Perle galt. Gott verdamme die, deren Inneres nicht wie ihr Äußeres ist! Wie kannst du dir mit einem so abscheulichen Herzen ein reines Aussehen geben? Ich will aber an dir und diesem Taugenichts der Welt ein Beispiel geben. Nun weiß ich, dass du den Diener nur, um den Jüngling hierher zu bringen, weggeschickt. Du wolltest mich mit unerhörter Frechheit hintergehen. Nun sollst du aber sehen, wie ich gegen euch verfahre!« Mit diesen Worten spie er ihr ins Gesicht und ging weg. Schar Hatun sagte kein Wort, denn sie wusste wohl, dass ihr der Kaiser in diesem Augenblicke doch nicht glauben würde, und setzte ihr Vertrauen auf Gott, der das Offenbare und das Verborgene kennt und gegen dessen Willen die Todesstunde weder verschoben noch vorgerückt werden kann. Der Kaiser brachte mehrere Tage höchst bestürzt zu. Er konnte weder essen noch trinken noch schlafen und wusste nicht, was er tun sollte. »Bringe ich den Jungen und den Diener um,« dachte er, »so bin ich ungerecht, denn die Kaiserin, welche den Alten geschickt, um den Jungen zu holen, ist schuldiger als beide. Alle drei umzubringen, gibt aber mein Herz nicht zu. Ich will mich daher nicht übereilen und die Sache noch bedenken, ehe ich ihren Tod bereue.« Nun hatte der Kaiser eine sehr verständige Amme. Sie fand ihn ganz verändert, wagte es aber nicht, ihm entgegenzutreten, sondern ging zu Schar Hatun. Als sie diese in noch größerer Bestürzung fand, fragte sie, was ihr zugestoßen. Die Kaiserin gestand nichts, aber die Amme schmeichelte ihr so lange und schwor ihr, sie wolle das Geheimnis niemandem mitteilen, dass endlich die Kaiserin ihr die ganze Geschichte mit ihrem Sohne von Anfang bis zu Ende erzählte. Da sagte die Amme sich vor ihr verbeugend, »Diese Sache ist ja gar nicht schwierig.« Aber die Kaiserin versetzte, »Bei Gott, meine Mutter, ich will lieber mitsamt meinem Sohne sterben, als etwas sagen, das man doch nicht glauben würde. Jedermann wird fragen, sie gibt ein Märchen vor, um die Schande von sich zu wälzen. Für mich gibt's kein anderes Mittel als Geduld.« Die Alte hatte wohlgefallen an diesen verständigen Worten und sagte zu Schar Hatun, »Es ist, wie du sagst, doch hoffe ich, Gott wird die Wahrheit bekannt machen. Habe nur Geduld. Ich nehme mich der Sache an und gehe sogleich zum Kaiser, um zu hören, was er sagt.« Als die Amme zum Kaiser kam, fand sie ihn betrübt, den Kopf zwischen den Knien dasitzen. Sie setzte sich zu ihm und sagte nach anderen süßen Worten, »Mein Sohn, dein Schmerz verwundet mein Herz. Seit einiger Zeit reitest du gar nicht mehr aus und bist immer düster. Warum bist du denn so leidend?« Der Kaiser antwortete, »O meine Mutter, wegen meiner verruchten Gattin, von der ich eine so gute Meinung hatte und die nun so gegen mich verfahren ist,« worauf er ihr die ganze Geschichte erzählte. Da sagte die Alte, »Und eine schwache Frau macht dir so viel Kummer?« »Ich denke nach,« versetzte der Kaiser, »welchen Tod ich über die verhängen soll, um der Welt ein Beispiel zu geben.« Da sagte sie, »Mein Sohn, übereile dich nicht, denn Übereilung bringt Reue, du kannst sie ja immer noch umbringen, ergründe erst die Sache wohl, dann tue, was du willst.« Der Kaiser erwiderte, »Ihr bedarf's keiner anderen Beweise. Schachatun hat ja selbst den Alten fortgeschickt, um den Jungen zu holen.« Da sagte die Alte, »Ich weiß ein sicheres Mittel, wodurch sie alles gestehen wird, was in ihrem Herzen vorgeht.« »Wie wolltest du das?« fragte der Kaiser. Die Alte antwortete, »Ich bringe dir das Herz eines Wiedehopfs, das legst du deiner Gattin auf die Brust, wenn sie schläft. Fragst sie dann, was du wissen willst, und sie wird dir die Wahrheit sagen.« Der Kaiser sagte ihr erfreut, »Das will ich tun, aber sage niemandem etwas davon.« Die Alte ging dann zur Kaiserin und sagte ihr, »Ich habe dein Anliegen besorgt. Der Kaiser wird diese Nacht zu dir kommen. Stelle dich dann, als schliefest du, und antworte schlafend auf alles, was er dich fragt.« Hierauf verließ die Alte die Kaiserin wieder, holte das Herz eines Wiedehopfs und brachte es dem Kaiser. Dieser erwartete mit Ungeduld die Nacht, dann ging er zur Kaiserin und als er sie eingeschlafen glaubte, setzte er sich neben sie, legte das Herz des Wiedehopfs auf ihre Brust und wartete eine Weile, um sich von ihrem Schlafe zu überzeugen. Dann sagte er, »Scharhatun, war das mein Lohn von dir?« »Was habe ich verbrochen?« fragte die Kaiserin. Er erwiderte, »Gibt es denn ein größeres Verbrechen als das deinige? Schicktest du nicht nach einem geliebten fremden Jünglinge und wurdest mir untreu?« »Ich kenne keine Leidenschaft. Es sind unter deinen Dienern schönere als er ist, und ich gelüste nach keinem.« »Und warum hast du ihn umarmt und geküsst?« »Er ist mein Sohn, ein Stück meines Herzens. Aus mütterlicher Liebe zu ihm habe ich ihn umarmt und geküsst.« Als der Kaiser dies hörte, geriet er in große Verwirrung und sagte zu ihr, »Kannst du beweisen, dass er dein Sohn ist? Ich habe doch noch einen Brief von deinem Onkel, in welchem er mir schreibt, dein Sohn ist getötet worden.« »Allerdings, aber die Kehle war nicht durchschnitten. Mein Onkel ließ die Wunde wieder zunähen und meinen Sohn bei sich erziehen, denn seine Todesstunde war noch nicht gekommen.« Als der Kaiser dies hörte, sagte er, »Dieser Beweis genügt mir.« Er ließ sogleich den Prinzen und den Diener holen und untersuchte den Hals des Prinzen bei dem Scheine einer Wachskerze. Da sah er einen Schnitt von einem Ohre zum anderen, der zwar wieder geschlossen war, doch entdeckte er, wie eine Naht sich darüber hinzog. Hierauf fiel der Kaiser vor Gott nieder und dankte ihm, dass er diesen Jungen aus so vielen Gefahren befreit und freute sich sehr, dass er ihn nicht im Zorne getötet hatte, was er nachher hätte bereuen müssen. Der Prinz aber wurde nur gerettet, weil seine Todesstunde noch nicht gekommen war. »So werde auch ich,« sagte der Jüngling zum König, »die mir bestimmte Frist erreichen, und ich hoffe, dass Gott mir gegen diese bösen Vesiere beistehen wird.« Der König ließ ihn hierauf wieder ins Gefängnis zurückführen und sagte zu den Vesieren, »Dieser Junge hat eine schlimme Meinung von euch. Ich weiß indessen, dass ihr mir aus Liebe ratet, seid daher nur zufrieden. Ich werde in allem euren Rat befolgen. Ich habe nur so lange seinen Tod verschoben, damit recht viel von der Sache gesprochen werde. Nun soll er aber sterben.« Er richtet einen Galgen am Ende der Stadt und lasst seine Hinrichtung durch einen Ausschreier bekannt machen, damit die ganze Stadt sich versammle und mit ihm zum Galgen ziehe. Der Ausschreier soll vor ihm rufen, »Das ist der Lohn dessen, den der König in seine Nähe gezogen, und der ihn dann verraten.« Die Vesiere freuten sich sehr über diesen Entschluss des Königs, ein jeder brachte noch etwas anderes vor und sie konnten vor Freude die ganze Nacht nicht schlafen. Sie ließen die Hinrichtung des Jünglings in der Stadt bekannt machen und einen Galgen errichten, und des Morgens früh kamen sie vor die Türe des Palasts und sagten zum König, »Es sind schon so viele Leute beisammen, dass sie vom Palast bis zum Hinrichtungsplatz alle Straßen füllen, um den Jungen hängen zu sehen.« Als der König den Jungen holen ließ, sagten die Vesiere, »Verworfener Mensch, hast du noch Freude am Leben? Hoffst du noch Erlösung?« Er antwortete, »Ihr gottlosen Vesiere, kann ein verständiger Mensch aufhören, auf Gott zu vertrauen? So unterdrückt auch ein Mensch sein mag, kann ihn Gott doch aufrichten und mitten im Tode ihm neues Leben geben.« »Kennt ihr nicht die Geschichte des Gefangenen, den Gott gerettet?« Als der König fragte, »Was ist das für eine Geschichte?« erzählte der Jüngling. Ende von Abschnitt 30 Ein König, der ein hohes Schloss hatte, von welchem man auf das Gefängnis sehen konnte, hörte einst in der Nacht, wie jemand rief, »Allah, dessen Hilfe jedem nahe ist, befreie mich!« Der König geriet in Zorn und dachte, »Der Dummkopf hofft, dass seine Schuld ihm erlassen werde.« Er erkundigte sich nach dem Eingekerkerten, und als man ihm sagte, dass in diesem Gefängnis nur Verbrecher, auf denen eine Blutschuld hafte, eingesperrt seien, ließ er den Mann vor sich kommen und sagte ihm, »Du einfältiger Mensch, wie kannst du bei der Größe deines Verbrechens aus diesem Gefängnis befreit zu werden hoffen?« Er übergab ihn dann seinen Soldaten und befahl ihnen, ihn vor der Stadt aufzuhängen. Als diese ihn in der Nacht zur Stadt hinausführten, wurden sie von bewaffneten Räubern überfallen. Die Soldaten ließen den Verurteilten los, und er floh in einen Wald. Aber bald fiel ein furchtbarer Löwe über ihn her, warf ihn zu Boden, riß dann einen Baum aus der Wurzel und legte ihn auf den Mann und lief fort, um sein Weibchen zu holen. Dessen ungeachtet vertraute der Mann noch auf Gottes Hilfe. Als er die Blätter des Baumes zurückschob, sah er sehr viele Gebeine von Menschen, die der Löwe zerrissen hatte. Er sah auch einen Haufen Gold auf der Erde liegen, den er zu sich steckte. Nach und nach gelang es ihm, unter dem Baume hervorzukriechen und aus dem Walde zu entfliehen. Er drehte sich, aus Furcht vor dem Löwen, weder rechts noch links, bis er vor ein Städtchen kam. Da legte er sich ermattet nieder und ruhte aus bis Tagesanbruch. Dann vergrub er sein Gold, ging ins Städtchen und lebte dort mit Gottes Hilfe von dem Golde, das er später holte. Als der Jüngling diese Erzählung vollendet hatte, sagte der König, »Wie lange willst du uns mit deinen Reden betören? Jetzt ist die Zeit da, wo du gehängt werden sollst.« Aber im Augenblick, wo man ihn auf Befehl des Königs hängen wollte, kam der Räuberhauptmann an, der den Jungen erzogen hatte. Als er das Zusammenlaufen des Volkes sah, fragte er nach der Ursache und man sagte ihm, »Der König lässt einen jungen Verbrecher hinrichten.« Der Räuberhauptmann, der auch den Jüngling sehen wollte, erkannte ihn wieder, umarmte ihn und küßte ihn auf den Mund und sagte, »Diesen Jüngling habe ich als Kind unter dem Berge so und so in ein seidenes Kleid gehüllt gefunden und habe ihn zu mir genommen. Als wir aber eines Tages eine Karawane angriffen, die uns in die Flucht trieb und manche der Unsrigen verwundete, wurde er gefangen genommen. Seit damals suche ich ihn überall und konnte nichts mehr von ihm hören.« Als der König dies hörte und überzeugt war, dass dieser Jüngling sein Sohn, stieß er ein lautes Geschrei aus, fiel über den Jüngling her, umarmte und küßte ihn und sagte weinend, »Ich wollte meinen eigenen Sohn umbringen und wäre dann vor Reue darüber gestorben.« Er entfesselte dann den Prinzen, nahm die Krone von seinem Haupte und setzte sie ihm auf. Die Neuigkeit wurde mit Trommeln und Trompeten bekannt gemacht, die Stadt wurde geschmückt und es war ein so freudiges Lärmen an diesem Tage, dass die Vögel sich kaum in der Luft halten konnten. Auch seine Mutter kam herbei, als sie von dem vorgefallenen Kunde erhielt und umarmte ihren Sohn und die Truppen und das ganze Volk zog mit ihm nach dem Palast. Der König schenkte dann allen Gefangenen Freiheit und ließ sieben Tage als Festtage feiern. Am achten Tage setzte er seinen Sohn neben sich und ließ alle seine Freunde und die Obern der Stadt und die Visiere herbeirufen, welche vor Scham und Furcht dem Tode nahe waren. Diesen sagte der Prinz, »Seht ihr schlechte Visiere nun Gottes Werk? Seht ihr, dass seine Hilfe nahe war?« Als die Visiere verstummten, sagte der König, »Ich sehe, dass sich heute alles freut, sogar die Vögel in der Luft. Nur ihr seid niedergeschlagen. Das ist schon ein Beweis von Groll gegen mich. Hätte ich euch Gehör geschenkt, so müsste ich jetzt vor Verzweiflung und Reue sterben.« Der Prinz sagte hierauf zu seinem Vater, »Ohne deine ruhige Überlegung und deine gute Meinung von den Menschen wäre dir dieses hohe Glück nicht zuteil geworden. Lange Trauer und Reue hätten sich vielmehr angehäuft, die dem sich Übereilenden nie entgehen.« Der König ließ dann den Räuberhauptmann kommen, machte ihm viele Geschenke und sagte, »Wer den König liebt, der beschenke diesen Mann.« Worauf er von allen so reichlich beschenkt wurde, bis er nichts mehr annehmen konnte, auch erhielt er die Polizeipräfektur der Stadt, in welcher er wohnte. Bald nachher ließ der König neun Galgen neben dem schon errichteten Aufstellen und sagte zu seinem Sohne, »Du warst unschuldig. Diese schlimmen Visiere haben dich bei mir verleumdet.« Der Prinz versetzte, »Mein Verbrechen bestand in meiner Treue gegen dich, weil ich ihre Hände aus deinen Schätzen vertrieb, beneideten sie mich und wünschten meinen Tod.« »Darum sei auch jetzt ihre Strafe nahe,« sagte der König, »denn ihr Verbrechen ist zu groß. Um dich zu vernichten, scheuten sie nicht, meine Ehre bei allen Königen zu schänden.« Er wandte sich dann zu den Visieren und sagte ihnen, »Wehe euch! Womit könnt ihr euch entschuldigen?« Da erwiderten sie, »O König, es bleibt uns keine Entschuldigung. Wir waren dem Jungen nicht gut und wollten sein Unglück, aber es traf uns selbst. Wir gruben ihm eine Grube und fielen selbst hinein.« Hierauf erteilte der König den Befehl, sie zu hängen. »Denn«, sagte er, »Gott ist gerecht und sein Urteil ist wahr.« Der König lebte dann mit seiner Gattin und seinem Sohne in Lust und Freude, bis der Zerstörer aller Erdenfreuden auch sie erreichte. Gepriesen sei Allah, der allein Unsterbliche, dem allein Ruhm gebührt und sein Erbarmen sei mit uns bis in die Ewigkeit. Amen. Ende von Abschnitt 31 Abschnitt 32 von Tausend und eine Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte der Messingenden Stadt Teil 1 Als der Fürst der Gläubigen Abdul-Malik, der Sohn Merwans, eines Tages von den Großen des Reichs umgeben war, kam die Rede auf Geschichten alter Völker und ihre mächtigen Kaiser. Da sagte einer der Anwesenden, »Keinem Sterblichen wurde je so viel verliehen als Salomo, dem Sohne Davids, denn er gebot über Menschen und Genien, über Vögel und Vierfüßige Tiere. Gott befahl sogar dem Winde, ihm seinen Teppich einen Monat lang auf der Hin- und ebenso lang auf der Rückreise zu tragen. Auch gab ihm Gott einen Siegelring, mit welchem er Eisen, Blei, Stein und Kupfer versiegeln konnte. Kurz, er gab ihm alles. Da sagte Abdul-Malik, »Es ist wahr, zürnte er gegen Genien so sperrte er sie in kupferne Büchsen ein, goss Blei darauf, siegelte sie mit seinem Ringe zu und warf sie ins Meer.« Hierauf erhob sich Taleb, ein berühmter Schwarzkünstler und hochgestellter Mann, der Bücher hatte, die ihn Schätze aus der Erde zu ziehen lehrten, und sprach, »O Fürst der Gläubigen, Gott erhalte dein Reich und erhebe deinen Rang in beiden Welten. Mein Vater erzählte mir, Dereinst habe mein Großvater sich eingeschifft, um nach der Insel Sizilien zu fahren. Da gefiel es Gott, einen Sturmwind herbeizuführen, der das Schiff vom Wege ablenkte und es erst nach einem Monat an einen hohen Berg trieb, den niemand kannte. Die Schiffsleute wussten gar nicht, wo sie waren und fanden am Ufer Leute von wunderbarer Gestalt, die sie nicht verstanden. Nur der König dieses Landes verstand arabisch, obgleich er kein Fremder war. Dieser kam ans Ufer, begrüßte sie und sagte, »Ihr habt euch gewiß verirrt, denn euer Schiff ist das Erste, das hier landet, doch fürchtet nichts, ihr sollt wieder glücklich in eure Heimat zurückkehren.« Der König bewirtete sie dann drei Tage lang mit Vögeln und Fischen. Am vierten Tage führte er sie zu den Fischern spazieren, da sahen sie, wie einer sein Netz auswarf und eine kupferne Flasche heraufbrachte, die mit Salomos Siegel versiegelt war. Er brach der Flasche den Hals ab und öffnete das Siegel. Da stieg ein blauer Rauch heraus und verwandelte sich in der Luft in die hässlichste Gestalt der Welt und rief, »Gnade, Gnade, O Prophet Gottes, ich will nichts mehr so tun!« Mein Urgroßvater ging dann zum König und fragte ihn, was das wäre. Da sagte er, »Es ist ein rebellischer Geist, der wegen seines Ungehorsams gegen Salomo eingeschwert und ins Meer geworfen wurde. Als er jetzt herauskam, glaubte er, Salomo lebe noch und habe ihm verziehen. Darum rief er, »Gnade, Gnade, O Prophet Gottes!« Abdul-Malik war sehr erstaunt über diese Erzählung und sagte, »Es gibt keinen Gott außer dem einzigen Gott. Der hat Salomo ein großes Reich gegeben. Könnte ich nur einmal mit meinen Augen solche salomonische Flaschen sehen, sie würde jedem zur Belehrung und zur Warnung dienen.« Da sagte Taleb, »Diese Büchsen finden sich in der Messingenen Stadt. Wenn du solche zu haben wünschest, so schreibe Musa, deinem Stadthalter über den Westen und Andalusien, er möge einige seiner Leute mit Lebensmitteln und Wasser dahin schicken und dir ohne Säumen einige von dort bringen lassen.« Der Kalif ließ sogleich einen Schreiber rufen und an den Emir Musa schreiben. Er gab dann Taleb den Brief und sagte ihm, »Ich wünsche, dass du selbst den Brief überbrächtest.« Taleb antwortete, »Ich gehorche Gott und dem Fürsten der Gläubigen,« ließ sich Geld, Lebensmittel und ein Reittier geben und reiste von Damaskus nach der Hauptstadt Ägyptens. Dort verweilte er einige Zeit bei guter Bewirtung, begab sich dann nach Oberägypten, wo der Emir Musa sich aufhielt. Als dieser von der Ankunft Taleb hörte, ging er zu ihm, bewillkommte ihn und ließ ihn mit Auszeichnung bewirten. Taleb überreichte ihm dann den Brief des Kalifen und als er ihn gelesen hatte, sagte er, »Ich gehorche Gott und dem Fürsten der Gläubigen.« ließ sogleich einige Reisende kommen und sagte ihnen, »Der Kalif schreibt mir, ich solle ihm salomonische Flaschen verschaffen. Wie fange ich das an?« Die Reisenden antworteten, »Wende dich an Abdul Kadus, der wird dir den Ort angeben, wo sie liegen, denn er ist viel gereist zu Wasser und zu Land, er ist der beste Führer und Ratgeber, kennt alle Wüsten und ihre Bewohner und alle Meere und ist schon mancher Gefahr glücklich entgangen.« Musa schickte nach ihm und es erschien ein alter Mann, dem die Jahre schon hart zugesetzt hatten und dem man ansah, dass er schon die wunderbarsten Dinge erlebt. Musa teilte ihm den Brief des Kalifen mit und sagte, »Da ich dieses Land wenig kenne und gehört habe, es sei niemand so weit gereist als du, so bitte ich dich, mit uns zu gehen und uns zu helfen, den Willen des Kalifen zu erfüllen. Du sollst dich, so Gott will, nicht umsonst bemühen.« Abdul Kadus erwiderte, »Ich gehorche Gott und dem Fürsten der Gläubigen, doch mein Herr, die Messingne Stadt liegt weit von hier, wir haben einen weiten Weg zu machen und laufen viel Gefahr auf der Reise.« Da fragte Musa, »Wie lange müssen wir ausbleiben?« Der Alte antwortete, »Wir brauchen zwei Jahre hin und ebenso viel zurück, und du bist ein Mann, der für Gott gegen Ungläubige kämpft. Du darfst also durch eine so lange Abwesenheit das Land nicht dem Feinde preisgeben, darum ernenne einen Stellvertreter, der in deiner Abwesenheit die Feinde bekämpfe und das Land verwalte. Übrigens weiß ja der, dessen Leben nicht in seiner Gewalt steht, auch nicht, wie bald er dem Tode anheimfällt.« Musa ließ sogleich seinen Sohn Harun rufen, der ein guter und in der Regierungskunst erfahrener Mann war, und übertrug ihm die Stadthalterschaft Ägyptens. Dann ließ er die Truppen zusammenkommen und empfahl ihnen, seinem Sohne wie ihm selbst in allem Gehorsam zu leisten. Als dies geschehen war, sagte der Alte zu Musa, »Lass tausend Kamele mit Wasser beladen und wieder tausend mit Lebensmitteln und ebenso viele mit irdenen Krügen.« »Wozu diese?« fragte Musa erstaunt. Der Alte antwortete, »Wir haben vierzig Tage durch die große Wüste von Kairawan zu gehen, wo es wenig Wasser gibt und man keine Menschen sieht. Dort weht ein heftiger Samum, der die Schläuche austrocknet, weshalb das Wasser nur in Krügen aufbewahrt werden kann.« Musa schickte nach Alexandrien und ließ von dort viele Krüge holen. Er nahm dann seinen Visier zu sich, ließ zweitausend bepanzerte Reiter neben den Kamelen herreiten und der Alte ritt als Führer voran. Ihre Reise war sehr beschwerlich. Sie zogen bald durch bewohntes, bald durch unbewohntes Land und häufig führte der Weg durch wilde, gefährliche, wasserlose Wüsten oder über hohe Berge. So zogen sie ein Jahr lang umher. Eines Morgens waren sie vom rechten Wege abgekommen. Der Führer wusste nicht mehr, wo er war und rief, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott dem Erhabenen, bei dem Herrn der Kaaba. Ich habe mich in der dunklen Nacht verirrt und befinde mich nun in einem Lande, das ich heute zum ersten Male sehe.« Da sagte Musa, »So führe uns wieder zur Stelle zurück, wo wir vom Wege abgekommen sind.« Als der Alte sagte, er könne sie nicht mehr finden, rief Musa, »So lass uns nur weiter gehen, vielleicht wird uns Gott durch seine Macht leiten.« Sie gingen nun bis zur Zeit des Mittaggebetes vor sich hin und kamen in ein schönes ebenes Land, so flach wie das Meer, wenn es ganz Ferne etwas hohes und schwarzes. Sie gingen etwas näher und fanden ein Gebäude, so hoch und so fest wie ein Berg, ganz von schwarzen Steinen gebaut, mit furchtbar großen Altanen und einem chinesischen eisernen Tore, das einen blendenden Glanz von sich warf. Niemand wusste, wofür er dieses Riesengebäude halten sollte, das tausend Schritte im Umfang hatte und dessen hundert ellenhohe bleierne Kuppel in der Ferne sich wie eine Rauchsäule ausnahm. Da sagte der Führer, wir wollen diesem Gebäude näher treten, vielleicht können wir uns daran belehren. Als er aber näher kam, erkannte er es und rief, es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist sein Prophet. Da sagte Moser, ich sehe, du preisest Gott, hast du uns eine frohe Botschaft mitzuteilen? Der Alte antwortete, freue dich, der erhabene Gott hat uns aus den schrecklichsten Wüsten befreit. Wisse, mein Vater hat mir einmal von seinem Großvater erzählt, er sei in diesem Lande gewesen und nach langen Irrwegen an dieses Schloss gekommen und von da in eine Messing ne Stadt. Wir haben von hier nach dem Orte unserer Bestimmung nur noch zwei Monate zu reisen. Wir müssen immer dem Rande der Wüste folgen, finden aber viele Wohnungen, Brunnen und Bäche, die Alexander der Zweihörnige eroberte, als er sich nach Westen wandte. Die meisten Brunnen auf unserem Wege hat er graben lassen. Musa dankte für diese freudige Nachricht und sagte, komm, lass uns jetzt die Wunder dieses Schlosses sehen. Sie gingen auf das Tor zu und fanden darüber folgende Inschrift mit goldenen Buchstaben. Die Überbleibsel ihrer Werke verkünden uns, dass auch wir ihnen folgen müssen. O Wanderer, der du vor dieser Wohnung stehst, willst du die Geschichte eines Volkes kennenlernen, das sich von seinen Reichtümern trennen musste, so geh ins Schloss und forsche nach den Begebenheiten derjenigen, die dort im Staube beisammen wohnen. Musa weinte über diese Verse und sagte, es gibt keinen Gott außer Gott, der ewig fortdauert. Er kam dann an ein anderes Tor, auf welchem folgende Inschrift zu lesen war. Wie manches Volk hat vor uralter Zeit hier gelebt und ist wieder verschwunden. Wären die Menschen verständig, so würden sie einsehen, wie die Zeit mit anderen verfährt und es sich zur Warnung dienen lassen, sie haben Schätze gesammelt, die sie wieder anderen überlassen mußten, während sie selbst nach allem Abmühen ins enge Grab steigen. Wie manche Freude wurde ihnen zuteil, wie viel während sie jetzt selbst im Staube verzehrt werden. Diese Inschrift machte auf Musa einen tiefen Eindruck. Die ganze Welt erschien ihm nichtig und das irdische Leben kaum beachtenswert. Ich bin Gottes, rief er, und zu ihm kehren wir alle wieder. Es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer bei Gott dem Erhabenen. Er hat uns zu etwas Großem in der Zukunft geschaffen. Diese Welt hat aber für mich nicht mehr den Wert eines Mückenflügels. Alle Könige müssen zuletzt sterben und die Armen haben nach dem Tode mehr zu erwarten. Gepriesen sei Allah, der Ewig Dauernde. Er ging dann ins Schloss und bewunderte ungestört dessen schöne Bauart mit ungeheuren Räumen, in denen kein Mensch zu sehen war. Als er in den Hof kam, wo eine Kuppel sich erhob, fand er vierhundert Gräber. Er näherte sich einem derselben, das einen großen Grabstein von weißem Marmor hatte, auf welchem folgende Verse eingegraben waren. Wie oft bin ich gleich dir stehen geblieben, um Inschriften auf Grabsteinen zu lesen, wie lange habe ich gegessen und getrunken und Sängerinnen angehört, wie viele feste Schlösser habe ich erobert und seine Schönen mir zugeeignet. Auch ich, o Wanderer, habe vor dir über dieses Schicksal nachgedacht, und es war mir, als fragte man schon nach mir und es hieß, er ist tot. Drum, o Wanderer, sorge für deine Seele, ehe du zu den Toten niedersteigst. Musa weinte und war so gerührt, dass ihm fast der Atem ausging. Er näherte sich dann der Kuppel und sah acht hölzerne Pforten mit goldenen und silbernen Nägeln beschlagen. Über der Hauptpforte waren folgende Verse geschrieben. Nicht aus Freigebigkeit hinterließ ich anderen meine Güter, sondern der Tod, der unter den Menschen umherzieht, zwang mich dazu. Lange freute ich mich mit meinem Gute und beschützte es wie ein reißender Löwe. Ich war stets voller Sorgen, gab aus Geiz kein Senfkörnchen von dem meinigen Heer und hätte man mich ins Feuer geworfen. Da kam bald der über mich verhängte Tod und es lag nicht in meiner Macht ihn abzuwenden. Nichts halfen mir meine gesammelten Truppen, kein Freund und kein Nachbar konnte mich retten. Mein ganzes Leben war eine Täuschung. Ich lebte bald in Wohlstand, bald in Not, stets den Tod vor Augen. Kaum füllen sich deine Beutel mit Dinaren, so gehören sie schon einem Anderen und es kommen Kameltreiber und Totengräber. Dann kommt der Tag des Gerichts und du trittst vor Gott allein und nur mit Sünden schwer beladen. Drum, O Wanderer, lass dich nicht vom Glanze der Welt verblenden und bedenke, wie sie es deinen Freunden und Nachbarn gemacht. Musa war so angegriffen, daß er in Ohnmacht fiel. Als er wieder zu sich kam, ging er in die Kuppel und sah ein großes Grabmal mit einem eisernen chinesischen Grabstein, auf dem Folgendes zu lesen war. Im Namen Gottes, des einzigen, mächtigen, ewig Dauernden, der allein bleibt, während alle seine Diener vergehen müssen, O Wanderer, der du hierher kommst, belehre dich an dem, was du hier von den Schicksalen der Welt erfährst. Lass dich nicht vom Glanze der Welt verführen, sie ist trügerisch, gleich dem Traum eines schlafenden oder einem täuschenden Sandspiegel, dem der Wanderer sich vergebens nähert, um seinen Durst zu löschen. Auch ich setzte mein Vertrauen auf diese Welt und wurde von ihr verraten. Ich war Herr von viertausend Jungfrauen, so schön wie der Mond, sie gebaren mir tausend Söhne, stark und mutig wie Löwen. Ich lebte tausend Jahre und sammelte Schätze, wie kein König der Erde noch besaß. Ich glaubte, das würde ewig fortdauern. Aber der Zerstörer aller Freuden, der Verwüster aller Wohnungen, der Kinder zu Weisen macht, weder den Armen verschont noch vor den Befehlen des Königs sich fürchtet. Er eilte auch mich in meinem Schlosse, und als ich die Vergänglichkeit sah, ließ ich diese Verse als Belehrung für Verständige aufschreiben. Ich hatte ein Heer von zehntausend Reitern, alle tapfere Helden mit langen Panzern, schneidenden Schwertern, schrecklichen Lanzen und edlen Rossen. Als die Bestimmung Gottes, des Herrn der Welten eintraf, fragte ich meine Krieger, ob sie das Schicksal von mir abwenden könnten, und als sie dies nicht vermochten, ergab ich mich der Fügung, die mir den Tod gab und mich in dieses Grab versenkte. Ich bin Kusch, der Sohn Kanans, Sohn Schadats, Sohn des älteren Ad. Dann kamen folgende Verse. Wer wird einst im Wechsel der Zeiten meiner noch gedenken, und ich bin doch der Sohn Schadats, der die Welt beherrschte mit allen Menschen, die darauf sind. Alle Könige der Erde beugten sich vor meinen Waffen, und alle ihre Bewohner fürchteten meine Macht. Wenn ich ausritt, sah ich eine Million Zügel, und unzählbare Schätze füllten meine Paläste. Doch endlich kam der Tod, der alle Menschen auseinander trennt, und ich stieg aus meiner Herrlichkeit in die niedrigste Wohnung. Da hätte ich gern für einen Augenblick Leben mein ganzes Vermögen hingegeben. Aber Gott wollte diesen Tausch nicht, und so liege ich hier einsam getrennt von den Freunden. Drum, o Wanderer, sorge für deine Seele vor dem Tode und stelle dich sicher gegen die Tücke des Schicksals. Musa wurde auch von diesen Versen so ergriffen, dass ihm das Leben zur Last wurde. Hierauf kamen sie an einen gelben Stein mit Füßen von Zypressen Holz, worauf geschrieben war, an diesem Tische haben tausend Könige gespeist, die am rechten Auge blind waren, und tausend, die am linken Auge blind waren, und tausend, die zwei gesunde Augen hatten. Alle sind aus der Welt geschieden und wohnen jetzt in Gräbern. Nachdem Musa von allem, was er gelesen, eine Abschrift genommen, reisten sie wieder weiter, und nach drei Tagen kamen sie an einen hohen Hügel, auf dem ein kupferner Reiter auf einem kupfernen Pferd saß. Er hatte eine lange blendende Lanze in der Hand, auf deren Spitze folgendes mit römischen Buchstaben geschrieben war. O Wanderer, der du hierher kommst, wenn du den Weg nach der Messing den Stadt nicht weist, so reibe den Reiter, er wird sich herumdrehen, und wende dich dann nach der Seite, nach welcher er die Spitze der Lanze dreht. Musa rieb den Reiter, er drehte sich herum, und sie schlugen den Weg ein, nach welchem er die Lanze hob, und fanden sich bald auf geebnetem Wege. Nach drei Tagen kamen sie auf einen hohen Berg, auf dem sie eine große lange Säule sahen. Als sie darauf zugingen, fanden sie eine Statue von schwarzem Stein, die einen Menschen darstellte, der bis zu den Achseln in der Säule steckte. Er hatte zwei große Flügel, zwei Hände wie die Tatzen eines Löwen mit eisernen Krallen, einen Haarschopf mitten auf dem Kopfe wie ein Rossschweif, zwei Augen, die in die Länge gespalten waren und Feuer sprühten, und aus der Stirne stach noch ein drittes hässliches dunkelrotes Auge hervor, wie das eines Luxus. Diese Gestalt rief in einem fort, gepriesen sei der, welcher diese lange harte Pein über mich verhängt hat. Musa bat den Alten diese Gestalt einmal zu fragen, wer sie sei und warum sie sich in diesem Zustand befinde. Der Alte sagte, ich fürchte mich vor ihr. Musa versetzte, der hat genug mit sich selbst zu tun, um dir etwas anzuhaben. Der Alte ging auf sie zu und fragte, Wer bist du? Wie heißt du? Und wer hat dich hierher gebracht? Da antwortete sie, ich bin ein böser Geist und heiße das Musch und werde gepeinigt und bleibe hier gebannt bis zum Tage der Auferstehung durch die höchste Gewalt Gottes. Die wunderbare Ursache aber, warum ich an diese Säule gebannt bin, ist folgende. dieser König so bereite dich zum Tode vor, denn ich werde dich mit Truppen überfallen, welche die ganze Erde ausfüllen, und du wirst gleich dem gestrigen Tage werden, der nie mehr wiederkehrt. Als der König diesen Brief las, warf er ihn zornig weg und sagte zu seinen Visieren, was soll ich Salomo dem Sohne Davids antworten, der einen Boten her schickt, meine Tochter als Gattin verlangt und mir befiehlt, meinen Götzen zu zerbrechen und seinen Glauben anzunehmen? Die Visiere antworteten, großer König und mächtiger Herr, was kann Salomo dir tun? Du bist ebenso groß und noch mächtiger als er, du hast über eine Million Krieger zu gebieten und wohnst auf diesem großen Meer, wo er gar nicht zu dir gelangen kann und wo Menschen und Genien für dich kämpfen. Übrigens berate deinen Herrn den Götzen und befiehlt er dir, ihm entgegen zu ziehen, so tue er es. Der König stand auf und ging zum Götzen, brachte ihm ein Opfer, fiel vor ihm nieder und sprach, O Herr, ich bitte um deinen Schutz, der König Salomo will dich zerbrechen. O Herr, gebiete uns, dein Befehl wird vollzogen, denn wir kennen deine Macht. Ich verbarg mich nun, weil ich Salomos Macht nicht kannte, in dem Leibe des Götzen und sagte, ich fürchte mich nicht vor Salomo, wenn er Lust hat, soll er mich nur bekriegen, ich werde ihm mit Schwert und Lanze das Leben nehmen. Meine Antwort gab dem König Mut genug, um Salomo den Krieg zu erklären. Er spieß seinem Gesandten ins Gesicht und gab ihm folgende beleidigende Antwort. Sage Salomo, sein Herz habe ihm Lug und Trug vorgespiegelt, er möge seine ganze Macht aufbieten, wenn er nicht zu mir geht, so komme ich zu ihm. Als der Bote Salomo diese Antwort überbrachte, glühte er vor Zorn und sein Entschluss stand fest. Er sammelte alsbald Menschen und Geister und Vögel und wilde Tiere, befahl dann dem Löwen, dem König der vierfüßigen Tiere, alle reißenden Tiere aus den Wüsten und Einöden zu versammeln. Er rief dann den Adler, den König der Vögel und befahl ihm, alle Raubvögel zusammenfließen zu lassen. Seinem Vesier Damuriad erteilte er den Befehl, alle Genien und Teufel und widerspenstigen Geister zu rufen, und Asaf, der Sohn Berayas, beauftragte er, alle menschlichen Truppen zusammenzubringen. Als alles in unzählbarer Masse sich eingestellt hatte, setzte sich Salomo mit seinen Scharen auf seinen Teppich, die Vögel flogen über ihm und die Menschen und Genien gingen vor ihm her. Als der ganze Zug am Ufer des Meeres anlangte, stieg Salomo vom Teppich herunter und schickte einen Boten zum König der Insel, der ihm sagen sollte, hier ist nun Salomo, der Prophet Gottes, gehorche ihm, zerbricht deinen Götzen, gib ihm deine Tochter zur Frau und rufe mit allen Bewohnern des Landes aus, es gibt keinen Gott außer dem einzigen Gott und Salomo ist sein Prophet. Wo nicht, so verteidige dich gegen seinen Angriff. Glaube aber nicht, dass dich das Meer gegen ihn schützt, denn er befiehlt dem Winde ihn zu dir zu tragen und erscheint mitten auf deiner Insel um dich zu verderben. Als der Gesandte dem König Salomos Botschaft überbrachte, antwortete er, sage Salomo, ich gegen und hoffe ihn zu treffen. Der Bote kehrte wieder zu Salomo zurück, der sich hierauf zur Schlacht rüstete. Sobald der Gesandte weg war, ließ mich der König rufen und gebot mir, alle unter mir stehenden Truppen zu versammeln. Ich gehorchte, brachte eine Million Menschen und ebenso viele Genien zusammen, auch der König zog alle seine Leute zusammen und es kam eine Zahl heraus, die nur Gott kennt. Salomo aber stellte wilde Tiere zur rechten und zur linken seiner Truppen auf und befahl den Vögeln in der Luft über ihren Köpfen zu fliegen, dem Feinde, sobald er einen Angriff versuche, mit den Flügeln ins Gesicht zu schlagen und ihnen mit den Schnäbeln die Augen auszupicken. Er selbst schwebte auf einem vom Winde getragenen Teppiche in der Luft, er setzte Damuriad über den rechten Flügel der Menschen und Asaph über den linken, die Könige der Menschen stellte er zur rechten und die Könige der Geister zur linken und die wilden Tiere und Wipern und Schlangen schickte er voraus. Indessen traten wir ihnen doch entgegen und kämpften aber brach nach der Bestimmung das Verderben über uns herein. Ich stellte mich an die Spitze der ersten Reihe unserer Truppen und forderte zum Zweikampfe heraus. Da trat mir Damuriad, der Visier Salomos, wie ein großer feuerspeiender Berg mit seiner schrecklichen Macht entgegen und schoss einen feurigen Pfeil gegen mich ab. Aber ich wich ihm aus und schleuderte einen feurigen Pfeil gegen ihn, der ihn traf. Aber sein Pfeil machte meine Flamme unschädlich und er schrie so laut, dass ich glaubte, die Berge wankten und der Himmel stürzte über mir zusammen. Auf seinen Befehl griffen dann seine Truppen uns an und das Hand Gemenge wurde allgemein unter furchtbarem Getöse. Die Erde zitterte, Flammen sprühten, Rauch stieg gen Himmel, Köpfe fielen, Gallen zersprangen, fliegende Genien kämpften in der Luft, wilde Tiere auf der Erde. Ich selbst focht immer gegen Damoriat, der mich so sehr in die Enge trieb und mir so hart zusetzte, dass ich die Flucht ergriff und zugleich zerstreuten sich auch alle meine Truppen. Aber Salomo rief den seinigen zu, nehmet sie mit ihrem ruchlosen König gefangen. Da stürzten wilde Tiere zur Rechten und zur Linken über uns her. Vögel pickten uns die Augen aus und schlugen uns ihre Flügel ins Gesicht. Schlangen bissen uns und unsere Pferde, so dass kein einziger von den Unsrigen entkam. Zwar floh ich noch eine Strecke von drei Monaten vor Damoriat, aber zuletzt sank ich erschöpft zu Boden und wurde von ihm eingeholt. Als er mich gefangen nahm, sagte ich ihm, bei dem, der dich erhoben und mich erniedrigt hat, lass mich leben und führe mich zu Salomo, Friede sei mit ihm. Aber Salomo nahm mich sehr schlecht auf, ließ sich diese Säule bringen, hüllte sie aus, steckte mich hinein und legte sein Siegel darauf. Damoriat trug mich dann hierher und setzte einen mächtigen König über mich, um mich zu bewachen und so muss ich hier in schwerer Pein bis zum Auferstehungstage gefangen bleiben. Höchst erstaunt über diese schreckliche Gestalt rief Musa aus, es gibt keinen Gott außer dem einzigen Gott, der Salomo ein großes Reich geschenkt. Der Alte sagte dann dem Geiste, erlaubst du mir dich etwas zu fragen? Der Geist antwortete, frage nur, was du willst. Da fragte der Alte, gibt es hier Geister in kupferne Flaschen von Salomos Zeit her eingesperrt? Jawohl, erwiderte der Geist, im Meer Karkarre dort wohnen Leute, die noch von Noah abstammen, Friede sei mit ihm, dorthin kam die Sündflut nicht, denn jene Gegend ist von der ganzen übrigen Erde abgeschieden. Der Alte ließ sich dann noch den Weg nach der messingen Stadt und dem Orte, wo die kupfernen Flaschen liegen, näher angeben und zog mit Musa und seinen Begleitern weiter. Nach einer kurzen Strecke sahen sie etwas Schwarzes in der Ferne, von zwei einander gegenüber lodernden Flammen umgeben. Als Musa fragte, was das wäre, antwortete der Alte, Freue dich Fürst, das ist die messingne Stadt, so ist sie mir in meinem Schatzbuche beschrieben, denn sie ist aus schwarzen Steinen gebaut und hat zwei Schlösser aus spanischem Messing, welche wie zwei Feuer einander gegenüber aussehen und daher hat sie auch ihren Namen. Sie gingen nun auf die Stadt zu, welche mächtige Gebäude enthielt und schön angelegt war, von sehr festen achtzig ellenhohen Mauern mit fünfundzwanzig Toren umgeben. Aber diese Tore konnten nur von innen geöffnet werden. Musa war daher in der größten Verlegenheit und wusste keinen Rat, um in die Stadt zu dringen und ihre Wunder zu sehen. Und der Alte sagte ihm, so ist sie in dem Schatzbuch beschrieben. Ende von Abschnitt 32 Abschnitt 33 von 1001 Nacht Band 2 übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte der Messingnenstadt Teil 2 Nach einigem Nachdenken befahl er einem seiner Offiziere, um die Stadt herumzureiten und zu sehen, ob sich nicht ein zugänglicher Ort finde. Dieser bestieg sein Kamel, nahm Wasser und Lebensmittel mit und nach zwei Tagen hatte er den Kreis um die Stadt vollendet, berichtete aber, sie sei wie aus einem Stücke gegossen. Er habe auch keine Öffnung gefunden, die es möglich machte, hineinzukommen. Musa fragte ihn dann, ob er gar nichts von der Stadt gesehen. Tapferer Fürst, antwortete der Offizier, es müssen Wunderwerke in den Mauern, vor denen wir hier stehen, verborgen sein. Ich bin ganz erstaunt über die Festigkeit dieser Stadt, über ihre schönen Gebäude und hohen Türme. Musa stieg dann mit dem Alten auf den höchsten Berg, der vor der Stadt lag, und von hier aus sahen sie die schönste Stadt vor sich liegen, die man finden konnte. Hohe Häuser, feste Schlösser, fließende Bäche, schön angelegte Straßen. Ihr Auge entdeckte aber keinen Menschen, noch ein Haustier. Nachteulen hausten darin mit anderen Vögeln, aber sie war sicher vor jedem Wechsel der Zeit. Die Wohnungen beklagten die Bevölkerung, die sie einst umschlossen, und die Schlösser beweinten die, welche sie gebaut. Musa wunderte sich über den traurigen Zustand dieser Stadt und rief, gepriesen sei Gott, der die Launen des Schicksals nicht zu befürchten hat und den die Zeit nicht ändert. Unter solchen Betrachtungen sah Musa an der Seite des Berges, welche der Stadt gegenüber lag, sieben marmorne Tafeln, auf denen allerlei Ermahnungen eingegraben waren. Musa bat den Alten, diese Inschriften zu lesen, und dieser näherte sich der ersten Tafel und las folgende Inschrift. Oh Mensch, warum bedenkst du nicht, was vor dir war, deine Jahre, Monate und Tage haben dich es vergessen lassen. Weißt du nicht, dass der Todeskelch dich erwartet und dass du bald von der Welt scheiden musst? Drum sorge für deine Seele, ehe du ins Grab singst. Wo sind die Könige, welche Länder besessen, Menschen unterjocht, Schlösser gebaut und Truppen angeführt haben? Der Tod hat sie überfallen, der alles vereinte trennt, ihre Wohnungen stehen nun leer, sie sind aus geräumigen Schlössern ins enge Grab gestiegen. Dann las er noch folgende Verse, wo sind die mächtigen Kaiser mit all ihren Leuten? Gegen ihren Willen mussten sie sie räumen, als der Herr des Himmels sie heimsuchte, und nichts halfen ihnen alle ihre Schätze. Musa wurde tief ergriffen, und Tränen flossen auf seine Wangen herab, er ließ sich dann Tinte geben, schrieb die Tafel ab und ging zur Zweiten, welche folgende Inschrift hatte. Oh Mensch, welche Hoffnungen täuschen dich! Was zerstreut dich von dem Gedanken des Todes? Weißt du nicht, dass niemand in dieser Welt bleibt? Wo sind denn die Könige, die so viele Länder besessen? Wo sind die, welche Irak bevölkert haben? Wo ist der Erbauer Ispahans? Wo ist der Herr von Horasan? Der Todesbote hat ihnen zugerufen und sie mussten antworten. Der Verkündiger der Vergänglichkeit hat sie angesprochen und sie verschwanden. Ihre festen Schlösser schützten sie nicht und alles, was sie gezählt und aufgehäuft, konnte das Übel nicht von ihnen abwenden. Zuletzt las er noch folgende Verse Wo sind die großen Kaiser und ihre Reiche? Sie haben die Erde verlassen, als wären sie nie gewesen. Sie haben aus Furcht vor dem Zerstörer der Freuden viele Truppen gesammelt, dann mussten sie doch beschämt von Dannen weichen. Musa weinte heftig und rief Bei Gott, wir sind zu etwas Großem geschaffen. Er schrieb auch diese Tafel ab und ging zur dritten Tafel auf welcher geschrieben war O Erdensohn du lebst in Zerstreuungen und wendest dich ab vom Befehle deines Herrn ein Tag nach dem anderen vergeht von deinem Leben und du kehrst dich nicht daran sammle dir doch Vorrat für den Auferstehungstag und bereite dich vor deinem Herrn zu Rede zu stehen auf dieser Tafel standen noch folgende Verse wo sind die mächtigen die so viele Länder bebauten und immer ruchloser und gewalttätiger wurden alle Bewohner der Erde Indier und Sindier Abyssinier und Mohren und Nubier fielen dem Tode anheim sobald sie übermütig wurden und alle ihre Schlösser konnten ihnen nicht helfen Musa gefiel auch diese Inschrift so sehr dass er sie abschrieb er stellte sich dann vor die vierte Tafel welche folgende Inschrift hatte O Mensch wie lange glaubst du dass dein Herr dir noch zusieht wenn du immer tiefer ins Meer deiner Leidenschaften untertauchst jeder Tag bringt dir Gottes Güte jeden Tag sollte dein Dank zu ihm hinaufsteigen stattdessen beschäftigst du dich mit eitlen Dingen O schäme dich doch vor dem der alles sieht und erfülle des Teufels Wünsche nicht Mir ist als frage man schon nach dir und es heißt er ist gestorben voller Reue über seine Vernachlässigung der göttlichen Gebote Am untern Rande der Tafel standen noch folgende Verse Wo sind die welche hier feste Grundpfeiler gelegt und hohe Gebäude darauf errichtet Wo sind die welche diese festen Burgen bewohnt haben Sie sind alle verschwunden Sie ruhen im Grabe bis zum Tage an welchem jedes Geheimnis offenbart wird Gott der allein Ehrwürdige ist unvergänglich Musa fiel vor großem Erstaunen in Ohnmacht Als er wieder zu sich kam schrieb er auch die vierte Tafel ab und näherte sich der fünften auf der geschrieben war Oh Menschensohn was leitet dich ab von dem Gehorsam gegen Gott der dich als Kind gepflegt und erzogen Wie kannst du seine Huld vergessen während er immer gnädig auf dich herabsieht und seine schützende Hand über dich ausbreitet Du entgehst doch einer Stunde nicht welche bitterer ist als Geduld Das arabische Wort Sabre welches Geduld bedeutet ist auch zugleich der Name eines bittern Holzes und heißer als brennende Kohlen Bereite dich zu dieser Stunde vor denn wer kann ihre Bitterkeit mildern und ihre Glut löschen Gedenke der Völker und Jahrhunderte die vor dir waren und belehre dich daran ehe du untergehst Am Rande der Tafel waren noch folgende Verse eingegraben Wo sind die alten Könige der Erde Dahin sind sie mit ihrem ganzen Erwerb einst ritten sie an der Spitze von Armeen welche die ganze Erde ausfüllten bekämpften mächtige Herrscher besiegten und vernichteten unzählbare Heerscharen aber unerwartet kam der Befehl des Herrn des Himmels und nach dem glanzvollsten Leben war Verwesung ihr Ende Nach Nachdem Musa auch diese In Schrift abgeschrieben hatte näherte er sich der sechsten Tafel worauf zu lesen war O Menschensohn glaube nicht daß dein Heil ewig dauert der Tod schwebt immerfort über deinem Haupt Wo sind deine Väter Wo deine Brüder und Freunde Alle sind ins Grab gestiegen als hätten sie nie gegessen oder getrunken und vor den erhabenen Herrn getreten und empfangen nun den Lohn ihrer Taten Sorge daher für deine Seele ehe du ins Grab singst Die Inschrift schloss mit folgenden Versen Wo sind die Könige der Franken Wo sind die welche in Tanga thronten Nur ihre Werke bleiben ewig in einem Buche aufgezeichnet das der Einzige als unauslöschliche Beweise aufbewahrt Als Musa diese Verse gelesen und abgeschrieben hatte rief er Es gibt keinen Gott außer Gott Wie groß war der Tod dieser Leute Er näherte sich dann der siebenden Tafel worauf geschrieben war Gepriesen sei der welcher über alle seine Geschöpfe den Tod verhängt der selbst aber ewig lebt und niemals stirbt O Menschensohn laß dich von deinen vergnügten Tagen Stunden und Augenblicken nicht irreleiten wisse 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 daß der Tod dir immer näher rückt und gleichsam auf deinen Schultern sitzt jeden Augenblick bereit dich zu überfallen schon ist mir als sähe ich dich deines süßten und angenehmen Lebens beraubt drum höre auf meine Rede und vertraue nur dem höchsten Herrn wisse in dieser Welt ist kein bleiben sie gleicht einem Spinnengewebe alles vergeht darin wo ist der Gründer und Erbauer der Stadt Amid wo ist der welchem die Stadt Farikain ihr Dasein verdankt beide Städte liegen in der Provinz Diabekre nach all ihrer Herrlichkeit sind sie ins Grab gestiegen und so werden auch wir einst vergehen denn nur der erhabene barmherzige Gott allein bleibt ewig der Erzähler fährt fort der Emir Musa bewunderte diese Inschrift und schrieb sie ab stieg dann wieder vom Berg herab und sagte den Führern und den anderen Leuten die ihn umgaben wie fangen wir es an um in diese Stadt zu kommen ihre Wunder zu sehen und ihre Schätze zu nehmen der Führer antwortete o Fürst wenn du in die Stadt willst so müssen wir eine lange Leiter machen um über die Mauer zu steigen vielleicht können wir dann so Gott will die Tore öffnen Musa fand diesen Rat gut und befahl sogleich seinen Leuten Holz zu schneiden und sie arbeiteten fünf Tage lang an einer langen Leiter die bis zur Mauer hinauf reichte da da sagte lachte lachte laut und rief schön schön dann schlug er die Hände zusammen sprang die Mauer hinab und fiel tot hin da rief Musa es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott dem Erhabenen dies geschah nun dem Verständigen und Einsichtsvollen fahren wir sofort so gehen wir alle zugrunde ohne dass der Wunsch des Fürsten der Gläubigen erfüllt wird was mögen wohl diese Männer gesehen haben um sich selbst in den Abgrund zu stürzen indessen stieg noch ein dritter auf die Mauer stürzte aber ebenfalls hinab und ihm folgten noch viele von Musas Leuten da sagte der alte hier kann niemand helfen als ich der erfahrene handelt anders als der unerfahrene ja bei Gott rief Musa nur du darfst noch hinaufsteigen und fliegst auch du davon so ziehen wir weg und wollen nichts mehr von dieser Stadt sehen der alte stieg mit den Worten im Namen Gottes des barmherzigen auf die Leiter und als er droben war lachte er und rief schön bei Gott schön er setzte sich dann ein wenig stand wieder auf und sagte o Fürst fürchte nichts durch seinen barmherzigen Namen hat Gott die List der Teufel von dir gewandt Moser fragte was siehst du er antwortete ich sehe zehn Jungfrauen schön wie der Mond sie haben Haare Mund und Hals wie Huris sie rauben dem Besonnensten den Verstand und laden jeden der sie ansieht ein zu ihnen zu kommen dem oben stehenden scheint es dann als wäre Wasser unten und auch ich hatte schon im Sinn hinunter zu springen da verbannte ich aber den Zauber durch den Namen Gottes und nun sehe ich unsere Gefährten tot vor mir liegen hierauf rief der alte noch einmal im Namen Gottes des barmherzigen und ging bis zu zwei kupfernen nach den Regeln der Kunst angelegten Türmen mit zwei goldenen Toren an denen aber weder Schloss noch Riegel zu sehen war mitten am Tore war ein kupferner Reiter ausgehauen welcher seine Hand ausstreckte in deren Mitte war geschrieben o Wanderer der du hierher kommst willst du dieses Tor öffnen so reibe zwölfmal den Nagel an meiner Brust und sogleich wird sich dir das Tor mit der Erlaubnis des erhabenen Gottes öffnen als 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 alte dies tat drehte sich der Reiter wie der Blitz herum und das Tor öffnete sich er stieg dann hinunter und kam in einen unterirdischen Gang der zum Stadttore führte aber auch dieses war mit Ketten und Schlössern verriegelt viele Leichen lagen umher und allerlei Fahnen und Kriegsgeräte da dachte der alte gewiß hat einer dieser Männer die Schlüssel zum Tore er näherte sich ihnen daher und suchte bis er den steinalten Torwächter fand dem die Schlüssel zu Häupten lagen der alte nahm die Schlüssel räumte das Kriegsgerät weg und öffnete das Tor ganz allein trotz seiner Höhe und Größe beim Öffnen des Tores vernahmen die Leute die außen standen ein Geräusch wie Donnern freudig priesen die Leute Allah sprangen dem alten entgegen und wollten mit ihm in die Stadt gehen er aber sagte nur ein Teil von euch komme mit mir der übrige bleibe außen stehen als der alte hierauf an der Spitze der Hälfte seiner Leute die Straßen und die Märkte der Stadt durch zog bewunderten sie die schönen Häuser Schlösser und Bäche die in der Stadt waren und erstaunten über die vielen Leichen die in den Straßen umher lagen auf dem Markte der Geld Wechsler fanden sie alle Gerätschaften geordnet aufgehängte Wagen Gold und Juwelen die niemand bewachte und niemand wegnahm nur Leichen lagen dabei die zum Teil schon in die Verwesung über gegangen waren und nur noch die Knochen übrig hatten als Warnung für Verständige Sie kamen dann auf den Markt der Spezereihändler und sahen die Läden voll von dem feinsten Moschus Ambra Aloe und Kampfer in Gefäßen von Elfenbein Ebenholz Spanischem Messing und anderen Metallen die so kostbar wie Gold waren und deren Eigentümer tot umher lagen hierauf gelangten sie an das königliche Schloss das ganz unbewacht war hier hingen Schwerter mit Gold verziert und daneben lagen tote Männer und Jünglinge Schlosshüter und Adjutanten deren Haut schon wie gedörrtes Fleisch aussah und die man für Schlafende hielt Musa blieb erstaunt vor ihnen stehen und pries Gott auf dem offenen Tore des Schlosses war mit goldenen und Azurbuchstaben geschrieben sei aufmerksam oh Mensch auf das was du hier siehst und bedenke dein Ende ehe du vergehst betrachte diese Leute die plötzlich verschieden und nun für all ihr Bemühen im Staube liegen schicke dir einen reichen Vorrat an heilbringenden Taten voraus denn alle Bewohner dieser Erde müssen sie einst verlassen diese Männer haben viele Gebäude errichtet und viele Güter gesammelt die ihnen nichts halfen als die Todesstunde kam sie sind vom Gipfel des Ruhms in die Tiefe des Grabes gestiegen wehe einem solchen Sturz dann rief man ihnen in ihrem Grabe zu wo sind die Kronen und die Throne und aller Schmuck wo sind die verschleierten Gesichter die einst als Muster der Schönheit galten und das Grab antwortete die Rose ist auf ihren Wangen verblichen und nachdem sie die besten Leckerbissen verzehrt werden sie nun selbst ein Raub der Würmer Musa weinte und fiel in Ohnmacht und als er wieder zu sich kam schrieb er die Verse ab dann ging er ins Innere des Schlosses da fand er vierzig einander gegenüberliegende sehr hohe Säle voll mit Gold Silber Perlen und Edelsteinen im vordersten Saale war ein Thron von Elfenbein und Rubinen mit dem reinsten Golde belegt Daneben erhob sich eine goldene Säule auf deren Spitze ein Vogel stand mit einer Perle im Schnabel welche wie ein Stern leuchtete Auf dem Throne saß ein Mädchen so schön wie die leuchtende Sonne sie war in ein Kleid gehüllt das ganz aus Edelsteinen war und hatte eine Perlenschnur am Hals mit Moschus und Ambra ausgestopft die das Reich eines Kaisers wert war Dieses Mädchen sah Musa mit gazellen Augen an und sowohl ihr Blick als der Glanz ihres Angesichts und die Schwärze der Haare machten den tiefsten Eindruck auf ihn Als er sie aber grüßte und sie seinen Gruß nicht erwiderte sagte der Alte Dieses Mädchen ist tot Ihre Augen sind herausgenommen und Quecksilber an ihre Stelle gegossen worden sodass so oft sie eine Luft anweht man glaubt sie bewegen sich Musas Auge fiel dann auf zwei Statuen welche vor dem Mädchen standen die eine war weiß die andere schwarz die eine hatte ein Schwert in der Hand die andere eine Lanze zwischen den beiden Statuen lag eine goldene Tafel auf den Stufen des Thrones mit einer silbernen Inschrift Musa fand folgendes darauf Im Namen Gottes des Ewigdauernden des Einzigen und Mächtigen der allein durch die Dauer ausgezeichnet ist während alle seine Diener vergehen der den Tag und die Nacht leitet O Wanderer der du hier her kommst denke nach über das was du hier siehst vom Wechsel der Zeit lass dich nicht verblenden von der Welt sie ist trügerisch und treulos gegen ihre Anhänger ich habe mich auf sie verlassen und mich ihr ganz hingegeben und doch wie du siehst hat sie mich verraten so wie alle älteren Völker und vergangene Jahrhunderte wenn du mich nicht kennst so will ich dir sagen wer ich war ich bin die Königin Tatmora Tochter von Königen welche so viele Länder beherrscht und so viele Menschen unterjocht ich habe das größte Reich auf Erden besessen ich war gerecht in meinen Urteilen und mild gegen meine Untertanen aber auf einmal suchte mich und mein Volk der Tod heim es vergingen nämlich viele Jahre und kein Tropfen Regen fiel vom Himmel und nichts Grünes wuchs auf der Erde nachdem wir unseren Vorrat verzehrt hatten suchten wir uns Nahrung aus anderen Ländern zu verschaffen aber die Leute welche ausgegangen waren um Lebensmittel zu holen sagten wenn sie sie mit Perlen aufgewogen und aufgemessen hätten so wäre es ihnen auch nicht möglich gewesen etwas herbeizuschaffen als uns nun keine Hoffnung mehr blieb ergaben wir uns der Bestimmung und schlossen die Tore der Stadt wer nun herkommt der nehme von diesen Gütern so viel er will nur lasse er mir was ich an meinem Körper an Kostbarkeiten trage er fürchte Gott und entblöße mich nicht und lasse mir meine Ausstattung dann wird euch auch Gott nicht mit Teuerung und Hungersnot heimsuchen Musa weinte heftig schrieb alles ab und sagte seinen Freunden schafft Kamele herbei und beladet sie mit all diesen Gütern da sagte der Visier sollen wir wirklich das schönste was dieses Mädchen besitzt zurücklassen wir wollen es lieber dem Fürsten der Gläubigen bringen Musa antwortete hast du das Verbot auf der Tafel nicht gelesen der Visier erwiderte und darum sollen wir diese kostbaren Perlen und Edelsteine hier lassen dieses Mädchen ist doch tot was tut sie mit diesem irdischen Schmucke ein baumwollenes Kleid genügt ihr nimmst du ihn nicht so nehme ich ihn und bringe ihn dem Fürsten der Gläubigen mit diesen Worten stieg er zu ihr hinauf als er aber zwischen den beiden Statuen stand schlug ihm die mit dem Schwerte den Kopf ab und die mit der Lanze spaltete ihm den Rücken da sagte Musa Gott habe kein Mitleid mit deiner Seele warum warst du so habgierig nachdem hierauf Musas Leute ihre Kamele mit Gold und Edelsteinen und anderen Kostbarkeiten beladen hatten verließen sie die Stadt und reisten am Ufer des Meers einen ganzen Monat lang bis sie an einen hohen Berg kamen in welchem viele Höhlen ausgegraben waren auf dem Berge standen viele schwarze Menschen in Häute gekleidet die kein Wort sprachen als sie Musas Truppen sahen flüchteten sie sich in ihre Höhlen mit ihren Frauen und Kindern und sahen schüchtern zu Musa und seinen Leuten auf Musa fragte den Alten wer sind diese Leute er erwiderte es sind Leute welche das besitzen was du suchst Musa stieg vor dem Berge ab und kaum hatte er sich in sein Zelt begeben da kam der König der Schwarzen der allein unsere Sprache redete und grüßte ihn und seine Leute und fragte sie wer seid ihr was wollt ihr was hat euch hierher geführt Musa antwortete der Fürst der Gläubigen Abdul Melik der Sohn Merwans hat von unserem Herrn Salomo dem Sohne Davids Friede sei mit ihm gehört und von dem großen Reiche das ihm der erhabene Gott Auch hat er vernommen, wie Salomo über Genien, Tiere und Vögel regierte und die Widerspenstigen in kupferne Flaschen einsperrte, die er versiegelt in den Abgrund des Meeres warf, dessen Wellen die Ufer eures Landes bespülen. Der Fürst der Gläubigen hat uns daher hierher geschickt, um solche Flaschen aufzusuchen, und wir bitten dich nun, o König, uns behilflich zu sein, dass wir den Befehl des Fürsten der Gläubigen vollziehen können. Der König versprach ihnen seinen Beistand und führte sie in die für Gäste bestimmte Wohnung, ließ alles Nötige dahin bringen und erwies ihnen viel Ehre. Musa fragte dann den König, »Welchen Glauben habt ihr und was betet ihr an?« Er antwortete, »Wir beten den Gott des Himmels an und glauben an Mohammed, Gottes Friede sei mit ihm, der am Ende der Zeit wieder erscheinen wird.« Musa fragte, »Wer hat euch dies gelehrt? Ich sehe doch keinen Menschen bei euch.« Er antwortete, »An jedem Donnerstag steigt eine Feuersäule gegen den Himmel auf, und wir sehen einen Mann auf dem Wasser gehen, welcher ruft, »O ihr Söhne der Tiefe! Bekennet, dass es keinen Gott gibt als den einzigen Gott, der keinen Gefährten hat, und dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist.« Wir beschworen ihn dann bei dem, den wir anbeten, er möge uns sagen, wer Mohammed sei, und er antwortete, »Muhammed ist ein Prophet, der in späterer Zeit erscheinen und alle Religionen vernichten und Dienst des göttlichen Richters herstellen wird.« Ich fragte ihn dann, »Wer ist Gott, den du so beschreibst?« Er antwortet, »Sein Thron ist im Himmel und seine Herrschaft auf Erden. Er ist einzig und mächtig, und dieser Mann lehrt uns die Grundpfeiler des Islams und das Gebet und Fasten.« Musa freute sich sehr, als er vernahm, dass diese Bergbewohner Muselmänner waren. Er blieb drei Tage in der ihm angewiesenen Wohnung, dann ließ er Taucher kommen und sagte ihnen, er wünsche, einige der salomonischen Flaschen zu haben. Sie tauchten ins Meer, brachten drei kupferne Flaschen herauf und überreichten sie Musa mit vielen anderen kostbaren Geschenken. Musa trat dann mit den Seinigen den Rückweg nach Bagdad an, und als sie in der Nähe der Stadt waren, kamen ihnen die vornehmsten Bewohner derselben entgegen. Musa erzählte dem Fürsten der Gläubigen die Wunder, die er auf seinem Wege gesehen, sowie auch die Geschichte des Visiers, der wegen seiner Gier nach dem Gewande des Mädchens getötet worden, und überreichte ihm die Flaschen und die Geschenke des Königs der Schwarzen, worüber sich der Fürst der Gläubigen sehr wunderte. Als er eine dieser Flaschen öffnete, stieg ein Rauch gen Himmel, der sich zu einem sehr hässlichen Geiste gestaltete, und schrie, »Gnade, o Prophet Gottes, ich will nicht mehr so sein!« Der Kalif sagte, »kehre wieder auf deinen Platz zurück!« Der Geist ging wieder in die Flasche, und der Kalif versiegelte sie und ließ sie in seine Schatzkammer bringen und rief, »Wahrlich, dem Sulaiman ist eine große Herrschaft verliehen worden!« »Das ist's, was von der Geschichte der Messingenen Stadt zu uns gekommen.« Aber nur Gott ist allwissend. Ende von Abschnitt 33 sagte der Perser, »Mein Sohn Hassan, bring auch einige süße Speisen!« Hassan ging auf den Markt und holte zehn Tassen voll süße Speisen. Als sie dies aßen, sagte der Perser, »Gott belohne dich dafür! Leute wie du verdienen es, dass man ihren Umgang suche, ihnen Geheimnisse vertraue und sie nützliche Dinge lehre!« Als sie genug gegessen hatten, sprach der Perser, »Bring nun die Gerätschaften!« Kaum hatte Hassan diese Worte gehört, so lief er wie ein junges Pferd, das man in den Klee lässt, in seinen Laden und holte die Gerätschaften und stellte sie dem Perser vor. Dieser zog aus seinem Turban ein Papier hervor und sagte, »O Hassan, bei dem Brot und bei dem Salz, wärest du mir nicht teurer als mein Sohn, so würde ich dir diese Kunst nicht mitteilen. Dieses Papier enthält alles, was ich noch von dem Pulver besitze, doch will ich die Materialien herbeischaffen und es vor dir bereiten und die Kunst offenbaren. Wisse, mein Sohn, wenn man zu zehn Pfund Kupfer nur eine halbe Drachme von dem Pulver nimmt, das in diesem Papier ist, so wird reines Gold daraus.« Weiter sagte er, »O mein Sohn Hassan, in diesem Papier sind noch drei ägyptische Ok. Ehe sie verbraucht sind, werde ich wieder neues Pulver verfertigen.« Hassan nahm das Papier und fand das Pulver noch feiner als das frühere. Er fragte den Perser, »Herr, wie heißt das, wo findet man es und in was wird's zubereitet?« Der Perser lachte und sagte, »Frage lieber, woher du ein vorwitziger Junge bist, mache nur dein Gold und schweige.« Hassan holte eine Kupferplatte aus dem Haus, zerschnitt sie mit der Schere, rührte sie im Kessel herum und streute etwas Pulver aus dem Papier darauf, bis eine feine Goldstange daraus wurde. Als er dies sah, freute er sich sehr und kam ganz außer sich vor Erstaunen. Während aber nun Hassan beschäftigt war, die Goldstange herauszuheben, zog der Perser einen Beutel aus seiner Kopfbinde hervor, der ein Stück Benji aus Greta enthielt, so groß, dass, wenn ein Elefant daran gerochen hätte, er von einer Nacht zur anderen hätte schlafen müssen. Er tat ein wenig davon in die süße Speise und sagte zu Hassan, »O Hassan, nun bist du mein Sohn und mir teurer als mein Lebensgeist zwischen meinen Seiten. Ich habe eine Tochter, so schön und wohl gewachsen, dass nie ihresgleichen gesehen wurden. Ich sehe, du allein passest für sie und sie nur für dich. So Gott will, verheirate ich dich mit ihr.« Hassan sprach, »Herr, ich bin dein Sklave, was du mit mir beginnst, geschehe mit Gott.« Der Perser sagte weiter, »Mein Sohn, habe Geduld, es wird dir gut gehen.« Mit diesen Worten reichte er ihm die süße Speise mit Benji, er nahm sie, küßte ihm die Hand und steckte sie in den Mund, denn er wußte nicht, was im Verborgenen seiner harte. Der Herr alles Verborgenen offenbart Geheimnisse nur nach seinem Willen. Sobald er sie aber geschluckt hatte, fiel er zu Boden. Als der Perser ihn getroffen sah, stand er freudig auf und sprach, »Bist du endlich gefallen, du Hund von Araber? Schon zwei Jahre suche ich dich vergebens.« Er umgürtete sich dann, band ihm Hände und Füße zusammen, legte ihn in eine leere Kiste, nahm auch die Goldstangen und legte sie in eine andere Kiste, die er verschloss. Er ging dann auf die Straße, holte zwei Träger und ließ die Kisten zur Stadt hinaustragen ans Ufer des Stroms, wo ein Schiff für den Perser bereitstand und der Schiffshauptmann ihn erwartete. Als der Schiffshauptmann und die Mannschaft den Perser kommen sahen, gingen sie ihm entgegen und trugen die Kisten auf das Schiff. Der Perser aber sprach zum Hauptmann, »Jetzt schnell fort, unser Geschäft ist abgetan, unser Ziel ist erreicht.« Der Hauptmann schrie den Matrosen zu, sie spannten die Segel, und das Schiff lief mit günstigem Wind aus. Das ist's, was den Perser und Hassan angeht. Was aber seine Mutter betrifft, so hatte sie ihren Sohn bis abends erwartet. Als sie nichts mehr von ihm hörte, ging sie in ihr Haus zurück, das sie offen fand. Da sie beim Eintreten niemand darin sah, die zwei Kisten und alles Gold vermisste, merkte sie, dass ihr Sohn verloren sei und dass der Pfeil des Schicksals ihn getroffen. Sie schlug sich daher ins Gesicht, zerriss ihre Kleider, schrie und jammerte, »O mein Sohn, mein Sohn, Frucht meines Herzens!« Sie sprach noch folgende erhabene Verse, »Meine Geduld schwindet, mein Weh und mein Jammer nehmen zu, seitdem du fern bist, bei Gott! Wie soll ich ein ferneres Dasein ertragen, seitdem mein Heiligtum verloren ist? Wie soll ich schlafen, da mein Teurer mir entrissen worden, wie in solchem Elend fortleben? Du bist geschieden und hast das Haus und seine Bewohner öde zurückgelassen und mein klares Getränk getrübt. Du warst mein Beistand in jedem Unglück, mein Glanz, mein Stolz und mein Vermittler unter den Menschen. Oh, dass es nicht Tag würde, solange du meinen Augen entzogen bist, bis ich dich zurückkehren sehe!« Sie weinte und jammerte bis zum folgenden Morgen. Da kamen die Nachbarn zu ihr und fragten sie nach ihrem Sohn. Sie erzählte ihnen, was ihm mit dem Perser geschehen und dass sie keine Hoffnung habe, ihn wiederzusehen. In ihrem Jammer lief sie im Zimmer auf und ab und weinte. Mit einem Male fielen ihre Augen auf die Wand, worauf sie zwei Zeilen geschrieben sah. Sie ließ den Rechtsgelehrten kommen, um sie zu lesen. Der Inhalt der Verse aber war folgender. Ich sah Leilas Traumgestalt gegen Morgen umherwandeln, während meine Freunde in der Wüste schliefen. Und ich erschrak, und als wir vor dieser Erscheinung erwachten, war die Wohnung leer und das Wiedersehen fern. Als Hassans Mutter dies hörte, schrie sie laut auf. »Ja, mein Sohn, die Wohnung ist leer und das Wiedersehen ist fern.« Die Nachbarn wünschten ihr Geduld und baldige Wiedervereinigung und verließen sie. Sie aber ließ mitten im Haus ein Grabmal bauen, schrieb Hassans Namen darauf und den Tag seines Verschwindens und trennte sich nicht mehr von demselben. Das ist, was Hassans Mutter angeht. Wir kehren nun wieder zu Hassan und dem Magier zurück, denn dieser Perser war ein Magier, der die Muselmänner hasste und, so oft er konnte, einen Muselmann umbrachte. Er war ein Feueranbeter, ein Goldmacher, ein Astrolog, wie der Dichter sagt, ein niederträchtiger, widerspenstiger Sohn eines Hundes und einer schlechten Mutter, Sohn eines bösen Abtrünnigen. Es ist an ihm kein Fleck so groß, dass eine Mücke sich darauf setzen könnte, worauf nicht irgendeine Schändlichkeit haftet. Dieser Verdammte hieß Bahram. Jedes Jahr opferte er einen Muselmann, um irgendein Ziel zu erlangen. Als ihm nun seine List mit Hassan gelungen und er einen ganzen Tag mit ihm herumgefahren war, ließ er des Abends Anker werfen. Am folgenden Morgen befahl er seinen Sklaven, die Kiste herauszuholen, in der Hassan war. Er öffnete sie, zog ihn heraus, bespritzte ihn mit Essig und blies ihm in die Nase. Hassan mußte niesen, erwachte und lobte den erhabenen Gott. Er sah sich um und fand sich mitten im Meer, der Perser saß ihm gegenüber. Wie er nun merkte, dass der Verdammte ihn betrogen und dass er sich selbst in das Unglück gestürzt hatte, vor dem er von seiner Mutter gewarnt worden war, sagte er die Worte, deren sich niemand zu schämen hat. »Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott, dem Erhabenen. Ich bin Gottes und kehre zu ihm zurück. O Gott, sei mir gnädig in deinem Beschluss und gib mir Mut in der Versuchung, O Herr der Welten!« Er wandte sich hierauf zu dem Perser und redete ihn sanft an. »Herr, was ist das für ein Verfahren? Wo bleibt der Bund und der Eid, den du mir geschworen? Du bist dem Brot und Salz untreu geworden!« Der Perser sah ihn an und schrie ihm zu. »Du Hund, Sohn eines Hundes, kenne ich Salz und Brot? Ich habe neunhundertneunundneunzig junge Leute deinesgleichen getötet. Mit dir werden es tausend sein.« Hassan schwieg, denn er sah ein, dass der Pfeil des Schicksals ihn getroffen hatte. Der Magier ließ ihn losbinden und ihm ein wenig Wasser zu trinken geben. Der Verruchte lachte hierauf und sprach, »Bei dem Feuer und dem Licht, ich glaubte nicht, dich zu fangen, doch das Feuer hat dich mir geliefert und mich in den Stand gesetzt, mein Vorhaben auszuführen. Ich will dich nun auch ihm opfern, damit es mit mir zufrieden werde.« Hassan sagte, »Du bist dem Brot und dem Salz untreu geworden.« Der Magier hob seine Hand auf und schlug Hassan, bis er weinend mit den Zähnen auf den Boden in Ohnmacht fiel. Der Magier befahl dann, seinen Sklaven Feuer anzuzünden. Hassan fragte, »Was willst du mit dem Feuer?« Der Magier antwortete, »Sieh dieses Feuer die Quelle des Lichts und der Funken. Betest du es an, gleich mir, so schenke ich dir die Hälfte meines Vermögens, und gebe dir meine Tochter zur Frau.« Hassan schrie, »Wehe dir, du Magier, du betest das Feuer an und nicht«, sein Herz blind, und zieht ihm seinen Verstand wie ein Haar aus, bis sein Spruch bei ihm durchdringt. Dann gibt er ihm den Verstand zurück, dass er sich belehre. Wenn etwas geschehen ist, frage nicht »Wie«, denn alles geschieht nach Gottes Ratschluss und Bestimmung.« Hassan stand auf, wendete sich rechts und links und sprach, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer bei Gott, dem Erhabenen.« Er ging auf dem Berg herum und dachte an den Tod. So kam er an das Ende des Berges und sah unter sich ein blau-schwarzes Meer, das Wellen schlug, die hohen Bergen glichen. Hassan setzte sich, las einiges aus dem Koran, betete zu Gott, dass er ihm entweder einen leichten Tod gebe oder ihn aus dieser Not befreie. Er sprach hierauf das Sterbegebet und sprang ins Meer. Der erhabene Gott ließ ihn glücklich vom Wind ins Meer tragen. Der Engel der Meere bewahrte ihn auch im Wasser und brachte ihn wieder ans Land durch die Macht Gottes. »Gepriesen sei er«, Hassan dankte Gott und ging umher, um Früchte zu suchen, denn ihn hungerte. Da bemerkte er, dass er sich gerade wieder an der Stelle befand, wo er früher mit dem Magier gewesen. Er freute sich über sein Entkommen und pries den erhabenen Gott. Als er weiterging, sah er ein großes, sich hoch erhebendes Schloss. Es war das, wovon der Magier ihm gesagt hatte, »Dort wohne sein Feind.« Hassan ging hinein, denn er dachte, »Vielleicht finde ich hier Rettung.« Auch war die Tür offen, und an dem Hausgang war eine Bank, auf der zwei Mädchen saßen wie Monde. Sie hatten ein Schachspiel vor sich und spielten. Als eine von ihnen den Kopf in die Höhe hob und Hassan sah, schrie sie freudig, »Bei Gott, ein Mensch! Ich glaube, es ist der, den der Magier Baram dieses Jahr gebracht hat!« Als Hassan dies hörte, fiel er vor ihr nieder, weinte und sagte, »Es ist derselbe, Herrin! Bei Gott, ich bin jener Elende!« Hierauf sagte die Jüngere der beiden Mädchen, »Ich nehme dich zum Zeugen, dass ich vor Gott mit diesem Manne einen Bund der Freundschaft schließe, dass ich Trauer und Freude so wie den Tod mit ihm teilen will.« Sie umarmte und küßte ihn, ergriff seine Hand und ging mit ihm ins Schloss. Ihre Schwester folgte. Sie zogen Hassan alle seine schmutzigen Kleider aus und kleideten ihn in die Gewänder eines Königs. Dann stellten sie ihm kostbare Speisen vor, setzten sich zu ihm, aßen mit ihm und sagten, »Erzähle uns, wie ist dir mit diesem Hund, dem ruchlosen Zauberer, gegangen, seitdem du in seine Hand gefallen, bis zum Augenblick deiner Befreiung. Wir wollen dir dann auch unser Abenteuer mit ihm erzählen, von Anfang bis zu Ende, damit, wenn du ihn wieder siehst, du dich vor ihm hütest.« Als Hassan diese Worte hörte und diese Aufnahme sah, beruhigte er sich und kam wieder zu seinem Verstand. Er erzählte ihnen alles, was ihm widerfahren, sagte ihnen auch, er habe den Magier nach diesem Schloss gefragt, und derselbe habe geantwortet, »Sprich nicht von diesem Schloss, es ist von Teufeln und von Iblis bewohnt.« Die Mädchen gerieten in heftigen Zorn und sagten, »Macht uns der Hund zu Teufeln und Iblis?« »Bei Gott«, sagte die Jüngere, »ich will ihn den schlimmsten Tod sterben lassen.« Hassan fragte, »Wie willst du zu ihm gelangen, um ihn zu töten?« Sie antwortete, »Er ist in einem Garten, Meschid genannt, dort will ich ihm in Bälde den Tod bereiten.« Die ältere Schwester aber sprach, »Bei Gott, was Hassan von diesem Hund erzählt, ist alles wahr, doch erzähle ihm nun auch unsere Geschichte, damit er sie auch beherzigt.« Da sprach die Jüngere, »Wisse, mein Bruder, wir sind Töchter eines mächtigen Königs der Djinn, der viele Truppen und Verbündete und abtrünnige Geister zu dienen hat, seine zwei älteren Brüder sind Zauberer.« Er bekam sieben Töchter von einer einzigen Frau, aber aus Dummheit, Stolz und Eifersucht wollte er ihnen keine Männer geben. Er ließ einst seine Visiere und Freunde kommen und sagte ihnen, »Wisst ihr einen Ort, der weder von Menschen noch von Genien besucht wird, an dem aber doch viele Bäume, Früchte und Bäche sind?« Sie antworteten, »Was willst du damit?« Da ist der Wolkenberg mit einem Schloss, das ein abtrünniger Geist erbaute, der von unserem Herrn Salomo, Sohn Davids, Friede sei mit ihm, dahin verwiesen worden ist. Seitdem er umkam, ist es unbewohnt geblieben, weil es ganz einsam liegt. Rundherum sind Fruchtbäume und Bäche fließen dort, deren Wasser süßer als Honig und frischer als Schnee ist. Es hat noch nie ein Aussätziger davon getrunken, ohne davon geheilt worden zu sein. Als mein Vater von diesem Orte hörte, schickte er uns mit seinen Truppen dahin und ließ uns mit allen nötigen Speisen und Getränken versehen. Unsere fünf Schwestern sind jetzt auf der Jagd in diesem blumigen Tal, worin unzählbare Gazellen und anderes Wild umherstreifen. Es ist nun an uns die Reihe, für sie zu kochen. Wir haben stets zu Gott gebetet, er möchte uns doch einen Menschen bescheren, der uns Gesellschaft leiste. Gelobt sei nun Gott, der uns mit dir zusammengebracht. Hassan freute sich, wurde frohen Herzens und dankte Gott, der ihn diesen Weg zur Rettung geführt und ihm die Herzen zugeneigt. Die Jüngere, die ihn so gut aufgenommen, führte ihn in ein Zimmer, aus dem sie allerlei Stoffe und Teppiche herausnahm. Nach einer Weile kamen die übrigen Schwestern von der Jagd und freuten sich, als man ihnen von Hassan erzählte. Sie gingen zu ihm, grüßten ihn und wünschten ihm zu seiner Rettung Glück. Er lebte in Freude, Genuß und Liebe, ging mit ihnen auf die Jagd, schlachtete, was sie gefangen, und sie freuten sich seiner Gesellschaft. So wurde bald sein Körper wieder gesund, er heilte von allen Übeln und wurde dick und stark von der Ehre, die man ihm erwies, und von seinem Aufenthalt zwischen sieben Monden, die ihn auf alle Weise zu befriedigen strebten, in einem Schloss, das mit den wunderbarsten und kunstvollsten Arbeiten ausgeschmückt war, mitten zwischen blumigen Gärten von gleich hübschen und wohlgewachsenen Mädchen geliebt, die ihm den süßen Wein ihres Speichels zu trinken gaben. Die jüngste Schwester erzählte den Übrigen die Geschichte des Magiers, der sie für Teufel ausgegeben und alle schworen, ihn umzubringen. Im folgenden Jahr kam der verruchte Magier Baram wieder mit einem gefesselten Jüngling, hübsch wie der Mond, in die Nähe des Schlosses. Hassan stand an einem Bach unter den Bäumen und sah ihn. Sein Herz klopfte, und er wurde blass. Er ging zu den Mädchen und sagte ihnen, »Bei Gott, meine Schwestern, helft mir diesen Verruchten umbringen, den wir jetzt leicht ergreifen können, denn er ist wieder mit einem jungen gefangenen Muselmann da, den er auf alle Weise quält. Ich will nun meine Blutrache an ihm nehmen, ihn töten, mein Herz an ihm kühlen und diesen Jüngling befreien, ehe er ihn, wie er mir getan, von einem Rock auf den Berg bringen lässt und sich dann von ihm entfernt. Ich eile nun, um eine belohnenswerte Tat zu vollbringen und gebe diesen Jüngling seiner Heimat, seinen Verwandten und Freunden zurück. »Diese fromme Tat übe ich für euch, dass Gott euch dafür belohne.« Die Mädchen sagten, »Wir gehorchen Gott und dir, o Bruder Hassan.« Sie verschleierten sich, zogen Kriegsgewänder an, umgürteten ihre Waffen, brachten dem Hassan ein vortreffliches Pferd und eine vollkommene Kriegsrüstung mit einem guten Schwert und gingen auf den Magier zu. Als sie in seine Nähe kamen, sahen sie, wie er schon ein Kamel geschlachtet und ihm die Haut abgezogen hatte, wie er dem Jüngling peinigte und ihm sagte, »Stecke dich in diese Haut!« Hassan aber nahte sich unbemerkt von hinten und schrie ihn an, dass er vor Schrecken erstarrte. Dann trat er zu ihm hin und sagte, »Lass ab von diesem Jüngling, du Verruchter, du Feind Gottes und der Muselmänner, du Hund, du Treuloser, du Übeltäter, du ruchloser Anbeter des Feuers und des Lichts, du, der bei Hitze und Schatten schwört!« Als der Verruchte sich umkehrte und Hassan sah, wollte er ihn wieder mit süßen Worten täuschen und sprach zu ihm, »O mein Sohn, wie hast du dein Leben gerettet? Wie bist du vom Berg heruntergekommen?« Hassan antwortete, »Derjenige, der dein Leben in meine Hand geliefert hat, war der Retter. Ich will dich foltern, wie du mich gefoltert, du Ungläubiger, du Gottloser, der vom rechten Weg abgewichen. Nun bist du verloren, dir hilft kein Bruder und kein Freund mehr, dein Tod ist gewiss. Hast du nicht gesagt, wer dem Brot und dem Salz untreu wird, den verlässt Gott? Und doch warst du treulos. Nun hat dich Gott in meine Gewalt gegeben und dein Entkommen ist fern.« Der Magier sprach, »O mein Sohn Hassan, bei Gott, du bist mir teurer als mein Leben, O Licht meiner Augen!« Hassan aber ging auf ihn zu, zog das glänzende Schwert aus der Scheide, versetzte ihm einen Hieb auf die Schultern, sodass das Schwert von seinen Lebensgeistern glänzend hervorkam, und Gott sandte schnell seine Seele in die Hölle. Wehe, einem solchen Aufenthalt!« Hassan nahm den Sack, den der Magier bei sich hatte, öffnete ihn und zog die Trommel und den Schlegel heraus. Damit trommelte er, bis die Kamele wie der Blitz herbeigelaufen kamen. Hassan entfesselte den Jüngling, sattelte ihm ein Kamel, gab ihm Lebensmittel auf die Reise und nahm Abschied von ihm. So rettete der erhabene Gott diesen Jüngling aus der Not und führte ihn in seine Heimat zurück. Die Mädchen freuten sich, als sie den Magier von Hassan erschlagen sahen, und wunderten sich, dass Gott diesen Verruchten gerade durch ihn hatte sterben lassen. Sie wünschten ihm Glück zu seiner Rettung und sprachen, »O Hassan, du hast hier eine Tat vollbracht, mit der du Kranke heilst und bei dem erhabenen König wohlgefallen findest.« Hassan kehrte mit den Mädchen ins Schloss zurück und lebte mit ihnen sehr angenehm in Essen, Trinken, Spiel und Scherz. Er gedachte nicht mehr seiner Mutter. Während sie nun das freudigste Leben führten, erhob sich auf einmal ein mächtiger Staub aus der Wüste, der die ganze Luft verfinsterte. Die Mädchen sagten zu Hassan, »Steh auf, geh auf dein Zimmer oder verbirg dich im Garten zwischen den Bäumen und Reben, dann hast du nichts zu fürchten.« Hassan verbarg sich auf seinem Zimmer, das er hinter sich verschloss. Als dann der Staub sich legte, sah man, wie sich darunter eine Armee bewegte, die wie das Meer lärmte. Es waren Truppen vom Vater der Mädchen. Die Mädchen hießen die Truppen absteigen und bewirteten sie drei Tage lang. Sie fragten die Kriegsleute, wie es ihnen gehe und was sie Neues bringen. Sie antworteten, »Wir kommen, um euch zu holen im Namen des Königs. Einer der Nachbarfürsten wird seine Tochter verheiraten und euer Vater will euch die Freude machen, dem Fest beizuwohnen.« Die Mädchen fragten, »Wie lange sollen wir abwesend bleiben?« Sie antworteten, »Mit der Hin- und Herreise und dem Aufenthalt einen Monat.« Die Mädchen gingen dann zu Hassan, benachrichtigten ihn davon und sagten ihm, »Hassan, dieser Ort gehört dir. Lass dir wohl sein und sei heiter. Fürchte nichts, es wird niemand zu dir kommen. Hier sind die Schlüssel zu unserem Schloss. Nun bitten wir dich bei unserer Freundschaft, öffne diese eine Tür nicht, denn du hast es nicht nötig.« Sie nahmen Abschied von ihm und zogen mit den Truppen fort. Als Hassan allein im Schloss war, wurde sein Herz sehr beklommen. Er wurde ungeduldig, missmutig und hatte banges Gefühl, denn seine Trauer über ihr Scheiden war groß. Er erinnerte sich ihrer Gesellschaft und Unterhaltung und sprach folgende Verse. »Die ganze Ebene kommt meinen Augen eng vor, und mein ganzes Herz ist betrübt. Alle Freude ist vorüber, seitdem sie fern sind, und der Tränenstrom ergießt sich aus meinen Augenhöhlen. Der Schlaf flieht mein Auge, seitdem sie von mir gegangen, und mein ganzes Innere ist betrübt.« Es sagte Erzähler der wunderbaren und entzückenden Geschichte, »Und Friede sei mit unserem geliebten Herrn Mohammed, der den, der für ihn betet, vor der Feuerpein bewahrt. Gott habe wohlgefallen an seinen reinen, vortrefflichen Verwandten und Gefährten. Amen. Hassan ritt jeden Tag auf die Jagd, schlachtete und aß, doch ohne Lust zehn Tage lang. Nachher wurde seine Brust sehr beklommen, und er wusste nicht mehr, was er anfangen sollte. Er ging im Schloss umher, durchsuchte alle Gemächer, bis er in die Zimmer der Mädchen kam, worin er viele Schätze und Kostbarkeiten sah, doch hatte er wegen ihrer Abwesenheit keine Freude daran. Auch brannte sein Herz wegen der Tür, die er nicht öffnen sollte. Er dachte bei sich, »Gewiß hat meine Freundin mir deshalb den Zugang zu diesem Zimmer versagt, weil etwas darin ist, das niemand sehen soll.« Indessen hat sie das Gold nicht verschlossen, allerlei Kostbarkeiten und Kleinodien liegen auch offen da bei Gott. »Ich will die Tür öffnen und sehen, was in diesem Zimmer ist, und sollte ich auch sterben müssen.« Er holte die Schlüssel und öffnete die Tür, fand aber nichts als mitten im Zimmer eine Treppe von jemanischen Steinen. Hassan stieg die Treppe hinauf auf die Terrasse des Schlosses und dachte, »Dies ist der Ort, den ich nicht sehen sollte.« Er ging auf der Terrasse herum und sah unter dem Schloss schöne Wiesen, Gärten und Bäume, Blumen, Bäche, Wildbret und Vögel, die alle den einzigen allmächtigen Gott priesen. Er sah auch das Meer, das hohe Wellen schlug. So ging er lange umher und sah sich nach allen Seiten um, bis er endlich an einen Pavillon kam, der mit allerlei Edelsteinen wie Rubins, Maragd und Diamanten verziert war. Er bestand aus zwei Lagen Gold und einer Lage Silber. Mitten in diesem Pavillon war ein kleiner See, voll mit Wasser und darüber ein netzförmiges Gitterwerk von Sandel, Aloe und anderem wohlriechendem Holze mit goldenen Stangen, die mit allerlei Edelsteinen und Perlen verziert waren, und über demselben waren Reben mit Trauben wie Rubine, jede Beere so groß wie ein Taubenei. Auf der Seite des Sees sah man einen Thron von Aloe-Holz mit Perlen, Edelsteinen und mit goldenen Stangen geschmückt. Die Vögel zwitscherten auf den Bäumen in verschiedenen Sprachen und priesen den einzigen allmächtigen Gott. Als Hassan dies sah, war er höchst erstaunt und wusste nicht mehr, wo er war. Er setzte sich und sah verwundert umher, ohne jemand zu entdecken, als Vögel und Tiere. Er dachte, welchem König mag wohl dieser Ort gehören? Oder ist das wohl der Garten Irem, mit den Pfeilern, von denen man erzählt? Wer vermag so etwas herzustellen? Während er so in Verwunderung saß, kamen zehn Vögel aus der Wüste auf das Schloss zu. Hassan aber sah sie nach diesem Lusthausfliegen, um Wasser zu trinken. Da er fürchtete, wenn sie ihn säen, möchten sie entfliehen, stand er auf und verbarg sich vor ihnen. In einem Augenblick ließen sie sich um den See herum nieder, und er bemerkte einen von den Vögeln durch seine Schönheit vor den anderen hervorragen, und die übrigen neun umgaben ihn wie seine Diener. Der große Vogel pickte die anderen und quälte sie, bis sie vor ihm entflohen. Hassan sah allem aus der Ferne zu, ohne dass sie ihn bemerkten. Sie setzten sich dann auf den Thron, jeder Vogel aber zog mit seinen Krallen sein Kleid aus, und sieh da, es waren Federnkleider, aus denen zehn Jungfrauen schlüpften, schöner als der Mond. Sie stiegen alle in den See, badeten sich, spielten und lachten. Der große Vogel aber hob sie in die Höhe und tauchte sie wieder unter, bis sie vor ihm entflohen. Und keiner hob die Hand gegen ihn auf. Ende von Abschnitt 13 Abschnitt 14 von Tausend und eine Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des Hassan aus Basra und der Prinzessinnen von den Inseln Wakwak Teil 2 Als Hassan sie sah, kam er ganz außer sich und verlor seinen Verstand. Er dachte, die Mädchen hätten ihm nur deshalb verboten, jene Türe zu öffnen, denn sein Herz wurde gefesselt, als er sie so ausgelassen im Wasser mit den übrigen Spielen sah und ungestört betrachten konnte. Er bedauerte nur, sich ihnen nicht nahen zu dürfen. Er bewunderte besonders die Oberste der Mädchen und fiel in das Netz ihrer Liebespfeile, denn das Auge sieht, das Herz entflammt und die menschliche Leidenschaft führt zur Sünde. Er weinte und fühlte in seinem Herzen eine unauslöschliche Liebesflamme. Die Mädchen stiegen indessen wieder aus dem Basin, der Unglückliche aber blieb immer in ihre Betrachtung versunken und bewunderte Gottes Geschöpfe. Doch was kann Gott nicht schaffen? Wie sein Auge wieder auf die Oberste der Mädchen fiel, da flog sein Verstand ganz davon. Als alle aus dem Wasser waren, zogen sie ein mit Gold, Perlen und Edelsteinen besetztes Kleid an, nur die Oberste trug ein grünes Gewand. Der Glanz ihres Angesichts überstrahlte den Vollmond und ihr schöner Wuchs alle Baumzweige. Und das Verlangen nach ihr raubte jedem den Verstand. Sie war, wie der Dichter sagt, ein munteres Mädchen, von deren Wangen die Sonne ihren Glanz entlehnt, erschien in einem grünen Hemd wie ein grünes Blatt mit Kirschen. Als sich die Mädchen angekleidet hatten, setzten sie sich und unterhielten sich miteinander und lachten. Die Oberste aber neckte immer die anderen, fiel bald über diese und bald über jene her und keine wagte es, die Hand gegen sie auszustrecken. Hassan stand auf glühenden Kohlen ganz von Sinnen und vor Liebe außer sich und sprach zu sich, »O, hätte ich doch diese Tür nicht geöffnet und diese Reize nicht gesehen! Wie willst du, Hassan, zu ihrem Besitz, den allmächtigen Herrn? Das ist eine abscheuliche Religion!« Der Magier erzürnte sich viel vor dem Feuer nieder und befahl den Sklaven, Hassan auf sein Gesicht hinzustrecken. Er nahm dann eine lederne, geflochtene Peitsche und schlug Hassan, bis seine Seiten wund waren. Hassan schrie um Hilfe, aber niemand half ihm. Er hob daher sein Auge zum allmächtigen König und nahm seine Zuflucht zu ihm. Seine Tränen flossen heftig, er verlor allen Mut und sprach folgende Verse, »O Gott, ich unterwerfe mich deinem Urteil! Ich ertrage mein Schicksal geduldig, wenn du es so willst! Man tut mir Gewalt an und verurteilt mich mit Unrecht! Vergib mir durch deine Gnade alle früheren Vergehen!« Der Magier befahl, ihn aufrechtzusetzen und mit Wasser zu bespritzen. Als dies geschehen war, ließ er ihm etwas zu essen und zu trinken geben, Hassan wollte jedoch nichts essen. Der Verruchte folterte ihn nun die ganze Reise durch. Hassan aber ertrug geduldig Gottes Ratschluß und flehte zu dem, der seine Lage kannte und über ihn wachte, während der Gottlose immer hartherziger gegen ihn wurde. Nach einer Reise von drei Monaten schickte Gott, gepriesen sei sein Name, einen kalten, schwarzen Wind über das Schiff, das Meer war trüb und schlug mächtig Wellen. Der Schiffshauptmann und die Matrosen sprachen, »Das alles geschieht des Jünglingswillen, den der Magier so quält, das ist nicht Gottes Wille und nicht der seines Gesandten.« Sie vereinigten sich und erschlugen die Sklaven des Magiers, so dass nur er noch allein übrig war. Wie er dies sah, fürchtete er für sein Leben, nahm Hassan die Fesseln ab und entschuldigte sich bei ihm. Er zog ihm seine schmutzigen Kleider aus und gab ihm andere dafür, versprach ihm auch, er wolle ihn die Kunst lehren und ihn in sein Land zurückbringen. Er sagte, »Mein Sohn, verzeihe mir, was geschehen, du sollst in Zukunft nur Freude erleben.« Hassan aber sprach, »Wie kann ich dir nunmehr noch trauen?« Er antwortete, »Gäbe es keine Schuld, wo bliebe die Verzeihung? Ich habe dies nur getan, um dich zu versuchen und deine Standhaftigkeit zu prüfen. Du weißt, dass alles in der Hand Gottes ist.« Der Schiffshauptmann und die Matrosen freuten sich, ihn gerettet zu haben. Hassan betete für sie und dankte Gott. Der Wind legte sich und wurde günstig, die Dunkelheit hörte auf und das Schiff segelte glücklich weiter. Hassan fragte den Magier, »Woher? Wo gehen wir denn hin?« Er antwortete, »Nach dem Wolkenberg, wo das Elixier sich findet, das wir für unsere Alchemie brauchen. Und schwor bei Feuer und Licht, bei dem Schatten und der Hitze, er werde ihn nicht mehr betrügen.« Hassan war vergnügt und frohen Herzens darüber, aß und trank und schlief mit dem Magier, so vergingen wieder drei Monate. Nachdem sie ein halbes Jahr auf dem Meer zugebracht, landeten sie an einer großen Wüste, die mit Steinen von weißer, gelber, schwarzer und blauer Farbe angefüllt war. Sobald das Schiff vor Anker lag, stand der Perser auf und sagte zu Hassan, »Komm, wir haben unser Ziel erreicht.« Hassan ging mit dem Perser ans Land, nachdem dieser dem Hauptmann das Schiff empfohlen und ihm gesagt hatte, er solle ihn einen ganzen Monat erwarten. Als sie vom Schiff eine Strecke entfernt waren, nahm der Perser eine kupferne Trommel aus der Tasche, auf welche allerlei Namen und Talismane gestochen waren. Er schlug darauf und es erhob sich auf einmal ein Staub aus der Wüste heraus. Hassan war ganz erstaunt, fürchtete sich und bereute es, das Schiff mit ihm verlassen zu haben. Als der Perser sah, wie er ganz blass geworden, sprach er, »Mein Sohn Hassan, bei dem Feuer und Stimmlicht, du hast nichts mehr von mir zu fürchten und müsste ich nicht mein Geschäft in deinem Namen verrichten, so hätte ich dich gar nicht mitgenommen. Erwarte nur Gutes. Der Staub, den du siehst, ist ein Wesen, auf dem wir reiten und das uns helfen soll, diese weite Wüste zu durchziehen.« Nach einer kleinen Weile bildete sich der Staub zu drei vortrefflichen Kamelen, der Perser bestieg eins, Hassan das andere und auf das dritte packten sie ihre Lebensmittel. Nach einer siebentägigen Reise kamen sie in ein großes, bebautes Land, wo sie eine auf vier goldenen Säulen ruhende Kuppel sahen. Sie stiegen ab, traten darunter Asen, Tranken und Ruten. Als Hassan sich umsah, bemerkte er etwas, das sehr hochgelegen war. Er fragte den Perser, was es wäre. Dieser antwortete, »Es ist ein Schloss.« Hassan sagte, »Lass uns da hingehen, es sehen und dort ausruhen.« Der Magier erzürnte sich und sprach, »Rede nicht mehr von diesem Schloss, denn dort wohnt mein Feind, mit dem ich ein Abenteuer hatte, das ich dir erzählen muss.« Mit diesen Worten ergriff er Hassan an der Hand, lief mit ihm weg und schlug die Trommel. Sogleich kamen die Kamele wieder und sie ritten wieder sieben Tage lang. Am achten Tag sagte der Magier, »Hassan, was siehst du?« Er antwortete, »Ich sehe Wolken und Nebel von Osten bis Westen.« Da sagte der Magier, »Das sind weder Wolken noch Nebel, sondern das ist ein sehr hoher Berg, dass er die Wolken spaltet, denn keine kann sich über ihn erheben. Dieser Berg ist unser Ziel. »Droben findet sich, was wir suchen, dich aber musste ich mitnehmen, weil ich es nur durch dich erhalte.« Hassan verzweifelte am Leben und sagte, »Bei dem, was du anbetest, bei deinem Glauben, was haben wir hier zu suchen?« Er antwortete, »Unsere geheime Kunst kann nur mit Hilfe einer Pflanze gelingen, auf die nie eine Wolke kommt und eine solche findet sich nur auf diesem Berg.« »Ich will dich nun hinaufbringen und dir das Geheimnis der Kunst mitteilen, die du lernen willst.« Hassan sagte vor Angst, »Gut, Herr!« Er gab jedoch alle Lebenshoffnungen auf und weinte über die Trennung von seiner Mutter und seinem Vaterland. Auch machte er sich Vorwürfe, dass er gegen seine Mutter ungehorsam gewesen war und sprach folgende Verse. »Betrachte das Werk deines Gottes, wie er helfend dir Freude bringt. Verzweifle nicht in der Gefahr, wie vieles Wunderbare hart dein, ohne, dass du es siehst!« Sie reisten vier Tage lang, bis sie an den Berg kamen. Da selbst angelangt, setzten sie sich auf dessen Fuß. Da sah Hassan auf dem Berg ein Schloss und er sprach zum Magier, »Wer konnte da oben ein Schloss hinbauen?« Der Magier antwortete, »Das ist die Wohnung der Dschinn, der Werwölfe und Teufel.« Mit diesen Worten näherte er sich Hassan, küßte ihn und sagte, »Verzeihe mir meine erste Treulosigkeit. Ich schwöre dir, dass ich dich nicht mehr hintergehen werde. Schwöre du mir auch, es geschehe, was da wolle, mich nicht zu verlassen und Glück und Unglück mit mir zu teilen.« Hassan sagte, »Recht gern.« Der Magier holte dann eine kleine Mühle, nahm Weizen aus einem Sack, malte ihn und knetete drei Leibe daraus. Hierauf zündete er ein Feuer an und backte sie. Als dies geschehen war, nahm er die kupferne Trommel und trommelte, worauf sogleich die Kamele kamen. Er schlachtete eins davon, zog ihm die Haut ab und sagte zu Hassan, »Höre, was ich dir anempfehle, sonst ist unser Tod unvermeidlich.« Hassan sagte, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer bei Gott dem Erhabenen. Sprich nur.« Der Perser sagte, »Ziehe diese Haut um dich, ich will sie zunähen und dich liegen lassen. Der Vogelrock wird dann kommen und dich auf die Spitze des Berges hintragen. Bist du oben, so nimm dieses Messer, zerschneide die Haut, worauf die Vögel wegfliegen werden. Ist dieses geschehen, so sieh auf mich herunter und ich werde dir sagen, was du zu tun hast.« Mit diesen Worten gab er ihm die drei Leibe und einen kleinen Schlauch Wasser, nähte die Haut um ihn zu und ging weg. Sogleich kam das Junge eines Rocks und flog mit ihm auf den Berg und legte ihn nieder. Als Hassan merkte, dass er droben war, spaltete er die Haut, schlüpfte heraus und sprach mit dem Magier von oben herunter. Als dieser seine Stimme hörte, tanzte er vor Freude und sagte, »Geh ein wenig rückwärts und sage mir, was du siehst.« Hassan machte nur ein paar Schritte und erblickte viele morschige Beine und Holz daneben. Der Magier aber rief hinauf, »Nun ist der Zweck erreicht, nimm sechs Bündel von diesem Holz.« Als Hassan dies getan, sprach der Magier, »Du Tropf, du Hund, nun habe ich meinen Zweck erreicht, du magst nun sterben oder nicht,« und ging fort. Hassan sagte, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott dem Erhabenen. Der Verruchte hat mich verraten.« Er setzte sich, seufzte und sprach folgende Verse. »Die ewige Bestimmung hat es so gewollt. Wohl konnte ich fehlen, aber nicht die Bestimmung, denn sie ist unabänderlich. Wenn Gott mit einem Manne etwas vorhat, der Verstand, seine Ohren und gute Augen hat, so macht er seine Ohren taub.« Abschnitt 13 von 1001 Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des Hassan aus Basra und der Prinzessinnen von den Inseln Wakwak Teil 1 Man erzählt nämlich, »Es war in früheren Zeiten und längst verflossenen Äonen in der Stadt Basra ein wunderschöner und wohlgewachsener Jüngling. Man nannte ihn Hassan aus Basra. Sein Vater, war ein sehr reicher Kaufmann und hatte ihm bei seinem Tod viel Geld und Gärten hinterlassen, wovon Hassan und seine Mutter die einzigen Erben waren. Hassan fing nun an, ein geselliges Leben zu führen, besuchte Frauen und Jünglinge, gab viele Monate lang Mahlzeiten in seinen Gärten und kümmerte sich gar nicht mehr um den Handel, den sein Vater getrieben, sondern dachte nur daran, sein Vermögen zu genießen. Nach einiger Zeit verlor er sein ganzes Vermögen. Er hatte schon alle Güter seines Vaters verkauft und es blieb ihm gar nichts mehr übrig, weder wenig noch viel und keiner seiner Freunde wollte ihn mehr kennen. Er und seine Mutter hungerten drei Tage lang zu Hause. Er ging dann aus, ohne zu wissen, wohin. Da begegnete ihm ein Freund seines Vaters und erkundigte sich nach seinem Befinden. Hassan erzählte ihm, was ihm geschehen. Der Mann sagte, »Mein Sohn, ich habe einen Bruder, der Goldarbeiter ist. Wenn du willst, kannst du zu ihm gehen und sein Handwerk lernen. Es liegt nur an dir, ein sehr geschickter Arbeiter zu werden.« Hassan willigte ein, ging mit jenem, welcher ihn seinem Bruder empfahl, indem er ihm sagte, »Dieser Mann ist mein Sohn, unterrichte ihn mir zugefallen in deinem Handwerk.« Hassan arbeitete nun bei diesem Mann und Gott war ihm gnädig. Eines Tages kam ein Perser mit einem großen Bart vorüber. Er trug einen weißen Turban und sah wie ein Kaufmann aus, grüßte Hassan und dieser erwiderte mit Ehrerbietung seinen Gruß. Der Perser fragte, »Wie ist dein Name?« Er antwortete, »Hassan.« Er fragte wieder, »Hast du einen großen Schmelztiegel?« Hassan holte einen. Der Fremde warf Kupfer hinein und stellte ihn über das Feuer, bis das Kupfer zerschmolz. Zuletzt nahm der Perser etwas wie Gras aus seinem Turban hervor und warf ein wenig davon in den Schmelztiegel. Nach einer Weile wurde das Kupfer zu feinem Golde, woraus er eine Goldstange machte. Abermals fragte er Hassan, »Bist du verheiratet?« Er antwortete, »Nein.« Der Perser versetzte, »So nimm dies und heirate damit« und ging fort. Hassan war außer sich vor Freude, sein Herz hing an dem, was er gesehen, und er erwartete die Rückkehr des Fremden. Am folgenden Tag kam er wieder und setzte sich vor Hassans Laden. Als nach Asser der Bazar leer wurde, kam er zu Hassan und grüßte ihn. Dieser erwiderte seinen Gruß und hieß ihn sitzen. Er setzte sich und unterhielt sich mit ihm. Endlich sagte er, »Mein Sohn bei Gott, ich habe dich recht gern, und meine Liebe ist göttlich rein, ohne Eigennutz. Wenn mir Gott gnädig ist, so erkenne ich dich als meinen Sohn an. Gott hat mich eine Kunst gelehrt, die kein Mensch kennt. Ich will sie dir mitteilen, und du bleibst dadurch immer vor Armut geschützt und bekommst Ruhe vor Feuer, Amboss und Hammer.« Hassan sagte, »Herr, wann willst du mich sie lehren?« Er antwortete, »Morgen, so Gott will, komme ich und mache in deiner Gegenwart aus Kupfer Gold.« Hassan freute sich und sprach mit dem Perser bis zum Nachtgebet. Dann stand er auf, verabschiedete sich von demselben, ging zu seiner Mutter und grüßte sie. Sie brachte Lebensmittel und aß mit ihm. Hassan aß ganz besinnungslos, denn alle seine Gedanken waren bei dem Perser. Seine Mutter fragte ihn, warum er so in Gedanken dasitze, und er erzählte ihr alles, was ihm der Perser gesagt. Als sie dies hörte, zitterte ihr Herz, sie drückte ihn an ihre Brust und sagte, »Hüte dich vor solchen Gauklern, Schwarzkünstlern und Alchemisten, sie suchen nur den Leuten ihr Vermögen aufzuzehren.« Hassan versetzte, »O meine Mutter, wir sind ja arme Leute, wir haben ja nichts, das sie bewegen könnte, uns zu betrügen, und der Perser ist ein alter Mann, der sehr fromm aussieht. Gott hat ihm Mitleid zu uns eingeflößt, und er hat mich als seinen Sohn angenommen.« Die Mutter schwieg betrübt. Hassan aber konnte vor Freude nicht schlafen. Als der Tag anbrach, stand er auf, nahm die Schlüssel, öffnete den Laden und setzte sich. Der Perser kam bald. Hassan stand vor ihm auf und wollte ihm die Hände küssen, er aber erlaubte es nicht, setzte sich und sagte zu Hassan, »Mein Sohn, mache den Schmelztiegel zurecht und lege den Blasebalg ins Feuer.« Hassan tat dies und machte ein Kohlenfeuer. Dann fragte der Perser, »Hast du Kupfer?« Er antwortete, »Ich habe eine zerbrochene Platte.« Der Perser ließ ihn sie mit der Schere in kleine Stücke zerschneiden, warf sie in den Kessel und blies das Feuer, bis das Kupfer ganz geschmolzen war, streckte hierauf die Hand nach dem Turban aus, zog ein zusammengewickeltes Papier hervor, öffnete es und streute ein gelbes Pulver, ungefähr eine halbe Drachme, in den Kessel und befahl Hassan, mit dem Blasebalg zu blasen. Hassan tat dies und es wurde eine Goldstange daraus vom feinsten Gold. Als Hassan dies sah, strahlte sein Antlitz vor Freude. Er wurde ganz rasend. Er nahm die Stange in die Hand und drehte sie darin herum. Zuletzt nahm er die Pfeile, feilte daran und sah, dass es ganz feines Gold war. Er verlor darüber fast den Verstand und beugte sich vor Freude über die Hände des Persers, um sie zu küssen. Der Perser sprach, »Gib die Stange dem Makler und lass dir das Geld dafür geben, ohne, dass jemand es bemerke.« Der Makler probierte die Stange und fand, dass es reines Gold war. Er fing an, sie für 10.000 Dirham auszurufen, die Kaufleute aber überboten einander bis auf 15.000 Dirham. Hassan nahm das Geld, ging damit nach Hause, erzählte seiner Mutter von dem Glück, das ihm widerfahren war, und sagte ihr, »Ich habe diese Kunst erlernt.« Die Mutter lachte und sprach, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott, dem Erhabenen« und schwieg mit Schmerzen. Hassan aber nahm in seiner Unüberlegtheit einen Mörser und ging damit zum Perser, der vor seinem Laden saß. Dieser fragte ihn, »Mein Sohn, was willst du mit diesem Mörser?« Er antwortete, »Verwandle ihn in Gold.« Der Perser lachte und sprach, »Bist du toll? Willst du zwei Goldstangen an einem Tag auf den Markt bringen? Weißt du nicht, dass man Verdacht gegen uns schöpfen würde und dass wir ums Leben kommen können? Wenn du diese Kunst von mir gelernt haben wirst, mein Sohn, so übe sie nur einmal im Jahr aus. Sie genügt dir von einem Jahr zum anderen.« Hassan antwortete, »Du hast recht, Herr.« Er ging dann in den Laden und setzte den Schmelztiegel über das Feuer. Der Perser fragte ihn, »Was willst du tun?« »Lehre mich die Kunst!« Der Perser lachte und sagte, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei dem erhabenen Gott. Du bist ein junger Mann ohne Verstand. Eine so hohe Kunst kann man nicht so auf der Straße öffentlich lernen. Die Leute würden sagen, hier wohnen Goldmacher. Die Obrigkeit würde es erfahren und uns ums Leben bringen. Doch wenn du diese Kunst schnell im Geheimen lernen willst, so komm mit mir in mein Haus.« Hassan konnte nicht erwarten, bis er den Laden geschlossen hatte und mit dem Perser auf die Straße gehen konnte. Während er damit beschäftigt war, fielen ihm die Worte seiner Mutter ein. Er dachte lange nach und blieb stehen. Als der Perser sich umdrehte und Hassan stehend sah, sprach er, »Du Elender, was stehst du so nachdenkend?« »Ich bin dir im Herzen gut und du denkst dir Schlimmes?« Als Hassan noch immer mit gebeugtem Kopf stehen blieb, sagte der Perser, »Wenn du mich fürchtest, so will ich mit dir in dein Haus gehen und dich dort meine Kunst lehren. Geh mir nur voran.« Hassan nahm den Weg nach seinem Haus und der Perser folgte ihm. Hassan benachrichtigte seine Mutter von dem Besuch des Persers. Sie brachte die Wohnung in Ordnung und verzierte sie. Als sie aber fertig war, sagte ihr Hassan, sie möchte einstweilen zu einem Nachbarn gehen und ihn mit dem Perser allein lassen. Sie ging fort und überließ ihnen das Haus. Hassan aber führte den Perser hinein. Als er im Haus war, nahm Hassan eine Platte, ging damit auf den Markt, um einige Speisen zu kaufen, stellte sie dem Perser vor und sagte ihm, »Iss, Herr, von meinem Brot und Salz zum Zeichen unserer Freundschaft, und Gott verlasse den, der dem Bunde untreu wird.« Der Perser erwiderte, »Du hast recht, mein Sohn.« Dann lächelte er und sagte, »Wer kennt die hohe Bedeutung des Brotes und des Salzes?« Sie aßen dann miteinander und als sie gegessen hatten,